Ähm, Light, Lalaqueen, ne, Light, Light You, Light You, oh, äh, Lalaqueen, äh, Manneke Fox, Jessie Joke und Chris, vier, vier, drei, zwei, ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Boah, ich liebe dieses Lied, ne, irgendwie jetzt, das kommt, das wird fest in die Playlist eingepflegt werden. Hallo? Ist es doch, ne? Ja. Boah, das ist so nice, das Lied, ne? Ja, Tinuta ist halt voll süß, ne? Ja, Garfield hat angerufen, ach ja, Garfield hat angerufen, weil Herr Tinuta ihm gesagt hat, dass Ariane im MD nicht gut aussah, dass es ihm nicht gut ging. Oh, ist ja voll lieb, er ist so empathisch, oh Mann, ist so schade. Übrigens, damit hallo und herzlich willkommen auf YouTube. Hier ist schon eine Menge passiert im Stream gerade, ja? Ja, ähm, unter anderem kann ich euch jetzt nochmal, ich zeig, ich zeig mal ganz kurz, ich sag jetzt mal ganz, ganz kurz dem, äh, auf YouTube den Leuten etwas. Äh, und zwar war das hier heute unser Startbild, ne? Mit entsprechender Musik, damit wir alle reinkommen, ich hoffe, man versteht mich jetzt gerade auch gut, ne? Ähm, und, äh, und, äh, eine Sache, die Ariane nicht gesehen hat, das hat sie aber per Telefon beschrieben gekriegt und auch nochmal per SMS, ist, dass in der Garage, wo wir ja nicht mehr hingefahren sind, ne? Und dann lag dieses hier, ähm, ich hab das Bild gelöscht, warte mal. Ich hatte das gerade schon im Papierkorb getan, weil ich bin, ähm, Desktop muss immer clean sein, Frau. Warte, wo ist der Papierkorb? Kacke, wie komm ich denn jetzt dran? Ah, Hilfe, Leute, Hilfe, wo ist mein Papierkorb? Ja, wieso komm ich denn nicht dran? Ja, ähm, ich kann, ähm, ja, man, ja, doch, ich hab's noch, ich hab's, alles gut. Ah, super, ich hab's noch, werde es euch zeigen. Ich hab's gar nicht im Papierkorb gepackt, soll ich SMS-Orner, das heißt, ich darf das auf jeden Fall nicht auszusehen schicken heute. So, das hier nochmal für YouTube, dass ihr das seht, ne? Wir lesen jetzt gleich die Nachricht von Herrn Koriame vor, äh, Ariane hat Herr Koriame telefoniert und mit Garfield. Ähm, gerade hab ich noch die Info gegeben, dass Garfield angerufen hatte, weil, ähm, Herr Tinuta sich bei ihnen gemeldet hat und gesagt hat, dass Ariane im MD, äh, dass ihr wohl nicht gut ging und so, das find ich voll nice. Äh, wir werden ein sehr krasses RP haben, ich geb mir Mühe, das so, ja, authentisch und ernst wie möglich zu spielen, deswegen wird sich gleich, meine Stimmung muss gleich auch irgendwie mal scheiße werden, damit ich das richtig machen kann. Das heißt nicht, dass meine Stimmung OOC scheiße ist, aber einfach, damit wir uns mehr in Ariane reinfühlen können, ne? Ja, und das hier ist das RP, mehr erzähl ich euch dann jetzt gleich auch, ein paar Sachen hab ich mir notiert, die wird sie sich jetzt auch ins Handy notieren. Keine Meta-Sachen, keine Sorge, das ist nirgendswo gefallen, ne? Das ist einfach Ideen, die ich mit Ariane hab und warte mal, eine Sache wär noch cool, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir uns auch in Teamspeak mal einloggen. Das kann man ja auch so nebenbei noch machen, ne? So. So, das haben wir auch. Mach' ein bisschen leiser. Anderes Lied. So. Ey, sag mal. Achso, ich hab' auch andere Playlists. Ich mach' jetzt mal eine andere Playlist an. Das können wir auch nochmal zeigen. Also, ich mach' ein bisschen lauter. Für das, was wir im Moment haben, das ist ja mein neues, ähm, das ist ja mein neues Lieblingslied, so ein bisschen, was die Atmo angeht, ne? Wir haben eine Playlist, die heißt Atmo ruhig. Da sind nur solche Sachen drin. Okay, warte mal. Das ist... Ähm, warte. Also, merkt ihr, das sind einfach nur solche... Okay, das hört sich ein bisschen asiatisch an. Warum? Seventh Crown Chakra Kundalini. Okay, ja, das erklärt alles. Bisschen leiser. Ich wollte, dass ihr das ein bisschen hört. Ich setz mal ein bisschen in der Playlist rum, ja? Ja. Das passt sehr gut. Ich mach' mal weiter. Hostage in love. Das ist ja... Das passt ja super. Das Lied heißt so. Das hab' ich tatsächlich gar nicht gesehen, wie das Lied heißt. Krass. Heißt natürlich nicht, dass Ariane in love ist, aber sie wird heute mit Garfield sprechen und was Persönliches ausplaudern. Zumindest hab' ich das vor. Ich bin mir noch nicht sicher, je nachdem, was Garfield sagt. Müssen wir mal gucken? Stockholm traue ich mich nicht auszuspielen. Ich würd' ich würd's tatsächlich sogar gerne machen. Ihr wisst, dass alles, was in die Richtung geht, auch mit Psychologie, mit was man so nennt, was in einem, was Dinge irgendwie, Dinge, die dir passieren, wie die dich ändern können und was sie in eine vorrufen können. Ihr wisst, ich bin also mit Ariane immer dabei, ne? Aber ich hab' das Gefühl, dass das Impedie eher für eine Kündigung sorgt und er wieder dafür, dass sie als super schwach angesehen wird. Und ich möchte ja nicht mehr, dass Ariane als schwach angesehen wird. Also schon so ein bisschen, die kann auch einknicken, die ist ja auch super emotional. Aber deswegen, ich trau' mich das tatsächlich gar nicht auszuspielen. Der Zettel kommt noch, Moment. So, das sind halt so die ruhigeren Sachen eher, ne? Das ist so. Dann haben wir noch Chase, hab' ich eine genannt. Das ist so, wenn wir vielleicht mit einem Auto verfolgt sind, mit einem schnellen Auto unterwegs sind, keine Ahnung. Das sind solche Lieder jetzt. Warte, da sind auch ein paar drin. Ja, Craig Rider, this. Diese ganze Art überhaupt, wie sie ist, ne? Wie wir so spielen. Es passt leider sehr gut. Aber sie ist ja auch eine ehrliche, ne? Und sie sieht aber auch. Das muss ich ganz kurz sagen. Sie sieht ja auch tatsächlich, was da passiert ist. Sie ist sich nur nicht sicher, ob er mit aktiv gemordet hat. Das kann ich euch sagen, ne? Das ist eine kleine Sache, die ich ausspielen kann. Dass sie vielleicht so sagt, hm, ja, vielleicht wird er ja auch dazu gedrängt und so. Aber ich kann die halt nicht ganz doof spielen, ne? Das geht nicht. Aber ich lasse es ein bisschen auf mich zukommen, wie wir das machen. Weil so nur, die ist jetzt nicht so die krasse Polizistin, die alles im Blick hat. Schon ein bisschen aufgrund der Erfahrung, weil das wäre auch doof, wenn ich die jetzt, ähm, ah, das ist so, ich muss ein Mittelding finden. Weil wir Ariane ja auch spielen, dass sie schon, sie steigert sich und steigert sich und steigert sich. Aber die ist absolut noch nicht so weit, ne? Aber die ist halt ehrlich und hat halt einen krassen Gerechtigkeitssinn auch, ne? Aber sie ist eine der wenigen, die trotzdem weiter mit Luna befreundet sein wollten, nachdem wir mit ihr geredet haben im Prison. Das müssen wir auch noch sagen, ne? Auch das ist Ariane. Dann haben wir noch das hier. Gut, das wird auch irgendwann schneller, glaube ich. Das müsste irgendwann schneller werden. Und hier? Das ist auch ganz cool. Das sind einfach so Sachen, wenn wir irgendwie, ähm, das ist so ein bisschen spannender halt einfach, ne? Hallo, Babygirl. So, dann habe ich noch, äh, so eine Hope-Playlist, wo ich einfach, die lasse ich jetzt auch erst mal laufen, weil die, die ist ja, das ist so ein Mittelding einfach, ne? Da sind solche Lieder zum Beispiel drin. Ich muss ein bisschen an Minecraft denken, weil ich immer so Lieder im Laufen hatte. Ja, alles gut. Die Musik wird gleich sowieso leiser werden, ne? Die mache ich gleich leiser. Aber für mich ist das gerade, das Headset ist schon wieder so leise, ne? Keine Ahnung, was da in letzter Zeit los ist. Ach, da. Ja, und die andere habe ich einfach nur Psycho genannt. Ja, mit Z, Psycho. So, gut, dann machen wir jetzt mal ein bisschen leiser. Ist das erstmal so okay? Ich mache das gleich noch, noch ruhiger. Ja, heute, heute, heute ist die Besprechung, wie das am Sonntag ablaufen soll. Ariane hatte auch ein paar, hatte auch ihre Two Cents. Also, Ariane hatte von Korea, oh mein Gott. Okay, da hat Ariane sogar noch zurückgeschrieben gestern, weil die will jetzt auch nichts machen, ohne dass es irgendwie abgesprochen ist, weil sie weiß nicht, in welche Richtung sie gehen soll. Das kann ich euch auch sagen. Ariane weiß nicht, also, was wollte ich ganz kurz überlegen? Ariane würde heute fragen, so, ob sie, ähm... Meine Güte, sag mal, kannst du mal ein bisschen... So. Ob sie quasi... Ah, ich hätte mir das aufschreiben sollen, was ich eigentlich sagen wollte. Sind so ein paar Stichworte, wollte ich mir eigentlich machen. So irgendwie, äh, soll ich drauf, soll ich, so was wie, soll ich voll drauf eingehen? Soll ich da wirklich 100% drauf eingehen? Oder soll ich vorsichtig sein? Ich kann beides. So, weißt du, dass sie das einfach sagt. Also, entweder spielt sie das Spielchen jetzt so komplett mit, ne? Und, äh, gaukelt irgendwie auch was vor. Oder versucht was vor zu gaukeln und am Ende verliebt sie sich doch. Nee, ähm, oder, ähm, sie ist halt weiter sehr vorsichtig und macht das nur so, wie ihr, wie das 100%ig dabei abgesprochen ist. Das wird sie heute anbieten halt, ne? Je nachdem, wie das, wie das da geplant ist. Äh, ganz kurz, sie hat Skinner auch geschrieben. Sie hat geschrieben, ich verstehe nicht, was hier los ist. Du bist da, jetzt redest du dich nicht mehr. Ne? Einfach, wo bist du nur? Also, einfach nur, damit wir uns da mal wieder gemeldet haben. Auch nichts Krasses jetzt ausgeschrieben, wie du Penner und sowas alles, ne? Ähm, ja, sie hat mit Gafit ein bisschen telefoniert und sie wird heute definitiv mit Gafit auch das Gespräch suchen. Ähm, und, äh, sie, äh, hat mit Kuriamen telefoniert. Er hatte ihr noch geschrieben. Oh, er hatte noch was geschrieben. Ähm, er hat geschrieben, bbbbbbb. Komm, Mama. Äh, Mrs. Barnes, wir haben den Standort heute angefahren. Dort fanden wir eine Art romantische Geste mit einer Nachricht, die wie folgt lautete. Ich freue mich schon auf unser Treffen. Herzchen. Tessos Herzchen. Vielleicht spreche ich ihn auch einfach falsch aus. Ähm, sie müssen dringlich auf sich aufpassen. Bitte lassen sich weiterhin von Streifen abholen. Und das heißt, das machen wir auch gleich, ne? Und nach Hause bringen. Aber vor allem weiterhin, das haben wir die ganze Zeit ja gar nicht gemacht. Das ist, der Kuriamen hat das jetzt erst vorgeschlagen. Vorher hat das ja keiner vorgeschlagen. Und ich habe mich voll nicht getraut, mit Ariane zu fragen. Ja, Kuriamen ist super. Ähm, gut, Assisten-Chief Kuriamen. Ariane hat ihn angerufen und hat gesagt, so, bevor wir gleich in die SMS gehen, ne? Ähm, hat gesagt, Herr Kuriamen, äh, hier, äh, wir hatten ja, äh, er sagt ja, ja, äh, hier, so. Also, ich habe, ich habe geschrieben, äh, Tessas tut so, als würde er sich für mich interessieren. Und Artemis angeblich, ja, guck mal, hab ich richtig nice geschrieben, meine Nägel sind zu lang. Angeblich wegen mir aus dem Weg räumen. Artemis schrieb, wie oft, äh, schrieb, wie oft wollt ihr noch an diesen Ort, wo wir hingefahren sind, in Klammern Garage, vorbeifahren, ne? Und, äh, Tessas hat aber das Gleiche gesagt, ne? Und hat gesagt, mit der Garage, die ihr sucht, äh, hier, als Zeichen des guten Willens. Das ist übrigens auch noch so eine Sache, ne? Muss ich mal ganz kurz aufschreiben. Warte. So, weil er wartet ja von Ariane auch, was muss ich heute auch absprechen. Ähm, als Zeichen des guten Willens, ähm, hat er dann den Standort geschickt. Das heißt, für Ariane heißt, beide waren gemeinsam unterwegs. Ja, beide haben gemeinsam unterwegs, da ist nichts vom Wegen, äh, hier, er würde sie erschießen und sowas. Alles, nee, die planen das gemeinsam, ne? Das ist jetzt für Ariane halt dieses Ding, ne? Das hat sie sich überlegt. Und, ähm, ja, dann hier so Auflistung mit Pool, äh, da hat Ariane aber auch gesagt, ich weiß nicht, ob er das wirklich weiß, ob er jetzt wirklich an dem Pool liegt. Kann auch sein, dass das einfach nur eine Finte ist, ne? Und, ähm, sag mal, hört ihr mir zu? Was ist denn der Chat? Da fliegen einfach nur unter Hosen. Was ist denn hier los? Keiner hört mir zu. Ich hasse euch und liebe euch. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist beides gerade... Nein, ich liebe euch, es ist sehr lustig. Doch, wir hören zu. Was ist denn, ey? Was ist das? Sag mir übrigens, wenn meine Stimme... Ich bin ja... Ich habe ja verschiedene Tonlagen. Es tut mir leid, wenn ich doch ein bisschen zu laut bin und zu sehr, ähm, übersteuert bin, ne? So, Chat. Jetzt mal Butter bei die Fische. Ja? So. Und dann hat sie sich noch gefragt, ob die den Wohnort kennen, ne? Das will sie auch nochmal. So, jetzt hat Ariane aber zur Kuriame gesagt. Ariane Kuriame. Ne, hat sie gesagt? Ja. Dann hat das dann auch, äh... Ach, Ariane hat eine Venture-Mail geschrieben. Ich kann das einfach vorlesen. Ach. Ich kann es einfach vorlesen. Weil Herr Chase, ihr habt auch mit Herrn Chase telefoniert. Den hat sie das dann nämlich, äh, er hat gesagt, verschriftlichen Sie das nochmal und schicken Sie das bitte an den Accounts. Achso. Das geht ja direkt wieder am Start. So, warte. Ja, auf ist. Die habe ich schon immer gefunden. Skippt man ja von mir. So. Swinshots hat sie auch noch geshaped. So, also. Gedanken zu Sonntag plus, äh, und SMS von Tessols. Äh, hallo, ich telefonierte mit Herrn Chase und Kuriame und habe einige Gedanken zu meiner Situation geäußern geäußert. Herr Chase bat mich, dies nochmal zu verschriftlichen. Ich weiß nicht, wieso ich gestern so komisch gestoppte. Ich muss mal niesen. Warte mal. Ich bin... Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe mich eine SMS von Artemis und einen Anruf von Tessols. Beide meinten sinngemäß, wie auch heute noch an der Garage, in die wir dich gebracht haben, vorbeifahren. Tessols meinte am Telefon zu mir, er hätte keine Probleme damit, eigene Leute auszuschalten. Als ich ihn fragte, was denn seine Freundin zu seinem Interesse an mir sagen würde, erinnerte mich an ein Gespräch in der Garage am Tag der PSB-Sache. Und es stimmt, dies erwähnte er damals mehrmals, äh, ebenfalls, dass er, dass die Leute aus den eigenen Reihen auch aus dem Weg schaffen würden. Allerdings meldeten sich beide unangenehm voneinander bei mir, was das Vorbeifahren an der Garage anging, deswegen gehe ich davon aus, dass beide dort gemeinsam unterwegs waren. Ich gehe davon aus, dass Artemis am Sonntag mit dabei sein wird. Sie schickte mir auch eindeutige Droh-SMS. Wichtig ist mir ein Gedanke. Ich denke am Sonntag, das ist nämlich das, was Ariane wichtig war zu schreiben, ich denke am Sonntag, äh, das wird einfach nur ein großes Abdehnungsmanöver sein. Ich wurde mehr als einmal gefragt, ob meine Detektiv-Freunde, äh, ob ich meine Detektiv-Freunde mitnehme. Ich denke, er fragt dies nicht, damit wir alleine sind. Also Ariane soll es wahrscheinlich denken, dass das die, dass er deswegen gefragt, ähm, viel mehr, äh, viel mehr, damit sich viele Detektivs und Officer an einem Ort versammeln und woanders eventuell das Gold ganz in Ruhe weggeschafft werden könnte. Ihm ist sicherlich klar, dass ich an diesem Tag geschützt werden würde. Das Gleiche passierte in der PSB selbst. Äh, sie erzählten, dass der Heli, äh, den sie, äh, der Heli, den sie wollten, nur dazu dient, das PD abzulenken. Der Heli sollte nie als Fluchtmöglichkeit fungieren. Nach der, nach einem Gespräch gestern mit Herrn Kuriame würde ich unter anderem den Hafenflughafen und etc. ebenfalls bewachen. Ich hab's einfach mit Ariane reingeschrieben. Das ist ein bisschen zu großkotzig. Äh, nicht großkotzig, aber es ist halt das, was sie so, es hieß nämlich, sie darf sowas machen. Sie darf auch so Ideen mit reinbringen, ne? Heißt ja nicht, dass das genommen wird. Ähm, am Ball schick ich ihr noch zwei Screenshots der SMS von Testoys, die ich bekommen habe. Dieses Gedicht bekam ich, als, äh, als das PD mich am 5.10. nach Hause brachte. Vorher telefonierte ich noch mit ihm. Er erwähnte, dass er einsam wäre und gerade an einem Pool läge. Als ich sagte, dass ich müde sei, er wird ja in sein King-Size-Bett. Er flirtet mittlerweile offensiver mit mir. Ariane Barnes. So. Andi, der Pechvogel nochmal vielen, vielen Dank, ne? Da hat Ariane die Screenshots eingeschickt. Ähm, ja, die müssen wir noch, das müssen wir noch irgendwann mal anders hier hinpacken. Ähm, ich hab jetzt noch auf, ich hab jetzt noch Orte aufgeschrieben, die Ariane auch noch vorschlagen will. Ey, ohne Scheiß, ich lese das hier einfach dann heute nochmal vor, ne? Damit ich das irgendwie gebacken kriege. Äh, wie soll wir das alles aufarbeiten? Ja, ich glaub gar nicht. Warte. Eventuelle Orte. Ich wollte hier zu schaffen. Ähm, äh, kennen Sie meinen Wohnort? So, das hier brauchen wir ja auch nicht mehr, das hat sie in der Mail jetzt geschrieben. Äh, jetzt, guck mal, jetzt kann ich nur die Sachen, wo Ariane mitbekommen, die war ja dabei, ne? Das sind jetzt alles Sachen, wo sie mit dabei war. Äh, das kann auch gar das Quatsch sein, ne? Grapeseed, Flughafen, da fing das ja so ein bisschen an, ne? Für Ariane zumindest, ich weiß nicht, ob da vorher schon was war. Äh, Casino. Äh, ja, PSB trotzdem nochmal. Äh, Hafen. Und Flughafen. So, das sind jetzt die Sachen, die ihr einfach, ähm, eingefallen sind. Weil ich ganz im Ernst, das sind die Sachen, die sie auch noch wissen kann. Und, äh, ich weiß, OZ auch nicht mehr. Das ist halt die Sache. Ihr seid doch echt scheiße. Äh, Mrs. Nix, vielen Dank für zwei verschenktes Schatz. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja. Ähm, das, das belasse ich auch dann dabei. Äh. Mal Ideen. So, Herr Kuriame. Äh, kommen wir mal, Mrs. Barnes, für Sie zur Impfung. Mrs. Ophelia Edison ist heute erschossen worden. Passen Sie besonders auf. Wer weiß, wie dieser Testhäusch reagieren wird. Äh, oh, Yasumi. Äh, es ist ein Chief Kuriame. Moment. Wer genau, wie genau war das? Ich glaube nicht, dass Ariane sich daran erinnert. Wir haben es einmal ganz kurz gehört, deswegen vergewissern wir uns Nummer, dass wir das richtig schön ausspielen können. Also, das müsste Artemis gewesen sein. Das müsste Artemis gewesen sein. Der Weg ist frei. Ja, Sarah, noch ein Mod schieben. Genau, noch ein Mod schieben. So. Das machen wir gleich. Dann hat Max uns geschrieben. Ich warte immer noch auf den Rückhofer. Möchte mich um dich kümmern. Ich mache mir Sorgen um dein Knie und um dich. Du hast geschrieben, dass du schlimme Dinge gesehen hast und ich will für dich da sein. Außer natürlich, du willst das nicht. Aber dann kommuniziere das bitte offen mit mir, damit ich dich nicht nerve. Glaub mir. Entschuldigung, ich will euch keinen Vorschlag. Sorry, warte mal. Also, das ist, ähm, Motschi hängt da den jetzt jeden fest. Glaub mir, ich würde am liebsten mir alles von der Seele reden. Auf einem Dach nur du und ich. Los Santos unter uns. Aber gerade ist es besser, wenn ich alleine bin. Wenn niemand weiß, dass wir beste Freunde sind. Ich werde es dir irgendwann erklären. Aber gerade bereue ich es, noch kein Testament gemacht zu haben. So, weil die Autos in der Stadt fahren so wild. Da kann ja jederzeit ein Unfall passieren. Ariane, du machst mir Sorgen und Angst. Bitte sag, was los ist. Ähm. Ich bin gerade sicher. Du kennst mich doch. Ich hasse auf mich auf. Versprochen. Was war das denn? 21.33 Uhr am 5. Ah, okay. Oh, seitdem habe ich nicht mehr eingeloggt. Wie viele Möglichkeiten sind gerade für Ari offen? Sau viel. Sau viel Charakterentwicklung. Das ist mir gerade so wichtig. Sau viel Charakterentwicklung einfach. Wenn ich was ändern will, dann ist es jetzt auf jeden Fall, haben wir jetzt die Möglichkeit. Wenn du dich vielleicht ein bisschen ablenken möchtest, dann lies dir mal meine neueste Kurzgeschichte bei Aberdeen auf Venture an und sag mir, was du davon hältst. Ich versuche ein bisschen mein Repertoire auszubauen und freue mich deswegen über Feedback auf Venture durch. Aberdeen. Oh, das mache ich gleich irgendwann auch mal. Das tut dir, glaube ich, wirklich ganz gut. Die Musik zu laut ist, ich sage Bescheid, weil es aber auch geile Musik ist. Ich liebe es. So, genau. Ich bin enttäuscht, keine Antwort zu bekommen. Ich war offline. Nein, ich bin enttäuscht, keine Antwort zu bekommen. Traurig. Die letzten Tage waren, sagen wir mal, so besonders. Ich weiß halt noch nicht, wie sie sich ihm gegenüber benehmen soll, weil ich will nicht, dass Leute denken, dass das PD irgendwie was Falsches denken würde. Sagen wir besonders. Wenn ich antworte, dann natürlich nicht mit einem müden Auge. Mir hat noch nie jemand ein Gedicht geschickt. Ich weiß gar nicht, damit umzugehen, hat sie geschrieben. Vielleicht ein Dankeschön. Boah, das ist so erniedrigend eigentlich. Das ist so erniedrigend. Jetzt muss sie sich dafür bedanken. Hast du meine Nachricht empfangen? Habe, habe ich, habe ich, habe ich, ja, Dankeschön, würde mich, warte mal, Gedankeschön, lass mich kurz überlegen, lass mich ganz kurz überlegen. Oder wie, glaube ich? Was ist das Mittel denn noch irgendwie machen? Das meine ich ernstes Gefühl. Hilfe. Er hat angerufen. Weh. Gut. Danke, Fee. Dankeschön, meine Unterwäsche passt heute zu deiner Bettwäsche. Sag mal. Ich muss auch Essen kaufen unbedingt mit Ariane. Ah ne, warte, das haben wir. Das wollte ich auf dem Balkon trinken. Sie war auf dem Balkon eine rauchen. Sie fühlt sich so sehen wie sich ja schon auf dem Balkon. Sie hat aber auch sich mit V gedrückt und dann hat sie auch die ganze Zeit sich umgeguckt. Ich denke mal, eine Rauche auf dem Balkon können wir jetzt auch. Nein, Garfield, Ariane braucht dich heute. Was stellt die denn da zurück? Den Burger hat man auch gegessen. Ich gehe noch vorher pinkeln und dann gehen wir richtig rein. Ja, wir lassen uns das gleich abholen. Moment. Ja, wir lassen uns das gleich abholen. Ja, wir lassen uns das gleich abholen. Vielen Dank. Ah, so. Wer hat F gemacht? Wer hat F gemacht? Ich mache noch eine dumme Ariane-Aktion. Da habe ich auch irgendwie jetzt noch mal ganz kurz Bock drauf. Wer hat F gemacht? Riesu? Riesu? Was? Jetzt ist das gar nicht Riesu gewesen, dann ist das aber assi. Entschuldigung. Ja, okay, Riesu, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Riesu. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ah, so. Ich vermisse das. Ja, doch, Ariane wird jetzt schwach. Die rennt in ihr Verderben. Machen wir es jetzt so? Die rennt absolut in ihr... Nein, nein. Ich vermisse den Anblick, Ariane. Bis Sonntag ist es ja nicht mehr lang. So, warte, ganz kurz. Garfield, eine dumme Aktion mit Ariane. Was? Oh, yo, das wäre das, was wir mal bekommen. Ah, das müssen wir immer noch beim PD zurückgeben. Oder ist das was Neues? Wo ist denn der Ari-Block? Okay, Moment. Das ist eine dumme Ari-Aktion, die weiß genau, dass das nichts bringt. Und das ist eine dumme Aktion. Das ist eine dumme Aktion. Das ist eine dumme Aktion. Und 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 das ist eine dumme Aktion. Vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, wie dir der Tante geschrieben wird. Ich habe keine Ahnung, wie dir der Tante geschrieben wird. Ich habe keine Ahnung, wie dir der Tante geschrieben wird. So, das wird generell alles nichts bringen, aber ich möchte für die Story, dass Ariane so etwas geschrieben hat. So. 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 Soll ich dir einen Zweitschlüssel für die Wohnung hier machen? So. 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 Chief of Operations. Vielleicht sagt er ja. Du kannst ja mal, also was du machen kannst, ist, du kannst ja mal mit Kuriyama reden, dass du hier bei mir wohnst. Aber der hat mir auch angeboten, wenn ich mich recht erinnere, ich habe mich nicht getraut, das anzunehmen, dass ich irgendwie bei denen so lange unterkomme. Also ich würde gerade schon irgendwie bei jemandem, der... Ich würde es auflegen, ich werde mich bei Kuriyama, okay? Ich rufe dich gleich wieder an. Okay, bis dann. Bis dann. Wie will das Ariane bei Kuriyama pennen? Voll ab, das ist scheiße, ich hasse Fee. Ja, okay. Jetzt müssen wir es gleich dazu spielen. Scheiße. Jetzt war natürlich mehr Sinn der Sache, dass Ariane vertraut ja Fee, aber Fee ist auch nicht so oft da. Scheiße. Warte mal nicht, dass... Ariane hat ja einfach nur gesagt, Gefahrenlage. Auf hier, hier, Addison ist die Dame, die ihnen die SMS geschickt hat. Ich kümmere mich um eine Erholung. Das heißt, kontaktiert mich diese ganze Zeit. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, ob es nun wirklich Sonntag sein wird. Denn sind wir mal ehrlich, ob das jemals zustande kommt. Ich hoffe es sehr. Wie wird es? Wie wird es? Es sei denn, du hast es dir anders überlegt. Kann auch sein, dass die Ariane vorher holen. Ich glaube auch nicht, dass sie sich irgendwie das Datum hält. Wir gehen kurz. Ralken. B-Y. Boah, ich habe mich so laut auf dem Ohr. Seid ihr sicher, dass ich mich übersteuere? Also auch mit der Ariane-Stimme dann? Bin ich das gerade mit dem Dreh? Okay, das ist egal. Warum ist das gerade so unscharf? Ich habe mir das Gefühl, das Bild ist nicht scharf. Egal. Gerade ist es besser, wenn das Spiel einfach sehr, sehr flüssig läuft. Aber es würde mich auch wundern, wenn es nicht flüssig läuft. Und Ariane, finde ich dich sogar etwas zu leise? Echt? Ich kann die Musik aber auch ein bisschen leiser machen. Ich muss abwägen, was wichtiger ist. Du oder mein Leben. Aktuell scheint jemand anderes wichtiger. Und Ariane ist natürlich dumm, ne? Aber es kann auch sein, dass da wirklich jemand anders meint, ne? Das ist alles so durchdacht, ey. Das ist so schwierig. Wer ist dieser andere Person? Wieso denkst du, dass dein Leben in Gefahr ist? Ich lasse generell ungern zu, dass jemand verletzt wird. In der Bank sind schon zu viele gestorben. Das ist wieder ein bisschen mehr Ariane auch. Diese Herzchen immer, ne? Okay. Ich habe Ariane keine hohen Schuhe angezogen, falls sie rennen muss. Und irgendwie ist gerade alles wieder farsch. Alter, dass ich immer noch nicht das Fernglas habe, ne? Fuck mich ab, ne? Ich will stalken. Also hier haben wir ja die ganze Zeit Fahrzeuge. Das ist so krass, ne? Hier haben wir die ganze Zeit Fahrzeuge. Hier würde das gar nicht auffallen, wenn es irgendjemand angefahren kommen würde. Das kann Ariane eh nicht sehen. Das sind dann nur wir. Äh, jetzt. Ich bin hier los. So ist, glaube ich, besser, oder? Guck mal, das ist ohne und das ist mit. Ich will es ja nur so ein bisschen haben. Okay. Vielen, vielen Dank für dein verschenktes Zapp an Miss Viewport. Dankeschön. Und trotzdem solltest du wissen, dass man nicht immer die Wahl hat, wer lebt und wer stirbt. Und aktuell scheint es so, als wäre das PD nicht das einzige meiner Probleme. Siehe gestern, Ich hoffe einfach, ich werde, ja, komm, es ist mir klar, jetzt kommt diese Masche. Ariane fällt natürlich auch ein bisschen drauf rein, Das muss ich jetzt schon. Ich bin in dem Sinne gemäht hat, auf jeden Fall, ne? Aber Ariane fällt auf sowas rein. So, die will natürlich jetzt auch nicht. Aber das ist halt das Problem. Die will halt generell nicht, dass Menschen sterben. Das heißt nicht, dass sie Interesse an denen hat, ne? Wie gestern. Ich hoffe einfach, ich werde nicht von dir getäuscht oder ausgeworfen. Boah, das ist ja so ein krasses Gas, Leute. Wie krass. Boah, liebe ich das, der Vee, ne? Der macht das so gut, ne? Ariane, komm, fall einfach drauf rein, renn in dein Verderben, ey. Warte, was? Ja, denn ist dann ich ich verstehe nicht, worauf so hinaus will die Stockholme auszuschwingen, es reizt so hart, ne? Ich muss einen Mittelweg finden, irgendwie. Ariane ist Kandidatin dafür, aber die hat auch zu viel erlebt, dass die nicht einfach so, ich muss meinen Kopf die ganze Zeit abwägen, was passiert ist mit Evan ist das große Problem. Also Evan ist glücklicherweise das große Problem, glücklicherweise für Ariane, ne? und das, was Garfid ihr gesagt hat, sie muss mit Garfid unbedingt reden. Ich bin hier getäuscht oder ausgenutzt. Getäuscht, ausgenutzt. hier sind wir mal ehrlich, wir beide sichern uns hier gerade ab. Das ich dir nicht ganz vertraue, das kannst du dir doch denken. wie wirst du denn du denn allein da sein? Oh, ich wünschte, ich könnte einfach die Zukunft um jemand anders spielst. Ich finde das so spannend einfach. Ariane kommt doch immer mit den ganzen Sachen, das hat sie auch bei Charlie und Becker und so. Ariane ist schon immer ehrlich bis zu einem gewissen Punkt. Das ist halt die Masche, die ganze mit dir gefahren, wenn sie ist ehrlich zu einem gewissen Punkt, ich bin jetzt mal ehrlich, ich sage dir dies und dies und das. Und wird aber hintenrum dann trotzdem mit den Detektives und sowas alles reden. Wisst ihr, wie ich meine? Aber es reizt so, das auszuspielen. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Okay. Ja, also der verarscht Ariane von vorn bis hinten hundertprozentig. Aber das ist so. Ich muss aber tatsächlich sagen, es gibt jetzt gerade jemanden schon. Also ich weiß nicht, ob er mit ihr schreibt. Es kann sein, dass er noch mit einer anderen Dame genauso schreibt, weil da bin ich mir selber noch nicht sicher. Da weiß ich nicht. Ariane hat etwas am Telefon gesagt bekommen, dass sie nicht die Einzige ist, die gerade SMS schreibt. Die gerade SMS bekommt und auch sehr charmante SMS und wohl auch teilweise anrufe. Sie ist nicht alleine. Und die andere Person, da weiß ich noch nicht, da weiß Ariane aber nicht, die hat Stockholm-Syndrom ausgespielt und ich bin so neidisch. Ich warte einfach darauf, dass irgendwann ist, wow, das rote Oberteil sieht aber heute toll aus und dann wird Ariane natürlich reingehen, dann wüssten wir, der wüsste, wo wir wohnen. Aber ich glaube, die wissen nicht, wo wir wohnen. Das sieht nämlich ganz dünn aus, weil hier kannst du halt so kommen, wenn du da mit einem Ferner stehst da oben, könnte es sogar sein, dass man das hier sieht, wenn es hier irgendwo eine Wohnung gemietet haben, wo da oben so Ariane wohnen. Du könntest hier einfach spazieren gehen, du könntest hier ein Boot haben, du könntest zur Fahrschule gehen, du kannst hier alles machen irgendwie da vorne auch, jetzt wollen die Häuser da vorne, dann wirst du sehen. Also ich finde, das ist schon sehr unsicher, wo wir wohnen. Leider wohnen wir ja auch Erdgeschoss. Ach, Romeo, Romeo, warum bist du denn nur Romeo, Capuletti irgendwas? Ich hab's vergessen. Ich denke, du wirst es erfahren, aber das PD hat definitiv zu unsauberen Mitteln gegriffen. Ich vertraue dir, aber dein Kollegen nicht. Ich werde allein da sein, denn ich will dich töten. Warte, du willst mich was? Ihr habt mir ins Bein geschossen. Ich habe nicht mal deinen Vornamen. Ähm. Nee, das kann sie nicht schreiben. Ich würde es ja nicht völlig verkacken mit denen gerade. Ich habe nicht mal deinen Vornamen. Ich würde sagen, Ariane ist geschrieben, ihr habt Menschen erschossen. Du hast gesagt, du hast gemordet. Da bin ich mir tatsächlich mit Ariane nicht mehr so sicher. Also der hat hundertprozentig hat der Menschen ermordet. Klar, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber ob die das Ariane gesagt haben, weiß ich nicht, dass der das spielte. I don't know. Oh, ich will den Stockholmen ausspielen. Oh, ich muss mich richtig hart zurückhalten. Das wird so Spaß machen. Oh, Gott, Ariane, ihr Verderben rennzulassen war schon immer so schön einfach. Und dann ist sie total traurig und von allen verlassen und keiner versteht sie mehr. Oh, scheiße. Aber ich kann auch nicht. Ich kann es auch nicht. Ariane ascht einfach auf ihrem Balkon. Die alte Sau, der hat es getan. Trotzdem ist natürlich, ich muss schon machen, dass die jetzt so ein bisschen, die letzte SMS, das wird die durchschauen mittlerweile. Das ist Evan, das ist so Evan-mäßig. Hier das hier, das wird Ariane eher treffen. Bin ich von dir getäuscht oder ausgenutzt werden? Versteht sie das jetzt so, dass sie denkt, scheiße, ich mache das ja gerade, ich bin so tot? Oder versteht sie es so, dass sie denkt, scheiße, die hat ja dieses, was wir immer krass ausspielen, ist dieses Helfer-Komplex bei ihr, dieses Helfer-Syndrom. Gerade haben wir ja tatsächlich Eddie auch ein Auto vermacht in diesem Bilo-Testament. Apropos Testament. Ich muss das nach, ich muss das nach Situation machen, ich weiß noch nicht genau, wie ich das ausspiele, ich muss das wirklich nach Situation machen, aber ich muss halt machen, dass Ariane auch auf sich aufpasst, natürlich, aber das heißt ja nicht, dass du jede Situation aus dem Weg gehst. die hat ja ihre Psychos, die Frau, die hat ja ihre Vergangenheit und ist halt leider auch sehr spannend. Und denkt dran, ich spiele nicht für den Chat, auch wenn ihr euch bestimmte Sachen wünscht, ich spiele nicht für den Chat. den Zettel vorhin loswerden. Ich weiß es nicht, was ich will, weißt du, manchmal hat man keine Wahl, was man tun muss, geweißt, vor dem Schutz habe ich einen Anruf bekommen, es tut mir leid, wirklich, auch wenn du es mir nicht glauben willst, es tut mir leid. Die Masche ist so gut, ich muss eigentlich sogar Ariane so spielen, dass sie es glaubt, das so ein bisschen zu belohnen, war das so gut gemacht ist einfach. Okay. Ja, ich gehe dann jetzt zum PD-Auto. Das ist das süßes Herzchen. Komm, lassen wir mal so ein bisschen so. Gott, war ich jetzt erschrocken. oh, oh, All right, dann können wir lose. Ja. Um. Das ist gut. Einmal zwordere Fahrzeuge. Wie geht's dir so weit? Ähm, alles in Ordnung? Hab ich irgendwie nen Popel an der Nase oder sowas? Warum? Achso, ich dachte nur grad, ähm, ja, äh, was ist gestern passiert? Gestern muss irgendwas passiert sein, ähm, in der SMS geschrieben. In der Spans, haben sie ein Funke-Ritt dabei oder so? Oh mein Gott. Äh, Sekunde! Was, mein Liebes? So, okay. Wir würden sie jetzt gleich wieder eingerenkt, ja. Ja, ich hab's nur ein bisschen mit meiner Stimme. Okay. Oh Gott. Scheint mir insoweit wieder alles in Ordnung zu sein. Mhm. Mhm. Also Hilfe! Das, warum steht Teams, biegt das denn immer um? Liebe Mods, könnt ihr mir in die Stream-Notiven schreiben? Aber wir werden denen gleich ein bisschen was dazu erzählen, was gestern passiert ist. Äh, Rode, also Rode Chat. Einfach nur Rode Chat unter Aufnahme. Rode Chat. Rode Chat einfach nur. Rode Chat hat uns aber auch schon sehr weiten Abstand gerade, ne? Der Trick, wenn du nicht ins Kreuzfahr geraten willst, halt Abstand. Wow. Das ist mir schon echt ein bisschen unangenehm so abgeholt zu werden. Das, äh, ich wäre da jetzt, also das tut mir wirklich voll leid, ne? Haben sie sich ja nicht ausgesucht. Ne. Ich muss jeden Tag so abgeholt werden. Glauben sie, ich hab da Bock drauf? Glaub ich keiner Bock drauf. Oh, okay. Wie lange geht das schon so? So lange. Oh. Na, wie Zeit, dass das mal am Ende findet, ne? Hm. Ist der Larsen im Dienst? Mr. Larsen ist suspendiert meiner Informationslage nach? Oder ist er mittlerweile raus? Ist er insuspendiert, Miller, oder wurde er gekündigt? Was? Ähm. Ja, gab da ein paar. Ja, ich hatte auch mit ihm telefoniert, aber ich meine nicht, dass da jetzt irgendwie noch was ist. Hm, ne. Ist. Ah. 2S war das, ne? Larsen. Z44. Ist, äh, nicht mehr suspendiert. Ist noch angestellt bei uns, okay. Ja, ist auch noch angestellt bei uns. Genau. Erinnert aber nichts daran, was wir besprochen haben, ne? Mhm. Ich möchte ihn bei jeglichen Besprechungen nicht dabei haben, ja. Äh, ich, ich... Ach, die Sache ist, ich muss mit ihm reden. Ich brauch da einen Psychologen. Achso, nein, 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 nein. Es geht um was anderes. Es geht um... Es geht um was anderes. Okay, aber... Kann ich denn mit ihm über die Sache reden? Darf ich das denn? Er ist ja noch angestellt bei uns, also ja. Okay, gut. Kurian, bitte. Ich mag ihn. Hast du mit Arminale? Boah! Und zieh mich mal direkt um. Da ist's. Hä? Wie kann man denn so hoch verlassen? Das ist gar nicht möglich. Oh, wenn Kurian das sagt. Nein, aber... What's the news? Die Arbeit ruft. jungen der sorgere sogar natürlich gleich hier eine scheiße war und ich kann nicht mehr alles damit ihr dem vertraut ja vertraut ist ganz schlimm nee frau den kollegen sehr wobei das jetzt gerade natürlich ja sie hatten sie etwas von gar mit ein paar sachen gehört so noch Ich muss das mit Ariane Larsen erzählen. Kann auch sein, dass Herr Larsen das, ich weiß nicht, ob er es weiter erzählen muss. Also sie wird sich ihm auf jeden Fall anvertrauen wollen. Ach, keine Scheiß. Babyboy. Ach, kein Scheiß. Babyboy. Leitstelle für 1.102 kommen. Shit. 14 kommen. Die 1.102 ist ein Teil bereit, dem Davis-PD kommen. Ja, check hat die Leitstelle mit Unkommensichten kommen. Ich brauche dich dringend beruflich zum Leben. So schnell es geht. Nee, das ist dann schon zu... Nee, das kann ich nicht. Ich wollte gerade noch was schreiben, aber das ist dann zu... Du willst doch niemandem was tun, oder? Aber es wäre Ariane, die das tatsächlich ernst meint und das wäre nicht so gut, wenn sie das sagen würde. Die 4.19 Funk-Check. Check. Mal ganz kurz. Habe ich einen zurückgeschrieben? Habe ich eigentlich auch heftig zurückgeschrieben? Ah, in dem Fall achten sie auf sich. Wenn es ihnen schon nicht gut geht, schonen sie sich. Und wenn sie jemanden zum Reden brauchen, ich habe mich schon wieder nicht eingestempelt. Natürlich gerne auch, ohne dass es was sein muss. Da würde ich mal ganz kurz noch antworten. 5-3-0-10-20, an Sie. Danke, Herr Tinuta. Check. Tinuta. Herr Maasen. Maasen hat sich auch bei mir gemeldet. Ja, Tinuta. Tinuta. Sie haben sich damals so gut um mich gekümmert am Hafen. Das passt selbst so. Die Einstich-Burge habe mich sehr sicher gefühlt in diesem Moment, was alles ist. Bösser als jede Situation, in der ich vorher, in der ich jemals steckte. Ich habe eine Heidenangst. 5-3-1-Aktiv. Das war Herr Tinuta am Funk. 3-37-Funk. Check. 4-1-Aktiv. Wenn es sich ergibt, würde ich... 1-Aktiv-Richtung nach Hörter. Check. 5-3-1-Aktiv-Richtung nach Hörter. Sehr gut. So, der ist wirklich super lieb. Alright, Miss Barnes. Wenn Sie wollen, kann ich Sie mal kurz briefen, was passiert ist gestern? Ja. Ja, Moment. Ich muss mich ganz kurz nochmal in den Dienst. Ja, ich habe gerade Herr Tinuta noch zurückgeschrieben. Der ist auch super lieb. Ja, und 10-20-Lapre-Hörter-Richtung. Und Testtoys hat... Check. Ich habe jetzt mit dem hin und her geschrieben. Mh. Okay, wollen wir dafür ins Büro lieber gehen? Ja, bitte. Ja. Oh, alright. Dann sage ich den Namen kurz... Kurz vorm, was gestern passiert ist. Gestern hat Anatoli angerufen. Der mit den vier Namen... Mir fallen gerade nicht alle Namen ein. Ich spreche nicht gar, wer Anatoli ist. Anatoli ist auch einer der Geiselnehmer. Hat er so ein... Hat er so ein... Wie heißt das so ein Flat? Also so... Die Haare sind oben und... Ich habe ihn nur tot am Boden liegen sind. Deswegen weiß ich das nicht. 4, 3, 1, aktiv. Das würde ich Ihnen jetzt aber erklären wollen. Check. Mr. Nehmen wir erst mal Mr. Anatoli. Wurde... Hat die ganze Zeit eine andere Geisel belästigt. Würde ich sagen. Eine Miss Leblanc. Momo Leblanc. Ähm... Er hat sie immer angerufen. Er ist Messen geschrieben. Und irgendwie hat sich das dort so entwickelt, dass er sich wohl bei uns stellen wollte gestern in La Mesa. Ja. Ist die Straße untergelaufen aus Richtung des Casinos Richtung La Mesa. Wir sind in der Gegend gefahren. Ein Fahrzeug ist aufgetaucht und hat ihn hingerichtet. Per Drive-By und einer automatischen Pistole. Oder andere Schusswaffe. Moment. Der wollte sich stellen. Ja. Aber hat man das schriftlich? Also ist das wirklich 100% sicher? Ähm... Ich glaube, es war telefonisch bei Miss Leblanc. Das wurde eher wohl so von ihm mitgeteilt. Das Problem hier ist, ähm... Bin mir nicht ganz sicher, ob die Information, die es uns gibt, man trauen kann. Weil man hier Züge des Stockholm-Syndroms mittlerweile erkennt. Und sie auch unbedingt damals, oder damals, gestern ins MD wollte, um zu schauen, wie es ihm geht und so weiter. Ein bisschen ein schräges Verhalten dafür, dass ein Geisernehmer sie halt als Geiser genommen hat. Also irgendwas hat sie wohl in dem gesehen, dass sie sich verändern kann, etc. Kann gut möglich sein. Ist halt nur schwierig, wie wir damit die Information werten können von ihr. Okay, also wenn es jetzt 100% die Schrift ich wäre, mit dem ich stelle mich, dann hätte man das ja auch glauben können. Also man wäre nicht ein Unmensch. Das ist korrekt. Dazu aber gleich mehr. Während wir die Person noch vermeintlich lebend abgesichert hatten, weil sie war noch kurzzeitig lebend, hat er das MD versucht, ihn dann wieder zu eliminieren. Wieder zu beleben. Dann ist er dabei verstorben. Parallel dazu kamen immer wieder Fahrzeuge, die sich merkwürdig verhalten haben. Teilweise kam es auch zu Schüssen, wo dann Steifen das verfolgen mussten. Und plötzlich kam es dann zu einer Situation, wo eine Officerin in dem Fall, der Sergeant, jemanden auf der Brücke erschießen musste. Dort oben war eine Frau, die eine Schusswaffe wohl in der Hand hatte und wohl auf uns gezielt hat. Und die Sergeant hat halt dann oben die Person erschossen. Auch tot. Die Person hat den Personalausweis von Ophelia Addison bei sich. Und wo Ophelia Addison ist, die Dame, die sie geschrieben hat. Diese eifersüchtige Dame, wo ich die Nummer gegen geschickt hatte damals im Auto. Dann wurde ich genau mit der Nummer das ja jetzt. Weil ich... Ja, okay. Das heißt, von der geht erst mal keine Gefahr hin. Wir sind uns eher nicht so sicher. Tatsächlich, weil ein Foto auf Venture gepostet wurde von dem Carter-Gothier-Account. 4-3-1, wieder aktiv. Kryptisch, das so dargestellt wird, als sollten wir uns nicht so sicher sein, ob wir hier wirklich Fake-Karta, Aka, Ophelia Addison erwischt haben. Wie heißt der Account? Carter on Cote, oh Gott, okay. Carter on Cote, ja. Hey! Könnte wirklich noch eine Gewährung erfunden werden? Waschel, was wir schon? Äh, wichtig, kann ich kurz reinkommen? Ja. Vor der Tür steht eine schwarze Tasche. Boah, der auf, äh, Vordertür. Sofort das La Mesa Police Department im Akkuentsteil beziehen und so weiter und so fort. La Mesa Department ist sofort die Sperrzone, da ihr gerade eine schwarze Tasche aufgetaucht, wenn ich weiß, was es damit auf sich hat. Sperren Sie das Gebiet um das La Mesa für die Straßen, sodass hier keiner mehr langfahren kann, sollte um was sein. Wir kommen uns darum, dass das FD herkommt. Achtet bitte auf, Miss Barnes, ganz wichtig in dem Fall. Ich kann theoretisch ein Ziel sein. Ja, ich gehe darauf, äh, einen Sperrer zu mindestens einem Block, um das die Farbe zu errichten. 412, halt over. Check. 412, einmal auch anfang. Nein, wir müssen jetzt verstehen bleiben. Nein, wir müssen halt raus, weil innen ist halt eine Tasche. Wenn es, sag ich mal, jetzt worst case the Bombe ist. Bei Möglichkeit, jemanden auf auf uns besetzen, nur über La Mesa fliegen und hier nach Personenausverhalten. Und wir draußen sicherer als drinnen, obwohl, ja, na. Ich weiß ja nicht, wie ein Glas scheitert, ich stelle mich trotzdem ein bisschen. 415, 1030, Los Angeles International Airport, wegen der Flugstunde. Wir kommen so ein bisschen, mit nach vorne sollte wirklich irgendwas damit sein. Alle verfügbaren Einheiten fahren sofort aus der Mesa für die An und machen jetzt dicht. Das ist eine Anweisung. Innendienst-Sperre. Ja, jetzt haben wir das. Ja, ich glaube, von der Nordseite wurde bereits abgeregelt, wir brauchen noch Absperrungen an der Südseite, Richtung Davis. 431, gleich, Südseite. Zusätzlich, wenn eine Einheit verfügbar ist, den Highway um zumachen, dass ihr kein Fahrzeug lang fährt. Ja, der P1-2 macht den Highway nicht. Ayakou, das muss schneller gehen. Ich mach's den Flugschein gerade. 431, Südseite. Man kann hier von allen Seiten, könnte man hier, oh Gott, ich krieg grad wirklich Angst. Ah, oh Gott, was war das? Ich glaube, es war der P1-2, ja. Oh Gott, oh mein Gott. Oh, Entschuldigung, ich fand mich nicht hinterher stehen. Alles gut, ich, Sie haben... Oh Gott, ich komme jetzt so schlecht bei Entschuldigung. Frau Barnes, alles gut. Sie haben das, also... Äh... Richtung Baum lieber. Das man auch nicht von oben sieht. Ja, du bist die Gartenleine. Leitstelle 431, komm. Gehen Sie mal am besten hier, wo... Also, Mr. Barnes. Einmal Richtung, äh, Häuser, Schwan und Dächer. Ja, in der Nähe von Mist, Barnes bleiben, ja. Check. Genau, einfach, genau so stehen bleiben. Werden Sie von oben nicht gesehen. Ja. Was ich grad sagen wollte, Sie haben... ... vollkommen recht, so... Nein, 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 nein. Oh Gott, das tut mir wirklich leid. Alles gut, Frau Barnes, alles gut. Ich will nicht, dass Sie für mich eine Kugel abfangen oder so. Es waren doofe Recherzade. 403 aktiv. Dann ist das so, Frau Barnes. Ich mein, man hat sich für diesen Job am Ende entschieden. Und das zählt auch für Kollegen am Ende. Also, wenn da irgendwas ist, dann ist das so. Ich hatte schon gefragt, ob ich einen Swathelm tragen darf. Der Victor dort hinten rüber, auf einer Seite, da fehlt noch ein Streifenwagen. Check. Das wäre vielleicht mal eine gute Möglichkeit zu sagen, dass er gesagt hat, er weiß nicht, ob das Sonntag überhaupt passiert. Ich hab Angst, dass er mich irgendwie vorher holt. Hm, verstehe. Aber es wird jetzt alles abgesperrt. Ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen haben. Und auf dem Highway oben wird gleich abgesperrt. Ja, ich bin. Das OMK langfett hier unten würde wahrscheinlich auch unter dem Highway jemand langfahren. Wir haben alles im Blick. Der Oro Roach ist auch gleich auf dem Weg. Ich will aber nicht beschützt werden. Ich will mich selber wehren. Das geht mir so auf den Sack. Ich hasse es irgendwie, wie so ein blödes Opfer hier rumzustehen und nichts zu tun. Das glaube ich insofort. Ich habe eine Nachricht bekommen. Oh. Ja. Irgendwas für uns relevantes? Nee, ist von der Ati-Nuta. Ach so. Korayama und Müller gehen aufs Dach. Mal checken, ob das jemand ist. Ja, da sehe ich die Tasche. Ja, die Schussabgaben am MAPD wurden soweit beendet. Komm. Ja, check. Somit dann einmal mit der 4-13-Grundschlitten kommen. Ja, sorry, ich muss dich gerade wegdrücken, wenn ich FD anrufen muss. Dauter Einsatz Lamisa Petit. Okay. Äh. Die Academy ist aktuell in der Ausbildung. Dementsprechend soll ich mich jetzt noch auf die Ausbildung konzentrieren haben. Ja, die Presse-Dienste benachrichten wegen, dass hier gerade Sperrzone ist, aber Davis ist ja doch. Wir können es übernehmen. Ach so, ich rufe trotzdem mal Davis kurz an, ob er dran gedacht hat. Ich danke dir. Okay, bis dann. Die Lamesa für 4-16-Grundschlitten kommen. Ne, ist das nicht jemand von uns? Ja, der kommt jetzt. Ja, wo benötigen sie uns kommen? Äh. Vielleicht eine Strafe, die einfach ein bisschen hier rumfährt in der Umgebung? Ja, ich gucke heute. Am besten auch mit den Einheiten auf dem Highway koordinieren, dass da die Ausfahrten komplett von oben abgesperrt werden, dass keiner in die Sperrzone fahren kann hier. Check, Highway, Abfahrt von oben gesperren, 4-16-Grundschlitten. Die Information, Dach westlich vom Lamesa Petit ist clear. Wie geht's denn, Frau Barnes? Ja, ich bin gerade im Tunnel. Ich gucke einfach überall hin. Oh mein Gott, ist das da oben? Du bist immer jemand von uns auf dem Gebäude da, oder? Rechts von uns, ja. Also geradeaus, wo ich stehe. Wo ich hingucke, ne? Ja, ja. Das sind zwei Leute. Das ist Herr Coriama und Mr. Miller. Okay, okay. Warte 489, ist schon bekannt, ob das FD- bzw. IOD verfügbar ist, komm? So positiv, die Breitschaft, das ist wohl so, glaube ich. Ja, ich kann sie den Bann noch hinüber spielen, ich will. Für unsere Möglichkeit noch weiter Abstand zum PID zu gewinnen. Sprechend, am besten hinter die Fahrzeugausperrung. Ich liebe der P-Moment so hart, ey, es ist so geil. Wollen wir zum Anmarkt da vorne gehen? Welchen Anmarkt? Direkt auf dem Bürgersteiger, also auf dem Fußweg? Ja, wobei wir könnten noch zu der Absprung, zum Scout in die Richtung gehen. Okay. Erstmal. Alright. 413 für die Leitschill, komm. Er hat kaum. Wird vorsorglich das MD benötigt, komm? Negativ. Check, Leitschillende. 489, H1, nach dem ich jetzt vielleicht eine Ambulance an der Südseite probieren, für den Fall, dass wir doch zu einer Explosion kommen können oder ähnlichem kommen. Er hat aber gesagt, dass er die Arbeit hilft. Sofern, dass er die gerade kapazitätenfrei hat, natürlich. Okay. Der Herr, äh, Dings, oder was? Ja, check die Leitschill der Fracken auch. Okay. Passt leider wieder ein bisschen zu. Der Herr für 536, komm. Leider. Der wird kommen. Wo werden wir denn noch benötigt, komm? Ja, patrouillieren Sie in der Umgebung, halten Sie die Augen offen, wenn möglich eine Auffälligkeit kommt. Ah, tut uns, ja. Ja, für die, ich war gerade, äh, sehr auf, äh, ein paar Verschläge, du solltest nicht zu gucken laufen. Wenn Sie jetzt beobachtet haben, melden Sie sich jetzt einmal im Funk. Das ist fantastisch, ich hab grad einen Kinofilm. Ich hab einmal komplett einen Kinofilm, ne, ich liebe es so sehr, dass Sie so viel mitkriegen auch, das ist so nice. Boah, ich, ich liebe das App hier, ich liebe das, ey. FD, IOD, von der Südseite Anfang. FD, IOD, von der Südseite Anfang, der mit den roten Haaren, Sora, das ist der Ex von Kate, das ist Herr Gauthier. Und der, der Ariane, die SMS schreibt, ist fake Gauthier. Glauben wir, aber ich bin mir nicht mehr so sicher, ich glaub, das, aber wohl doch, eigentlich schon, ne? Äh, diese, Moment mal, diese Artemis hat mir geschrieben, aber die ist doch tot. Okay. Welche Nummer hat Herr Kuriyame noch? Die 413. Äh, die 413 für die 419 mitkommt? Ja, komm. Ich habe gerade eine SMS von Artemis bekommen, ähm, in der SMS steht, Sie sind doch bestimmt gerade im Dienst, oder? Sagen Sie Ihren Kollegen gerne, dass keine Bombe in der Tasche zu finden ist. Wir haben nur was zurückgegeben, was wir nicht mehr benötigen. Komm. Check somit, komm. Ja, für die, äh, hier 419. Wohin, Artemis? Vor die Kreuzung, weil wenn hier die Leute weich rauf fahren, fahren die den kompletten Kreis und uns am liebsten für die Rundseite um durch das Sperrgebiet durch. Gut. Aber, ich sag mal so, wenn die da ankommen, die können ja gar nicht hier lang fahren. Ja, das MD kann ein ambulant zur Südseite des Sperrgebiet. Ja, aber wo sollen die grad hier drauf fahren eigentlich? Ähm, kurze Frage mit, was, kann das von der Nummer von, also wirklich Artemis, Ophelia Addison? Genau, die Nummer, die ich eingespeichert habe. Ja, ich komm mich mal drum. Okay, dann haben wir ein Problem, also nicht, ich hab kein Problem mit Ihnen, dann haben wir ein anderes Problem, weil die angeblich gestern gestorben sein wollen. Das habe ich gerade nämlich, da wurde ich gerade gebrieft, das kann doch nicht sein. Es ist definitiv die Nummer. Auch die, so wie ich das jetzt sehe, auch die Art zu schreiben tatsächlich. Also da hat sich jetzt in der Art nicht wirklich viel getan. Also entweder, wir haben die Verbindung falsch gemacht und sie war nicht Fake-Kater oder die Person, die dort gestorben ist, war nicht Fake-Kater. Ach du Scheiße. Ich kack mich hier ein. Das ist ein abgefucktes Spiel. Ja, alles gut, wir kriegen das schon hin. Ich wollte nur gerade sicher gehen, dass ich es nicht falsch hüpfen gehört habe. Alles gut, alles gut. Frau Nook, Teyshuis hat mit mir auch heute hin und her geschrieben, das können wir später noch. Ja, wie gesagt, das Meeting, da treffen wir uns mit Korayame, leider hat die Staatsanwaltschaft heute keine Zeit, die sind nicht da. Ich weiß nicht, ob sie morgen da sind, wenn ich spreche mit denen nochmal separat darüber. Ich will sogar auch fast vorschlagen, ich wünsche, dass wir mit unserer Einheit einmal auch in der Bereichsfahndung gehen, wenn das so gut hier ist. Auf jeden Fall, ich bin die Einsatzleitung, aber ich sehe keinen Sinn, dass sie zu kommen. Ja, morgen kann ich nämlich nicht, also es muss heute irgendwie passieren, dass ich wenigstens ein bisschen auch... Ja, ich habe schon mit der SDA abgeklärt, ich habe mit denen schon drüber gesprochen, wir machen uns auch ohne die und ich prüfe dem Nachhinein, das ist auch okay. Ich habe mit denen drüber gesprochen, was der an meinem Platz ist. Wann kam die SMS an? Kommt. Sekunde, Sekunde, die SMS kam 19.33. 19.33, komm. Ja, dann, ich danke Ihnen, Miss Barnes, wenn das ist, oder rufen Sie mich nochmal an oder ich Sie, okay? Bis, Marie, Farnouk, danke schön. Wunderbar, vielen Dank. Frage der Ellen, die einen hat noch den Freeway, war bei ihrer Anfahrt noch irgendwo an Fahrzeug statt, wenn ihr aus der Flügelbrücke oder ähnliches zu sehen kommt. Von der 4.2 haben wir jetzt keine Fahrzeuge auf dem Freeway gesehen, wir stehen hier schon eine Weile. Ich hätte eine Idee, was gemeint ist. Was denn? Was denn? Hm, bei der Entführung von Karte mir wurde Karte die Waffe geklaut. Oh. Könnte doch einfach nur ein Zeichen sein. Ein Zeichen wurde mir auch was gegeben, mit dem er den Standort der Garage geschickt wurde. Ein Zeichen des guten Willens, weil er wartet jetzt auch von mir etwas an. Ich dachte, das hat er sowieso vergessen. Ja, die Erländer. Ja. 4164, 413, komm. Erstmal warten, was du drin hast. 413, komm. Sollte sich das Ganze hier aufgelöst haben, ohne Zwischenfälle, beführen Sie danach direkt zur Staatsanwaltschaft, melden Sie sich bei Mr. Dewey, Zwecks unseres besonderen Meetings, komm. Checkt danach direkt der Staatsanwaltschaft, die wir besonderen Meetings, komm. Ich brauche Garfield gerade so hart. Wo ist der Dude? Der ist immer da. Garfield. Ariane wollte sie wegen einer kleinen Sache, wo sie selber Angst hat, wie sie da gerade fühlt. Und wie sie, also nicht wie sie, es ist wirklich nur so Minimales. Ich wollte sowas Minimales ausspielen, damit Garfield ihr den Kopf waschen kann. Und wenn er nicht da ist, dann muss ich leider irgendwie, ist sie alleine mit dem Gedanken. Das ist doof. Wir brauchen Garfield, der sagt, okay, hör zu. Ne? Mann! Die kann sich niemandem vom PD anvertrauen, weil sie denkt, die halten die für verrückt. Und Ariane ist noch rational so. Die hat jetzt gerade von Herkoriama das gehört und denkt sich auch. Moment mal. Wir haben eben das Walk-Hall-Thema gehabt. Hatten wir? Ja, dass es ja so oft ausfällt. Man fällt schon wieder aus. Achso, ja gut, stimmt, ja. Und relativ. Check. Information der Südsperre, das MD wäre an der Südsperre vor Ort. Ja, die Einsatzhaltung somit soll noch Stand beibleiben, wenn es möglicherweise Komplikationen und Entschärfung gibt, komm. Ja, Südsperre somit, komm. Ja, äh, hat das somit, kommen. Südsperre, Ende. Wenn ich die Anzüge da vorne sehe, kriege ich aber auch leichtes PTSD. Beständig. Was? Glaube ich sofort. Lass mir Eiskarte im Rücken runter. 2.18 Funk, check. Beständig. Check. Beständig. 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 Oben, die Straße ist abgesperrt, oder? Mhm. Äh, ja. Da sind Einheiten drauf. Was mir halt eher so umbereitet ist, wenn dann hier das Container Terminal hier rechts von uns ist. Ja, da habe ich auch. Weil da kann man auch von hinten drauf fahren. Yep. Haben die den Typen mit diesem EOD-Anzug eigentlich gefasst? Soweit ich weiß, nein. Das heißt, man kann sich auch nicht sicher sein, ob die in den Anzug da vorne nicht, ob das nicht auch vielleicht der Typ ist? Naja, ich sag mal, da ich das, ich glaub, wer steht da, Kuriam und Müller, ich glaub, die kennen die, von daher. Okay. Ach, jetzt muss der auch ablehnen. Ich mein, wenn man jetzt hört, dass jemand gestorben ist und dann doch nicht gestorben ist, das ist ja so ein... Entwarnung, keine Bombe, in dieser Tasche befinden sich scheinbar Taser und nur Notizen. Dementsprechend Einsatz kurz vier, bauen sie wieder ab, fix das MD zurück und beendet. Sind die Sperren hier von irgendeinem Wagen hier? Bitte? Die Absperrungen hier, sind die von irgendeinem Wagen hier? Ich weiß es nicht, ich hab ja auch nicht. 416, Überführungsfahrt, Richtung Staatsanwaltschaft. Bin die hier, oder? Äh, ja. Was war das? Fünf, äh, drei, drei Leuchte und fünf Normale, ne? Genau. Nein. das ist das ist die 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 in der die 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 also ich Die aktualisieren das schnelle Ende. 530 1030, ein Block südlich von LS Taxi. Check. Barbara, hallo? Du hast mich angerufen. 416 20, Schlauze. Check. Ja, ich will dir das geben. Ich will einfach nur, dass es einer von euch hat. So, jetzt? Ja, äh, jetzt, äh, keine Ahnung. Wo bist du gerade? Äh, jetzt gerade bin ich noch zu Hause. Ach so, kannst du auf ganz, ganz, ganz schnell weg zum Lamesa PD gehen. 530 20, Lamesa PD, dann wird sie auch. Check. Äh, natürlich, aber wo ist das Lamesa PD? Äh, bei LS Taxi nenne. Welches ist das nochmal? Ach, das? Vor der Brücke das? Äh, ja. Ach so, das um die Ecke da. Das wird ja angezeigt auf der Karte. Okay, jetzt sagst du, wenn ich da bin. Bis gleich. Tschüss. Ähm, ich schieb die Frage, machen die 413 weiter? 413 wird die Leitstelle kommen? Äh, überhaupt. Brauchst du noch irgendwo? Okay. Ich geh mal kurz zur Toilette. Okay. Ja. Eine Information der Leitstelle der World Call findet in 5 Minuten später statt. Jetzt beschwächtest du, im Moment. Moment. Okay. Moment. 4.50 meldet sich ab. 4.31 10.20 Lamesa PD und selbstständig eingetragen. Check. 4.03 10.20 Lamesa PD. Check. Entschuldigung. 4.3 18.20 Lamesa PD zur Abholung der Kollegin. Die Nettenpausen machen mich immer ein bisschen kreativer. Ich will mit Ariane Lufthaus vorschlagen. Wow. Moment. Ich habe mit Ariane Sachen nicht selber entscheiden. Ich würde das so gerne in den Testhäusern schreiben. Aber ich weiß, dass Biddy sagt wahrscheinlich sowieso. Nee, mach das nicht. Oh Mann, das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Einerseits will ich mit Ariane gerne ein paar Sachen ausspielen. Andererseits ist sie sehr ehrlich und gibt alles dem PD weiter. Alles. Das ist Ariane. Die will auch nicht, dass hier jemand im PD was passiert ist. Das war das Schlimmste. Äh. Äh. Eh, was habe ich? Was? Warte, warte einen Moment. 1.10 20 Lamesa. Achso, ja, ja. Ja, ich warte darauf, dass von Fibia, dass das Fibia geschrieben hat, dass das irgendwann mal im RP vorkommt. Aber Ariane würde es halt nicht sagen. Die hat sowas nicht gewendet. Ja, ich komme raus. Ich stehe jetzt quasi direkt davor. Okay, bis gleich. Komm rein, komm rein, ja. 530 10 20 Lamesa, bitte. Entschuldigung. Check. 438 10 20 Lamesa, bitte. Check. Ich bin voll formiert. Da bin ich. Gut, äh, ich hinterfrag's einfach nicht. Hello? Mir ist generell wichtig, dass sowas mal... Ja, hier hinterfrag's einfach nicht. Mir ist generell wichtig, dass ich das mal irgendwo verschriftlich hab. 531 10 20 Lamesa, bitte. Check. Du musst mir nur einen gefallen tun. Bist du dir sicher? Ja. Hast du den beschriftet? Ja. Na, überschrift, wie war die überschrift? Das nicht. Einfach nur einen Zettel. Check. Ah, okay, also ich lese den am besten nicht, ne? Du kannst, du kannst dir den angucken, aber du musst mir eine Sache versprechen. Und glaub mir, du bringst mich in richtige Gefahr. Achso, was ist das? Warum ist Testament? Sei einfach ruhig. Sei einfach ruhig. Ja, nee. Warum Testament? Bist du in Lebensgefahr? Sch, 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 sch. Nein. Bist du in Lebensgefahr? Nein, ich bin nicht in Lebensgefahr. Ich bin generell hier jeden Tag in Lebensgefahr. Achso, achso, achso. Ja, ja, ja. Du kannst, du kannst jetzt mehr sagen, aber ich will nicht, das ist generell. Ich muss das nämlich noch erledigen. Ich hab kein Testament gemacht, so allgemein. Okay? Okay, okay. Aber muss das nicht notarialisch beglaubigt werden? Oder ist das nicht wie in nokratischen Ländern hier? Ich dachte, ich schreib's trotzdem, damit wenigstens irgendwann, falls irgendwas passiert, irgendwo was ist, okay? Ah, gut. Also, du mutest mir schon viel zu, wenn ich dann, wenn du jetzt zufällig heute stirbst, erst mal irgendwie durchbrechen musst, dass die dein Testament da durchgehen lassen, ne? Vielleicht könntest du ja erst sterben, nachdem du das selber mal beglaubigen lassen hast. Ich wollte einfach nur auf absolute... Wo das irgendwo irgendjemand mal was hat von mir, was mit meiner eigenen, mit meinen eigenen Händen unterschrieben wurde. Na gut, okay, vielleicht hast du recht. Trotzdem bitte nicht sterben, wäre unfair. Nein, ich schärbe nicht. Du würdest mir ziemlich viel Arbeit machen und ich möchte keine Beerdigung planen. Da hast du aber gelesen, was draufsteht. Naja, ich hab nur Testament gelesen. Das heißt, den Rest, den lese ich danach. Was steht da denn so? Da steht auch was für Larry drauf und das wirst du tun, Barbara, bitte. Oh nein, ich hab aus Versehen die Hälfte des Testaments verloren. Nein, hast du nicht. Hast du nicht, Barbara? Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wenn du stirbst, schreib mir bitte vorher eine SMS, ja, bevor ich mich die ganze Zeit wundere, wo du bist. Ich komme aus der Hölle empor, ja, und werde dich mit zufrieden. Ach, du kommst nicht in die Hölle, du kommst in den Himmel zu mir, in Jesu. Oh, also das ist nicht möglich, ne. Ja, werden wir mal sehen. Feuert rein, Barbara. Fantastisch. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Das ist mein nächster Wunschu, den erfüllst du. Ja, 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 Maria. Tschüsschen. Tschüsschen. Wie viele Streifen? Ging jetzt gerade nicht. Hallo, schöne Frau. Achso, das Kasa kommt nicht ran, oder was? Hm? Fee? Fee? Ja. Oh, die Westen ist super. Oder Fee? Wie geil. Mir hat das wild an. Oh, yes. Gut, dass ich meine Fäuser so geändert habe. Gib mal. Zumindest für den Moment. Da steht der super. Ja, die Schirft. Und der Fee, steht auch die Uniform wieder gut. Wir sind dumm, David Fee, die Emotionen für BCO. Wir hätten gedacht, dass das mal tatsächlich so rum passiert. Also, ich bitte dich. Das wird nicht lange sein, aber ein bisschen genieße ich ja den Moment gerade. Oh, the tables turn, oder so. Officer Ariane, geben Sie mir Ihre Befehle. Rekrutin Fee. Ja. Mal wieder. Danke. Was heißt bei Lieder? Du hast mich als Rekrutin nie erlebt. Leitstelle, aufgebrochener Kofferraum, gutes Parkhaus, erste Etage. Da war ein Fahrzeug gerade noch drin mit mehreren Insassen. Können aber nicht anhalten, da wir gerade eine Begleitfahrt haben. Können Sie eine Steife dorthin schicken? Ja, check zu positiv. Ich schicke eine Streife. Ariane, verhalte ich an die Ende. Streife. So, welche Streife möchte freiwillig einfach hinfahren? Wow. Das ist ein Einsatz. Los, hier jetzt eine Streife. Ja, die vier in zwei Schausse, der muss kommen. Jo, check. Ich würde mit dir fahren, wenn ihr auch nur noch funktioniert, ich würde machen. Ich stehe hier einfach eingepärcht. Ja, mach das. Ich beschütze dich. Geht ihm in den Zeitern. Was will ich denn sagen? Glaub mir, ich kann, dafür würde ich auch nicht immer fahren. Erst was mit Kaya Winters. Jetzt das. Ray, alter. Was? Weißt du, was du gesagt hast? Ray. Krass. Ray. Ray. Rrr. 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 Deine Augen kommen da wirklich richtig krass raus. Nicht wahr? So. Ich gehe jetzt nicht mehr aus, die Fake-Körper. Sonst sind wir vollzählig. Sonst sind wir vollzählig. Negativ. Die Einsatzmeldung ist gut. Ariane, hast du Essen? All right. Gut. Dann, ja, willkommen zum Raw Call am 6.10. Fede, du fällst an wie der komisch noch. Rapport an die Ende. Ähm. 23 Folgeauftrag. Ja, kommen wir direkt schon zu den... Ja, das muss ich kurz von der Seite machen, Entschuldigen Sie. Für den Abteilungen. Seitens der Ops, ganz kurz nochmal die Erinnerung, die letzten Tage, passen Sie weiter auf sich auf, fordern Sie zur Sicherheit lieber nochmal eine 10.10 an und schauen Sie, dass dort lieber eine Einheit zu viel ist, als zu wenig. Das war es seitens der Ops. Gibt es eine andere Abteilung, die noch was sagen möchte? Die DTO hat was? Ja, bitte. Wir können quasi druckfrisch vermelden, dass wir seit heute eine neue Detektiv-Kollegin bei uns in den Reihen begrüßen können. Und das ist die Miss Nook. Wir möchten eine Gratulation aussprechen. Glückwunsch! Genau, also Sie dürfen jetzt... Na, endlich! Das heißt, Sie dürfen Sie jetzt entsprechend auch jederzeit weiterhin kontaktieren. Sie behält auch weiterhin den Detektiv-Lead, was den PSB-Fall angeht bei uns. Das heißt, wenn Sie da irgendwas brauchen, weiterhin an Nook melden. Darin wird sich nichts ändern. Gut, und das ist auch schon die perfekte Überleitung, weil jetzt würden wir noch Ihnen schnell ein kurzes Update gehen. Genau, PSB, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Genau, PSB-Fall. Wir haben drei neue Haftbefehle. Weiterhin besteht der Haftbefehl gegen Pedro Costa, der ist Ihnen bereits bekannt. Personenbeschreibung ist auf dem schwarzen Brett. Neu dazu gekommen ist Herr Matthew Wilson. Höchstwahrscheinlich Fake-Gottier, also dort auf das Aussehen von Herrn Gottier achten. Die roten Haare, roter Bart, ähnliche Tattoos. Dazu kommt ein Herr Michael Dustin, ist ein älterer Heer, der mit grauen Haaren etwas schicker gekleidet, soll irgendein gruseliges Lachen haben, laut Beschreibung. Und das letzte ist Felia Edison, die soll Fake-Karte sein, also dort entsprechend auch auf die äußerlichen Merkmale achten, der weiße Zopf und ähnliches. Okay, gut, dann noch eine weitere Information auf dem allgemeinen schwarzen Brett, also nicht das Vordienstantritt anlesen. Da finden Sie ganz unten auch nochmal einen neu angelegten Reiter von Assistant Chief Koskela. Da versuchen wir jetzt Ihre Meldungen, wenn Sie niemand von uns erreichen, dann auch dahingehend noch zu sammeln oder wenn Sie weitere Informationen haben, können Sie die auch jederzeit dann dort noch eintragen und dann entsprechend ergänzen. Wir kommen dann auch auf Sie zurück. Kann ja immer mal sein, dass wieder erwartend doch überhaupt niemand von uns da ist, dass es auf jeden Fall nicht untergeht. Eine weite Streife, einmal fürs bunte Parkhaus. Das Ding ist, ich habe keinen Wasserkocher. Okay. Noch eine andere Abteilung, die etwas zu sagen hat? Die Academy hat ja noch was. Jawohl. Wie ist das so geil, ich wieder zurück? Ja, bleiben wir nach vorne. Ja, Mensch, du sieht richtig gut aus. So. Die Polizei sagt sogar mal besser aus. Ich begrüßt seit heute sechs neue Kollegen. Glückwunsch. Okay. Oh ja. Herzlich willkommen einmal zu PD09, Claude Collar. Will ich fahre bei. PD17, Stanley Reddington. Die 38, Zoy Fuentes. PD83, Julian Conner. PD87, Gio Winchester. Und, manche möchten Sie noch kennen, PD72, Frau Ivanov. Ja, geil. Herzlich willkommen im SAPD. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Vor 79, man ist die ab. Du musst Fouli ausbohlen, damit du 79 wiederkriegst. Ja, ich habe schon überlegt, wenn ich dann fertig bin, erstmal ein bisschen prügeln, dies ist das. Gut, noch eine andere Abteilung? Gut. Dann kommen wir zu den Departments. Lamesa, zwei kurze Sachen. Ausschalten, kriegen wir drin. Zum einen wird es im Laufe des Abends für die gesamte Belegschaft eine Runde Essen geben. Achten Sie da am besten kurz auf den Funk, das wird dann einmal kommuniziert. Zum zweiten, das MAPD ist jetzt gleich ab 20 Uhr wieder auf dem ersten Stock eine Sperrzone. Jeder, der nicht Führungsmitglied ist, um es mal kurz zu sagen, darf dort nicht hoch. Das wird aber gleich auch nochmal dementsprechend kommuniziert und auch an der Treppe wieder Kollegen abgestellt, die sich darum kümmern. Also für Sie wichtig, nicht nach oben gehen. Genau. Das war es schon seit Lamesa. Haben wir ein anderes Department, was noch was zu sagen hat? 4, 3, 1, 10, 20. Okay, ich wende das mal als nein. Gibt es einen Kollegen, Kollegin, die noch was sagen möchte? Jo, hier. Ja, bitte. An die Officer, die gestern ebenfalls beim Mamesa Vorfall dabei waren und falls sie geschossen haben sollten, geben Sie einmal bitte, Mr. Gutier, Bescheid diesbezüglich. Ich mache die URI erst dafür. Das wäre es eigentlich schon. Okay, noch ein anderer Kollege, Kollegin. Ich würde gerne die Leitstelle abgeben. Ja, freiwillig vor. Gut, dann bestimmen Sie euch einfach ein. Jo. Ja, Watch Commander dann zum Ende. Wird gleich bekannt gegeben im Laufe der nächsten Minuten. Und wenn jemand mehr was hat, ist der Rockwell offiziell beendet. Passen Sie auf sich auf. Stay safe. Angern im Steifeldienst. Nice. Ich habe nicht gedacht, dass ich wirklich so schnurig bei, die ich die Uniforme habe. Ich habe euch übrigens noch was in den Informationsaustausch geschrieben. Ich bin aktiv Sergeant. Und wo? Ich bin mehr rum eigentlich. Davor war ich Assassin's Chief. Beeil dich, ne? Beeil dich schon. Mach mal. Sei froh, dass du kein Assassin's Chief mehr bist. Ähm. Ich wurde entführt. Ah. Ich muss scheiße meine ganzen Leute gehen. Ich muss mich anschließen. Ich bin den Untergeordneten. Ich kann das alles nicht. Komm her! Ich bin da. Einmal MD am Anfang. Bis dann. Tschüss. So wunderschöne Frau, was tust du jetzt? Was musst du jetzt tun? Äh. Ich. Äh. Ich wäre jetzt bei. Ich glaube, ich bin tatsächlich bei dieser Besprechung gleich dabei. Hm. Bild. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Ähm. Ich würde doch mit dir rausfahren. Ich würde mich auf jeden Fall sehr sicher für ihn nehmen dir. Na klar. Aber ich. Es ist gerade. Es ist ungefährlich geschweben. Aber irgendwas muss ich hier machen. Ich will nicht auf die ganze Zeit rumsteigen. Blatt ist auch aktuell. So wie es mir ehrlich gesagt auch. Ähm. Das Dumme und das Taurige. Ähm. Ähm. Wäre das möglich? Ja klar. Super. Ja, check. Wollen sie gleich eine Überführung oder wollen sie außer Dienst oder was sagst du noch? Ich wollte eine Streife besetzen. Ah. Immerhin. Super. Wenn wir mit zu dritt, wenn das funktionieren würde. Oh ja. Äh. Könnt ihr mich dann zurück ins Davis-BD überführen? Auf jeden Fall. Ja. Dann besetzen wir gleich mal die 438 wieder. Ja. Ja. Sollen wir mal hier Kuriyame fragen, ob ich erstmal mit auf Streife kann oder so? Äh, Frau Nook? Ne. Wen soll ich das jetzt? Moment. Ich ruf mal Frau Nook an, ja? Im Zweifel immer Kuriyame. Immer dem. Ja, aber. Hast du Fragenkritt? Ja, ich... Ah, ne. Okay, okay. Bin mir so unsicher gerade. Äh, kannst du mal anrufen? Aber wieso habe ich immer Angst von den Kuriyame? Ist doch komisch. Ich habe immer Angst, den zu nerven. Das liegt aber an ihm. Er wird immer all Dauer genervt. Wenn du soweit wirst, nimm dir einfach die Nummern 531. Hi, kurze fixe Frage. Brauchst du Miss Bans sofort für die Besprechung? Brauchst du sie überhaupt für die Besprechung? Check. Okay, dann nehme ich sie mit auf Streife. Alles klar. Subi, wär's doch schon. Bis dann. Kann ich mit auf Streife nehmen? Also die Besprechung, da wäre ich schon gerne... Aber ich habe jetzt auch noch Nachrichten. Ja, ja, aber das ist eine andere Besprechung. Das ist tatsächlich nur Führung und wahrscheinlich irgendwas anderes. Ich habe jetzt nur gehört, dass gestern jemand, also jemand wurde sich stellen und haben den, also die haben den umgebracht, oder waren das die Polizisten? Ne, das waren die Gegner, also es war unsere Pedigose, praktisch die Kriminellen. Also schalten die ihre eigenen Leute aus, ne? So wurde mir das nämlich damals auch erzählt. Ja, ja, das ist korrekt. Das ist nicht das erste Mal und das wird auch nicht das letzte Mal sein. Das heißt, wenn jetzt jemand überlaufen würde, wird denen das dann auch passieren, auf jeden Fall. Hundertprozentig. Ich lese dir jetzt mal was vor, ne? Okay, 6431, Überführungsfahrt, Richtung MAPD. Also ich möchte dir generell sagen, dass ich, auch wenn es böse Menschen sind, nie will, dass irgendjemand stirbt. Ich finde das nämlich eigentlich ganz furchtbar, wenn jemand überlaufen wird und dann einfach erschossen wurde. Ich weiß nicht, ich finde es generell furchtbar. Boah, das ist... Ich muss halt besprechen, wie ich ihm zurückschreibe. Das ist gerade so ein Ding. Soll ich all in gehen? Soll ich flirty sein? Dann kann ich das, dann kann ich das. Ich bin gerade so ein Mittelding, weißt du? Weil ich will ihn schon bei Laune halten, aber irgendwie weiß ich auch nicht, ob ich... Also ich... Ich will nicht, dass mir jemand sagt, ich würde rumstockholmen, weißt du? Ich bin einfach nur so unsicher mit den Sachen. So wie du gerade reagierst, ist das kein Stockholm. Nicht mal im Ansatz. Du versuchst das Richtige zu machen. Also er hat, genau, er hat geschrieben... Gut, er vermisst meinen Anblick. Dementsprechend ist er in sechs ebenfalls. Nun trotzdem stelle ich mir die Frage, ob es nun wirklich Sonntag sein wird. Deswegen habe ich so ein bisschen Bammel noch heute rumzufahren, aber ich kann mich auch nicht hier drin jetzt die ganze Zeit Däumchen drehen. Dann seien wir mal ehrlich, ob das jemals zustande kommt. Und ich hoffe es sehr. Und meine... Entschuldigung, darf ich kurz mit Fokata alleine reden? Das ist nämlich wirklich... Oh, natürlich. Entschuldigung. Oh, mir tut das so leid. Alles gut. Ich habe Vertrauensdefizite. Also jetzt nicht Kollegen gegenüber, aber so allgemein... Ich habe ein bisschen Angst gerade. Verstehe ich. Ich will nicht, dass irgendjemandem was falsch ist, wenn man mich denkt. Und ich muss dringend, dringend mit Herrn Larsen reden. Das ist so wichtig gerade. Genau, ob es jemand zustande kommt. Also ob es eben Sonntag sein wird, ob es jemand zustande kommt. Ich hoffe es sehr. Und immer mit einem Herzchen danach. Habe ich geschrieben, wird es zu sein und du hast es dir anders überlegt. Ich habe jetzt einfach angefangen, den zu dotzen. Da hat er geschrieben, ich muss abwägen, was wichtiger ist. Du oder mein Leben. Aktuell scheint jemand anderes wichtiger. Und dann wieder so ein Herzchen. Also Punkt, Punkt, Herzchen. Da habe ich geschrieben, wer ist diese andere Person? 1,61 für 488 kommt. Wieso denkst du, dass dein Leben in Gefahr ist? Ich lasse die genau weg, um das zu, dass jemand verletzt wird. In der Bank sind schon so viele gestorben. Und da musste ich aufpassen. Ich hätte nämlich beinahe geschrieben und du bist dafür mitverantwortlich. Das habe ich komplett jetzt weggelassen. Weil, wie gesagt, bei Laune halten. Und trotzdem, dann hat er geschrieben. Und trotzdem solltest du wissen, dass man nicht immer die Wahl hat. Wer lebt und wer stirbt. Und aktuell scheint es so, als wäre das PD nicht das einzige meiner Probleme. Siehe gestern. Ich hoffe einfach, und deswegen muss ich vorhin noch gleich anrufen. Ich hoffe einfach, ich werde von dir, ich werde nicht von dir getäuscht. 530 Aktiv Richtung Palito Bay. Ach, das ist so ein Gaslight. Das ist sehr schwierig. Massives. 431 Aktiv Richtung. Was war denn gestern? Ich kann das halt von der Effensache, weißt du? Deswegen, Herr Larsen hat mir komplett so einen Manipulationsleitfaden geschickt, damit ich mich davor schützen kann. Was war denn gestern? Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Weil tatsächlich habe ich keine Ahnung, was gestern passiert ist. Bis Herr Kuriamin mir das erzählt hat. Getäuscht, ausgenutzt, sind wir mal ehrlich. Und das ist jetzt die Masche, die ich eigentlich immer bei Leuten frage, um Informationen zu bekommen. Warte. Moment. Dann sind wir mal ehrlich. Wir beide sichern uns gerade ab. Dass ich dir nicht ganz vertraue, das kannst du dir ja denken. Wirst du denn unter den Gänsefüßen alleine sein? Hat er geschrieben. Ich denke, du wirst es erfahren. Aber Spidi hat definitiv zu unsaueren Mitteln gegriffen. Ich vertraue dir, aber deinen Kollegen nicht. Jetzt vertrauen wir alle. Ich werde allein da sein, denn ich will dich. Da habe ich geschrieben, du willst mich. Was? Ihr habt mir ins Bein geschossen. Und dass sie dich eigentlich nicht schreiben sollen. Ihr habt mir ins Bein geschossen. Ich habe nicht mal deinen Vornamen. Den habe ich ja jetzt. Ich weiß es nicht, was ich will. Weißt du, manchmal hat man keine Wahl. Manchmal hat man keine Wahl, was man tun muss. Du weißt, vor dem Schuss habe ich einen Anruf bekommen, warum das tatsächlich war. Das habe ich gesehen. Es tut mir wirklich leid, auch wenn du es mir nicht glauben wirst. Es tut mir leid. Da habe ich geschrieben. Dann hat er geschrieben. Die Arbeit ruft. Wir hören uns hoffentlich um drei Herzen. Jetzt aber bei allem klaren Verstand, den ich habe, ist natürlich trotzdem diese minimale Möglichkeit da, dass das auch jemand ist, der sich stellen will oder überlaufen will. Das muss ich ja irgendwo trotzdem erwähnen. Nur habe ich gehört, dass der Kuriame gerade auch abfällig über diese Frau geredet hat. Also wenn ich ihm sowas sage, wird er sowas auch von mir denken. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Trotzdem sagen. Du lässt dich notfalls testen. Wie testen? Aber so wie du dich im Moment verhältst, versuchst du eher einfach nur das Richtige zu tun. Ich versuche immer das Richtige zu tun. Ich will, dass keiner stirbt. Ich weiß. Überleg mal. Die haben Leute ermordet. So, jetzt nehmen wir mal an, der, naja nehmen wir mal an, das ist wahrscheinlich so, dass er mir die ganze Zeit da was vorgaukelt. Ich habe meine Erfahrungen in Manipulationen gemacht. Sagen wir mal, Mrs. Larry ist auch wirklich ein guter Manipulator. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin gerade in einer blöden Situation. Ja, ich, ach scheiße, ich muss mit Herrn Narsen reden. Ich, ich muss wirklich mit Herrn Narsen, ich muss klare Anweisungen bekommen, wie ich da zu antworten habe und was ich da, also wie ich mich jetzt verhalten soll. Ich muss auch von Herrn Kuriame klare Anweisungen haben, von Frau Nuck klare Anweisungen. Ich mache das hier gerade komplett selbst und ich habe meinen Weg, Dinge zu tun. Ich habe meinen Weg, Informationen rauszukriegen. Aber ich will nicht, dass man mir im Nachhinein sagt, ich habe nämlich auch eine Freigabe ein. Ich will nicht, dass man meine SMS dann vertauscht und mir irgendwie sagt, ich hätte rumgestockräumt oder irgendwie sowas. Für mich ist es nur wichtig zu sagen, ich will auch nicht, dass dieser Typ stirbt. Das, was wichtig ist, Der gehört vor Gericht und nicht in einem Grab. Das ist korrekt. Das Ding ist, ich hatte ihn ebenfalls kennengelernt durch die Entführung. Also ich gebe zu, ist schon ein bisschen schwierig, aber ich denke, der ist schon rational. Ja, alles gut. Wie gesagt, ich mache dir da keinerlei Vorwürfe. Ich habe, ich kenne dich, ich weiß, wie du dieser Typ bist. Du versuchst gerade nur zu agieren und vor allen Dingen im PD auch zu handeln. Wenn du den Eindruck hast, dass das zu viel ist, musst du dich zurückziehen. Von ihm, dann ist das scheißegal. Du bist wichtiger. Wenn du merkst, dass das nicht geht, zieh dich zurück. Was genau meinst du mir zurückziehen? Naja, du wirkst gerade vor allen Dingen sehr überfordert. Du versuchst zu helfen, wie du es immer möchtest. Wie du auch versuchst, deinen Freunden zu helfen und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig wirkst du massiv überfordert, wirkst auch, als hättest du halt massiv Angst. Was verständlich ist. Und auch völlig natürlich. Ich habe richtig Schiss. Und gleichzeitig bin ich so wütend. Ich will, ich habe, selbst wenn nur eine minimale Faser meines Körpers da irgendwie jetzt vielleicht in eine blöde Richtung denkt oder so, dann, glaub mir, ich wäre selbst so sauer auf mich. Ich habe meine Erfahrung gemacht. Ich habe meine Vergangenheit. Ich habe durch Evan gelernt. Ich habe mit Hellasen wirklich gelernt, sowas zu erkennen. Und die Zeichen sind hier wirklich eindeutig. Es ist ja genauso. Ich sehe immer mich glücklich. Daraufhin ging es ja auch gar nicht. Also es ging nicht auf diese Stockholm. Um Gottes Willen. Das war damit gar nicht gemeint. Eher, dass du das Gefühl hast, wenn du das Gefühl hast, zu weit in Gefahr zu rutschen. Ja. Wenn du das Gefühl hast, dass du diese Situation nicht in irgendeiner Form unter Kontrolle kriegen kannst. Ich kann das, Ray. Ich kann das wirklich. Ich kann Leuten auch gut was vorspielen. Ich kann das. Die größte Angst, die ich gerade nur habe, ist, es besteht trotzdem eine minimale Möglichkeit, wenn jetzt schon jemand übergelaufen ist, dass noch jemand anders überlaufen konnte. Ich weiß nicht, wieso diese Möglichkeit nie gesehen wird. Natürlich ist man komplett vorsichtig, aber was ist, wenn es trotzdem jemand ist, der überlaufen wird und uns die ganze Information geben wird? Das glaube ich bei ihm nicht. Was für Erfahrungen hast du mit denen gemacht? Erzähl mir irgendwas über denen. Ich weiß halt zu wenig. Er hat eine massive Blutlust. Er liebt es, Leute zu foltern. Hast du das gesehen? Hat er aktiv das gefordert von euch? War das er oder war das diese Artemis? Es war er. Atemis? Moment, Atemis ist Fake-Karte? Check. Äh, ja. Also glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall schreibt mir die Person. Und auf dem Venture-Post, sie sieht ja auch aus, wie du vorher ausgesehen hast, nur in Scheiße halt. Aber das würde tatsächlich einen Gedanken von mir erklären. Es ergibt nämlich keinen Sinn, warum er sich Theseus nennt. Oder Theseus oder wie auch immer man das ausspricht. Ja, ich sag mal Theseus, irgendwie spricht sie ja anders aus. Ja. Ähm. Wenn es sich dort um Götter handelt. Äh, sie sagt von sich selber, sie ist eine Göttin und er, er meinte glaube ich, er wäre ein König oder sowas, aber sie meint von sich, sie ist eine Göttin. Das waren sie nicht. Naja, aber dann passt dieser Name des Golden Olympus nicht. Weil Olymp und so weiter, da haben Götter zu herrschen. Weil, das Interessante ist, Aris hat in der griechischen Mythologie was mit Artemis. Betrügt sie aber mit einer anderen Person. Oh. Aris ist der Gott des Krieges. Gleichzeitig gibt's aber auch noch, ich glaub, Apollon, hieß er oder Apollo? Nee, Apollon, glaub ich. Ähm, der Gedichte schreibt. Wir haben einen Typen, der Gedichte schreibt. Selbst wenn er vermeintlich sich anders nennen mag. Aber letztendlich passt das leider auf die Mythologie und von den Göttern. Aber Tessas hat mir auch ein Gedicht geschrieben. Das hatte ich auch schon an die Administration, an die Detectives, alles geschickt. Das ist spannend. Nee, aber meine Erfahrungen mit ihm sind, er ist blutig, er möchte, dass andere sich verletzen, er liebt es, Blutspiele zu spielen. Hä? Im Sinne von, er hat uns gezwungen, ähm, unsere Hände über Feuer zu halten. Was? Er hat unsere Hände fixiert, er hat sie festgehalten, damit wir sie nicht wegziehen. Er hat uns gezwungen, er hat Gutier gezwungen, mir das Messer in die Hand zu rammen. Erst langsam, dann hat er mich gezwungen, meine Hand auf den Boden zu packen und Gutier sollte das Messer mir in die Hand in den Boden durch. Hat er vorher denn einen Anruf oder so bekommen, wie bei mir? Nicht wirklich, nein. 5, 3, 6, aktiv. Das ging von ihm aus. Das ging alles von ihm aus. Fake Carter stand daneben, hat Wache gestanden. Und dann hat er das Messer genommen aus meiner Hand und hat damit Gutier verletzt. 4, 2, 3, war für zum M-Appetit. Ich brauche nochmal Antworten von ich kann ja mit dieser anderen Geise nicht reden. Darf ich das nicht und 2. Aber mich würde interessieren, ob bei ihr das gleiche angewendet wird wie bei mir gerade. Und ich muss dir sagen, wie soll ich das aussprechen, wie soll ich das in Worte fassen? Ich nehme es ihr nicht übel, wenn das so gemacht wird wie bei mir und du hast keine Erfahrung vorher gemacht, dann nehme ich ihr das nicht übel. Verstehst du, wie ich das meine? Es ist schwierig, die machen das so gut. Du, das macht ihr keiner übel. Das Problem ist, du weißt nie, wie deine Psyche funktioniert, wenn du in so einer Situation bist. Wenn die Person dann noch nett zu dir ist und liebt und auf dich aufpassen möchte, dann entwickelst du sowas fast schon automatisch. Wenn du nicht aufpasst. Meinst du, mir könnte das auch passieren? Dadurch, dass du mehr auf halb acht bist, ist es unwahrscheinlicher? Also um ehrlich zu sein, auf halb acht hängt, da hängt eigentlich eher immer was. Nein! Du bist... Es hängt ja fast auf halb acht. Du hänge ich nicht? Nein, du gibst auch... Du passt auf dich auf! So! 1,92 mal das geschafft. Natürlich. Du hast deine Umgebung im Auge. Du hast... Du achtest auf das, was er schreibt. Du bist nicht blind. Ich gebe alles weiter. Ich lese es dir vor, aber die Sachen, die habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gescreenshottet. Ich dachte, es findet heute endlich diese Besprechung statt, wo wir auch mal planen, wie ich jetzt auch vorgehe, überhaupt mit den SMS und was für eine Sicherheit ich habe. Und meine Gedanken. Ich habe ja wirklich die Vermutung, die hatte ich auch bei Herrn Koriame geäußert, dass das alles ein großes Abdenkungswandel ist. Er hat auch gefragt, ob meine Detektiv-Freunde dabei sind. Das hat er mehr als einmal gefragt, ob ich da alleine bin oder nicht. Klar könnte man jetzt denken, er will einfach nur sicher sein, dass ich alleine bin, um mir irgendwas zu tun. Aber wieso denn ich? Weißt du, das macht keinen Sinn. Es muss was Größeres dahinterstecken. Und das wäre das Größere. Deswegen habe ich mir jetzt auch in meinem Handy Orte aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, eventuelle Orte, um Geld wegzuschaffen. Weil ich hatte Herrn Koriame gefragt, wie würden Sie das eigentlich machen? Und dann hat er so ein bisschen überlegt und so. Der meinte zum Beispiel, er mit dem Hafen, ich würde es mit dem Hafen machen. Und dann in LKWs und so was. Und ich habe jetzt die Orte, an denen ich mit dabei war, hier so Grape Seed Flughafen zum Beispiel, da war ich dabei. Das Casino ist ja auch nochmal so eine Sache. Die PSB habe ich jetzt trotzdem mit draufgeschrieben. Ich habe einen Hafen da draufgeschrieben. Lass dich mal besser, am besten mal anders einteilen. Wir quatschen hier noch zu lange. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Okay, mache ich. Okay. Mir ist nicht schlimm. Was ist mir nicht so gehetzt? Ich finde, wir brauchen ganz, ganz viele Streifen, die genau solche Orte dann aber auch noch kontrollieren. Und dann haben wir aber vielleicht zu wenig, um mich irgendwie zu schützen. Ich weiß, deswegen muss das total geplant werden. Und ich brauche unbedingt heute die Gespräche mit den ganzen Leuten. Ich weiß, was du meinst. Und diese Artemis hat man ja geschrieben. Das ist... Hat sie dir nochmal geschrieben, jetzt irgendwie in den letzten 24 Stunden? Äh, ja. Das hatte ich ja gerade in Funk durchgegeben. Okay, dann ist... Aber warte, ja. Ist Faker da definitiv am Leben. Das ist super. Was heißt Sumi Masen? Äh, Sumi Masen ist Entschuldigung. Achso, Entschuldigung, dass wir direkt los mussten. Oh ja, wo ist sie da heute? Ähm. Sie hat ja geschrieben, Sie sind doch gerade im Dienst, oder? Sagen Sie Ihren Kollegen gerne, dass keine Bombe in der Tasche zu finden ist. Wir haben nur das zurückgegeben, was wir mehr benötigen. Und die SMSen, die sie mir vorher, jetzt vor ein paar Tagen gespielt hat, die sind sinngemäß, lass die Finger von meinem Freund oder ich kill dich. Sie hat auch gesagt, zweimal bin ich mit dem Leben davon gekommen. Alle guten Dinge sind drei, stand da auch. Und ehrlich zu sein, war ich ein bisschen... Auch sie, finde ich, verdient halt kein Tod. Sie verdient ein Gericht. Definitiv. Ach, trotzdem war ich ein bisschen erleichtert, als ich es heute gehört habe. Weil da dachte ich, okay, schau mal, eine weniger, die mehr an die Wäsche will. Aber trotzdem auch, die Person verdient keinen Tod. Ich weiß, dass man es nicht hat, aber man muss natürlich, wenn es auf uns geschossen wird, dann go for it. Schießt die Leute. Aber ich mache mir so ein bisschen Gedanken, weil ich habe so einen blöden Helferkomplex und ich brauche den Lassen, der mir gerade den Kopf bäscht. Verstehst du? Damit so etwas nicht passiert, ich brauche ihn ganz, ganz dringend, weil er kennt mich. Ich will ihn das vorlesen und möchte, dass er mir diese ganzen, ganz stumpf, diese Manipulationstechniken erklärt, damit ich weiter dahinter gucken kann. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass er ihn spricht. Deswegen muss ich ihn um ihn sprechen. Hast du mal versucht, ihn anzurufen? Habe ich. Ich habe ihn auch eine Nachricht geschickt. Ich weiß nicht, wann er sonst immer in den Dienst geht. Normalerweise ist es gegen 20 Uhr da. Aber er ist, ich weiß gar nicht, ob er in den letzten Tagen großartig da war, ehrlich gesagt. Ach, diese Tür. Wie gesagt, so rational genug bin ich ja. Naja. Ich will mich gerade selber schützen, so ein bisschen. Also, erfahrungsgemäß, das was, also, ich hatte mich ja auch mit Fake-Couture, beziehungsweise Wilson unterhalten. Er hat zum Beispiel gesagt, gemeint, dass die nicht auf die Entführung von Kingston, also, dass die da nicht mit beschäftigt waren, was ich nicht glaube. weil dort ein Name genannt wurde, der mit diesen Personenakten vom 18.8. zu tun haben, die ebenfalls auffällig waren im Punkto dieses Department of Sanitation. Die sind ebenfalls dort angestellt. Er hat sich so unwissend getan, aber das passt nicht zusammen mit dem Rest. Weil am selben Abend wurde Riggs noch entführt, eine Bombe wurde, eine vermeintliche Bombe wurde ausgesetzt und die IOD-Anzüge wurden halt in Anführungsstrichen präsentiert. Also, das ist ein bisschen mehr als Zufall und ich glaube nicht an Zufälle. Aber meinst du wirklich, das ist irgendwie der Kopf von denen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Nein, der ist nicht der Kopf. Er meinte mal, ihm ist Geld sehr wichtig, er macht vieles für Geld. Auf die Frage hin, ob er ein Problem mit dem PD hat, meinte er nein. Wir hören ihn nur an dem, was er gerade tut. und ich habe eher den Eindruck, dass er eine Art Auftrag hat. Okay, also ich sage dir eine Sache, ja? Hm? Er hat mir gesagt, er würde für mich Fake-Karte, da, ich denke jetzt auch mal so, aus dem Weg rollen. Und tatsächlich wurde mir sowas auch schon in der Garage gesagt, dass sie ihre eigenen Leute, dass sie kein Problem damit haben, die aus dem Weg zu rollen. Natürlich macht er das nicht, müssen wir nicht drüber reden. Aber, mich würde trotzdem interessieren, das wollte ich nämlich heute vorschlagen, was ist, wenn ich ihn schreibe, wenn ich ein bisschen mehr auf das eingehe, was er sagt und ich würde ihm sagen, als Zeichen des guten Willens, ich habe ein bisschen Angst, deine Freundin hat mir geschrieben, dass sie mich töten möchte. Liefer sie doch einfach aus, dann würde ich dir vertrauen. Verstehst du? 4, 2, 3, 10, 20 Gespräche war heute. Ich will das versuchen. Ich will wissen, ob er die wirklich ausliefert. Check. Das Ding ist, wenn er sie ausliefert, werden sie die anderen Leute reagieren und werden sie kalt machen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Diese reagieren unfassbar schnell, kriegen manche Sachen mit. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die uns nicht sogar im Moment wieder im Blick haben. Die können nicht überall sein. Kommt drauf an, wen sie beobachten wollen in dem Moment. Wenn sie dich im Blick haben, weil sie wissen, dass du Kontakt in irgendeiner Form zu ihm hast. Und wenn ich ihn, ja, okay, ich könnte, ich würde natürlich trotzdem auf die Schiene fahren. Was heißt die Schiene, das ist mir nun mal wichtig, dass sie auf jeden Fall lebend hier hinkommt und auch lebend bleibt. Weil ich jetzt hasse, wenn Leute sterben. Und ich bin mir ziemlich sicher, du hast mit den Morden nichts zu tun. Irgendwie sowas, weißt du? Tatsächlich weiß ich auch nicht, ob er wirklich irgendjemanden da, ich kann mich nicht daran erinnern in der Bank. Sie, sie hat da doch nicht geschossen, nicht er. Na. Aber ich kann damit, ich kann damit in der Situation gerade so viel machen. Ich kann es nur nicht selber machen. Ich kann hier nicht selber irgendwas, ich will alles absprechen vorher. Ist auch besser, wenn man das abspricht. Aber es wäre halt schön, wenn entsprechend mal reagiert wird. Und ich weiß es nicht, ist es Frau Nook, leitet jetzt die PSP-Sache. Okay. Also sie hat generell die, ja, Golden Circle, äh, Golden Olympus, den ganzen Tag. Kann ich mal fragen, kann ich sie mal fragen, ob sie ist wahrscheinlich auch gerade in diese Besprechung. Ja, glaube ich auch. 402-1020-MAPD. Check. Ja, Miss Banz? Ja, Frau Nook, hätten Sie gleich ein paar Minütchen für mich? Äh, ja, wir machen noch ein kurzes Briefing, ähm, passt Ihnen so, ja, fünf nach halb, irgendwie so, Viertelstunde? Ja, das passt super, danke. Gut, dann kommen Sie einfach ins Detektivbüro. Bis gleich. Bis gleich. Um 35 im Detektivbüro. Okay, dann fahren wir mal rüber. Ja. Na, komm. 536 für Watchcommand, komm. Hast du abgeschlossen, warte. Ja, ist nicht du? Ja. Hat die 536 so mitgekommen? Machst du auf? Watchcommand, also das Tor? Ja, ja, mach ich. 402 für Watchcommand, AC, komm. Startroute befahren, komm. Ja, checkt sie mit. Ah. Watchcommand, Ende. Kata merkt nicht, dass Ariane, Ariane könnte nicht kippen, aber die ist so ein zwischendurch-Ding da. Ah, nee, auch nicht kippen. Das ist wirklich so ein minimales Ding irgendwie. Aber ich finde gut, dass Ariane glaubt, das ist schon mal sehr. Aber ich hab's gesagt, was ich sagen wollte. Aber ich sag dir, wie es ist, ich bin froh, dass die Person gestern nicht durch den Headshot getötet wurde. Die auf der Brücke war. Achso, ist die gar nicht tot? Doch, die ist tot. Wir haben eine Leiche. Das Problem ist, es war nicht Fake-Karte. Jedenfalls nicht laut der bisherigen Beschreibung, die ich erhalten hatte. Aber wer war das denn dann? Hatte die Person definitiv eine Waffe dabei? Oder war das jetzt... Ja, hatte sie. Achso, also keine Passantin oder irgendwie so? Nein, nein, sie hatte, ähm, also mir wurde von Kanias, Kanias, ähm, Bescheid gegeben, dass da jemand auf der Brücke ist. Hatte das beobachtet und hatte gesehen, wie die was nachgeladen hat, die Waffe gehoben hat, ne, und dann nachgeladen hat, um besser ans Magazin zu kommen. Und da hatte ich schon mit der Waffe auf sie gezielt. Da hat, ich weiß nicht, ob die Kollegen auch mit gezielt haben, ich geh mal davon aus, auch weil ich gesagt hatte, Waffe, Waffe. Und sie hatte sich trotz dessen, dass Officer auf sie zielen, über die Brüste hin gebeugt. Und wollte auf uns zielen. Aber wer war das denn dann? Keine Ahnung. Haben die doch mehr Mitglieder? Oder ist das jetzt irgendwie random? Warte mal, was war das denn? War das eine normale Schuss? Oder so eine langweite? Ne, das war eine G19. Aber, ähm, Anna, 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 Anna Tolli. Anna Tolli, ja. Ähm, der hatte tatsächlich ebenfalls eine G19. Und etwas, was auch interessant ist, die Dame hatte nicht meine G19. Die wurde mir ja geklaut. Oh. Weil ich gehe davon aus, dass, ähm, die Fake-Karte meine Waffe benutzt. Als, sei es als Souvenir, oder als, äh, Kofi oder ähnliches. Also jetzt, ich will das nicht belobigen, aber meine Güte, ist das alles geschickt. Das ist ja so verwirrt, man blickt ja selber nicht mehr durch. Naja, man muss sich wortwörtlich so eine Pinnwand machen. Ja, ja. 4, 3, 8, 10, 20, äh, der WSBD. Korrektur 10, 30. Machen sie auf jeden Fall nicht zum ersten Mal. Achso, ich trage mich mal ganz kurz mit ein, hier. Gehen wir gleich mal rein. Sekunde, Sekunde. Ich habe tatsächlich auch, das mache ich aber gleich drin, ich habe immer noch nicht, äh, hier Dienstanweisung, aber ich kann mir vorstellen, was alles drin steht. Na, ich habe auch nicht Lust. Ich habe es nur überflogen. Und Telefon? Mhm. Ah, Fee. Hallo, Fee. Können wir schon mal reingehen? Äh, hast du kurz Zeit? Ähm, kurz am Telefon, ja? Ja, ähm, also, ich vermute mal, wie lange bist du heute unterwegs? Ja, schon noch ein Weilchen. Okay, alles klar, dann melde ich mich später nochmal bei Bär. Ich muss nochmal kurz wissen. Okay. Gut, irgendwas, äh, ist alles in Ordnung bei dir? Warst du wegen, äh, wegen Schlüssel oder was? Ich melde mich. Ich muss, ich muss. Okay, okay, bitte. Ja, Fee wohnt zur Zeit halt bei mir, aber Fee ist, äh, auch, äh, sehr oft am Schlafen, weißt du, deswegen, ähm, Also, Sie braucht klaren Schlüssel. Ja, ich, genau, das müsste ich auch noch machen, und das ist aber bei deinen, ist die dann jetzt gerade wieder so beschissen, ne, das dauert, das dauert mir immer gefühlt, äh, ne, ansonsten kann sie mit in meiner, ähm, ich habe ja noch eine zweite, zweite Wohnung, dann kriege ich sie von mir da, äh, den Schlüssel zu. Oh, das passt ja mal. Ist einfach nur ein Hotelzimmer eigentlich nur. Oh, da freut sie sich bestimmt. Hallöchen, was bist du denn? Genau. Ähm. Fert du Stresssex aktiv? Ne, es war niemand da. Es war niemand da. Der ist, äh, der ist noch im Delpero, den habe ich in den Forensikschrank reingemacht, zu Händen von ihm, und, äh, den können sie sich praktisch dort einsammeln, beziehungsweise den kann ich ihnen dann später noch vorbeibringen. Es gab beim Aphrodonis eine Dame, die dort gearbeitet hat, die auch mit Eskeda zusammen irgendwas geplant hatte. Ah. Das ist natürlich, die werden Arianas ausreden, was sie vorhat. Oh nein, Hilfe. Ähm. Aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich unter Druck gesetzt ist. Da muss ich nichts mehr machen, glaube ich. Sondern freiwillig. Doch. Weil die, ich glaube, befreundet sind, oder ähnliches. 4, 0, 2, 10, 20, Warenboot um Spannberg. Ach, das ist das. Ich weiß, da war ich ja mit so vielen auf der Streife. Ja. Hm. Hm. Ja, das Problem ist, da waren wir ja mit so vielen auf der Streife irgendwie, äh, äh, auf jeden Fall. 247 Funkcheck. Ich meine, ich weiß grob, also das war eine Dame, die hat auch beim Facebook Social Center mal gearbeitet, hat dort auch mal aufgehört, hat dann beim Achtenbonus angefangen und wollte sich dann beim PD bewerben als Sozialarbeiterin und sowas in der Richtung. Äh, Frage von... Das wollte sie über Eskeda in die Wege leiten. So, negativ. ist er halt gekündigt, 402 Meldet, keine Auffälligkeiten im Weinboot um Spannberg. Das leider nicht. Die hat aber einen leichten Akzent, ähm, eher in Französischen in die Richtung, aber ich bin mir, das ist schon ein bisschen her, deswegen bin ich mir gerade da, in dem Punkt nicht sicher. Ich befand mich, äh, in Davis. Aber sie war auf jeden Fall, genau, sie war aber auf jeden Fall nicht abgeneigt dem PD gegenüber. Nick. McKinney? McKinney? Wo ist sie? Ach, guck mal, ich stehe, Ariane steht nicht mehr, in der Kunde, was ist okay? Ja, hundertprozentig. McKinney. Deswegen. Als Herr McKinney dann bringe ich, äh, den später vorbei. Sehr gerne. Alles klar. Und... Sechfalls. 153, Fullcheck. Check. Ach ja. Ja, ich mach mal ganz kurz Aussagen, dann hab ich das nämlich auch mal erledigt, kurz. Naja, ich muss auch noch eine fette, richtig fette Aussage von gestern schreiben. Und jetzt kein Bock. Pfft. Ja, die ist schon ein bisschen länger, deswegen mach ich das jetzt mal ehrlich. Aber was mich halt irritiert, die Dame gestern, die halt verstorben ist, die hatte, ähm, einen Schuss in der Schulter beziehungsweise beim Schlüsselbein dort. Okay. Da hab ich sie hundertprozentig erwischt. Und sie hatte einen Schuss am... Hi. Und sie hatte definitiv einen Schuss im Unterleib. Und ich frage mich, wie der da hinkommt. Kann nur über einen Querschläger... das kannst du ja dann nicht gewesen sein, oder? Es käme drauf an, ob der, äh, ob die zweite Kugel, die ich verschossen hatte, halt ein Stück tiefer gegangen ist. Und dadurch vielleicht ein Querschläger wurde. Aber, kann man nicht die Identität auch irgendwie rausziehen anhand von Fingerabdrücken oder sowas? Ja, ja, klar. Also, normalerweise hat so eine Kugel ja ein gewisses Profil. Jedes Mal, wenn es durch den Lauf läuft. Das noch zusätzlich, aber auch die Identität der Person an sich, wenn sie das nicht ist. Wer ist das? Woher kommt die Frau? Ja, das ist die Frage, ne? Warum hat sie das gezielt? Man muss gucken, ob die vielleicht noch ein Handy dabei hatte. Wenn ja, ob welche Nummer da drin ist und so weiter. Genau. Die haben mir das ja erzählt, ne, dass die, dass die, dass die, die ablegen auch mit dem Helikopter noch damals ist, die alles immer als Abwechslung an. Da bin ich aber auf den Tunnel, ne? Soll man, wann die schreiben mal ganz kurz weiter? Alles gut. Ray? Ariane? 402, 10, 20, Staudamm. Hör zu mir, ich habe im Moment sehr viel im Kopf, okay? Wenn ich schreibe, ich schloss mich der Streife an, schreibe, ich schloss mich zwei jetzt. 412, 4 Watch Command, Ja, ne? Ja, ja. Ich muss auch kurz überlegen. Ich darf mich da streifeln. 412, 4 Watch Command, Ja, beim Grape Seed er wird angekommen. Status, komm. Weil es gestern das Wort Casino nicht eingeführt hat, ich bin auch nicht unbedingt besser. Oh, wir haben immer noch mal gelich, ne? Wortfindungsschwörungen habe ich sowieso schon die ganze Zeit. Das ist okay. Warum gibt man eigentlich den Status durch, wenn es sowieso nicht aktualisiert wird? Ich mache das meistens selber im Auto so ein bisschen was abzunehmen. Ah, ich weiß nicht, was du meinst. wie sieht es denn hier aus der Nagelinien Farmhaus. Nach der Absicherung mussten wir sofort zum Casino, da dort ein weiterer Einsatz gemeldet wurde. auch dort helfe ich fein, ähm, da der Piliopter schon weg war, schloss ich mich einer anderen Streife in eine Anrufe. Leider weiß ich die Pili nicht. Leider erinnere ich mich nicht mehr an die Guck mal, ich schreibe das jetzt einfach mittlerweile so, ne? An die Pili-Nummern ist mir jetzt auch egal. So, fertig. Also mittlerweile ist es wirklich so, ich schreibe das auch nicht mehr so hochgeschoben, so einfach so, wie ich jetzt denke, ne? ich schreibe das auch nicht drei aus, drei Personen, weil da war uns mehr, war da jetzt auch nicht da. Kann mich ja nicht nichts erinnern. So, das ist ja dann der Einsatz am Casino, ne? Das war's. Ich muss sich mal draußen mal drüber zu gucken, keine Waren. 402, keine Auffälligkeiten am Staudamm. Check. Mord im Versuch. Ich glaube, ich bin bei mir. 530, 1020 südlich der Seilbahn zur Verkehrshindernis-Beseitigung. Check. 4-0-3-Aktiv. Hier halten wir nur bei Absicherung. Check. Ich halte mit beim Absichern K- und kann einsatz-Beseitigung. Und kann einsatz-Beseitigung sagen. Verliebigung sei aufgebaut, dann kommen. 47, komm. Check. Direkt den Punkt durchgeben. 3-0-3-Aktiv-Einsatz. ja. kein Ding. Ich wollte noch mal was nachfragen. Wir hatten doch vor ein paar Tagen die Akte mit dem Unbekannten raub. Ich war jetzt zwar krank, deswegen konnte ich nicht genau nochmal nachchecken, aber von dir fehlt bei der Aussage unten das Aussage aufgenommen von und an welchem Tag und an welcher Uhrzeit. Ich halte mit beim Absichern Absichern des Casinos und kann sonst nicht mehr einsatz-Beseitigung der einsatz-Beseitigung in Folgeeinsatz. Vorher war ich dann gleich viel mit eingeteilt. Ich muss so kurz nochmal hier mit eintragen, damit du die Akte nochmal arbeiten kannst. Jetzt müsstest du die drin haben bei dem System. das wäre die 30.09.2023.03. Oh, da oben. Das ist sowieso auch nur mein Sachverhalt angeschlossen, aber da muss er noch Datum und so weiter rein. Bei einem was? Olympus, wie sehen die aus? Moment. Ja, die 1.60 korrigiert. Es handelt sich hierbei um einen goldenen Komet. nicht ein goldenen Olympus mit 1.60 Cent. Naja, würde auch passen. Äh, wir müssen nach oben, ne? Mhm. Boah, ey, puh. Ich dachte schon, wow, das wäre jetzt aber, das wäre krass, wenn es ja jetzt auch ein Auto gibt, das heißt. Mhm. Würde aber passen, ne? Ja. Würde sogar sehr gut passen. Wie gesagt, du kennst mich, du weißt, wie ich das meine, wenn ich sowas sage, ich lobe hier nichts oder so. Mhm. Alles gut. Leitstelle 413, komm. Das Schräge ist auch. Man hat so eine übelst delektive Wahrnehmung auf einmal ist über, sie über die goldenen Fahrzeuge, obwohl es ist gelb, so wie im Ende. Komm. Ja, ja, bei schwarzen, boah, was ist das? Darum ist ein Buffalo-Est war das? Bei denen habe ich halt immer, da habe ich jetzt den richtigen Ton im Blick gekriegt. Ja, ist übel, ne? Ist richtig furchtbar. Nehmen Sie mir einfach den Gesamtteil. Ah, so. An Scheufen oder an Officern im Dienst? Im Innendienst? Oh, jetzt bespreche ich das, ich finde diese Kommunikation, das finde ich mal schwierig. Ich bespreche das jetzt mit Frau Nook und Herr Chase ist ja auch da, dem schimpft ja auch die Sachen immer weiter. Mhm. Äh, dann weiß aber Herr Coriame nicht Bescheid und Herr, dann, und dann. Und, und ich bin mit Herr Coriame und Gutier und das ist alles so. Immer ein ziemlicher Krampf. Ja. Wollt ihr reinkommen? Ja, sehr gerne. Ja, immer. Uh, willkommen rein. Hier drin ist Kuschelicke. Hallöchen. Hallöchen. Jo, Mada. Glückwunsch nochmal. Ja, vielen Dank. Fantastisch. Hier ist mein Zuruf, ich habe mich nur gefreut. Nicht, dass du es falsch verstehst. Nein, nein. Das, keine Sorge. Dann, ähm. Das können wir euch für dich tun. Ja, ich habe, äh. Oder für die. Ich habe viele Sachen, die ich eigentlich in, ähm, ja, teilweise noch bloßerer Runde, also, dass Herr Coriame es auch noch mitbekommt. Äh. 536, 1021, 1021. Ja, das Hauptgespräch geht halt gerade schwierig, weil die Führung gerade verhindert ist. Okay, okay. Ähm, nur ich wollte hier schon mal ein paar Sachen dalassen. Ich habe, ich habe, ich gebe zu, ich habe Angst, dass mir jederzeit was passieren könnte. Voreinander SMS, die ich heute bekommen habe. Ja, verstehe ich. Absolut, nur Spans. Genau, ich schreibe hin und her mit ihm, aber ich brauche tatsächlich, äh, von ihm eine klare Anweisung, in was für eine Richtung ich dem schreiben soll. Also im Moment, ähm, ist das so ein bisschen, ich versuche mich, ich versuche da so eine kleine Balance zu halten. Ich will den nicht verärgern. Ich spiele aber auch das Spiel noch nicht komplett mit. Und, äh, bevor man meine SMS, bevor man meine SMS, ich habe ja alles freigelegt, ne, und ich kann auch alles gleich vorlesen, bevor man mir nachsagt, ich würde mit denen kooperieren oder sonst was, oder würde da rumstockholen, äh, will ich auf jeden Fall, dass ich hier vorher Bescheid sage. Weil ich würde gerne, Ja, alles gut. Ich würde gerne all in gehen, ich würde das Spielchen gerne mitspielen, aber ich brauche dafür ein Okay. Und ich habe ein paar Sorgen und, ähm, eine Idee. Und das wollte ich nochmal hier besprechen. Okay, dann würden wir, ihre Sorgen und ihre Idee mal durchgehen. Klar ist, wenn, wenn sie all in gehen, ähm, ich kann sie nicht dazu zwingen, das verlangt auch niemand von ihnen, ähm, aber es ist natürlich ein Ansatz für uns. Jetzt werde ich angerufen. Ja. Es tut mir leid. Es ist leid, Schiller Hopkins. Achso, Watch Command. Ja, ist das Gleiche. Ja? Äh, Milla, hatten wir irgendeine Anfrage an Squeaky Clean gestellt? Ja, oder? Mal? Irgendwann mal. Das hat sich aber geklärt, hat Creams mir gesagt. Warum? Achso, okay. Ja, also, Sie können hier sagen, eigentlich hat es euch das geklärt, mit der Anfrage an Squeaky Clean. Okay, äh, oh Gott, wir haben gleich noch ein paar Treffen. Ähm, ja, ich habe leider gerade keine Zeit. Ich muss gerade überlegen. Was ist denn das? Hat der CEO angerufen? Ne, die CEO steht vor denen. Das ist das Problem. Ja, was möchte die? Ich rufe die einfach mal an. Sag ihm das, ich rufe den. Milla ruft sie an, okay? Ey, der da gerade im Funk war, den finde ich so süß, ne, ich kann einfach nicht. Der macht das immer so voll ordentlich. Es tut mir leid, es ist viel los. Ähm, genau. Wir würden halt mal ihre Sorgen durchgehen und so, aber wenn wir all in gehen, dann will ich entsprechenden Schutz für sie. Das würde ich auch gerne später nochmal mit der Ops absprechen. Genau, ich will auch mich nicht in Gefahr begeben. Das ist mir ganz wichtig. Aber ich glaube... Ich will auch nicht, dass sie sich in Gefahr begeben. Ähm, deswegen, das ist halt so ein Vor- und Nachteil. Den, ich sehe da den Erfolg drin. Ich sehe auch darin, erst mal aus meiner Sicht, dass wir sie dort schützen können, aber ich kann ihnen halt kein Versprechen geben. Das muss ihnen bewusst sein. Ich weiß. Ich sehe aber tatsächlich gerade bei beiden Seiten in Gefahr. Ihnen, äh, bei Laune halten, das versuche ich ja schon die ganze Zeit. Mhm. Ähm, es hat diese minimale Möglichkeit heute auch nochmal ergeben, aber, äh, die traue ich mich überhaupt gar nicht auszusprechen. Ähm, aber wenn ich ihn verärgere, ist es ja genauso schlimm. Deswegen versuche ich gerade zwischen diesen beiden Welten irgendwie mit ihm zu schreiben. Aber ich brauche da wirklich eine klare Linie, weil sonst funktioniert das auch nicht mehr, wenn er mich anruft. Weil beim Schreiben kann ich überlegen, was ich ihm zurückschreibe. Beim Anruf ist das immer ein bisschen schwieriger. Und da merkt man auch schon, dass er geschrieben hat, warum antwortest du mir nicht? Oder, ich bin traurig, dass ich noch keine Antwort bekommen habe. Und das sind so Sachen, da muss, das muss ich jetzt besprechen, sonst, äh, funktioniert das eigentlich nicht. absolut. Ja. Okay. Ähm, gut, was wären denn Ihre Sorgen bei den Punkten, wenn Sie all in gehen wollen? Also wäre das Ihre eher bevorzugte Methode, oder? schon. Ich habe auch mit Herrn Kuriamme gesprochen. Also im Endeffekt ist es so, er ist nicht wirklich an mir interessiert und ich denke auch, wenn er mir was tun würde, hätte er es schon getan. Ich denke tatsächlich, dass diese ganze Sache eine Ablenkung ist. Er hat mich mehr als einmal gefragt, ob denn auch meine Detektiv-Freunde dann dabei wären, die mich beschützen. Das heißt, wir sind natürlich dessen bewusst. Und, ähm, ich denke, er möchte, oder ich denke, er weiß, dass es viele Polizisten gibt, die mich in dem Fall schützen würden. Und die Polizisten werden nicht an Orten, da muss ich kurz auf mein Handy, jetzt habe ich mir nur notiert, an Orten, an denen eventuell was weggeschafft werden könnte. Da hatte ich nämlich mit Herr Kuriamme ein interessantes Gespräch. Zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, Grape Seat-Flughafen, einfach weil ich ja auch beim Einsatz dabei war, das Casino, die PSB, der Hafen und der Flughafen. Ich denke, wenn die Aufmerksamkeit darauf liegt, mich zu beschützen, dann könnte man hintenrum eventuell dieses Gold wegschaffen. Das steht ja irgendwie noch im Raum. Und, äh, ganz kurz Entschuldigung. Ja, ich hatte heute kurz aufgeatmet, ähm, weil ich ja gehört habe, dass diese Ophelia, also diese Artemis halt, äh, gestorben sein soll, was, äh, aufgeahnt ist, aber auch ein blödes Wort, weil ich bin generell nicht für den Tod der Menschen, das ist mir immer sehr wichtig, die gehören vor Gericht, nicht tot. Ähm, ich muss noch ganz kurz meine Notiz nur durchgehen. Ähm, ich hab, ja, er, es scheint mir so, als würde er, ich lese euch mal die SMS vor, das macht, glaube ich, mehr Sinn, weil, äh, er meint, er hätte... Entschuldigung, ich bin wieder angerufen, es tut mir leid, ja, gut hier. weiter. Wie, die Fußentrale? Nuck, nuck. Was, warum reden alle von Abschleppungen? Ich will dieses Ding nicht haben. Das ist nicht angemeldet, wir können es nicht nachweisen. Wie oft noch? Ja, das kam nicht vor, die einzige Anweisung, die ich gegeben habe, war, beobachtet es. Wir können es nicht abschleppen. 55 Minuten, ich hab. Ja, ich weiß, ich kenn den schwarzen Fretter, einen Trakt, den kannst du von mir aus auch... Ah. Wollen die das alle mal abschleppen? Das steht doch gar nicht von abschleppen. Ich weiß nicht, ich hab nie die Anweisung gegeben, dass es den gibt. Ich schlaste den schwarzen Fretter. Es wird, das einzige ist, dass wir das beobachten wollen, ja, aber nicht abschleppen. Nein. Ah. Also von mir aus endet den schwarzen Fretter. Ich konnte nicht, weil ich die Info vorhin bekommen habe, da war, da war, konnte ich nicht so ganz ändern. Da war schwierig. Ne. Wir können es, wir können nämlich nicht nachweisen, dass es ihm gehört. Das ist das Problem. Wirklich riesig. Ja. Ja, ciao. Meine Güte, die wollen alle irgendeine Karre abschleppen. Ja, wir müssen auch in 15 Minuten wieder am anderen Ende der Stadt sein. Wir kriegen das schon hin. Ähm, dann machen wir weiter, Missbar. Sie sind mir die SMS vor. Entschuldigung. Nein, dann alles gut. Ganz kurz, als Hintergrund irgendwo noch, er hat hergeschrieben, er würde sie, hier, diese Artemis für mich aus dem Weg schaffen. Ähm, und, äh, als Zeichen des guten Willens hat er mir ja diese Garage, er hat mir diesen Standort geschickt. Er erwartet jetzt übrigens sowas auch von mir. Ich muss unbedingt absprechen, was ich denen da schicke. Ich werde denen natürlich keine interne schicken, aber um den Beinauern zu halten, irgendetwas muss ich schicken. Ähm, Sekunde. meine Idee wäre jetzt dieses, ich lese den SMS vor. Ja, die Presse, ich lese den SMS vor. Alles gut. Ein Schritt nach dem anderen. Genau, genau. Tief durchatmen, alles gut. Ja, hatte er nochmal gefragt, hast du meine Nachricht empfangen? Da habe ich geschrieben, hm, äh, habe ich? Ja, danke schön. Ja, das meine ich ernst, das gefiel mir. Äh, Frau Nug, das ist meine Masche. Äh, hinterfragen Sie bitte nichts. Ja, nimm ihr alles gut. Okay, das habe ich schon Frau Kater alles erzählt. Ich vermisse deinen Anblick, Ariane. Da habe ich geschrieben, bis Sonntag ist es ja nicht mehr lang. Da hat er geschrieben, und trotzdem stelle ich mir die Frage, ob es nun wirklich Sonntag sein wird. Denn, sind wir mal ehrlich, ob es jemals zustande kommt, und ich hoffe es doch sehr, mit Herzchen. Da habe ich geschrieben, wird es, es sei denn, du hast es dir anders überlegt. Da hat er geschrieben, ich muss abwägen, was wichtiger ist, du oder mein eigenes Leben. Aktuell scheint jemand anderes wichtiger. Herzchen, habe ich geschrieben. Und wer ist diese andere Person? Wieso denkst du, dass dein Leben in Gefahr ist? Ich lasse generell ungern zu, dass jemand verletzt wird. In der Bank sind schon so viele gestorben. Da hat er geschrieben, und trotzdem solltest du wissen, dass man nicht immer eine Wahl hat, wer lebt und wer stirbt. Und aktuell scha- Fee! Moment, sie hat mich gerade angerufen, und sie hat sich weggedrückt. Ähm, Moment. Nun. Ähm, genau. Wer lebt? Wo ist das denn jetzt? So, was wichtig ist, du mein eigenes Leben? Ähm, und trotzdem solltest du wissen, dass man nicht immer die Wahl hat, wer lebt und wer stirbt. Äh, in Palito ist gerade in der Hauptstadt im Gange, fahren Sie mal Streit in die Richtung ich werde nicht von dir getäuscht oder ausgenutzt. Wo es süßlich von Palito ist, wenn Sie wissen, wo ich meine, und da, ähm, völlig auch gestatt, wenn es auch alles in Ordnung ist, die gegebenenfalls auch Richtung Baby-Rollage mal mit der Security unterhalten. Wissen Sie, wie ich meine? Wie der andere? Ich hatte es ja gehört von Herkuriame. Natürlich bin ich auch nicht doof, es könnte natürlich auch, äh, und ist es wahrscheinlich auch eine Finte sein, aber die Möglichkeit, die minimale Möglichkeit besteht ja trotzdem. So, ähm, was war denn gestern? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, das hätte ich wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Getäuscht, ausgenutzt, sind wir mal ehrlich. Äh, das ist übrigens auch eine Masche von mir, in manchen Sachen bin ich dann auch einfach ehrlich. Äh, wir sichern uns beide hier gerade ab, dass ich dir nicht ganz vertraue, das kannst du dir ja denken. Willst du denn allein da sein? Hat er geschrieben, ich denke, das wirst du erfahren. Äh, ach so, mit dem PD, äh, aber das PD hat definitiv zu unsauberen Mitteln gegriffen. Ich vertraue dir, aber deinen Kollegen nicht. Ich werde allein da sein, denn ich will, du dich, Entschuldigung, äh, ich will dich, genau, Herzchen. Äh, du willst mich, was, ihr habt mir ins Bein geschossen, habe ich mich bereut, dass ich das geschrieben habe, deswegen sage ich ja, ich brauche eine klare Linie. Äh, ich habe nicht mal deinen Vornamen. Ich weiß es nicht, was ich will. Weißt du, manchmal hat man keine Wahl, was man tun muss. Du weißt, vor dem Schuss habe ich einen Anruf bekommen und tatsächlich muss ich zugeben, das stimmt auch. Es tut mir wirklich leid, wirklich. Auch wenn du es mir nicht glauben wirst, es tut mir leid, Herzchen. Hab ich geschrieben, hm, Punkt, Punkt, dann erschien die Arbeit, die Arbeit ruft, 19.09, die Arbeit ruft, wir hören uns, hoffentlich, um drei Herzchen wieder. Das, also, ja. Nee, entschuldigung, reden Sie erst aus, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Das, das, was ich ausprobieren würde, ist, ihn zu fragen, hey, wenn dir das so viel an mir liegt und du mir vertraust und sowas alles, deine Freundin hat mir tatsächlich indirekt, nicht indirekt, aber hat mir gedroht, mich umzubringen, wenn ich meine Finger nicht von dir lasse. Als Zeichen des guten Willens könntest du Artemis einfach lebend ausliefern. Finde ich gut. Okay. Ich will ihr Leben eigentlich nicht in Gefahr bringen, deswegen ist es gerade für mich auch für sie ein schwieriger Balance, da zu entscheiden, ja oder nein. Also deswegen, ähm, ich wäre, ehrlich gesagt, eher für den All-In-Weg, also dass sie auf ihn eingehen quasi, wenn sie verstehen, was ich meine. Und also zurückkehren. Ja. Ich glaube, das ist die bessere Variante und so. Also ich meine, in dem Moment, wo wir ihn in den Händen haben, ist es für sie ja vorbei. Wir haben den Haftbefehl, der gilt sehr lange, der kommt dann erstmal nicht aus dem Knast. Also wir müssen uns jetzt ja keine Angst haben, dass sie danach irgendwas vielleicht noch erleben werden. Also ich wäre eher für den All-In-Weg und dass wir irgendwie versuchen, ihn so schnell wie möglich dann zu schnappen durch ihre Mithilfe. Wenn das für sie natürlich okay ist. Also so zu... Ja, das wäre für mich okay, wenn ich natürlich diese Sicherheitsprinzip vorher hören würde. Ja, das würde ich gerne mit der Ops noch absprechen. Also es gibt natürlich Sachen, die wir machen können, aber auch welche, die die Ops machen kann. Vor allem als Politistin haben wir noch ein paar mehr Vorteile als jetzt ein Zivilist. Vor allem die Streifenbegleitung und ähnliches. Ja, aber trotzdem... Also es kann auch gerne hier jemanden Einwand geben, falls das... Ja bitte hier, also hier sind viele Meinungen, ich brauche wirklich gerade sowieso viele, viele Meinungen. Also diese, dieses, dieser All-In-Weg bezieht sich ja nur auf diese eine Person, ne? Nur auf die eine Person, aber eine andere Person will mir genau deswegen halt schaden. Das macht das Ganze kompliziert. Aber was ist denn, wenn wir bei dieser eine Person uns nicht auf diese eine Person konzentrieren, sondern versuchen, so viele Infos wie möglich über die ganze Truppe von denen rauszubekommen? so mit dem? Das ist ja sowieso die ganze Zeit. Weil... Vor 20 Sekunden. Ja, richtig, aber wenn wir uns intensiver darauf konzentrieren, auf Standorte, auf Mitglieder, auf Fahrzeuge, was auch immer. Ich würde gerne ihn fragen, warum er zum Beispiel da drin ist. Die haben mir die Frage nämlich beantwortet und ich hab's verdammt... Ich hab mich an so viel erinnert, ich hab das vergessen. Ich hab's einfach vergessen. Die haben mir nämlich erzählt, wie das irgendwie zustande kommt, und dass diese Mitglieder, also wieso die diese Organisation joinen? Und jeder hat ja irgendwie einen anderen Wahnsinn in sich. Woher kommt das? Wie werden die Leute rekrutiert? Das hat mich brennt interessiert. Er hat mir gesagt, er hat nachts angerufen und gesagt, er sitzt an einem Pool und er ist einsam und hat ein großes King-Size-Bett und er sitzt jetzt gerade an dem Pool. Da hab ich direkt gefragt, wie ist denn so die Aussicht da? Also ich versuch das schon natürlich so gut ich kann. Aber der ist nicht dumm, der checkt das schon relativ schnell. Nee, klar. Deswegen muss ich aufpassen, dass es eben nicht so krass rüberkommt und muss viel drumrum mugeln. Ach, das ist echt schwierig. Der muss halt mehr das Glauben bekommen, dass sie diese Informationen nicht weitergeben so. Der muss ihnen halt mehr vertrauen. Ja. Deswegen ist die Frage, ob dieser All-In-Weg funktioniert. Ja, das frage ich mich auch gerade. Oder man lässt es sehr, sehr langsam eingehen, aber wir stehen leider auch unter Zeitdruck. Das ist das Problem. funktionieren. Aber ich muss gerade ganz kurz, nur ganz kurz ich habe einen Aussprung. Ich vergesse uns wieder alles. Ich muss Ihnen gerade irgendetwas geben. Er wird es nochmal fordern. Er wird definitiv mich daran erinnern und ich habe gerade nichts. Nichts. Okay, jetzt. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm. Also ich habe halt so langsam so die leise Vermutung, dass das vielleicht gar nicht mal so echt ist, wie wir gerade denken. Auch das mit der Frau Leblanc. Das ist halt, die haben sich zwei Personen irgendwie rausgepickt und machen denen schöne Augen und tun so, als würden sie den Personen ganz viele Informationen zuspielen. Eine Person ist davon jetzt auf einmal tot, wollte sich angeblich stellen. Das wirkt alles sehr komisch. Vor allem der Herr Karas zum Beispiel war sich ganz genau bewusst, dass Frau Leblanc uns immer direkt anruft und uns alles sagt, was er ihr schreibt. Und ich glaube nicht, dass der Herr Wilson ähm davon ausgeht, dass sie uns davon nicht erzählen. Die wissen das ganz genau. Das ist halt einfach vielleicht auch nur ein dummes Spiel und wenn wir darauf eingehen, haben wir ein Problem. Das war auch mein Gedanke. Vor allen Dingen, selbst wenn wir es langsam machen und Ariane jetzt so tut, als wenn sie sich langsam mit ihm verliebt und anfängt zu flirten und so ein Kram, haben wir immer noch das Problem mit Artemis, mit der dummen Fake-Karte. Ja. Es ist schwierig, Miss Barnes. Ich bin ehrlich, ich kann es eigentlich fast kaum vertreten. Ich habe ein bisschen zu viel Angst, aber in beide Richtungen ist es scheiße einfach. Ja, das meine ich ja. Der eine ist nicht gut, der andere auch nicht. Ich bin langsam auch am Verzweifeln. Ja, ich finde, das ist was, bei den anderen bin ich in Gefahr. Ich denke, das ist was, was wir in größerer Runde entscheiden müssen, wie wir da weiter vorgehen. Also ich schlage vor, dass wir zumindest mal bis dieses Führungsmeeting da oder was auch immer das da ist, zu Ende ist und wir wieder einen Korayama und einen Noah hier stehen haben, dass wir das so weiterlaufen lassen, wie sie es bisher gemacht haben. Dass der vielleicht einfach immer mal ein paar einzelne Informationen droppt, die wir dann haben. Ob sie uns jetzt was bringen, ist erstmal egal. Und dass es quasi immer noch unverändert bleibt und es so wirkt, wie es gerade wirkt. Und ob wir all in gehen oder nicht, würde ich persönlich mit wenigstens Noah und Korayama noch entscheiden. Ja, eigentlich auch gerne. Chase und wer Roman halt noch da ist. Ich wäre halt auch gern, was wir dann für sich als Optionen in beide Richtungen, egal was wir machen, dann für sie hätten. Ja, auch in größer Runde. Ich würde wirklich, wirklich gerne Herr Larsen dabei haben. Herr Larsen ist auch ein privater Freund von mir, aber ich wurde schon mal von Emil Anderson über ein Jahr lang manipuliert und er hat mir dann dazu auch ganz viele Sachen geschickt, damit ich das erkennen kann, sowas. Und gerade bei solchen Vorgangsweisen sehe ich ihn tatsächlich auch mit seiner Expertise. wieder ein schwarzer Isi mit weißen Streifen. Also für sie können sie natürlich gerne mit Herrn Larsen arbeiten. Für den Fall haben wir aber psychologisch tatsächlich wen anders aktuell. Miss Nüberg, die kümmert sich da drum. Okay, kenne ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe meine Erfahrungen mit ihm genau bei diesem Thema, dass sie nicht ist für mich nah, dass es Herr Larsen wäre. Ja, also... Aber ich mache das natürlich, was Sie sagen. Ich kann auch mit Herrn Larsen. Nein, nein, alles gut. Also sie können halt für sich persönlich natürlich jederzeit mit Herrn Larsen reden. Für mich bei 16, 20, baby, you lot. Für quasi so ein Profiling oder was Sie wollen, da wenden Sie sich im besten Fall an das Nüberg. Okay, mache ich. Und ich glaube, wir beide müssen jetzt ganz, 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 in vier Minuten. Ja, wir müssen rennen. Ja, wir müssen unseren Streifenpartner langsam einsammeln. So, ich danke Ihnen, Miss Barnes, es tut mir leid. Bye! Alles gut? Ja, ich bin paranoid. Ich gucke in Herrn Larsen. 4, 1, 6, aktiv. Ja, kann ich verstehen. Der Wagen steht auch schon aber schon eine Weile. Check. Der ist aber schon hier hingerichtet, ne? Aber es ist viel aus dem älteren Modell, das kann der ja nicht. Naja, wie gesagt, steht ja schon eine Weile. Check. Gut, okay, gut. Dann greifen wir uns mal fäh. Noch mehr geballte Power. Ein wunderschön, in der Kowalskrie. Hi, Evie. Hä? Evie Rajones. Achso. Was machst du denn jetzt? Vers, Variane, wollte ich gerade sagen. 4, 1, 6, 10, 20, Strawberry Tanksteller. Vers, Variane, warum nicht? Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Check. Ich habe eine doofe Frage, ja? Ich habe keine doofen Fragen, nur doofen Antworten. Ja, das stimmt. Ich will nicht, dass man mir nachsagt. Ich würde mit ihm einen vergebenen Mann flirten oder sowas. Warte. Hm? Weil ich generell, also generell nicht flirte, aber wenn ich mich mit jemandem unterhalte und der ist vergeben, dann möchte ich immer so. Weißt du, ob er eine Note vergeben ist? 4, 1, 6, aktiv. Weil ich wissen, dann war er das nämlich und ich will nicht, dass du mich hast. Weil der hat mir angeboten, mit mir zu reden. Der hat mir damals nämlich sehr geholfen bei mein Bruder Bob. Hm? Da sind wir nämlich eine Tatabbeziehung, der war noch bei der Staatsanwaltschaft oder Recht, also Justizzeug auf jeden Fall. 4, 3, 8. Also, ich weiß nicht, ob er vergeben ist, ehrlich gesagt. Ich habe zu heute mit ihm gequatscht, aber... Achso, ich dachte, du wüsst, wenn es... Ich will es nämlich nicht so geil finden, wenn mein... Ja, weiß ich nicht. Obwohl, eigentlich ist es ehrlich, ist, glaube ich, einfach nur netter. Aber trotzdem, wenn ich das mich in dem her... Er hat eine geile Stimme. Ja, schuldig. Ich habe gar nicht so oft geschehen. Ich habe halt bis jetzt nur mit ihm telefoniert. Mehr weiß ich nicht. Boah. Nicht, was er ist, ist, weil sie ist super empathisch. Hm? Der war damals, also er und Herr Larsen und ich habe mich in dem Moment, ich war so verunsichert und wenn die nicht gewesen wäre, ich komplett zusammengebrochen. Ja, glaube ich. Das glaube ich. Heiß Korps. Ich weiß nicht, wie... Ich weiß immer noch nicht, ob ich mich wirklich so leicht manipulieren lassen würde. Heutzutage, ich dachte eigentlich, ich hätte es hinter mir, aber ich muss zugeben, wie wird er dieser... dieser Tessa ist, oder Matthew Wilson, mit dem wir irgendwo ganz normal begegnen und hätte nicht diesen Hintergrund, dann hätte ich mich schon mit dem Ring am Finger gesehen. Schneller Rekruten. Schlafen Sie nicht ein. Andere... an der Seite. Unter dem Fahrer. Hallo? Rekruten, das ist die falsche Seite. Also ich bitte Sie. Ich wollte fragen, ob ich funken darf. Oh. Zum Üben. Boah. Geil. Hi. Hi. 24 habe ich direkt vergessen, so fokkelt, wie ich heute im Kopf bin. Hä? Hast du mich eben rausgeschoben? Gegenfall ist aber ein Platz runter. Du musst vier Wochen nach Fahrt. Das sind doch nur vier Wochen. 5-0 überführt uns, Emma Pitti. Warte. Raus. Ich dachte, ich dachte, wie ich funke und du fährst. Ich bin nur zwei. Ja. Statt, was Poliast durchschlossen kann, auf der Lichtrein. Wie? Wo meine... meine Gläser spiegeln so. Warte. Ich verstehe gerade gar nichts. Oh. Raus hier. Fee, steig doch mal aus und streck dich mal. Ja. So. Okay. Willst du auf dem Fahrersitz? Ich... Du musst dich aber fucheln. Einfach ganz langsam rein. Jetzt. Komm. Hä? 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 Sof ich ja anders auf tun. Sof ich den Wagen machen? Nee, ich glaube, ähm, warte mal. Ach, mein Gürtel hängt so... Gib mir so zwei Sekunden, ja? Ja, ja. Ja, ja. Mh, pack. Mh, pack. Hängt aber schon gut an. Warte, ich packe mal Fee ganz kurz mit vorne. 416 mit einer passiven 1060 mit einem schwarzen Motorrad, ein Fahrer südlich der One-Tank-Stelle South-Alice fährt jetzt Richtung... So. Willer Richtung südlich, jetzt durch die... Wie war das jetzt? 79 ist das Ganze bei ihr, ne? Stand bei Elaine Hill, plötzlich gefahren. Moment, sieh! Sichtkontakt verloren. Was ist denn vorher drinnen? Was ist denn zum Einzelnenfall? Ja, Frage der Leitstelle, was wird eben vorgeworfen, erstmal? Mhm. Stark überhöhte Geschwindigkeit. Ach, ist schon drinnen, ach so. Der Check 402, fahren sie auch mal in Richtung Kau, und fahren sie nach dem schwarzen Motorrad. Und ist einfach. 402 ist auf Anfahrt. Einen Nachtrag der 416 dazu, es war ein Motorrad der Marke, unsere Modell Shinobi, in dunkel, mit einem Lieder Pearl Effect. Kann man denn vermisst die Meldung an der E-Sport ein? Oder muss man das? Ne, man macht das normalerweise in Persona machen. Wir haben uns schon davon gefahren. 416 hier irgendwo. 416 fahren. Nef. Ja, noch ein weiterer Nachtrag. Fahrer. Es handelt sich vermutlich um eine weibliche Fahrerin. Ray, ich mach das aber ernst, ne? Dein Dubel. Mhm. Hat keine Augenbrauen gefühlt. 5395. Ich weiß. Das ist wild, ne? Superwild. Also da wirkt dieser Blick aber tatsächlich, muss ich sagen, richtig, richtig hart. Irre. Warum hat die keine Augenbrauen gefühlt? Ja, eine Information der 402. Uns ist das Motorrad vor kurzem entgegengekommen, das ist Richtung East LS gefahren. Wir fahren damals. Warte ich ja schon wieder Motorrad, ne? Bei Motorrädern haben wir ja jeden Tag auch irgendwelche Einsätze. Na. Aber auffällige Shinobis, also nochmal was anderes. Bitte was? Eine auffällige Shinobi. Die extrem schnellen Sportmotorräder. Ich schau's mir mal an. Die sind glaube ich über 50 oder 70.000. Und haben gerne mal bis zu 120 MPH drauf, wenn die gedingst sind. Ge-Tune sind. Okay. Das würde ich nicht. Ja. 416 bricht die Nahberechtshandlung ab und das liegt. Ja. Die ist schon ein bisschen sofort hinterher. Ja. Achso, du bist traumatisiert? Hab ich gehört, ne? 431 meldet ein rotes Sport, äh, ein schwarzes... Bitte? Bitte? Achso. 431 mit einer passiven 10.60 mit einem schwarzen Sportfahrzeug mit roter Unterbodenbeleuchtung. Gerade in westliche Richtung auf South-LS zu... Ja. Ja. Von wo denn? Will er mich verarschen? Fährt gerade in nordwestliche Richtung... Wohin? Warte. Am Highlife vorbei. Ah, Highlife. Was ist ein Highlife? Westliche Richtung ist in südliche Richtung abgebogen. Ja. Kifi ohne Kifi zugehör kaufen. Sicht verlieren wir gleich. Du kannst doch auch kiffen. Aber du kannst es doch nicht kaufen. Fährt gerade. Ah, okay. Also ist er lebt. Er lebt. Ist aber erlaubt da, ne? Ja. Na, okay. Fährt gerade durch Chamberlain. Mehr oder weniger. Sicht gerade verloren. Hier, Leichtl. Watch Commander kurz ein. Puentes, können Sie in den Heli besetzen? Schwarzesport. Aktuell keine Sicht mehr. Gute Unterbodenbeleuchtung. Ob ich auch Heliopter fliegen darf? Wahrscheinlich noch nicht, oder? 431 auf eine Info. Bei der Verfolgung von dem Fahrzeug kam auch der schwarze Easy in Richtung Chamberlain. Ja, Phil, du musst dich ja erst wieder einarbeiten langsam. Aber es ist schön, dass du wieder da bist, weil dann kannst du auch nach und nach wieder in die ASU. Ja. Dort gibt's nicht mehr. 402 1030. Was? Dort gibt's nicht mehr. Ab, äh... Das wurde jetzt zu Tactical Enforcement oder irgendwie so umbenannt. Und ist jetzt ab Sergeant 2. Aufwärts. Was ich witzig finde, weil ich vor allem aufgeregt wurde, weil mir Führungskräfte drin sind. Dieses Sportfahrzeug kam gerade vom Cypress-Gelände. Mhm. Also es macht's irgendwie nicht besser, weil es genau derselbe boomst es. Okay, interessant. Leitet das Miller oder macht das irgendwer anders? Äh, theoretisch müsste es Miller leiten. Ja, die 416 geht mal aktiv. Ich weiß nicht, ob man mittlerweile wieder eine neue Vertretung hat, weil vorher war ich das. Mhm. Bevor ich degradiert wurde und, äh, das Wort flog. Äh, da ist er da, oder? Jo, flog. Wow, oh, 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 oh. Ja, die 438 meldet. Wir haben das Auto gerade in Winewood gesehen. Äh, nähe Aphrodonis. Und wir haben gerade eine 1060. Äh, wir fahren gerade... Sie, weißer Spruch. Vier übernehmen, Vier übernehmen, du bist hier vorne. Wir fahren gerade gerade Richtung Norden, ähm... Richtung Wein. Richtung Westen. Richtung Westen. Richtung Westen. Richtung Westen. Warum doch hier eine Kasse da vorne? Meteor Street. Meteor. Ha! Ich bin im Kreis. Äh. Ich habe gerade ein bisschen Sichtschwierigkeiten. Ja, ja. Ich jetzt auch so ein bisschen. Ja, können Sie sich einhalten? Ja, gerade so. Haben wir sie verloren? Haben wir sie verloren? Äh, haben wir sie verloren? Das ist die Richtung bei den Meteor Streets rumrumrumrum entspricht. Ja, ja, ja. Das ist die Richtung. So. Den haben wir sie verloren. Schätzen. Da sind Infos, da sind die Reis. So. Oh, ja. Oh, der ist schon. Dämlich. ja ich weiß schon alles gut wo ich kann die ganzen orte nicht mehr wo sind wir weinwut jetzt bist du auf meinen wissensstand die ganzen die ganzen siegen die hier in der nähe sind gar kein plan mehr okay hier das mace bank ist es immer noch mace bank die spieler ist die spieler ist ja hier ach specific standard bank ja schon mace bank gewonnen ja mace bank ist da gerade drauf zu der ganze große turm rescue und ist aktiv weg kann von hier hinten halt so schlecht sehen sonst hätte ich es wirklich ja alles gut aber es wäre eigentlich aufs gleiche hinausgelaufen ja genau so dann machen wir mal mit dem einen fahrt und zwar hier auf der ecke hast du rechts pro labs jetzt so ich habe ja auch so weil ich dachte so kacke ich habe das ist hier zum beispiel nicht mehr ja ich hätte mich empfungen sein soll mit zu linken hast du einmal das handy monzona zur rechten haben wir die city hall monzona ist noch okay city hall ja kronium bilden ist jetzt woanders nicht mal hier an der ecke ja das mit team mutter meint ariane überlegen wegen dem schalten einmal kurz zu deportieren das kann ich euch sagen ariane meint das so wie sie es gesagt hat sie will ich dass man die neue diamond cast ist immer noch hier ja rocky hand beauty ist nicht mehr das müsstest du theoretisch auch noch kennen das war hier auf der ecke ja ja genau wenn wir jetzt hier lang fahren gerade darauf zu siehst ja hier die parkplätze auf der linken und rechts haben wir glaube ich brodinger und kroni wählen jetzt also erst kroni wählen genau und hier ist brodinger ok kroni wählen kann ich mir gut merken ja das ist halt in dieser komischen ecke komische ecke von kroni wählen ok 530 überführt uns an die sohn will ich gerade wegen sonstigen größeren änderungen ach so den observer standart kennst du ja noch nicht das ist allerdings beim roten parkhaus das müsstest du ja noch wissen observer was observer ist mittlerweile das ding zeitungsgeschäft also sowas nachrichten ja es ist auch von ricks im endeffekt ist bei wie sind es raus wir können uns ja mal generell so unterhalten dann kannst du mir ja so ein bisschen das auffrischen war das ist ja das jetzt eine menge passiert und eine menge ab und und boden sind nicht mehr da wo sie mal waren ja und ich glaube als du hier warst gab es doch gar kein bodinger nicht so was wir ab von tonen ist es gibt auch das up to date ist es jetzt auch hier in der nähe tatsächlich irgendwo und dann gibt es dann aber noch problem pro lebt ist ein bisschen so ähnlich wie auch anhand genau pro lebt ist im grunde für sportkleidung sowas in der richtung moderne straßen kleidung sozusagen jetzt zu rechten hast du einmal deine städte kriegst du wohnungen her kannst die wohnungen antragen hier sind aber scheiß und teuer ist wirklich so okay das heißt ich muss wieder bei kowalke mich einlisten du kannst du auch einfach ein einfaches zimmer nehmen oder eine kleine wohnung sehe ich auch nein ich nehme dort den wohnmobil mit dem eingebauten das hat man ihm was noch hat muss man fragen ja aber mittlerweile glaube ich noch mehr hotels in der ecke apropos ich habe vorhin gesehen ja das war toll das ist genau kuschel fix gibt es nicht mehr startpark ist immer noch startpark ne genau das ist einfach nicht und dann ist gut legion square ok alles klar hier schön ist genau hier an der ecke falls du jemals irgendwie her muss um dingens sind die black beauty apartments rechts die sind so geil black beauty apartments ok ich weiß nicht wo er ist theoretisch arbeitet er noch bei der dynasty und ja bei der allein ist sie hat er die besichtigung und so und dann ist er lang ein bus ein bus ein bus hier wurde übrigens mix und barbara links hier bei dem gruppen haus genau das habe ich mitgekriegt nicht ersticke das genki mittlerweile übrigens ohne es hat jetzt ein eigenes gebäude jetzt links ach das hat das ab wie cool wenn ich mich genau gelegentlich ja tuning begeisterte gesellschaft ist hier gerne mit zu finden genau wie sind es ist immer noch wie sie nur ist die sind immer noch rumpeln die jing yang kannst du ja oder little soul jing yang tankstelle immer noch dasselbe 438 vielleicht kommen wir wurden angefunkt einmal das md anfahren dort befindet sich eine anthony jordan scott der ist geflohen aus dem md einmal prüfen welche inhalte einmal bitte anfangen kommen eigentlich müsste ich 10 40 sagen es ist ja ein dispatch ja im grunde das habe ich nie gemacht ja scheiße ich muss ein bisschen hallo kacken die nukaschleude drückt 530 10 20 send ihr so hundert sich aus leider drückt also sie hatte recht schmale lippen schmaleres gesicht und hatte meinen hautton ungefähr hatte auch meine augenfarbe ich bin mir dabei nicht sicher ob sie kontaktlinsen waren sie hat gesagt sie hatte welche bild auf venture hatte fake kater auch welche da hatte sie auch ein bild gepostet mit kürz äh ermellos entsprechen da hatte sie auch welche drauf ja ich aber bei der führung selbst habe ich keine gesehen allerdings auf dem auf den bildern auf dinge ist ich kann doch einfach auf venture gucken korrekt die frage also sie hat auf jeden fall eins mit diesen rötlichen strahlen dran wenn ich das sehe wo 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 es grundlegend auf der schulter ist es schwarz und geht dann an der schulter schwarz ja zweiteres zweiteres also ok so also manche ja aber manche er so zweiteres sehr gerne und es sieht doch aus als hätte sie an den beinen wenn ich ihr charaktere laufen immer so cool sehr gerne tut ich möchte gleich etwas anmerken das ist mir sehr wichtig dass viel das auch aber wisst ihr was wir eine streife sind wir sind die 79 die 69 die 19 ich bin die 72 wir waren ich habe jetzt die 72 72 so moment hopkins hat versucht mich zu rächen ja 73 hast du ein 10 30 gemeldet oder nicht nö ok hallo ich muss aber auch mitdenken ich bin heute so ach ich bin zu durch klangkopf ist bewahren ja 4 0 3 10 20 LAPD und löst sich auf 4 1 6 10 20 MIROS EDGE TANKSTELLA es ist ruhig leute es ist ruhig das wäre toll wenn es taxi packt schon wieder vom md warum wirst du das Ariane oh entschuldigung und funkspruch ignorieren schluss ok wir drei verabschlussend und die ich wollte gerade sagen dass das irgendwie eine geflasenlage dass das alles taxi irgendwie passt nein aber die wurden von uns schon ermahnt deswegen das müssen wir ganz kurz wie würde ich das noch gegen oh fuck wie unprofessionell halt mich denn jetzt alle ist doch scheiße gerade der funkspruch genau mit der 10 60 auch so das ding ist verjahrt also ja bitte achso ja gut alles klar ja nehm ihr warsch was dann boah geil sehen wir raus ich sag's ich siehs wir gehen mal kurz abklären vorne äh also info von hopkins war jetzt so dass der typ schon eh verjährt ist also also die akte zu den weshalb wir ihnen entsprechen müssten ok ich piss mir in ne Hose echt ich piss mir in ne Hose ja bitte nicht was sagst du draußen außerhalb des Wagens ist das kannst du dir gerne hinpinkeln das ist ok man ich will ich hm ich nehme doch eh kaum Leute schon ernst weil ich sie das ist gerade so obwohl mittlerweile für mich ernst ist meinstgott ne ich würde sagen ach komm das passiert ganz ehrlich ja trotzdem es ist auch schon älter passiert hallo komm habt ihr jetzt auch noch ne weitere ich hab's alles ich hab mal aus versehnen geröbst weiss wie lange denn das war im funk ja ach schatz warte ich rufe kurz hier ich dachte hier oh ne ja hallöchen ariane ja ja es steht ein taxi vor dem md und das darf da nicht stehen und ihr wurdet schon verwandt das muss schleunigst weggeschafft werden ähm ja ich weiß nicht wer da im Moment ist aber ja 416 aktiv richtung ganz schwer und äh kann auch lahmlich sein ich weiß das nicht ja ich krieg ich frag nach ok einfach genau einfach weg sonst müssen wir es leider absteppen ja du bist ja gerade jo ist in Ordnung tschüss tschüss parken aufpackt ja doch immer von md ne 416 1030 Alice ich rufe dich gleich wieder weg wissen wir eh nicht weiter also das ist das Ding aber dann e-fail er zu sein das ist das Problem dann könnt ihr ihn gerne gehen lassen war auch schon Anweisung von dings ok ok wir brauchen wir sonst nicht weg habt ihr gerade jemanden zufällig von Alice Taxi hier Herr Salah zufälligerweise weil vorne das Taxi steht und eigentlich da der nicht stehen sollte genau das ist wahrscheinlich Herr Salah der wurde die wurden schon verwarnt trotzdem steht das Taxi hier mehrfach schon verwarnt äh es kann sein dass der hier ist ich weiß das gerade nicht genau ok gut dann machen wir es gleich ganz anders wir werden gleich die Letzte anrufen und sagen wenn sie nicht gleich wegfahren wird wenn sie abgeschleppt fertig ist so ok 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 bis dann ihr Süßen also dann müssen sie auch mal mit dem Kotze gehen passt auf euch auch ich hoffe nur das ist nicht Barbara jo 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 ne danke wollen sie erst mal außen? ernst Frau Able wollen sie erst mal außen? ja naja wie viel haben sie denn dabei? klar, das verschönt sich, wieso nicht? wie viel haben sie denn dabei? ich hab nix dabei, aber wollen sie ne Redwood? ja ne Redwood würde ich nehmen scheiße äh ich muss mal nachgucken die Tasche scheiße da ist letztens draufgegangen für den letzten äh scheiß draufgegangen check C112 bevor die Stadt Rot kommen hier steht Dienstnach watchcomman Ende hallo hallo äh draußen steht ein Taxi das muss da weg ja, aber ich bin behindert ich hätte schon mehr ja, wer ist hier gefahren? wer ist hier gefahren? das Taxi muss da weg? ihr wurdet schon mehrfach verwarnt und trotzdem steht das Taxi da wieder nee, wir wurden verwarnt wir haben keine Nachuntersuchung wir haben keine Nachuntersuchung das ist kein Notfall eine Nachuntersuchung äh mir geht scheiße das ist kein Notfall er hat eine Behörde in der Tiefgarage parken das Taxi muss jetzt weg nach dem Tankvorgang Neutrotöp-Streifen kommen ach ne, wie redest du mit deinem Schiff? taxi muss jetzt weg dann wird's abgestemmt machen wir äh die können doch vorsagen die können doch vorsagen dass ich dir den richtigen Weg nicht gehe und das Taxi jetzt abgestemmt man na wer weiß wieso nicht, ne wär schon lustig und dass er ihn da über den 4.22 10.20 ich hab kein Chill mehr ich hab keine Geduld mehr echt nicht ich hab kein Chill Jack ja, das Chill ist auch mit Hill weggegangen wir haben was sind die Richtung auf der Mitte auf der Mitte auf der Mitte auf der Mitte ach, weggen ach, oh man ey da wird wohl bald jemand gekündigt ne, komm lass das gehen vor 10,000 ich hab ich hab kurz geneigt zu fragen ob Mr. Taylor es war schon weiß dass er gekündigt wird oder ob es um ihn geht 4.3 hat er eine verendet und aktiv wer hat denn wer hat denn jetzt ähm wer ist denn da jetzt eingestiegen hab ich gar nicht gesehen Salah ist da hab ich ihn eingestiegen war das jetzt Eddie hat der immer vielleicht drauf geachtet keine Ahnung bin ich ehrlich 521 aktiv Richtung laut Rute Jack ich hasse mich alles Gute ich habe Rays Pinkeln ich habe Rays Pinkeln ne ne ich bin Pinkeln oh mein Gott ich hatte kurz kennt ihr doch diesen schönen Druck auf den Ohren wenn das Mikrofon einfach so ein Piepen von sich gibt und sowas ich bin so konzentriert auf dieses andere Airfield dass ich mein normales Gehirn kriege mit Arian ja der so einen richtigen hohen Ton gibt was so richtig schön aufs Gehirn geht gefühlt ach so Teeny Sauce nennt man das ja genau das ist ja das eigene Piepen was man im Ohr hat aber nicht wenn es das Mikrofon ist von dem ach so auf dem Pokerett genau mhm 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 so hier hast du übrigens jetzt auch Hotels hier kann man auch Wohnungen und mit wenig Geld kriegen Stand da ein Zettel an dem Auto Start also hier sind Leitstelle für die 402 komm das steht da das gehört ja wir haben im Depay die zur Information einen Bürgeranliegen wir kümmern uns um dieses kommen und mit komm ich das schwarze ab da wir gucken mal wollen wir einbrechen nein nein 4 1 16 20 Observatorium mhm wo sind wir denn hier check die 4 3 18 20 nördlich vom Akaza check da steht nur du stinkst Snyder drauf bitte da steht nur du stinkst Snyder drauf ach so ok ja das ist ob das jetzt shit ist oder nicht und fehl war wir eh grad hier kurz dann komm mal kurz mit ok mama fehl wir genießen das bist du uns bei für deine Arsch tritzen rescue 10 20 palito base gibt mehr Kommandos du bekommst jetzt erst mal meinen zweitschlüssel hier fanden ich ja cool danke kowalski habe ich vorhin erreicht tatsächlich ist egal ich krieg mach dir erstmal keine Sorgen ja easy peasy lemon squeezy dankeschön aber ich muss dich ja auch beschützen oder lebst jetzt bei kuraya kaka der hat mir die couch angeboten vielleicht nehme ich es einfach an aber ich trau mich auch nicht ich glaube ich werde jeden morgen angst haben dass der irgendwie sagt keine ahnung sie haben falsch geatmet ja der ist super aber wenn du zu viel angst hast kannst du einfach immer bei stockwerke tiefer kommen zu miller und mir also fast schon oh wieso zu miller und dir hm es gilt funksperre ja was war das funksperre kann man ihn auch so nennen sehr geehrte san andreas police department heute laufend des abends wird eine besprechung stattfinden im milchow police department diese besprechung ist verpflichtend für jeden anwesenden officer im dienst wenn sie die möglichkeit haben officer außerhalb des dienstes zu erreichen und diese die muße haben kurzzeitig dafür in den dienst zu kommen tun sie dies diese besprechung schüsse sehr wichtig schüsse schüsse unsere transparenz ihnen gegenüber schüsse im äh in der stadt und weiter äh bach 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 4 3 1 2 3 wie viele sind das denn das sind zu viele wo ähm mehrere ähm markierte personen sind dort vor ort ähm alle verfügbaren einheiten anfangen meine shotgun das sieht so aus ich weiß nicht was die nachhand hat ja mindestens fünf personen rein in richtung äh rein in richtung bundesparkhaus dann ums bundesparkhaus rum rum auch in beiden personen bei jo komm bleib still dann ehrlich das noch mal das noch mal das ist ein weiter an Hallo! An! Halt! Henn! Sagt euch das Mikrofonding da! Geht doch nochmal hier! Nein! Hinter dem bunten Parkhaus. Ich glaube, das ist nicht so hoch dann. Mittlerweile ist 1099 Staatsanwalt. Wir wurden gerade von Leuten PD-Office angerufen. 1099 Staatsanwaltschaft. Wiederhole 1099 Staatsanwaltschaft. Lass uns mal zur Staatsanwaltschaft fahren, weil da ist keiner aktuell. Ja, die 438 ist unterwegs. Zusätzliche Information von der V1. Entschuldigung. Fahrzeuge mit maskierten Personen waren auch beim Emma BD in der Nähe. ARK von draußen. 402 meldet Flüchtende fußläufig westlich von VPD. Rennet gerade Richtung Süden runter. Richtung West Fuji. Ja, was denn jetzt? Was ist los? Ich finde diese scheiße ARKs nicht. Die was? Aktuell sind 20 Liquor-Store Wispuji. Hä, wo sind die denn? Leck mich doch im Arsch, du Scheiß. Ja. Einer ist unten. Ja. Einer ist unten. Ganz kurz Break. 4101 Haben Sie eben gefunden, dass vermummte Personen beim MRPD sind? Positiv. Herr Schreiber. Mir über Telekom mitgegeben. Bitte verlassen Sie den Ort. Das ist hier gerade zu gefährlich. Gehen Sie bitte. Okay. 521 wird auch durchfahren zum MRPD. Absichern da oben. Negativ. 537S. Fahrnern. 416FM über der STA. Check. Wait, wait. Wir haben hier eine angeschossene Person. Mindestens. Wo ist hier? Wir brauchen hier mindestens drei... Ich hasse das so sehr, ne? So, warte. Jetzt gerade bin ich richtig... Hä? Oh Gott. Es ging jetzt schon wieder viel zu schnell, Mann. Es ging so schnell. Ich war jetzt mega verwirrt. Und ich wusste nicht, was Ray jetzt gerade da wollte. Ich wusste nicht, was wir machen. Aber ich wusste, es ist nicht okay, wenn wir da jetzt reingehen. Aber ich konnte mit dem Rücken jetzt auch nicht... Ich konnte jetzt nicht zur Tür gucken und mit dem Rücken da so... Ja. Die meinte, absichern, dann haben wir abgesichert. Ich habe nur Fee nachgemacht. Wer war das? Das war irgend so eine Gang oder irgendwie sowas, ne? Boah, okay. Das ist jetzt auch krass. Ja, die Musik ist geil. Seid schnell rein da wieder. Ja, die Musik ist so okay? Musik ist okay, oder? Ja. Ja, immer freitags, ne? Freitags ist es wirklich immer schlimm hier. Ja, das musste durchgehen mit den Schüssen. Das musste ja. Oh Gott. Oh Gott. Weißt du was hier? Wie? So, hi. Wir drücken hier ein paar Runden ab. Wir drücken hier ein paar Runden ab. Die, dass wir eine Kontrolle haben, dann gehe ich einfach zu den Personen hier links noch um. Ja. Checker, ich darf drücken. Ivanov? Ja, ja, ja. Erste Hilfe, äh, Carsten. Ja, ich hab, ich hab, ich hab. Braucht ihr noch einen? Äh, frag mal die anderen Kollegen, die in dem Links da stehen. Geht's dir gut, Floriano? Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Alles gut. Ja, alles gut. Alles gut. Ähm, nur, ähm, ich glaub, ähm, oh mein. Ich war, ich war auf dem Klo und dann, der Typ lag doch hier, der lag doch gar nicht da. Ist das viel falsch, die du? Äh, die da vorne brauchen, welche die vorne drücken. Ja. Ähm. So, wie viel, wie, so, wie viele Verletzte haben wir hier? Äh, mindestens fünf. Ja. Mindestens fünf. Wer von denen ist am schwersten verletzt? Ich versuch ihn jetzt nochmal zu. Okay, er hat eine paar Stichwohnen, würd ich mal sagen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich verstehe die Namen der Personen, die jetzt das Gebäude kleeren und sie müssen mir Bescheid sagen, ob das Gebäude gekleert ist. So. Ich hab alles abgedrückt, wie wir sehen können. Ja, Eskeler, check den mal eben durch. Ich bin gerade drin und versorgte... Marcel, der hier hat mehrere Stichwunden. Sind wir jetzt hier alles durchsucht und gucken, dass die auch alle weg sind? Ich hab auch ein... Ja. Sollen wir nach oben gehen eben? Äh, warten, warte, warte. So, hier unten noch nicht alles abgeschickt, wie ist deine Nummer? Neunzehn, vier neunzehn, vier neunzehn, vier neunzehn, alles klar. Lass uns immer alles durchchecken hier, die Klos. Äh, Schreiber ist mittlerweile außer Dienst, ist zivil unterwegs. Ja, 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 checken. So, wir gehen... Ja, kurze Frage, der 337 haben wir gegebenenfalls den Overwatch da... Vorsichtig. Hör ich vor, geh hinterher. Ich geh vor, ich geh vor. Alles gut. Gut. Da ist die Frau Livingston drin. Ihr könnt hier reingehen. Ich geh vor... Ich tu hier außen absichern. Okay. Check, alles klar. Mach die Toiletten. Na, check. Das LSPD! Er wird mir die aufzählen worden! Okay, das geht hier relativ schnell. Das geht relativ schnell. Ist clear. Ja. Ich hatte das Video noch nicht. Ihr clear? In der Toilette clear? Check. Okay. Ist alles ready? Ja. Eins, zwei, drei. Check. LSPD! Sofort auf den Boden! Auf den Boden! Auf den Boden! Sofort! Check. Ebenso. Clear. Check. Jettgeschoss clear. Check. Wurde schon alles gecheckt? Ja. Mary, mach mal kurz auf. Patrick hier. Mary? Ja? Okay, warte. Ich komm kurz rein. Ja, hier drin ist auch clear. Bleib erstmal so lange drin, wir gehen hier alles durch. Lass uns mal auf die andere Räume gehen. Mal bei der Person gewählt, dass sie abrupt auflegen musst du noch mal ganz genau, was du zu sagen. Äh, erster Stock, ich kenne mich ein bisschen aus. Links rum, erst mal. Ja, das kann ich nicht im Punkt sagen. Wollen die anderen Räume aufstehen? Oder gibt's hier keine Ahnung? Okay, es gibt's keine mehr. Okay, alles klar. Ich checke rechts rum. Ja, check. Ich muss auflegen. Rechts clear. Ja, erster Schoss soweit clear. Erster Raum rechts ist frei. Können wir reingehen, ist zur Entschulung. Check, alles klar. Die Aufzüge soweit clear. Check. Ist einer Hättebild? 488 für 510. Eins, zwei, drei. 519 übernimmt den Norden Perimeter, Absperrung beim MRPD. Die 518 ist im Norden Perimeter, zwei Blöcke und die 415 ist der Südperimeter. Ich muss ein Modul unbedingt nachholen, Scheiße. Der nächste Raum sind Büroräume. Nächste Räume sind Büroräume. Aufpassen, es sind mehrere Schreibtische, ja? Tractor. Also links rum sind ein Haufen Schreibtische, da müssen wir gleich nach hinten links und rechts in die Ecken rein, dann können wir unter die Schreibtische gucken. Du gehst links, links, rechts? Ja, check. Adriana Rückendeckung? Ja, nein. Dann müssen wir mal kurz halten. 1, 2, 3, rein. LSBD auf den Boden. LSBD auf den Boden. Clear. Rest clear. Check, bitte halten Sie erstmal an den Perimetern die Augen offen. Die 415 ist in der Umgebung unterwegs. Guckt sich Parkoin an. Alles klar. Muss ich unterstützt euch weiter? Wir wollen das Bescheid geben. Das Ding steht? Steht. 1, 2, 3, rein. LSBD auf den Boden. Lass uns links rum laufen, äh, rechts rum. Also. 2, steht. Also wir gehen zur 2, 3, rein. 1, 2, 3, rein. 2, 2, rein. 2, rein. 2, rein. 2, rein. 1, 2, rein. 2, rein. 2, rein. 2, rein. Okay, Aufsüge clear. Frage such mir vorhin nicht. 2 Fahrzeuge. Eins davon mit einer roten Untersuchung verbunden. Ich bin ready, bist du ready? Warte, warte. Ja, jetzt. Vorwärts. Gut, dann. 3, 2, 1. LSBD! Zuport auf den Boden. Okay, hier ist nichts. Hier ist nichts. Ja, Raum clear. Weiter Richtung Süden. Wir sind jetzt gleich höher. Der Peropilz-Eingang weiter Richtung Süden. Der ist nicht so schnell. Wir kommen kaum hinterher. Jetzt gleich für Vespucci per D. Weiter nach Vespucci. Sichtkontakt schwindet. Weiter Richtung Süden. So. 3, 2, 1. Ah, ist dir wehgetan? Ne, alles super. Okay. Okay, hier soll alles clear sein. Ja, Höhe Marabunta Turf haben wir jetzt noch eine zweite 1060. Clear. Erstmal wartet hier vor der Tür oben. Bin gleich wieder da. Gut. Das Gebäude wird Glück, genau. Negativ. Ist gerade eine 1026 geworden. Wir überprüfen den jetzt gerade mal südlich. Aber das waren doch, das waren doch... Die sahen alle nach Gang aus, irgendwie. Baseballsteiger. Durch Waffen und Schusswaffen. Ja, okay. Ich hab jetzt gedacht, wir haben uns überhört. Also, dass ich mich verhört hätte. Einsatzleife im Start. Aber das waren doch bestimmt an die... Weiß ich nicht... 10 Leute? Das waren ja wirklich... Es waren mehrere. Ja, so 7, 8. Ja. 7, 8 für jeden Fall. Welche Streifen, die sie bereits abziehen können, komm. Im Moment ist die Situation noch... Undurchsichtig. Das Gebäude ist anscheinend noch nicht gesichert. Ich melde mich, sobald es geht. Sollen wir... Aus welchem Grund warten jetzt hier oben? Die 161 meldet sich kurz. Wir sind zu 99 Prozent gesichert. Einen Raum fehlt noch. Es muss kurz aufgespielt werden. Der Governor ist auch zu, ne? Ja, genau. Darum geht es ja. Ah, okay. Dann die Perimeter an der Straße nördlich... Macht uns gleich auf und dann können wir rein. Südlich kann der Perimeter abgezogen werden. Dann könnten die Streifen wieder eine Einsatzphase annehmen. Gut, dann geh mal kurz hinter die Theke. Ja. Gerade steht. 1, 2, 3, live. Alles gut, sofort auf den Boden. Rechts Tür. Da ist ne Tür, ja. Warte, warte. 5, 1, 8 für 5, 1, 2, 1, komm. Okay. Ist die offen, oder? Ist die offen, oder? Aber den Perimeter verringern auf die Nordrheinland? Probieren. Ja, geht auf, ja. Ja, geht auf, ja. Dann? Reinen, 3, 2, 1. LSPD! Hier ist noch ne Tür. Rechtsseitig. Ja, das ist wahrscheinlich gleich hier raus. Okay. Geh mal raus. Tür an die Toilette. Wo die 1010 kommen, soweit der Staatsanwaltschaft die Streife abgezogen, oder? Ja, check. Lass uns wieder runter, das ist so schnell wie wir können. Ja. Damit die Kollegen uns wieder schützen. Wir haben uns üblicherweise bewaffnet. Wir haben uns hier rum in drei Gänke. Danke, kannst du wieder zu machen? Ja, Parkour, ich hab so was. Ich hab gar keine Ahnung, was wir machen, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich mach einfach das, was die anderen machen, so, ne? Wie immer. Ich war alle. Ach ja. Ich hab keine Ahnung. Wir müssen davon ausgehen, dass er entführt, oder? Wer wurde entführt? Schreiber. Warum das? Warum das denn? Hä? Gleich als Wache von gestern. Ja, ähm. Räume sind alle clear. Keine Täter mehr hier im Ort. Ich hab ja gesagt, der südliche Perimeter kann jetzt abgezogen werden. Die stehen da immer noch wie Salzsäulen. Okay. Ach, guck mal, es geht. Ich hab dich vermisst. Guck mal, was ich hier für ne Wumme in der Hand habe. Ich frag mal kurz bei den MD, wie ich es da über den ausgetragen habe. Ja, alles klar. Ja, Jack. Mein Glückwunsch, ich schreck mich für die ganze Zeit. 2,97 komm. Ja, perfekt. Jack, 5,1 neinander. Ja, 10,10 ist er vor Ort bei Lagerinnen. Gut, das war jetzt alles für ne Hose. Aber wir sind dabei. Ja, wir sind dabei. Wir haben eine Ausrede mit Ariane. Ja, wir sind dabei. Wir haben eine Ausrede mit Ariane. Das ist wirklich so beschissen. Versieht zur Information. Alle Perimeter sind besetzt. Bis auf das nördöstliche Perimeter. Dort müsste noch ne Streife hinkommen. Ja, grad nicht möglich. Zu wenig Kapazitäten. Gucken Sie mal, weil Sie da vor Ort sind, ob es vielleicht ne Möglichkeit gibt. Setzen Sie sich erstmal auf ne Bank. Ich klemme grad hier ab. Ja. Check. Wollen Sie was essen oder trinken? Nee, danke. Wollen Sie gar nichts einrauchen, falls Sie rauchen? Ja, ne Zigarette hätte ich gerne, ja. Entschuldigung, ist immer doof, sowas anzubieten, aber es ist beruhigt halt in dem Moment. Bitteschön. Danke. Okay. Jetzt kann ich ihn auf jeden Fall nicht, ihn kann nichts mehr passieren. Warum immer wir? Immer wir. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was in den Kopf und der Leute vor sich geht. Keine Ahnung. Wir machen nur unseren Job. Vor allem meine Arbeitskollegin, sie ist nur in der Verwaltung, sie macht überhaupt gar nichts. Ich verstehe das nicht. Weil die Leute es nicht schaffen, die Schuld bei sich selbst zu suchen. Einzelseiten des Unters 1981 also wieder sinnungsfähig frage ich für auch aus der Beine. Es dauert jetzt nicht gerade schon mal wieder, wenn aber es ist ein Meter. Ja, ich verstehe die Auf gears eigentlich. Erst mal wieder ein Hallo das because I'm gone am herr. Und fing schon zu fühlen. Willkommen zu Ihrem Report da. Die haben es wo wieder verfügbar, wo werden wir benötigt? Wo ist denn was für sie tun? Check, auf Antwort. 488 für 519, komm. Ich würde gerne ins M-D, aber ich habe sowieso keine... Sind sie verletzt? Nein, aber meine ganz naheinskollegen sind da. Ja, bleibt mir egal. Die ist gerade wirklich zu unsicher. Ich bin mir noch ein bisschen vorsichtig. M-A-P-D ist eine Safe Zone und abgibt sich. Da steht ja gar keiner mehr. Wir können dann alle Einheiten hier weg, weil wir Schreiber ja gefunden haben. Pfff, negativ. Die Einheiten bleiben beim Mischelhof-Check-Rassen. Dort befinden sich mehrere Führungsmitglieder... Was ist so toll? Wie passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich komme vom Klo wieder, mache die Tür auf, sehe nur, wie irgendjemand auf irgendjemand mit einer Brechstange einschlägt. Und dann bin ich sofort wieder zurück. Und habe gehofft, dass sie mich nicht gesehen haben und habe SPD angerufen. Oh, sehr gut. Haben Sie sich daraufhin dann eingesperrt? Einsatzleitung Schatz am Wasser für 272 kommen. Ja. Wie weit das möglich ist bei uns auf dem Klo. Können Sie einmal vor die Eingangstür kommen, kommen? Oh, längst. Bin ich? Ja. Was haben wir getrunken? Habe ich, bevor ich gerade bin? Ähm, Leitstelle für die 402. So. Leitstelle, Herr. Haben Sie irgendwie Zucker? Die Nerven. Der Kreislauf. Ja, die 419 können wir eventuell die Straße absperren. Wir fahren ziemlich viel im CW-Desten durch gerade. Oh, Tappi. Ganz kurz für Sie zur Information. Wir haben die obere Straße abgesperrt. Die andere geht gerade nicht, weil uns dazu auch langsam die Einheiten fehlen, weil gerade noch drei Einsätze nebenbei sind. Hier haben wir keine Straßenabsperrungen oder so? Ja, kurz Info bezüglich Herrn Schreiber. Wenn Sie hier kurz mit ihm im Gespräch kommen, dann sind Sie auf der anderen Seite durchgekommen, ist ja in Ordnung, aber die sollen hier nicht hier voranlangen werden. Ich hatte da schon sehr lange nicht mehr. Da ist nämlich abgesperrt. Das letzte Mal war. Ja, ja, ja. Das ist einfach nur ein anderes Thema hier. Das hört nicht. Wollte ich Sie nur informieren einfach. Ja, danke schön. Quatsch. Ja. Ja. Wird einer von den Marshals verletzt? Ähm, Mr. Ericsson. Oh nein. Aber ich weiß nicht, was passiert ist. Er ist schon abtransportiert worden. Fedizinnung, Staatsanwaltschaft. Das Absichern hier war wichtiger. 1.04 für 4.9. Ich komm. Ganz kurz Break aus dem Parkhaus hier. Südlich des MAPDs ist gerade eine weiß gekleidete Person gekommen, die gerade Richtung Westen läuft. Natürlich. Auf jeden Fall nicht. Ich versuche einen Job hier. Arthur? Bitteschön. Ja, danke. Komm einfach nicht hin. Komm einfach nicht hin. Komm einfach nicht hin. Ja, alles gut. Ja, Check. Die Streife müsste nun an das Nordwestperimeter. Ja. Ja. Südwestperimeter, soweit alles unauffällig ist. Rekruten kommen. Weil... Ja, so ein Weltanländer. Debbie... Es sind alle. Es sind alle. Alle. Der Schreiber wurde tatsächlich mitgenommen. Er wurde um 100 Dollar erreicht. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich hab nur gehört, wie... Es ist Andy kein Problem. Wie... Wie... Patrick... Patrick Hopkins. Wie der irgendwas von Schüsse und... Oder... War es das Andy? Ich weiß nicht wer es war. Irgendwas von Schüsse und Messerstiche. Ich hab nur gesehen, wie jemand eine Brechstange hatte. Ich hab keine Ahnung. 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 Die ganze Zeit ist nichts los. Ich hab keine Ahnung. Ich hab... Diese ist sicher nicht. Ich hab keine Ahnung. Die ist halt hier hingefahren als ihr nur raus kamen. Sie sind nicht so einfach schädlich ausgestiegen. Ich hab sie gemeldet. Aber das ist doch jetzt grad nicht der Ort. fahrzeuge seien von den outlaws oder wenn irgendjemand ein fahrzeug auf auffällt was vielleicht nicht dahin gehört dann lassen sie das durch den rechner jahren ok ich verstehe trotzdem nicht ja hier 13 für für acht nachdem kommen ja geht ihr treffen da noch weiter kommen ich weiß es nicht also grundsätzlich wenn es jetzt hier erst mal die situation sind wirklich die führungskräfte wenn möglich zurück zum einmal für die zu kehren aufgrund der aktuellen lage dann anweisung an die streifen bleiben bis 21.55 noch auf ihren posten gucken sie nach auf nach auffälligkeiten wird da nicht sein können selbstständig abrücken und den normalen streifen nicht zurück haben einsatzleitung staatsanwaltschaft informiert das gebäude wird jetzt auch forensisch untersucht auf spuren dementsprechend ist es abzuriegeln nur das nötigste kommt rein und wieder raus einsatzleitung für 222 kommen frage welcher einsatzleitung einsatzleitung straatsanwaltschaft kommen ja klar kompalski mann antworten scheiß rum hier sind sowieso keine auffälligen fahrzeuge checken wir einfach mal einfach noch das andere gebäude einsatzleitung mpd und einsatzleitung straatsanwaltschaft für watchcommand den anderen machen aber auch für die gefahrzeuge sind ja wahrscheinlich warte sekunde was war hier ja frage können wir einen einsatz dafür zu dillys schicken dort ist eine verletzte person fd hat angefragt ich dachte kurz kurz 531 sagt ein wir wären soweit verfügbar komm ja dann fahren sie einmal dillys an dort ist eine verletzte person am boden fd ist bereits vor ort check 1040 watchcommand ich mache das eigentlich voll falsch das ist schon richtig wir können gleich darüber reden ja ja alles auf gottes willen ich glaub Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist da oben? Da fährt irgendwas runter? 415 ist aktiv. Ja. Ja. Alles gut. 415 für WatchCount kommen. Fährt. Fahren Sie einmal den Nordperimeter in der Staatsanwaltschaft an und lösen den aus. Das ist nämlich gerade bestehend aus Leitstelle und WatchCount. Also was genau suchen wir jetzt hier? Welche Fahrzeuge? In den WatchCount Ende. Ich weiß nicht mehr welches, aber guck mal hier. Weil hier sind ja... 5.9 aktiv. Also hier sind ja ein paar, ne? War das ein MC? Was hat er denn gesagt? 5.8 aktiv. Das ist ein MC. Ja, dann lass uns mal die Kennzeichen einfach mal alle aufnehmen. Ja. Kennzeichen. M. Nein. Jetzt weiß ich wieder nicht was. War das ein Chopper oder? Ich glaub schon. Ich weiß schon wieder nicht wie das geht. Ich wusste das aber mal. Ein bisschen hübsch aus. So. F, f, w, three... So, f, w,三, D, n Ö. Und Nimm ich das Hintere noch. was ist hinter mir? ich sichere dich ab. absolut gar nichts aktuell. ja dann würde ich einfach sagen, dass du die anderen noch abcheckst und ich sichere dich einfach die währenddessen ab, wenn das nicht, wenn das Bessere ist, glaube ich. ich meine, die sind schon auffällig passiert, aber kann auch sein, dass die natürlich hier wohnen, ne? das kann der Check hier auch sein. ok ok 4-1-15-10-20 starten. ich krieg mal ganz kurz was, was ist denn los? ja, check weg weißt du's? bitte? ich dachte, ich will jetzt wieder irgendwas, ich krieg ne Anzeige. 4-9-5 aktiv das ganze Parkhaus? ich würd mal sagen ja, ne? es könnte ja auch sein, dass hier irgendwo die letzte Person noch sind, weil hier ein paar Leute reingelaufen sind. äh, was ist mit der, ähm, da wo die, wo die Frau da runtergesprungen ist? außer das, was du sagst, ich, 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 ich höre auch nicht. ich höre auch nicht. ich jetzt komm bitte. ja, aber trotzdem, ich muss trotzdem die Kette einleiten, äh, einhalten, das ist ja wichtig. ach quatsch, jetzt soll ich das jetzt wirklich, ey. komm weiter hoch noch? ja null ariane dick diesel ja, bleib, lass uns einfach mal aufs. warte, warte 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 das ist warte 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 ok 4,19 für die Einsatzleitung Staatsanwaltschaft ja, die 4,19 hört ihre position kommen gerade die nummern schüler von einigen auffälligen motorrädern aufgeschrieben ich habe schon wieder kommen vergessen aber er weiß bestimmt ja hier ist nichts ich höre es unten rum die sind nach unten kann ja das wir haben auf jeden fall die motorräder geholt dann mal gucken ob die noch stehen das ein noch ein runter Nein. Alles so, ob es war. Nee, Moment. War das wirklich... War hier nicht noch ein? War hier nicht... Nein, Fee, hier war noch ein Orangenes. Hier war einer, sagt recht. Hier war noch ein Orangenes. Kannst du so durchgeben, dass ein Orangenes fehlt? Das müsste tatsächlich die QFW3M sein, wenn mich nichts täuscht. Das erste, was ich kontrolliert habe, ja. Pitstop. Was für kein Zeichen nochmal? Das ist die QFW3M. Das müsste das erste sein, weil ich hatte danach, hattest du das hier gemacht und ich hatte dann... Nee, warte, hier hinten war noch ein schwarzes. Ich glaube, es fehlen drei. Es könnte sogar sein, dass es drei sind. Ich habe zwei aufgeschrieben. Ich habe eins, zwei, drei aufgeschrieben. Mal das andere, also zwei hier auf der Seite. Definitiv zwei hier. Ich gucke mal ganz kurz, ja? Ja. Na, nee, das ist das QFM... Äh, das QFW, meine ich. Und das hier ist das IWVWK. Das musst du aufgeschrieben haben. Alles klar. Dann, warte. Dann, warte. Dann, ich mach gleich mal ab. Das ist das, äh, hier, das LFNZB wahrscheinlich, ja, ist es. Ja. Gut, also es fehlt das QFW3N. Nee, das QFW3N steht tatsächlich hier vor mir. Das hatte ich gerade noch geguckt. Es müsste sein, dass HGKGR... HGK... HGKGR, genau. Für Glück. Kannst du das mal durchgeben? Oder vielleicht soll man mal kurz zum Qualsgibling das sagen? Dass sie das gerade hier geholt haben? Ja, ich kann es gut durchgeben. Ja, die 272 mit der Information beim Fall Standortwahlschaft. Hier ist vorhin ein Motorrad mit dem Kennzeichen HGKGR weggefahren. Ist entsprechend vernächtigt im Fall mit verwickelt zu sein. Wenn Sie dieses Motorrad sehen, ist ein schwarzer Chopper gewesen. Ähm... 1026 durchführen. 272 Ende. Ich will die ganze Zeit 79 sagen. Ich will die Kennzeichen notieren und äh... Ja, einfach bereithalten, falls wir es nochmal brauchen. Ja, check. Dann sagst du richtig hin. Du, kein Dreckser. Bitte? Alles gut. Na, Marianne, kurze Frage. Ja? Hast du vielleicht überlegt, dir psychologische Hilfe zu holen, nachdem das passiert ist? Das ist ja schrecklich. Ich wollte heute mit meinem Psychologen reden. Aus Gründen. Und er ist nicht da. Ach, scheiße. Also ich kann auch der Psychologe sein. Ich kann jetzt mal keine Ratschläge geben, aber... Er kennt sich mit einer Sache aus, in der ich eventuell stecke. Da... Mundig... Ach... Ist jemand auf die... Der ist auch ein guter Freund von mir privat, tatsächlich. Alles klar. Und arbeite beim PD als Psychologe. Und genau, er ist heute leider nicht da. Ich mach mal noch ganz kurz eine Kleinigkeit. Ja. Was ist mit der Dame, die da runtergekommen ist? Ja. 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 So weit durchsucht, wir würden uns anbieten, die Gasse neben des Parkhauses zu durchsuchen, sollen wir das machen kommen? Ja, so positiv, komm. So weit durchsucht, wir würden uns anbieten, die Gasse neben des Parkhauses zu durchsuchen, sollen wir das machen kommen? Das machst du richtig gut, Fee, die ich dir gezeigt habe. Das ist alles so komisch mit der Zahl davor und dass ich gerade 79 werde. Alter, ich sag mal, ich war auch 19. Wer weiß, nimmt sich immer noch 99? Hast du gar nicht jahgesagt? Ja, 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 ja. Okay. Lass uns hier mal die Mülleimer durchsuchen gleich. 531, 1030, die Gasse. Achso, Handschuhe dabei. Zieh ich sofort an. 536 aktiv. Ich schwöre, ich darf das alles noch nicht machen, ne? Aber das mach ich trotzdem. Ich geb dir Rückentdeckung, während du durchsuchst. 432, Überführungsfahrt, Mission Row PD. Das wird keiner erfahren, Fee, weil ich bin im Moment in einer speziellen Situation. Ich, äh... Alles okay. Das ist der Biomüll. Nee. Erdwo aktiv. Also kannst du auch einspringen. Check. Cool, dass ich das nicht machen muss. Ah, ich packe das mal zur Seite. Ariane, wer arbeitet zusammen? Ich finde das so krass. Ja, will weiter. Die hast du jetzt nicht vom Chat. Ne, hier sind nur ein paar Säcke, Kartons und diese komische Tüte und... Soll ich dir raushelfen? Ja, ist gut. Okay. Gut. Danke. Warte, warte, warte. Ja, kurz, ruhig. Ekelhaft, ey. Achso. Frische Luft. Frische Luft. Oh Gott, nicht schon wieder. Der Nächster? Oder soll ich? Du wirst jetzt... Okay. Alles klar, das ist angekommen. Da. Meine Güte, das riecht ja nach... I'm not my nugget. Was ist das denn? Oh, das ist der Rest für dich. Oh, ich rieche... Oh, gebrauchte Tampons. Oh nein. Oh Gott, so ein richtiger... So ein richtiger Lachsluge, oder was? Ich... Scheiße. Oh. Ich hab das verlernt, ey. Ich hab zwar ganz viele Scheißstelle ausgemistet, sondern so ein Scheiß in Ungarn, aber diese Fick ist ja noch schlimmer. War wieder nicht. Oh. Was ist das denn? Oh, eine Ratte. Was? Oh mein Gott. Ich... Pass doch mal auf, nicht... Ich werde dich Remi nennen. Hör auf, Ratten zu benennen und zu weitern. Okay, ja, warte. Äh... Äh, ich glaub, hier ist nix interessantes... Boah, nee. Raus hier. Ekelhaft. Ja. Ist die Person nicht hier runtergesprungen? Guck mal bitte, wie hoch das ist. Ja, check. Ist das hier gewesen? Nee, nee, nee. Sie ist da hinten, da vorne runtergesprungen. Okay. Ja. Leitschef ist wie 531, komm. Oh, hier sind noch mehr Mülleimer. Werden wir derzeit irgendwo der Stadt noch benötigt kommen? Oh, die Minute hat aber auch eine Stimme, ne? Ist echt sehr beruhigend auf jeden Fall. Soweit nicht bekannt ist, aktiv gehen. Komm. Okay. Okay, hab's okay. Leitschef ist angekommen. So. Ähm. 279, Funkcheck. Oh, nicht 279, ich bin für die Stimme. Das Papier haben wir perfekt. Ehe, Staatsanwaltschaft für 264, komm. Ja, äh. Nee, sind Lehrer Katolgens, glaub ich, nur. Nee, passt. Einsatzleitung, Staatsanwaltschaft, wird. Was ist hier? Äh, benötigen Sie das Perimeter nördlich der Staatsanwaltschaft auf der Straße noch, komm. Ja, so positiv. Es sind, äh, Fahrzeuge, so wie von der Forensik, als auch vom MD auf der Straße. Warte. Äh, dementsprechend sollte die Straße noch weiter abgesperrt werden. Es ist, ne. So, Möchtestorf, jetzt seid ihr gerne. Da unten haben wir ja noch zwei Exemplare. Leitschef für die 337, komm. Ich würd jetzt aber hier nicht alle, ich glaub, das reicht dann, oder? Oder willst du alle bestimmen? Ist bereits bekannt, dass eine Max 4 im MD ist und angepasst wurde, komm. Ja, wir müssen gleich ja noch zu dieser Besprechung. Hast du gerade gehört, was ich gesagt habe? Äh, der Leitschef ist nicht so bekannt, komm. Ja, check, uns wurde gerade vom MD mitgeteilt, dass ein Max 3 im MD sein soll. Diese wurde angeschossen. Was? Und es wurde uns zudem mitgeteilt, dass eine der Täter bereits, äh, beziehungsweise von den Marshals angeschossen wurde. Max 3? Max 3? Max 3? Oh, das hat mich wo er ist. Nee, das war der. Ja, der ist links. Er ist links. Hiermit? Ja, einmal MD anfangen, Max Grier abhandeln, komm. Check, 5-3-1, 6-1, 7-1. Gleich kleine. Da hinten ist noch eine, aber was war's dann? 5-3-1 für die Einsatzzeitung, Staatsanwaltschaft, komm. Er hat kommen. Äh, zu meinem Kenntnisstand, Max Grier ist der Sekretär der Mayhams, komm. Ah, okay. Check, so verschanden. Mein Gott, Mayhams. Einsatzzeitung, Staatsanwaltschaft, Ende. Leitstelle für die 4, 48, komm. Werte, komm. 4, 48, anteilungsbereit, Lamesa, PD, komm. Ja, check, mit, komm. 4, 48, Ende. sécurité an, scan. 5, 3, 1, 6-1, 6-1, 6-2, 7-1, 6-1, 6-1, 6-1, 7-1, 7-1. Oh, ein vollgeschutszende Windel. Bock, ich glaub, echt. Boah, 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 ist es hier eine richtige Fahne, ist das widerlich, ja. S-2, Leitstelle, komm. S-2, Leitstelle, komm. S-2, Leitstelle, komm. S-3, Ether, komm. Mh, den kann auch nicht mehr. Ja, nachdem Sie, äh, die vielleicht die Sí, die,, bekommen, äh, einmal, Lamesa anfangen, die 4, 48 aufnehmen, neue Streife bilden, komm. Check, hat die 412 aktuelles Entklärung, ob wir den Kollegen Schreiber nach Haus bekleiden müssen? Ja, check. Leichtwände. 1560 Funktion. Check. EL Staatsanwaltschaft für 212 gekommen. EL Staatsanwaltschaft für 212 gekommen. EL Staatsanwaltschaft. Näh, des Parkhauses ist soweit clear. Alle will einmal und kontrolliert nicht gefunden, kommen. Ja, check. Sehen Sie sich wieder zur Staatsanwaltschaft zurückkommen? 279 Ende. 79! Denkst ich kann das mit dem Aushandeln, mit der 979? Ne, oder? Wer hat die 79? Ja, irgend so ein Ausbilder. Cos Keller? Näh, hat die nur zwei. Keine Ahnung, Alter. Ich kann mir den Namen auch nicht merken. Ja, das kann ich mir seit Oktober nicht, ne? Ich hab gelernt, dass man viele Dinge mit Humor nehmen soll. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich hab ja erstmal gerade gefeiert, als ich Kowalski gesehen habe. Statt... Ja, das glaube ich. ...darüber nachzudenken, dass die Hälfte erschossen worden ist da drin. Ich meine, das ist nicht schön, dass die erschossen worden sind, klar. Aber du weißt, was ich meine. Hoffen wir mal, dass da auch jetzt nicht... Hoffen wir mal, dass die alle durchkommen, ne? Das mit Max Green gerade hat mir nur trotzdem... Das wäre das erste Mal, dass mir die Hände gebunden werden, dass ich nichts machen darf. Ja, ich hab auch grad erst mal gestutzt, als ich das gehört habe. Aber das war... Das war Gott sei Dank der Hörer. Wir haben wunderschön, hallo und erfolgreich gewesen, die Tour, oder? Ich stinke, Mann. Ich hatte gestunken, einfach so widerlich. Das haben wir auch schnuppert. Von den Mülltonnen, oder was? Ja klar! Ich hatte den ganzen Sack voller Tampons. Und wir hatten eine vollgegeschissene Windel einfach. Und ne Ratte, die heißt jetzt Remi. Remi. Remi, die... Remi, die Ratte. Okay. Ja. Aber ich glaub, die war tot. Ich bin mir nicht sicher. So, was sollen wir tun? So ne Albino-Ratte würde dir auf jeden Fall stehen. So auf der Schulter, so. Ja, ich glaube nicht, Copy. So, was sollen wir tun? Äh... Was habt ihr denn? Seid ihr als Streife eingeteilt? Ja, mit... Mit Rai. Hm, okay, dann unterstützt du mal Kata. Ich... Die schürt hier ein bisschen rum. Er gut 27, La Puerta, Jagdhafen, oh Gott. Äh, frag mal die... Was war das? La Puerta irgendwas. Wer war die 22? Fug's nur ignoriert. Hm, okay. Äh... Passiert. Ich weiß nicht, wie ich durch die Funk-Taxi gedrückt habe. Ja, das war irgendwie... Ein Taxi steht irgendwo. Das hab ich noch nicht bekommen. Ich hab gesagt, oh mein Gott, ey, das Taxi steht schon wieder vor mir. Die dürfen da nicht stecken. Wir haben eine Beführungsfahrt zum La Mesa Pedi. Ach, ja. Scheiße, Leute. Ja, ich... Im Moment... Im Moment clearen wir halt alles. Äh, die Forensik ist dran. Und, äh, danach... Danach lösen wir das hier auf. Hm. So, Kata der Street meintest du? Ähm, ja, wir dürfen aber nicht rein. Ihr dürft nicht rein. Okay, das heißt, wir machen was? Absichern. Dann will irgendwas absichern. 10, 20... 10, 20, äh, Kata fragen und anschließen. Okay. Kata für 2,70 kommen. Ich hab ihre Nummer abgeben. 9,60. 4,20 kommen. Äh, in der Staatsanwaltschaft, aber ganz kurz einfach mal draußen warten. Somit Ende. Wir können ja den... Nein, ich bin, ich bin, ich bin nur Recruit. Und ich kann... Ich sag nichts. Lass uns hier diese Seite absichern. Äh, ich bin... Ich... Mein Gott, du bist aber trotzdem erfahren. Was ist denn... Wir sind hier... Ja, trotzdem, aber ich darf halt... Das ist das... Ganz ehrlich, ich kann dafür gekündigt werden, wenn ich anderen vorgesetzten, äh, Anweisungen gebe. Und erstens, zweitens, die Leute kennen mich nicht. Das heißt, sie können nicht sagen, oh, das ist die Ivanoff, die kann anders. Ja, wenn du mir jetzt Anweisungen gibst, dann müssen sie mich beschweren. Und ich beschwere mich nicht, weil ich bin in einer Situation, wo ich versuche, einen klaren Kopf zu behalten. Ich konzentriere mich grad auf zwei Sachen. Ich konzentriere mich grad, dass sie nirgends wo irgendwelche Köpfe oben drüber gucken, die, äh, und eine SMS-Kolle kommt von einem Typen, der... Na, egal. Artemis! Nein, Artemis ist eine Frau. Achso. Das hat mir vorhin irgendeine Ausbilderin gedacht, so, dass es eine Artemis gibt, die irgendwie am durchdrehen ist oder die gruselig ist oder so. Es sind ein paar Leute, die hier gerade am durchdrehen sind. Und ich hab erst gesagt, als wäre eine weiße Katze mit Mondschild aus dem Kopf, aber was? Frau Ivanoff, äh, schnappen Sie sich bitte den Streifenwagen, der da unten steht, nördlich, und lösen Sie bitte die Streife an der Nordrichtlinie Absperrung ab. Check. Äh, die sollen dann halt aufs Streifen, dann haben wir ein bisschen mehr Kapazität. Dann danke ich Ihnen, ja. Ach, ich darf ja gar nicht fahren. Du fährst. Ich darf den auch nicht fahren von Office 1. Ja, okay, ich fahre. Oder bist du... Wie, du bist Office 1? Ich bin Office 1. Ich bin Office 1. Ich bin Office 1. Äh, lange Geschichte. Ähm, äh, wir sollen nicht da oben die Streife abdösen, ne? Und dann, äh, Streifenwagen stattdessen dahin packen, ne? Jo. Ja, komm. Die Sache ist, ich darf ihn auch nicht fahren, ne? Ja, Einsatzleitung hat gesagt, wir dürfen hier fahren, wir dürfen hier fahren. Ja. Wir lösen euch ab, ihr könnt auf Streife. Alles klar, check. Er tut den 20, der willst du dich. Nehmt ruhig die, äh, Dingsbooms mit, wir stellen die gleich auch auf. Ja, dann machen wir. Wie, das heißt... Wie heißen Dinger? Das ist übrigens mein Ausbilder, ne? Ich kenn dir Warnweisungen. Adrian, das fühlt sich doch falsch an. Ja, mein Gott, du... Fee, du warst... Du warst so nur als Ziel, du bist jetzt... Ich... Wenn, wenn... Ja, Frage... Kannst dich aber ihn entschuldigen? Dann kommt das bestimmt positiv. Und dann sagst, hey, sorry, ich wollte jetzt keine Anweisungen geben. Weißt du, was ich mein? Okay, danke euch. Ja, kein Problem. Viel Erfolg. Du hast ihm keine Anweisungen gegeben. Du hast gesagt, dass sie die Hüte vergehen können. Das ist ja nicht schlimm. Ja, das war ja eine Anweisung. Ja, das war ja eine Anweisung. So, ich... Ich bin vorsichtig. Ich hab keine Ahnung, wie sie erlösen. Das wird auch... Aber es ist jetzt immer umfassend sein. Das ist voll chillig. Dann mach ich die Rückkehr, komm. Ja, dann mach ich die Rückkehr, komm. Das ist nämlich 65 falsch. Aber es gibt hier diese Einsatzfunkkanäle. werden jetzt aktiv ja tatsächlich tatsächlich ja also je nachdem was wir hatten mal die situation da wurde der funk abgehört und da hatten wir dann alle gewechselt natürlich super schwierig okay aber jetzt also ich denke nach ihnen einer nach außen was hier von von süden praktisch ein hoffärbt dass du das siehst und falls von orten irgendjemand komisch ist dass ich das sehe ok also also information der leitstelle besprechen heute findet statt und 22 uhr 45 leitstelle enden mpd war das ja also sorry ja klar bringt bitte noch ein fingerbrückfeld rein was wollte ich jetzt sagen ich hab's vergessen check 4 1 5 10 20 mpd ich weiß nicht irgendwie ich habe ja ich habe ein bisschen äh angst ich verspür wirklich angst ist aber so eine ganz komische angst ich bin hier und ich werde deinen arsch beschützen ich habe ich will meinen arsch auch selber beschützen weißt du ich für mich ich will mich so scheiß hilflos fühlen wirklich ist doch nennen wir wir beschützen uns doppelt den arsch du mein ich dein aber was ich damit sagen will dass du jederzeit leute um dich herum hast ich das auch nachvollziehen können wahrscheinlich ich stehe nur ich weiß nicht mal mit szenarien aus ich meine aus davon kommt jetzt ein auto angefahren wir zeigen mit dem waffen ab und die drei und die drei und die anfahren vierte mit aufnehmen kommen ich dachte kommt aus und stecken der dritte und dann sind sie mich einsteller noch habe ich gerade ein bisschen ich weiß nicht was ich werde mich jetzt hierhin die 12 20 lameser pd macht zwar nicht wirklich was und ich bin zu viel passieren gerade und dankeschön ist ja nicht aktiv ich gucke immer auf dächern Ich meine, das ist gar nicht so schlecht. Ich hätte fast gesagt, wir setzen uns einfach auf den Park aus und gucken von dort aus, aber die Wände sind so hoch, dass man vernünftig drüber gucken kann. Ja, stimmt. Aber ja. Nee, wann ist das denn alles passiert, als du mir die SMS geschrieben hast? Oh nee, es ist in der Zeit wirklich sehr, sehr viel passiert, glaub mir. Weiße, wirklich. Tut mir mega leid, das ist nicht... Boah. Ja, alles gut. Das wünsche ich bei keinem. Ich, äh... Du wurdest eingetauscht praktisch gegen die Geidel, ne? Ja. Ist viel passiert. Ich weiß auch nicht, wie viel zum Beispiel... Auf Venture steht gar nichts über mich, da weiß niemand Bescheid, was auch besser ist. Ja, das ist gut, so, ja. Besser, wenn man nicht im Fokus ist, ja. Tatsächlich lass ich gerade auch so... Es gibt so Kinkerlitz hier, ein Lamy von Alice Taxi will mit mir reden, der wahrscheinlich ist nämlich gerade am kündigen, ist mir gerade aber auch wirklich scheißegal. Ähm. Weißt du, das ist auch noch so ein Ding, meine Freunde, außer Max, ne? Aber meine Freunde finden es natürlich nicht geil, dass ich beim PD arbeite. Ich weiß nicht, wie du damit umgegangen bist, aber zum Beispiel gerade mit dem Taxi, da habe ich das Gefühl, dass so ein Lamy von mir erwartet, dass ich da nichts sage, weil wir sind ja irgendwie irgendwo befreundet. Aber Arschlecken, ich war nämlich dabei, als der schon, und der wurde schon mal gesehen, der parkt penetrant trotzdem nach vorne, da fühl mich natürlich auch wahr. Ich sag mal so, Rianne, ne? Ich meine, jetzt kann ich offen mit dir darüber reden, weil wir Kollegen sind, das finde ich immer noch so krass. Ähm, aber es gibt überall Kleinkriminelle hier in der Stadt und auch bei Alice Taxi gab es genug Kleinkriminelle, ne? Und der Lamy, der ist ja nicht unschulig. Und ich kann dann nachvollziehen, dass er dir gegenüber dann eher so negativ auftritt, was sowas angeht, ne? Ja, dann soll er mich halt kündigen, also das ist ja wirklich ein Kleinkind jetzt. Ganz ehrlich, hier verdienst du mehr? Ja, das Taxi, sagen wir mal, wie es ist, Fee, ist für mich natürlich auch nochmal anders interessant, ne? Das muss ich dir nicht erklären. Aber ganz im Ernst, manchmal will ich auch einfach, es gibt, das ist halt eine große Sache. 413 aktiv. Aber manchmal will ich auch einfach den Kopf ausschalten und einfach nur Taxi fahren. Check. Ganz viele Leute da kennen. Aber ja, mal schauen. Ich habe jetzt gesehen, dass er im Rollstuhl sitzt, ich weiß nicht, was da wieder passiert ist, aber mir hat schon jemand Bescheid gesagt, dass da irgendwas passiert ist. Da bin ich bei ihm gemeldet, weil, oh, wie Wunder, ich habe gerade tatsächlich einige Probleme. Ich bin immer für andere da, Fee, weißt du, immer für andere da. Mach man ja auf Dauer auch natürlich kaputt. Ja. Vor allem, wenn ich so höre. Ich meine, ich kenne das ja auch von mir so, ne? Jetzt im PD-Dienst vor nie Zeit, nie Zeit, nie Zeit. Ich habe dich ja auch schon oft genug abgewürgt damals. Ja, ja, ich verstehe es auf jeden Fall sehr gut. Aber auf Dauer vor allem, und wenn das jetzt auch ins Private, übergeht, das macht ein Komplett. 5-3-0, aktiv. Fink ich für's gut, dass du einen Thera... Ist das so ein offizieller Therapeut hier? Vom MD? Äh, Herr Larsen, ja. Okay, das ist gut. Ich finde es gut, dass du da mit jemandem auf jeden Fall redest darüber. Das ist auch sehr wichtig. Ja. Aber, ähm, ja, mal so, wenn du mal eine Schulter brauchst, ne? Wählt dich. Ich bin immer da. Außer wenn ich schlafe. Ja. Aber, ich meine, so doof es klingt, ich denke mal, bei mir kannst du auch ein bisschen offener über die ganzen Geschichten reden. Ja, das hilft natürlich. 4-1-10-30, Luna Market. Bei Max und Barbara ist es so, dass beide definitiv die Finger nicht stehen halten würden. Die würden ihre eigenen Ermittlungen, ähm, weißt du, das ist so. Die werden sich in Gefahr bringen, deswegen da kann ich auch nicht wirklich was sagen. Das ist natürlich schlecht, ja. Aber natürlich, das ist dann schwierig für dich, nicht mit denen darüber reden zu können, ne? Deine besten Freunde und du weißt, du kannst einfach nichts sagen. Ja, Essen, das habe ich ja alles bekommen. Hallo, alles gut, braucht ihr was zu essen oder trinken oder so? Boah, Essen wäre super, habt ihr ja was vegetarisches? Ach nee, leider nicht, ich habe, ich habe Hotdog mit, ne? Ja, ich würde das Brötchen davon essen. Dann, ich gehe bei der Arne die Wurst. Ja, ich brauche, äh, ich brauche beides zusammen, ich habe nicht richtig Schattenhunger gerade. Ähm, ich habe das nicht aufgemacht. 4-3-1-10-20, Lamy, Sertankstück. Ich habe irgendwie sehr viele Leuchtige noch. Check. So. Nur Essen oder auch was zu trinken? Ja, trinken wir so auch nicht, ne? Wenn dann alles. Wenn dann alles, ja. Äh, das ist übrigens der, äh, Herr Barnes. Guten Tag, sind Sie der Ehemann von der Frau Barnes, oder? Ne, 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 tatsächlich nicht. Jetzt hätten Sie mal ganz kurz mitspielen können, also das wäre jetzt mal die Chance gewesen. Ach, stimmt, ja, wir hatten ja ja mal geschwommen, es tut mir doch leid. Aber was ich Ihnen sagen kann, ich bin übrigens die Frau von... Ah, okay, das ist, ah, okay, ich verstehe. Leitstelle Ende. Ja, freut mich. Ja, mich auch. Schön, Sie kennenzulernen, Sie sind Sargent? Äh, genau, korrekt. Und das ist Ihr Kollege ebenfalls Sargent? Wie heißt er? Sargent 2, ja. Okay, auch was? Sargent 2, ja. Ja, ja. Ich habe sie nicht vergessen. Das ist gut. So viele neue Gesichter, ne, das ist unfassbar, das ist wirklich krass. Und auch in Wallis Brause, bitteschön. Oh, ich meine, bis Sie waren auch eine Weile weggegangen. Ja, neun Monate nur, aber ich wusste nicht, dass dann irgendwie alles anders ist. Ja. Was soll ich dazu sagen? Sie kennen das PD. Ja, ich finde es ja schade, dass die 79 vergeben ist, weil gucken, vielleicht kann ich mit dem Kollegen aushandeln. Aber dafür muss ich warten, dass ich Opfer geworden bin, wahrscheinlich. Ja, das ist schwierig. Na ja. Das wird ja nicht lange dauern bei dir, ne? Ja, ich mache alle Module und dann nach vier Wochen mache ich die Prüfung. Ist halt vorbei, so, ne, aber ist jetzt nichts Neues für mich erst mal. Die Ausbildung hat sich nicht verändert. Ariane, ich werde mit der Ausbildung ausgebildet, die ich mitunter entwickelt habe. Was willst du? Achso, oh, das ist jetzt so wild. Es tut mir leid, kannst du mal gucken auf der Paprik, ne? Ja, ist schon wild. Ähm, sollten sie bei der Staatsanwaltschaft ebenfalls gewesen sein und irgendwelche Informationen haben. Oder Beweisstücke oder sonstigen Kram, vor allem Namen. Einmal diese Informationen an die 369-Karte. Ariane, willst du mir gleich deine Kennzeichen, die du noch aufgeschrieben hast, nochmal per SMS schicken? Dann werde ich das gesonnen, also werde ich das einfach, äh... Ja, erinnere mich gleich nochmal dran, ja? Ja. Achso, jetzt... Wir sollten eine Karte schicken. Da kann ich ja auch irgendwie unsere Aussage kombinieren. Wir waren ja die ganze Zeit zusammen dort. Ja. Ja. Und die sind jetzt auf Streif oder wurden sie... Achso, die sind Supervisor hier. Wir sind aber jetzt nicht hier vor Ort, der Supervisor. Einfach unterwegs. Ah. Wir sind eigentlich mehr oder weniger zur Zeit dafür zuständig, bei den ganzen Sachen, die passieren, uns darum zu kümmern, um Einsätze und solche Sachen. Gilt ja immer noch die Regelung ab fünf Streifen, dann darf ein Supervisor Streife fahren, oder ist das mittlerweile egal? Es gibt gar keine Regelung, was das angeht. Perfekt. Das ist super. Da freue ich mich auch drauf. Das wäre auch, wo wir vielleicht zehn Streifen haben, ist es gar keiner mit einer Supervisor draußen, also als Supervisor Streife konkret. Es kann auch sein, dass wir drei Streifen draußen haben und nicht die vierte ist plötzlich eine Supervisor Streife. Kann auch passieren. 10, 2, 10, 3, 60. Okay. Und für die Darstundenprüfung, äh, für die Darstunden... Für den Darstundenrank muss man immer noch diese Prüfung machen? Äh, ja, aber die ist mittlerweile anders, die Prüfung. Ah, okay. Die ist nicht mehr theoretisch. Die ist praktisch. Die ganze Zeit praktisch. Mehr dürfen wir nicht drüber sagen. Aus Gründen. Ach, verdammte Scheiße. Mein Gott. Das ist ja schrecklich, Mann. Ach, ungewohnt. Das ist schön, intern, interne, ne? Ja. Vielleicht sollte ich auch nicht so drüber reden. Weil ich das alles... Egal. Gut. 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 Na dann. Ich wünsche Ihnen was. Passen Sie auf sich auf. Ebenso. Schönen Abend noch. Schönen Dienst. Hier sind Sie eh bestimmt gleich in der Mesa. Ja. Wollte ich jetzt sagen, spiele es in der Mesa. Dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Marianne. Ja? Es gibt interne, interne. Und ich kriege die diesmal nicht mit. Bald, viel, bald. Vielleicht leistest du auf einmal so eine krasse Heldentat und überspringst den Rekrutenrang. Also weil, ganz im Ernst, wenn er weiß, also ich glaube, der macht sowas manchmal ganz gerne. Aber ich sage mal so, Herr Weiß. Da kommt ein Auto. Äh, ja. Sieht jetzt nicht wirklich verdächtig aus. Das Ding ist, Herr Weiß, der hat mir total kalt auf meine Nachricht geantwortet. So von wegen, es juckt die nicht, dass ich zurück bin. Also ich denke nicht, dass er das bei mir machen würde. Ja, aber dann freut er sich bestimmt. Ja, zweitens. Ah, Chopper? 202, 27, Grünemarket. Ist es richtig? Ah, Senior, also nicht heute. Check. Mann, da muss ich erst mal nichts heißen. Nordperimeter Staatsanwaltschaft für die Einsatzleitung, Staatsanwaltschaft, kommen. Das sind wir, ne? Herr, Sie kommen. Oh, sorry. Sie dürfen gerne abziehen. Kommen. Äh, ja, check. Wir brauchen jetzt kurz noch einen Vorgang und dann ziehen wir ab. Eine Person randet gerade Richtung Staatsanwaltschaft, die vielleicht mal prüfen, kommen. Ja, check. Eins auf der Haltung, ja, ne? Sorry. Alles gut, alles gut. Ich bin eh mit dem Kopf nicht dabei, jetzt wirklich. Aber ich weiß, dass wenn im Fall der Fälle könnte ich jetzt auf jeden Fall schießen. Ich könnte schnell agieren, das könnte ich alles. 537, 1037, Klameter, Piddy. Einfach rein. Ich bin einfach unter Strom. Check. Was machst du? Oh Gott. Ich bin einfach aktiv. MAPD. Weg. Also wir dürfen ja das Fahrzeug jetzt nicht fahren. Um 45 ist die Besprechung, ne? Ja, wir müssen halt trotzdem auf Ray warten, ne? Eben. Sollen wir uns dann trotzdem erstmal hier... Ich würde mich bei Ray manen und wir parken dann erstmal hier vorne her. Ja, 12, 20, ne? Ähm, MAPD. Ja. Machen wir so. Ich aber... Check. Die kleinen... Das kleine Ministück jetzt. Wow. Aber hier, das wurde aktualisiert mit den Leuchten und so, ne? Das sieht sehr cool aus, ne? Ich bin immer noch verwirrt, wie das dann alles funktionieren soll. Aber ich glaube, das wirst du mir erklären, irgendwann. So, ich werde mal... Ray, ich habe nichts mehr... Oh, ja, von Max. Okay. Ah, okay. Oh, puch. Ist hier einer von uns beiden? Hm, ja, fahrts. Sag mal, stehst du da vorne? Ja, ich steh da vorne, steh. Weiß mal anzufangen? Oh, scheiße. Ja, ich habe einen Straf... Komm her. Komm einfach her. Dann siehst du, mein Poppelschen. Alter, die Musik, wie sie die Verkehrshühnchen einsammelt, wie er hat, was meine Helden tat. Lass mich in Ruhe. Dann können wir los. Ist hier... Ist hier einer gestorben? Was? Echt? Nein. Ist hier einer ermordet worden? Reiße. Ach, du Scheiße. 415, 10, 20 MAPD. Irgendwo das zum Tatort. Hi, ihr könnt ihn abholen. Ich kriege dann auch gleich den Namen. Perfekt. So, wie... Bis gleich. So, dann muss ich mir zum Ziel 0. Darf ich fragen, ob das einer... Wer das war, war das einer von denen? Haben die jetzt... Nee, das war... War wohl ein Herr, der ehemals bei den Wolves of Mayhem war. Oh, fuck. No. Ich zieh mich um. Ja. Ich vermute mal, das ist... Also... Wo ist die denn da jetzt? Boah, ist geschaut, sie. Schau lustig. Was? Ich hab dich vermisst, man. Oh. Ja, ich weiß. Hast du Muckis bekommen oder was? Die Unterarme wie Popeye. Ja, das stimmt. Ich hab mir auch schon lange nicht mehr auf die Fresse gegeben. Bitte was? Ja, das war normal so. Okay. Ich hab mir auch schon lange nicht mehr auf die Fresse gegeben. Wie? Ja, warte. Ich will über deinem Leben bescheid wissen. Wie läuft bei dir? Wie läuft mit einer Frau? Alles gut noch? Ja. Alles cool. Vielleicht unterhalten wir uns... 421, 1020, Weinbote, Umspannwerk. Gibt da paar Informationen. Hey, aber ich... Ich stehe im... In Rancho hab ich meinen Körper gepackt. In so einer Einfahrt. Bei so einer Dame. Und... Ich wohne da jetzt so ein bisschen. Aber ich hab, wie gesagt, ich hab da auch noch eine Bude in Sandy. Ja, ich bin den Rancho in der Bude, der Demolator drin, ne? Super Ausblick. Ja. Auf dem Schlepptop. Oh, du hast grad von Ray den Schlüssel gekriegt. Jetzt haben wir auch zwei Wunden geklafen. Ich bin diejenige, die jetzt irgendwie umziehen muss, kurz. Wie? Ja, aber du... Du, 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 Mann. Ja, ich fahr hier, ich sag bei hoher Herr Koryana einfach zu. Wir sind immer bei einem Freund bei deines. Wir warten noch ganz kurz aufs Handy. Der Freund ist, äh, verschwunden und den muss ich heute als vermisst noch melden. Bei Elvissens Freund. Außerdem hat der Freund mächtig scheiße gekauft. Ich hab dir doch letztes Mal gesehen. Ja, ich hab ne Nachricht, den ganz Tag aufs Handy und den Brief passen, den haben sie nur aufgetaucht. Ein dunkelgrauer Komet mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrt Richtung heiraten, aus dem Pfandhaus, einen fucking Ring mit Überredung geschenkt bekommt und den nicht mal abbezahlt. Das hab ich nämlich jetzt erfahren. Ich sag's ganz ehrlich. Wer? Ich hasse die Presse. Besonders die. Warum? Ach, die ist richtig dreifend und frech am Sprechen. Ich geb dir so informiert. Mimico oder was? Ja, ja. Ah, die ist, keine Ahnung, was mit der los ist. Also seitdem sie bei den Mayhems da so ein bisschen mitgemischt hat, ist sie auch so ein bisschen ausgewechselt. Ne, richtig stimmt. Ich hab dir gerade so ein, zwei Sachen gegeben. Also Grundsachen wie, es gab Schüsse, mehr Verletze und mehr nicht. Und dann war sie auf einmal richtig frech zu mir und hat gesagt, ja, scheiß Uniform haben sie da an, Pech für sie. Ja, ich hab halt gesagt, ich geb ihnen natürlich nicht so viel, weil ich halt, das sind interne und das kostet mich auch im Zweifel meinen Job. So sieht's aus, ne? Also aufgrund der Ermittlungen können wir auch nicht sehr viel sagen. Ne, mach ich auch nicht. Aber das war schon dreist. Hat sie gesagt, ist ja nicht ihr Problem. Da hab ich gesagt, gut, dann ist das Gespräch an dieser Stelle auch beendet. Ich werd ihnen keine Informationen geben. Ja, dann hat sie mir gedroht und gesagt, na, schöne 24 Stunden, die sie noch haben. Was? Ja, keine Ahnung. Das ist, ich hatte die schon mal. Die ist in Verkehrskontrollen auch wirklich schlimm. Ja, und wissen Sie, was das Problem ist? Sie hat's geschafft. Was? Sie hat's geschafft, sie aus der Reserve zu locken und ist glücklich. Und sie sind abgefuckt. Ich bin kein Herz und Glückwunsch. Ja, zu spät, hast du das? Gestern hat sie dasselbe bei mir versucht, aber ich bin cool geblieben, neutral geblieben und sie ist halt gegen mich wie gegen eine Waffe. 5, 3, 1, aktiv. Und ich bin glücklich und sie ist abgefuckt, weil sie mich nicht bekommen hat. Okay, du schild, das ist wirklich für mich süß. Das merken Sie sich für die Zukunft, Sie bleiben professionell, wenn Sie nichts sagen können, bleiben Sie einfach still. Dann können wir loshalten. Sage ich, kann Ihnen leider keine weiteren Informationen geben und einfach mit einer schönen neutralen Stimme ja, diese Flamme, die da entflammt, einfach auslusten, okay? Ich esse aber nur das Brötchen, die Wurst kannst du gerne haben. Warum ist die Wurst nicht? Das war ihr Ziel, das war ihr Ziel, 100%ig. Ach, stimmt, du warst Vegetarierin, ne? Wir können los, hast du gemeint? Los? Nein, nein, noch nicht. Ähm, Kowalski, seid ihr noch kurz hier? Wir sind, ich bin die Einsatzleitung und wenn das hier fertig ist, dann ziehen wir ab, ja. Okay, dann für dich zu informieren. Das MD ist informiert? Genau, das MD ist informiert, die brauchen noch fünf, maximal zehn Minuten. Ähm, die haben wahrscheinlich noch einen Ansatz. Ähm. Dann wird's knapp mit dem Termin. Ja, die müssen sich jetzt bein, weil wir müssen halt auch zum Termin. Ja, insofern sag ich dir vorne Bescheid. Also, da sag ich dir vorne Bescheid, also, Kowalame. Dann weiß er, da. Ähm, die Person soll einmal vom MD dann komplett nackig gemacht werden, wenn die, ne? Und das verwarnen. Nackig und verwarnen. Genau. Die sollen ihm alles abnehmen. Die werden den sowieso nackig machen. 4-3-7-10-3-6-Lamiza-Pidi. Ja, aber das, die sollen, ne? Normalerweise verhalten die den erstmal komplett so, wie der ist, aber in dem Fall hatte ich sie das Ei gesagt, die können den komplett nackig machen. Also, normalerweise, wenn es in die Kühlkammer geht, dann werden die Leute nackig gemacht. Ja, aber du weißt, was ich meine. 5-1-8-10-20-E-S-Tanker. Ich weiß Bescheid. Genau. Braucht ihr noch irgendwas, falls wir nochmal irgendwo hin müssen, so eine Alta-Nko oder so? 4-1-10-20-Lamiza-Pidi. Nee, ich hab ein Eierbrot, das reicht. Willst du beitzen oder nicht? Nee, danke. Aber trotzdem lieb. 4-1-10-20-Lamiza-Pidi. Alright, Leute, wir sind dann schon mal los. Sorry, Herr Kowalski, das ist ein Trigger-Thema bei mir. Also, würde ich sagen, da bin ich sehr, sehr, sehr sauer. Aber vielleicht bei einem Tee, bei einem Beruhigungstee. Nein, es gibt kein... Da ist meine 4-1-6. Check. Oh, hast du dich, Sie, Finch. Ja, meine 4-6. Nächstes verboxen wir uns. Ariane. Ich nehm die 4-1-10-S, aber die ist wohl komplett schockt. Du hast Sailor Moon-Ohrringe. Ja, stimmt, oder? Die haben schon Spaß gehabt, aber die... Ja, stimmt. Bye, Finchie. Auf die 2. Okay, 4-1-10-S, ciao. 5-3-1-10-30-Lamiza-Pidi. Yes, yes. Check. Geil. 4-4-1-10-Tief, Richtung-Lamiza-Pidi. Ich sitze jetzt neben Ray. Check. Ja, ich sitze schon seitig. Ich weiß. Ist schon irgendwie heiß, wenn sich zwei Mittelzungen streiten oder so. Einsatzleitung, Staatsanwaltschaft für die 68 kommen. Oh, sorry, ne? Wie? Also, sorry, sorry. Ich bin, äh... Ist halt viel passiert in der Zeit. Ja, welche Streitungen waren eben... Ich mach mir trotzdem Sorgen, ne? Deswegen muss ich... Ich mach mir Sorgen, aber ich glaub nicht, dass dem irgendwas passiert ist. Die 5-1-3 kommen. Ich bin dem nur egal. Check. 68 Ende. Wir fahren mal... Bitte? Wir fahren kurz zu Yin-Yang, versorgen uns nochmal mit Essen und Trinken und... Okay, das wäre super. Kaffee und vor allem Tanken. Die 4-3-8 ist wieder aktiv. Check. Check. Woha! Oh, das wird wieder so ein... Motiv... Oh nein, ich werde schon wieder angerufen. Ja, oder? 4-3-8-2-20, Yin-Yang-Tankstelle. Deine Stimme ist so Sand. Ja, keine Ahnung, was da was los ist. Check. Start. Deine Stimme ist so Sand. weil ich Steine dabei hatte, ok. Ah, wegen der Miranda Moriarty. Tschüssi. Allerdings, was ich noch frag... Also du wohnst jetzt in der WG mit Miller. Hab ich das verstanden? Also sagen wir mal so, er wurde von mir auffällig. Achso. Die sind zu... Weh, wir nur wissen, ob die zusammen sind. Weh, das ist sehr auffällig gewesen. Waa? Bitte? 4-1-5, Überführungsfahrt zum Lameda Pidi. Was? Ja. Seit wann das denn? Seit 18.01. Bruder, du bist mit Miller in einer Beziehung? Ja. Ja. Wie hältst du das aus? Sehr gut. Hä, wie ihr seid in einer Beziehung? Also so richtig, mit Liebe und so'n Scheiß. Ja. Und ihr küsst euch ja auch. Ja. Fee! Ach, Scheiße. Ich weiß, Glückwunsch oder so, aber das hab ich nicht. 4-4-1, 4-20 Lameda Pidi. Ja. Ja. Genaue Infos folgen. Massageöl... Hier steht auch ein Massageöl in der 36. Das ist irgendwie komisch. 4-1-5-10-20 Lameda Pidi. 4-1-5-10-20 Lameda Pidi. 4-1-5-10-20 Lameda Pidi. Hä, seit wann raus, du? Hast du vorher schon drauf? Gelegentlich, ja. Oh. Moment, ganz schlimm. In Ungarn sind Zigaretten sehr, sehr günstig. Äh. Oh, her bin ich neidisch. 5-2-20 Lameda Tankstelle. Hier muss ich sagen, geht schon so'n bisschen in Geld, also nicht so viel, aber auch nicht so wenig, ne? Es ist nicht ohne, ja, ja. Krass, hier sind einfach ein Paar. Ich glaub's nicht. Der Ray und ich sind auch noch ein Paar. Wir sind nachdem, äh, wir sind wieder zusammengekommen. Wir haben wieder einen sehr, sehr großen Streit gehabt. Wir haben sehr große Scheiße gebaut. Dann sind wir eigentlich wieder zusammengekommen und er hat mir gesagt, ich bin ab jetzt einen Monat weg. Das war okay. Dann war er kurz wieder da, Verspätung. Dann war er wieder weg. Dann war er wieder weg. Dann war er wieder weg. Ach, Riane. Wie fühlst du die damit? Lass uns kurz erst mal was rauchen. Oh, Mann, die hab ich sie gerade ausgemacht. Dann brauch ich noch eine. Kann ja nicht schaden. Mein Handy riecht ziemlich gut. So, eigentlich kann's schon ziemlich schaden, aber... Jaja, das war mit sehr, mit sehr viel Ironie. Mhm. Ich hab gehört, wenn man irgendwas mit Ironie sagt, soll man K.P.R. sagen. Auch klar, was das heißt. K.P.R. Ja. K.P.R. Ah. Ich sag immer Mini K.P.R. Mini K.P.R. K.P.R. 4K. Ja. Ich fühl mich voll einsam. Und ich fühl mich alt. Ja? Fühlst du dich alt? Warum fühlst du dich alt? Weil ich nichts mit K.P.R. anfangen kann. Wer hatte vor sich 513 besetzt? 513 war nicht. Und ehrlich gesagt fühl ich mich auch ein bisschen schlecht, weil das ist der dritte Tote. Und ich hab 24 Stunden. Ja dann, die durch wen ist oder war die besetzt? Komm. Hey. Mh. Ist noch besetzt durch 285 Tenuto. Ihr könnt gleich mit mir was lutschen. Oh ja. Ich lutsche gerne mit dir. Ähm. Moment erstmal muss ich mich aufpumpen mit sehr viel Energie. Sehr viel Energie. Walis Brause. Apropos Walis Brause. Wie läuft das denn eigentlich? Äh. Das hat mittlerweile Tanaka übernommen. Ja das hab ich irgendwie mitgekriegt. Ich war ein bisschen verstaunt. So. Was zum Lutschen. Oh. Für unsere Ariane was zum Lutschen. Oh let's go. Dankeschön. Und rein mit dem Mund. Oh. Ich hab erst nach was zum Poppen geguckt aber irgendwie. Er kommt sich nicht da. Ja. Da wollen wir weiterfahren. Wollte schauen. Ja schon. Kann sein, dass ich ein bisschen schnell... Muss ich dir nicht sagen, dass du da nicht führst, ne? Es ist ein blödes Zufälle. Nö. Und das da auch in der Stadt. Man fühlt sich ein bisschen wie unter Drogen. Äh, unter... Nein, unter Druck meine ich. Das war das Wort, wenn ich zukomme. Wenn es nicht geht, dann sag schein, ne? Mach ich. Was ist denn der Meter? Ja, ich auch. Hm. Hm. Was meinst du? Ja, check. Worum geht's? Also, was ist? 438, äh, wieder aktiv. Naja. Gestern, äh, wurde ne Person in meiner Anwesenheit niedergeschossen und ist gestorben. Information nochmal, äh, in 3 Minuten, La Mesa, PD, Besprechung. Nein. Es geht mir hin. Ähm. Und, ähm, dann hab ich eine Person niedergeschrackt, die auf uns schießen wollte, aber sie ist auch gestorben. Oh. Und dann jetzt diese Person, die in meiner Anwesenheit sozusagen verstorben ist. Das ist auf Dauerlangsame sehr anstrengend. Hm. Ja, das glaube ich. Das ist nicht schön auf jeden Fall. Ich meine, La Mesa, PD, korrekt. Wenn du mehr hast, dass es nicht geht, dann mach die Pause. Ich, das Schlimme ist, ich brauch grad die Arbeit, weil ich, wenn ich privat unterwegs bin, unter Panikattacken leide und das mich ablenkt. Ach du Scheiße. Hm. Ja, schreck dich. Ja, Entführungen, äh, haben ihre Auswirkungen. Ray, wenn du, wenn du irgendwann mal, wenn das alles mal hier vorbei ist, dann red wirklich mal mit Herrn Nassen oder, ich weiß nicht, jetzt ist ja auch noch jemand anders mit zusätzlich zuständig, aber ich kann ihn nicht empfehlen, weil er hat mir auch geholfen. Ja, ich hatte mit ihm ja schon, also ich hatte schon mit ihm angefangen zu reden, bevor ich mal, äh, anderthalb Wochen im Urlaub war, ähm, und er hat auch klipp und klar gesagt, dass er, wäre ich nicht, müsste ich nicht in Urlaub oder würde ich nicht in Urlaub gehen, er mich krank schreiben würde, außer Dienst schreiben würde, weil ich nicht dienstfähig bin. Ah, okay. Weil ich nicht einschätzen kann, auf lange Sicht, ob das, äh, gut funktioniert mit den Panikattacken, ob die nicht irgendwann mal während des Dienstes auftreten, oder ich irgendwie neben mich stehe, oder wie ich geboren bin. Ja, ja. Mal gucken. Machst du viel? Okay. Okay, komm schon. Check. Ja. 417-10-20, MAPD. Check. 417-10-20, MAPD. 417-10-20, MAPD. Check. 417-10-20, MAPD. 58, nehmt man's mit. Ja, ich geh auch erst mal bei dem. Ja, passt. Die richtige Einladung kommt hier. Ja. Ich bin so lang, ne? OS0 fährt zum Lamesa PD. Wie war Muschig? Okay, naja gut, er stand auf der Straße, aber... Nein, wir sind schon an der Seite gepackt. Scheiße. Aber zusätzlich kommt dazu, wir müssen uns überlegen, wir haben massenweise an Gold gestohlen, das heißt, die haben keine Gold- oder keine Geldprobleme. Wenn wir jetzt aber auch was haben von denen und wissen, wie die aussehen und die Kanzler haben, können wir die vielleicht auch besser tracken und besser verfolgen und dann besser zuordnen, wo die sich herbewegen und die dann besser finden, wissen sie? Okay, das ist ein Punkt. Was? Ich muss immer aus dem Fenster. Wieso? 4 in 7 aktiv Richtung Lamesa PD. Check. Check. Ich stelle mich an ihr nicht. U1 0 10 20 Lamesa PD. Milla, ich habe gerade Entscheidungsschwierigkeiten. Moment. Check. Ja, fühle ich es. Arianne. Aber wie geht's dir? Ja. Wir sollten unsere Einweghandschuhe mal ausziehen. Die sind immer noch kammelig. Ja. Ich hole mich gleich neu. Erinnerst du mich dran? Ja. Wir waren unerwartet. Ja. Das war doch keine Absicht. Also das war doch Absicht, Milla. Ne, das war eigentlich ein Zeichen, dass ich Hunger habe. Hast du was zu essen? Du hast immer Hunger. Du hast immer Hunger. Ich hatte gerade schon was gegeben. Oh, ich habe in meiner Hustache auch noch eine Tatruppenkierung. Achso. 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 Und kannst du die vielleicht auch reinnehmen? Ach Gott. Mein Wasser müsste noch im Truck liegen, wo es mir so einfällt. Oder hast du das genommen? Ne, ich habe das nicht. Dann liegt mein Wasser noch da drin. Hast du noch was zu trinken? Ne, noch nicht. Achso. Soll ich ihnen trotzdem was vorsichtservergeben? Ja, das wäre super. Ja, das mache ich. Ja, das mache ich. Vielleicht noch ein gutes Buch. So, jetzt erfülle ich das Klischee. Ich habe Tatort-Markierungen dabei. Nur ein Flatscreen bräuchte ich auch noch für zuhause. Ein Smart-TV. Dankeschön. Dann hier ist es nur, wir besuchen dich, wenn du besser gehst. Ich habe einen Smart-Fahrer dabei. Die ich mir nehmen könnte. Luke, wann fahren wir eigentlich zum Friseur? Oh, das stimmt. Du musst zum Friseur. Ich glaube, es wollen sechs oder sieben Personen insgesamt jetzt zum Friseur. Ja, dann fahren halt sechs oder sieben Personen mit dir zum Friseur. Am besten machen wir das ja nicht, weil momentan ist das ja ein bisschen zu gefährlich. Ich habe schon überlegt, ob ich so Event-Karten ganz einfach verkauft für das Sprektakel. Bestellen einfach einen Friseur in Stavis-PD, dann geht das schon. Wer ist das? Event für die Bömmel-Abschnitt? Ja. Ja. Noah wollte mich eigentlich vorhin zum Frisur fahren lassen. Das wäre doch nur eine gute Bekanntgabe gegeben, indem sie einfach kommentarlos mit dir zum Friseur fahren. Ja, aber er meinte, das wäre zu offensichtlich gewesen. Deswegen haben sie es nicht gemacht. Oh. Wurde es denn irgendwann schon angekündigt? Äh, Jaja, Rockhold. Okay, will ich. Keine Ahnung. Ich glaube, in 20 Uhr hatten die doch ihr Meeting, oder? Wie übertreibend. Ja, wir haben noch eine Frage. Ich magst du nicht so aussehen wie sie sonst nicht aussehen? Aber ich mag was der hübsche Charaktere. Und doch, da braucht man sich vor der hübsche Charaktere. Ja, das war ja eine zweite Besprecher am Abend. Aber, ja. Ich vergesse immer welchen. Digital denn? Jupp. Telefonieren sie während der Arbeit? Ich brauche auch noch eins, ne? So, negativ, aber wenn ich während dem Feiern telefonieren müsste... Okay. Nicht Multitaskingfähig, das geht mal an die Academy feiern. Wie lange jemand da irgendwie das Ohr abreißt mit drin? Nein, Leute. Das Ohr abreißen? Ja, stell dir mal vor, er macht einfach Folgensack zu Fuß noch einmal. Dann machen kann er noch nie mehr. Ja, schau, schau. Ich glaube, so fest ist das jetzt auch nicht. Also, wenn es so verhakt, ist das Ohr mit ohne ohne dem Ding ab. Das Ding ist auch bestimmt nicht aus Stahl. Ja, das kann man abmachen. Ne, das ist billig. China Plastik oder wie? Warum fandest du das komisch, als ich meinte, dass ich mit Müller zusammen bin? Oh, ich guck dann die Ohrstecker wieder. Weil das unerwartet ist reich. Ja. Ja. Ich hab das nicht erwarte, weil Miller ja, ne, davor hier die Geschichte mit... Ich hab den anderen habe ich schon vergessen. Bella, ja. Mit Bella, genau. Entschuldigung, Entschuldigung. Das war laut. Nicht der... Ich hab's einfach nicht erwartet. Du, dass ich mich leiser mit ihm vergucke und der Commissioner uns dann verkuppelt. Hast du ihn voll desinfikiert? Okay, dann war der meins. Ja. Wie gesagt, nicht Bella Halle. Ach so, ja, dann hab ich nicht gesagt. Na ja, er hat zwischendrin was mit, ähm, zumindest mit... Ach Gott, wie hieß sie? Auch leer angebendet? Wer? 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 Wer hat mich betrogen? Was? Wer hat mich betrogen? Wer hat mich betrogen? Also, die sind zumindest sehr viel rumgewuselt zusammen. Ich hab's hier häufiger... Ich hab's hier häufiger... Ich hab's hier häufiger... Ich weiss nicht was, also ich vermute das war eine Freundschaft. Ich hoffe, das war eine Freundschaft. Entschuldigung, war ich wieder zu laut? ein bisschen was mit, das ist gut. Robeski hat mich betraut, ich muss meine Schüsselhosen an, irgendein Gossip. Die 4.29 kann hier, soll dann nach der Verspeckung zu mir kommen. Dreck. Wer braucht was zu essen? Der Schreiberling. Oh Mann, die Scheiße, brauche ich eine Kämpfe. So. Guten Abend zusammen nochmal zur Spätenstunde nochmal, dass sich alle versammelt haben. Auch, dass die Sozialrechnungen mal erschienen sind. Es hat tatsächlich einen Grund, warum wir jetzt so zahlreich erschienen sind und warum auch die ganze Führung eben vor Ihnen steht. Kurz vorab schon mal, wir hatten ja, sie haben es ja mitbekommen, dass wir jetzt tatsächlich die Etage 1 zum MRPD komplett gesperrt haben. Das hat tatsächlich auch so eine Gründe. Wir wissen auch, dass sie tatsächlich das mitbekommen haben, dass da auch einige Behördenleitereien rausgegangen sind. Das hat natürlich eine Gründe und der Grund dafür ist natürlich das, was die letzten Wochen passiert ist. Das heißt, es sind in dem Falle, ist es der Überfall auf die PSB Bank. Dementsprechend haben sich die Behörden natürlich ausgetauscht und die weiteren Schritte besprochen. Wir möchten Sie jetzt dementsprechend gerne hier noch weiter informieren und auch die nächsten Tage vorbereiten. Und zwar ist Ihnen ja alle bekannt, dass tatsächlich bei der PSB Bank bei Überfall Gold entwendet wurde. Das Problem ist allerdings, dass sich nicht nur beim Gold belieb, sondern dass dort auch Sachen entwendet worden sind unter anderem Dokumente, die vom hohen Wert sind, beziehungsweise auch für den Staat des San Andreas eine große und wichtige Rolle spielen. Und die Zukunft des Staates San Andreas... Irgendwie bin ich nicht überrascht. Sorry, das ist natürlich dann dementsprechend durch das Dokument, den der Staat des San Andreas sehr zum Fall bringen können, beziehungsweise die Sicherheit beeinträchtigen. Genaueres dazu werden wir Ihnen jetzt noch genauer sagen. Und zwar folgendermaßen. Das halte ich bei diesen Dokumenten, um Dokumente, die... Ja, wie soll ich sagen... Okay, passen Sie auf. Also wir sind offen und ehrlich zu Ihnen, das sind Papiere, die... Sie können sich das vorstellen, wenn es eine PSB Bank ist, was es für Papiere sind, ja. Die theoretisch auch die Wirtschaft, die Infrastruktur des ganzen Staates San Andreas gefährden. Dementsprechend ist es so, dass wir jetzt mit der ganzen anderen Behörde uns zusammengesetzt haben und die nächsten Schritte besprochen haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass in den nächsten Tagen es dazu kommen kann, dass eine Panik bis eine Krise ausbricht. Und wir agieren müssen und reagieren müssen. In dem Falle ist es so, dass wir jede einzelne Behörde gefragt haben, oder wir fragen werden noch, morgen findet da dementsprechend nochmal ein Gespräch statt, wie wir diese ganze Krise in den Griff kriegen können. Also was jede einzelne Behörde machen kann, und dazu beitragen kann. Es geht aber jetzt primär erstmal um Sie alle und um uns, ja. Wir möchten Sie über Folgendes informieren. Das ganze Thema um die PSB Bank ist mittlerweile auf Bundesebene angehoben worden. Das heißt, Homeland Security wird mit reinbezogen in die ganze Geschichte und agiert jetzt auch mit. Es sind alle Behörden mit Inbegriffen, so wie National Guard und wie schon gesagt Homeland Security. Somit ist das Ganze auch nicht mehr nur ein normaler Raubüberfall, sondern geht auf die Ebene des Terrorismus. Wir möchten dementsprechend nochmal daran appellieren bei Ihnen, dass Sie jetzt hier mittlerweile einen Punkt erreicht haben, wo Sie nochmal dringend auf Ihre Sicherheit achten sollen, und wo wir Ihnen nochmal allen im Gesamten danken wollen, für Ihren täglichen Dienst, den Sie hier machen, sich in Gefahr bringen, sich hier anschießen lassen, weil wir denn anderes über sich ergehen lassen. Ja, wir möchten Ihnen aber damit zeigen, dass wir hier nicht einfach nur rumsitzen und Däumchen drehen und hier einen Kaffee trinken gehen, ja, mit den ganzen anderen Behörden, sondern dass wir uns wirklich hinsetzen, was tun und was ausarbeiten für Sie und schauen, dass wir die nächsten Tage gemeinsam hinkriegen. Sie zur Information, es wird dementsprechend morgen auch noch eine Pressekonferenz folgen, bei der nochmal genauere Informationen mitgeteilt werden. Wir wollten Sie jetzt dementsprechend nochmal darüber informieren, dass Sie auch vorbereitet sind. Ähm, es kann natürlich passieren, dass jetzt in den nächsten Tagen oder in den nächsten Stunden sogar irgendwas in die Öffentlichkeit gerät, was dazu führt, dass Panik ausbricht. Deswegen wollten wir Sie einmal dementsprechend briefen. Wir möchten natürlich jetzt nicht hingehen und Sie vor Ihnen stehen und ein böses Buh-Buh-Buh machen und du-du-du. Ja, denken Sie an die Ternerregel etc. pp. Ich denke mal, da wissen wir alle, was das bedeutet, wenn sowas jetzt rauskommt. Ja, dementsprechend tun Sie mir einfach und sich selber den Gefallen. Warten Sie bis morgen ein bisschen zur Pressekonferenz ab, ja. Genau. Ich würde einmal noch ansonsten fragen, ob die ganzen anderen Chiefs hier noch etwas dazu beitragen möchten. Ich möchte hier nochmal an Sie appellieren, um das Ganze nochmal etwas genauer zu spezifizieren. Mittlerweile sprechen wir hier tatsächlich von der nationalen Sicherheit. Ich weiß, viele von Ihnen würden jetzt am liebsten mit ihren Freunden, mit ihrer Familie oder sonstigen Leuten darüber sprechen. Tun Sie dies bitte nicht. Sie wissen, wie es läuft. Eine Person sagt es einer anderen Person, diese Person sagt es einer anderen Person, etc. etc. Und dann entsteht auf irgendeine Art und Weise Panik. Und das wollen wir vermeiden. Uns wurde geraten, dass wir Ihnen etwas anderes hier sagen. Wir haben uns aber bewusst zusammen in der Führung dagegen entschieden. Entschuldigung. Und haben uns dazu entschieden, mit Ihnen über einige Fakten zu sprechen. Es waren noch nicht alle, alle weiteren werden sie noch erfahren. Wir vertrauen Ihnen und bringen Ihnen auch noch das erweiterte Vertrauen gerade hier entgegen. De facto ist, jeder von Ihnen oder viele von Ihnen hat mittlerweile eine Grenze erreicht und arbeitet teilweise 150%, 200%, wie dem auch sei. Sie sind wahrscheinlich erschöpft, weil sie machen Überstunden. Uns ist das bewusst. Wir überlegen uns aktuell in der Führung, wie wir am besten eine Möglichkeit finden. Zumindest in irgendeiner Weise entgegenzukommen, dass Sie zumindest besser versorgt sind. Sich darum weniger Sorgen machen müssen. Wenn Sie Impulse dafür haben, Ideen, dürfen Sie jederzeit auf einen der Chief, auf Departments oder Assistant Chiefs zukommen und schauen, wie es umsetzbar ist. Brauchen Sie jemanden zum Reden, auch diese Türen stehen offen. Kommen Sie jederzeit zu uns. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind zu kaputt mittlerweile. Es ist keine Schande, wenn Sie das zugeben. Dann fahren Sie nach Hause und ruhen sich aus. Ruhen Sie sich lieber einen Tag aus und kommen mit mehr Stärke zurück, als wenn Sie zu schwach sind und dann Ihnen etwas passiert. Das möchten wir natürlich hier vermeiden. Ich bin transparent zu Ihnen und ehrlich. Meine Dienstzeiten sind aktuell sehr hoch. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Führungsmitgliedern aussieht. Aber was ich sagen kann, wir reißen uns gerade alle den Arsch auf. Und kommen auch an unsere Grenzen logischerweise. Wir versuchen natürlich, Ihnen gegenüber die ganze Zeit stark zu wirken. Aber irgendwo ist auch der Punkt erreicht, wo wir natürlich auch ehrlich zu Ihnen sein möchten. Und die Transparenz zeigen. Dennoch, die Vergangenheit hat gezeigt, gerade bei Operation Black, für diejenigen, die mit dabei waren, sowie andere katastrophalen Situationen, wie der Hurricane, wie Blackouts und andere Sachen. Set 44 full check. Dass Sie alle hier stark sind. Check. Dass Sie, wenn es darauf ankommt, egal was für Scheiße zwischen Ihnen steht, zusammenhalten können. Und wir im generellen gemeinsames Schaffen auch diese beschissene Situation auch bewältigen werden. Und ich glaube fest daran, dass wir es gemeinsam schaffen. Lange wir alle hier an einen Strang ziehen. Ja. Noch jemand? Ich schätze hier eine Wortmeldung. Ja gerne. Dürfte ich offen sprechen? Ja klar. Sprechen Sie sich offen. Also Sie haben uns jetzt halt ein paar Informationen gegeben, aber was für eine Krise. Weil Sie haben gesagt, die Fakten, die Sie uns genannt haben, die sind uns ja klar. Ja, das ist ja bekannt. Ähm, ungefähr was rausgeklaut worden ist. Und was für eine Menge rausgeklaut worden ist. Aber auf was stellen wir... Sorry. Ähm, beim MD wurden gerade Verdächtige gesehen, die vorhin beim DOG waren. Ja. Meine Streife fährt los. Wenn das fein ist. Ja. Wenn das mit den Chiefs zu fein ist. Auf jeden Fall. Klar. Und wenn was ist, Bescheid sagen. Dass noch eine Streife kommt. Machen wir. Auf was müssen wir uns denn einstellen? Weil das haben wir uns jetzt nicht gesagt. Aber wovon ruhen wir? Einer macht das Tor auf. Ja, okay. Na gut. Scheiße. Ich weiß immer noch nicht, wie ich mich mit der SMS vorhalten soll. Aber das, äh, gerade ist ja einfach Wichtigeres wichtig. MD, ne? MD, ne? Äh, ne DOJ. Wenn ich uns jetzt trotzdem aktiv bin, lasst ihr jetzt mal sein, ja? Moment, ich dachte, die Person ist beim MD aufgetaucht. MD aufgetaucht? Ich hab verstanden, dass die dort gesehen wurden. Die waren vom DOJ. Ah, alles klar. Ja, war meint. Alles klar. Alles gut. Mir fällt einfach scheiße. Wenn wir die 416 wieder haben. Und da können wir jetzt so ordentlich driften um die Ecke. Wenn man Verfolgung hat. Warte mal, das heißt auch, dass alle Departments ihre speziellen Fahrzeuge haben mit den Nummern. Also 438 ist Operations. Und 218 zum Beispiel ist. Nein, nein, nein. Nee, das wär ja sinnvoll. Weißt du, Fee? Das wär ja sinnvoll. Ja, ja. Ich hätte mir das nämlich auch damals gefühlt. Bei dieser Art von Fahrzeugen ist es nicht so. Ähm, nur bei den Personalnummern. Also praktisch 369 ist Delpero. Also 3 ist Jackaro. Ähm, die 4 ist La Mesa. Ach, La Mesa. Genau, 2 ist, äh, wie heißt er, Bums? MRPD. Korrekt. Was wäre so nice, wenn man auch die Autos dann direkt zuordnen könnte auf den ersten Blick, ohne dass man sich reinsetzen muss zum Bot. Wer parkt denn da schon wieder? Die parken alle von M&D, ne? Also. Naja, das... Ja, kann auch. Ja, wir dürfen ja. Wir dürfen. Scheiße. Guten Abend. 4, 3, 8. Äh, 10, 20. Nimm mal. Ich melde mich später nochmal. Ah, Gott. Hallo, guten Abend. Hi. Schweck, mit dem Vorfall an der Staatsanwaltschaft. Mhm. Ich bin, ich habe den Kollegen vor Ort schon ein bisschen was erzählt gehabt. Ich wollte in den Dienst gehen und dann ist die ganze Sache passiert. Mhm. Es war innerhalb von uns, als wir die Verletzten oben besucht hatten, auch die Rede davon, dass einer der Täter, der Outlaws, es ist wohl, die Outlaws sind wohl anscheinend daran beteiligt. Mhm. Und einer der Täter hat anscheinend bei der Flucht gehumpelt, hier in der Lobby, der ist, glaube ich, gerade in Behandlung gegangen, ist ein Herr mit einem weißen Hoodie und einer Outlaws-Kutte. Mhm. Der hat auch gehumpelt. Ich möchte kein großes Fass aufmachen, aber wenn das irgendwie damit zusammenhängt. Und ich hatte es den Kollegen vor Ort schon gesagt, ich hatte eine Dame flüchten sehen, die, die war allerdings mit einem Tuch vor dem Mund und hatte einen Baseballschläger in der Hand. Mhm. Aber die Frisur, der, der, der Zopf sah genauso aus, so ähnlich. Ich habe die Farbe nicht erkannt, wie eine Dame, die oben bei den Patientenzimmern steht. Ob die damit, das weiß ich nicht, aber die Frisur war sehr markant und hoch. Ja. Hochgesteht? Aber ich möchte jetzt auch keine, das war ein, 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 ein glatter, glatter Zopf nach oben und dann nach hinten runterfallen. Okay, okay. Ja. Falsches irgendwie. Hatten Sie vorhin auch an die Kollegen Ihre Daten gegeben? Also Ihren Ausweis? Äh, ich, ich glaube ja, ich glaube ja. Äh, können Sie mir den Sicherheitshalber nochmal zeigen? Ich stehe mir den. Alles klar, Doktor zu Falkenberg. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich möchte auch kein Fass aufmachen, falls das jetzt gerade eine falsche Vermutung von mir ist, aber das Humpeln und mit Verbindung mit den Outlaws ist gerade vorhin bei unseren Gesprächen gefallen und wenn das der Herr sein sollte, das... Und der Spaziert hier einfach rum. Ja, eben. Und ganz ehrlich, besser, wir kommen einmal zu oft, das ist einmal zu wenig. Ja, ja. Alles klar, nehm, wir schauen uns das mal an. Fragen vielleicht auch mal nach. Wir werden uns das mal angucken. Okay, wunderbar. Dann... Ich... Sie brauchen mich ja nicht mehr, dann würde ich jetzt nach dem Abend nach Rausche fahren. Mhm. Okay, okay. Haben Sie einen besseren Abend. Passen Sie auf sich auf, ja. Ja, ja, okay. Ich sehe auch. Immer. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bye. Ich kann mal da hinauf sein, dass das MD hat sich so gebracht. Der vorne stehen wird dann einfach. Ja. Nur mal schon nochmal abgathertzen. Ja... Holt euch mal bitte... Bitte bitte? Holt euch mal die Nummern Städte von den beiden Motorrädern, die da stehen. Okay, aber geht jetzt nicht alleine da? Nein, nein. 438 ist übrigens 10, 20, MD. Das ist das Motorrad, was links stand. Hast du eine Z97 auch aufgeschrieben gehabt? Z97 W5? Nein. Nein, nein, nein. Okay, okay, gut. Dann? Aber warte ich nicht. Und ich hätte mir das ganz kurz hier. Vielleicht noch ein Foto machen? Ja, irgendwie. So, alles klar. Und was ist das? Das Z97? Ich muss mich überlegen. Wenn da wirklich gerade jemand potenzieller Mörder drin ist, darf ich mit Taser oder sowas da hingehen? Die hat sich gerade abgemetert. Nee, 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 nee. Also, ich sag mal so. Svella ist alleine hin? Naja, der ist gerade in Behandlung. Ich vermute mal, sie spricht gerade von der Jüngste. Naja, aber ich weiß trotzdem nach hinten. Ja, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Ja, nice. High five. Dream Team. Oder so. Ja, das eine Motorrad stand vorhin auch in dem Parkhaus. Mhm. Alright. Ja. Moment. War das nicht das, was wir gesucht haben? Hi Marcel. Äh, genau. Ähm, ihr habt doch gerade die Outlaws da, korrekt? Also zumindest Typen mit Kutte. Unter anderem. Hm. Ja, oder so. Ähm. Müsste ich mal von hinten sehen. Äh, hast du nen Namen? Ah, okay. Gut, gut, gut. Das ist interessant. Ähm. Nicht direkt von der Person kriege. Aber hast du nen Namen von dem Typen mit dem weißen Hoodie? Hm. Ich glaube Raute Haarata, ja. Also ähm. Weiße Haarata, ja. Weiße Haarata, Hoodie und äh Kuta. 4131030. Etterhof. Lamesa. Oh, da. Und der Typ hier vorne ist auch relativ nervös. Genau. Ist das die? Ja, das ist ein Tee. Okay. Ja, das ist ein Tee. Okay. Ne, das sind Outlaws. Ist er schon. Von hier hinten. Achso. Ne, dann kleiden wir das ab. Danke. Achso. Und der Humpel, der ist nicht vor den Outlaws, verstehe ich das richtig? Doch, doch. Der ist auch vor den Outlaws. Der ist der Typ mit dem weißen Hoodie. Ja, jetzt hätten wir nochmal das. Und ne, und der Kutte drüber. Okay. Das Nummer steht da, wenn wir ja gerade nicht schnell gegenchecken, auf welchen Namen das läuft, ne? Aber sollen wir dann schon... Das Problem ist, wir haben halt keinen Nachweis. Der ist 1540 Tunga Vellin angestellt. Wir gucken mal, auf welches Fahrzeug er steckt. Kommt mal mit. 1531 steht sich an. Ich kann ja währenddessen, oder du checks währenddessen einfach mal die Motorräder. Naja. Da haben wir generell mal die Namen. Gut. Einer steht... Ihr bleibt mal hier stehen. Ja. Ich steig ein. Ihr guckt bitte, auf welches Motorrad ihr steigt. Ja, ja, ja. Ach, das Kennzeichen noch hier. Ja. Ja. Ja, wir haben das. Okay. Hast du mal... Warte kurz. Einmal das Kennzeichen. H-G-K... G... H-G-K... G... R... H-G-K... G... R... H-G-K... G-R... Vielleicht wegen unserem Anderson. Ne, ne, aber auch wegen MC und Anderson. Keine Ahnung. Hm. 4-1-15-20, Tango Valley Tankstelle. Arbeitet unser Anderson noch? Ne. Schon lange nicht mehr. Der ist kurz vor dir tatsächlich längere Zeit nicht mehr aufgetaucht. Lass dich mal kurz raus, damit ich wieder... Hast du den Falle, Lacki? Ja, wir haben ein Schlebo-Rack vor der Tango Valley Tankstelle, sowie ein Motorrad. G-K... G-K... Konzentrieren Sie sich auf den Schlebo-Rack. Kannst du eine Wallis-Browser reinziehen hier? Ja, jetzt eine Aktivitin 60, mit einem dunkellilanden Schlebo-Rack tatsächlich, äh... In den... Weinwood Hills nordlichste Straße. Ganz kurz gestillen Sie. Die Fahrer folgen weiter das Fahrzeug, die Fähren zu 5 wird, wenn ein Beifahrer rausgelassen wird, die es weiter verfolgen. Ja, check. 438 aktiv. Irgendwann so nebenbei. 3 Insassen gesehen, die Maske eingestiegen sind, fahren weiter der Straße nach Richtung... 538 schließt sich an. Wir fahren nun Richtung Norden mit Richtung Ostner. Ich bin aber glücklich über meinen ersten Tag hier, ehrlich. Es hat sich nichts geändert, nichts. Ja, aktuell nördlichste Straße, Feinwood Hills, westlicher Bereich. Nee, die kennen die ja auch noch. Oh, scheiße. Wieso sitze ich jetzt vorne? Wieso nicht? In dem östlichen Bereich da vorne, okay. Jersey? Hm, okay, so. Ähm... Funken Sie weiter. Weiter. Nun Richtung Norden. Gegenab. Richtung, äh, Richtung Händenseite. Südseite, Händenseite. 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 Und zwischen Kien, komm. Richtung Süden Stadtgebiet. Ja. Entweder hier oder genau auf der anderen Seite, aber ich denke mal hier, ne? Ja. Ja, fahren weiter in den Weinwood Hills. Aktuell fahrt Richtung Osten ungefähr auf Höhe des Italy's. Hm? Hä? Wenn man sie im Westbereich, was ist denn mit denen? Müssten sogar noch weiter östlich sein tatsächlich. Hey, Herr Tenuta ist noch Rekrut, ey. Der macht das nördlichst du nicht. Der macht das nördlichst du nicht. Ja, biegen in Richtung Norden ab. Sind gleich nördlich. Lunamarket. Uh, uh, uh. Kann sein, dass wir... Ja, der ist vorbei gefahren. Im Weg sind. Ja, fahren jetzt Richtung Osten, kommen aus den Beinwood Hills auf Höhe des Lunamarkets. Ostseite davon. Ja, jetzt weißt du was du meinst mit dem Auto. Karre ist furchtbar, ich weiß es nicht. Ja, in Richtung Osten. Jetzt auf den Parkplatz hinter der PSB. Machen wir den Parkplatz dicht, der andere ausfahren. Ist nicht da. Ja, ist schon im Norden Parkplatz wieder abgefahren. Und auf jeden Fall super. Jetzt südlich der PSB, Fahrt Richtung Westen. Ah ja, die sind gerade Richtung Rocco Platz unterwegs. Hast du diesen Wagen? Ich hasse diesen Wagen. Ich hasse diesen Wagen. Ich will euch nicht umbringen. Also, das ist nochmal wichtig. Fährt westlich der PSB in einer Gasse. Wieder bei der PSB? Ja. Fährt durch die Gasse durch. Westseite, äh, ja rausgekommen. Jetzt Nordseite Upo Gebäude Richtung Osten. Ja. Gleich wieder Südseite der PSB. Liegt wieder in Richtung Norden ab an der Westseite der PSB. Da ist er. Nordseite PSB abgewogen Richtung Osten. Gleich Südseite Lohnermarket. Das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich... Wir sind so ein bisschen schneller, Chevrolet. Ja. Welche Einheit war ausrufende Einheit? Drei Streifen, das sollte hinhauen. Ja, 531 hat die 1060 ausgerufen. Aktiv, nun aktiv Richtung Süden. Richtung... So, ich bin jetzt... Grad ein bisschen verwirrt wegen des Rollkohls gerade, ne? Ja, da sind sie 30. Ähm... Es geht um irgendwelche sensible Daten. Ja, also im Endeffekt, also... Es wurde ja die Pacific Standard Bank ausgeraumt. Da wurde 90 Tonnen Gold geklaut. Außerdem unfassbar viele Wertpapiere. Bei der hat 1020? Ja. Ähm... Das heißt... Im Grunde... Äh... Haben wir keine Mittel, also hat der Staat keine Mittel, um zum Beispiel Kredite aufzunehmen oder zu bezahlen. 530. Äh, sind wir noch aktiv beteiligt? 415. Nein, nein, nein. Das waren wir vorher auch schon nicht. Ah, okay. Äh, links hast du übrigens den Pegasus Tower. Ja, gut, den kann ich. Gut, der ist jetzt auch beziehbar. Äh, sind denn noch Wohnungen frei? Weiß ich nicht. Die 530, äh, die entzieht sich aus den 60 und fahren wieder aktive Notenschreiben. Hat die 530 somit. Könnt ihr auch mal kurz irgendwo parken? Ich führ mal kurz auf, äh, hier Nougat-Schleuse drückt und so. Ach so, ja. I. I, ja, warte, wir halten einfach mal beim Strip-Club. Hast du das mal beim Strip-Club rein? Ja, mache ich. Ich danke. Viel Spaß. Ach diese Frau. Ich hab sie vermisst. Ja, hallo. Ja, hallo, ja, ich hab mich. Was? Vier ein Feuer. Anfad nach Messe, mit die, äh, einen Orfisher rauslassen und eine weitere Streite willkommen. Ja, 2, so mit. Ja, ich hab mich. Leitstil, ne? Was? T4-1, sag ich. Ich bin schön, dass sie auch so... Ja, weißt du, was? charmant sagt, dass sie kacken muss. Ja, die Lukas-Schläuse vor. Check. Äh, ich müsste, ich würde dazu... Ah, okay. Äh, ich würde gleich... Ich möchte mit dem Herrn Larsen ja noch mal reden. Der wäre jetzt im Dienst sein. Ich glaube, da würde ich einmal, äh, kurz... Äh, sehen wir nicht ab. Äh, zum, äh, Lamesa-PD oder wo auch immer es ist. Ich glaube, er auch Lamesa. Mh, na meistens ist er immer PD. 5, 1, 8... Ist gesetzt, aber... 5, 1, 8, 10, 20, send dir Soli, 5, 36, löst dir aus der 5, 1, 8, 5, 1, 8, überführt zum Grape-Sitter-Soft. Dann mache ich nicht Bescheid. Dann bin ich mir PD, wenn ich ihn gleich erreiche. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Problem hat sich erledigt. Ich fühle mich gar nicht mehr so unsicher. Ja. Ja, irgendwie kommen auch keine SMS und so, also eigentlich alles tut ihm. Welcher hat mir denn? Das heißt aber auch wahrscheinlich, dass die Karte... oder vielleicht rede ich auch die ganze Zeit mit einem Bot? Die, die Möglichkeit habe ich ja noch gar nicht in Betracht gezogen. Oder mit einem Virus, je nachdem... Zumindest Infizierte, die startet, das ist schon schon genug. Das geht jetzt. Ich bin ein Klärz, die kommen. Ja. Musst du kurz erstmal schreiben, dann geht's weiter. Ja. 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 Wir werden uns langsam in den Yorkford Hills, südlich vom Lidlitele, auf das Bändership, weiter Richtung Westen, sind jetzt in den Yorkford Hills. Richtung Süden abgebogen. Ja, abgebogen Richtung Westen, gleich nördlich Afrodonus und Brodinger. Ja, alles gut. Ja, jetzt südlich Diamondcars, Fahrt Richtung Westen. Der hat mir zumindest noch geschrieben gehabt, aber das kann auch sein, dass er jetzt auf dem Weg ist. Aktuell Fahrt Richtung Westen, südlich der City Administration eine Querstraße davon, Richtung Bahama Mamas. Alles in Ordnung, wo bist du denn gerade? Im MAPT. Ja, nördlich der SDA, Fahrt Richtung Westen, Afrodonus Bahama Mamas auf der Nordseite, weiter Richtung Westen. Dann bis gleich, ja? Bis gleich. Wo ist er? Mit wem quatschst du? MAPT. Abgebogen Richtung Norden. Mit dem MAPT-Zychologen, Herr Garfield Larsen. Jemals hört, dem ist es auch noch gehen. Ja, im MAPT. War MAPT damals noch Psychologe. Ja, östlich des Außenkostens der Dynasty, weiter Richtung Osten. Und du bist jetzt wieder Officer Ariane? Ja. Wieso wieder? Wie kommen wir? Ja, viel wusste ja, dass ich Officer 3 habe. Ich habe gesehen. Wie viele Personen sitzen in den Schäbereutzon? Ja, Officer 1, ja. Vermutlich. Ja, vermutlich drei Insassen. Check. Hast du gemacht, oder hast du's? Ja, ist eine lange Geschichte. Ja, aktuell Westseite Golf, Platz Richtung Norden. Okay. Ich fahr mal ein bisschen außen rum. Nicht, dass wir wieder am Stoffer vorbei müssen. Ja, ja. Wir wissen alle, warum. Ja, hallo vorne. Ähm. Hallo, Miss Banz. Wie lange, da wollte es bei Ihnen noch, weil ich hätte jetzt gerne demnächst das Gespräch im Anschluss gemacht. Ach so, ich hätte jetzt, äh, ein Gespräch mit Herrn Larsen. Ich kann das aber auch schieben. Ja, weil die Führung gerade noch hier ist, ähm, oder zumindest der Grund. Das würde ich gleich im Anschluss machen, damit Sie da auch mal eine Antwort in der Finale bekommen. Sie, wo sind Sie, äh, Davis oder Lamesa noch? Äh, Lamesa, Lamesa. Ach so, Lamesa, Lamesa. Okay, da bin ich sofort da und warte, dann hol ich mich einfach rein, ja? Ah, abgebogen Richtung Süden. Das ist schon der Tag ausgewiesen von gestern. Müssen wir noch. Wie ist das hier? Hm. Ich muss kurz gar wieder am Roten. Ja, weiter Richtung Süden. Wieder in Richtung der City Hall. Da kann ich zumindest die Akte gleich annehmen. Ja, äh, ich muss jetzt tatsächlich zu einer wichtigen Besprechung. Ich muss da hin, tatsächlich. Ähm, wie lange bist du denn jetzt heute noch unterwegs? Wie lange bist du denn heute noch unterwegs? Äh, ich warte noch. Das ist seit Nacht, aber dann wahrscheinlich noch. Scheiße, ja, ich verständ nicht. Verständlich, tut mir wirklich neid. Ähm, weil... Ich bin halt jetzt 6 mal gekommen. Ja, äh, äh, ansonsten. Ah, äh, ansonsten. Ah, genau. Vielleicht ist das ja... Schrei mir zumindest ein SMS, wenn... Um mit der Nacht noch nicht sicher ist, dass du weiter... Mach ich. Also, dass das... Ja, abgehoben Richtung Süden. Dann plan ich das ein, dann passt das. Danke, weil ich auch gerade gesagt, dass es mir sehr wichtig ist, mit dir einfach auch nochmal gerade in meiner Situation zu reden. Abgehoben Richtung Westen, Nordseite Genkis. Ja, aber Ariano, was die letzten Tage passiert ist, denkst du, ich soll jetzt wieder in Richtung Süden und was einfordern kann. Nein, du, oh Gott, du sowieso nicht. Ne, ne, ne. Nein, nein, nein. Ist gut, ist gut, ich... Ja, okay, ich bleib bei dir, wenn du nicht 8.000 Bescheid. Komm mal, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja, okay, dann... Ja, okay, dann... Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja, okay, dann... Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ich... Wir sind drin. Durchfährt die Gasse des Museums. Kommen jetzt gleich an der Ostseite wieder raus. Ja, ist dort wieder rausgekommen, fährt durch zum Parkhaus südlich des Museums. Guck mal, was ist geil. Die Antwort ist ja. Wahrscheinlich auf dem Klo. Auf dem Parkplatz für deine ist die aufgefahren Richtung Süden. Auf dem Parkplatz für deine ist die wieder Richtung Norden. Okay, aber wenn wir gerade ganz kurz hier sind, Frau Banz, die SMS bezüglich, die sollen nicht mehr, also warum sie immer dahin so oft hingehen, wo sie entflügt worden sind. Und waren sie jetzt die letzten Tage noch öfters an dieser Einlagerhalle? Äh, nee, das war nur mit ihnen dann. Ach so, ja, ich war mit, wir fahren auf die Brücke, wir haben die mal gesucht, mit Herr Kuriame und Herr Gauthier. Ich meine, haben sie mehrfach auch dann nicht nur dort vorbeifahren, sondern dort auch irgendwie mal angehalten oder so? Also einfach, dass man sozusagen sehen kann, okay, sie sind oft an diesem Ort, weil das ist ja genau das, was sozusagen die ausgesagt haben. Wir sind einmal, sind wir eben schon ausgeschnitten. Ich glaube, das war tatsächlich zu Beginn, wo ich da meinte, dass mein Bauchgefühl mir sagt, dass es doch nicht hier ist. Okay. Ja, also einmal bin ich ausgeschnitten. Weil im Endeffekt heißt es ja, dass die das irgendwie gesehen haben und eventuell beobachtet haben. Das heißt, eventuell sind die da irgendwo noch mal näher, ne? Genau, und das ist ja die, die, ja, ich bin mir ziemlich sicher, das sind auch beide. Na, beide haben mir das nämlich geschrieben, deswegen müssen beide an diesem Ort gewesen sein. Kann natürlich auch sein einzeln, aber das macht für mich das. Megamall. Ja. 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 Nordseite, der ist Megamall passiert, weiter Richtung Südosten. So, die haben wir auf dem Klo, oder wie? Äh, ja, aber geht nicht rein, ich denke, der ist gerade aufs Klo gegangen. Okay. Da ist, glaube ich, mein Acker. Da ist er. Ja. Oh, gut, sie streichen mir auf. Wendet. Auf, ja. Da ist angerufen. Was wird, Onkel Rancho? Kann mir das draußen machen, wo ich rauchen kann und einfach mich verstecken kann. Erstecken mich? Rauchen, ja. Ja, war's. Ja, war's. Nee, ist okay. Also, wenn wir uns hier anschießen, dann sterbe ich mit mir, dann hab ich Urlaub. Ja, schön für Sie alle. Ich hab da jetzt nicht so unbedingt Lust drauf. Ich glaube, wir haben alle schon abgeschlossen. Warten Sie, warten Sie, wir müssen bei uns. Aktiv Richtung... Wenn wir einfach vorsehen, dann... Nein, wir müssen... Ja, doch, ist okay. Von wo soll da der Schuss kommen, frage ich mich gerade. Ja, ich hab's. Okay, er trifft Sie ja noch. Dann trifft Sie ja noch. Rauchen wir jetzt alle, okay, dann... Der ist Megamall. Das ist jetzt kürbar hier der Außenseite. Motorrad schließt sich wieder an. Einer von uns. Einer von uns. Was? Also, ich mein... Warum, wenn Sie nochmal aus Ihrer Sicht alles erklären, damit die auch alle abgeholt hier sind? Das können Sie irgendwas... Hier ist Benutzklima. Ja, ich weiß. Ich hab's ja bevorgehalten. Ja, ich hab einige SMS wieder bekommen von diesen Test-Zeus. Ich hab jetzt auch in den Korean-Leute gehört, was hier gestern passiert ist. Ich habe von Frau Kata gehört, was hier gestern passiert ist. Ich habe von Frau Kata Informationen bekommen, wie das bei der Entführung von ihr und dieser Freuterei da abläuft. Mir sind ein paar Sachen gerade wichtig. Aber ich würde erstmal die SMS vorlesen. Ich glaub, dann muss ich erstmal... Herr Kuriamel, wenn Sie noch können. Sie sind sicherlich... Sie können wahrscheinlich gar nicht mehr diesen Namen Test-Zeus hören, oder? Ich bin auch fast, alles gut. Ich kann danach dann wenigstens noch mein restliches Briefing dann auch hier übergeben. Aber ja, noch was. Aber machen Sie. Ach, Herr Stundenbrauch, tun wir mal an. Ich hab unbekannte Anrufe bekommen, ja. Auch? Ja. Warten Sie mal, ich hab gar keine bekommen, aber auch andere Anrufe. Vielleicht vom Anführer oder so. Ach, du... Ja, gut. Ähm, ja, später zu dem SMS habe ich dann Fragen zum weiteren Vorgehen und im Moment, äh... Will ich ihn nicht verärgern, mach dieses Spielchen ein bisschen mit, aber ich bin noch nicht all-in gegangen. Gleichzeitig, äh, hab ich gemerkt, dass wenn ich zum Beispiel nicht antworte, er, ähm, ein bisschen unruhig wird. Also bin ich praktisch in diesen zwei Extrem. Und ich brauche wirklich, äh, später einmal, ähm, ein Okay, was ich denn jetzt, also wie ich denn jetzt antworten soll. So. Ähm, er hat auf jeden Fall geschrieben, warum ich mich da nicht beantwortet habe. Dann hab ich ihm geschrieben, jetzt Tage wagen wir mal so besonders und wenn ich antworte, dann natürlich nur mit einem müden, äh, nicht mit einem müden Auge. Können Sie weiter dran, dann muss irgendwann der Schmerz aufgehen. Kann ich den Funk bitte ausmachen, ich kotze da nicht? Ja, ja. Die Funkstelle passiert, weiter Richtung Westen. Ja, machen Sie, ich bin dran. Kirche, die hier ist, abgebogen Richtung Norden. Genau, mir hat noch nie jemand ein Gedicht geschickt, ich weiß gar nicht, damit umzugehen. Dann hat er geschrieben, naja, vielleicht ein Dankeschön Herzchen, hast du meine Nachrichten empfangen? Herzchen kam dann am, einen Tag danach direkt, äh, ein paar Stunden danach. Dann hat er geschrieben, habe ich, ja, äh, äh, Dankeschön. Ich bin sehr niedrig und tatsächlich. Ähm, das meine ich, erstes Gefieh mir. Und dann hat er geschrieben, ich vermisse deinen Anblick, Ariane, wie dein Herzchen. Also tatsächlich ist nach jedem Satz jetzt ein Herzchen. Dann habe ich geschrieben, bis Sonntag ist es ja nicht mehr lang. Dann hat er geschrieben, und trotzdem stelle ich mir die Frage, ob es nun wirklich Sonntag sein wird. Denn sind wir mal ehrlich, ob es jemand zustande kommt, ich hoffe es doch sehr. Dann habe ich geschrieben, wird es, es sei denn, du hast es dir anders überlegt. Dann meinte er wieder, ich muss abwägen, was wichtiger ist. Du oder mein Leben. Aktuell scheint jemand anderes wichtig zu sein. Äh, mit vielen Punkten und Herzchen, damit es auch sehr emotional aussieht. Ähm, und ich habe geschrieben, wer ist denn diese andere Person? Wieso denkst du, dass dein Leben in Gefahr ist? Ich lasse generell ungern zu, dass jemand verletzt wird. In der Bank sind schon zu viele gestorben. Und dann hat er gesagt, und trotzdem solltest du wissen, dass man nicht immer die Wahl hat. Wer lebt und wer stirbt. Aktuell scheint es so, als wäre das PD nicht das einzig meiner Probleme. Siehe gestern. Ich hoffe einfach, ich werde nicht von dir getäuscht oder ausgenutzt. Herzchen. Ähm, da habe ich geschrieben, was war denn gestern? Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Getäuscht, ausgenutzt, denn jetzt seien wir mal ehrlich, wir beide sichern uns hier gerade ab. Dass ich dir nicht ganz vertraue, das kannst du dir ja denken. Wirst du denn allein sein? Habe ich ja auch in Gänsefüß ihn dann gesetzt. Dann hat er geschrieben, ich denke, du wirst es erfahren, aber das PD hat definitiv zu unsauberen Mitteln gegriffen. Ich vertraue dir, aber deine Kollegen nicht. Und ich werde allein da sein, denn ich will dich. Dann habe ich geschrieben, du willst mich was? Ihr habt mir ins Bein geschossen. Ich habe nicht mal deinen Vornamen. Okay, deshalb habe ich sehr bereut, dass ich das geschrieben habe, mit dem ihr habt mir ins Bein. Aber ich war sauer. Wird nicht nochmal vorkommen. Dann hat er geschrieben, ich weiß es nicht. Was ich will, weißt du, manchmal hat man keine Wahl, was man tun muss. Du weißt, vor dem Schuss habe ich einen Anruf bekommen. Das stimmt tatsächlich. Es tut mir leid, wirklich. Auch wenn du es mir nicht glauben wirst. Es tut mir wirklich leid. Dann habe ich ihm einfach nur, hm, Punkt, Punkt, Punkt geschrieben. Dann hat er geschrieben, die Arbeit ruft. Wir hören uns hoffentlich. Mit drei Herzen. Heute um 19.09 Uhr. Ich habe mittlerweile, es geht, wenn ich ihm schreibe, weil ich da nachdenken kann. Aber wenn er mit mir telefoniert, habe ich wirklich Probleme, da jetzt eine klare Linie irgendwie zu fahren. Ob ich da jetzt flirty zurück bin, ob ich eher abweisend bin. Beides ist schwierig, weil wenn ich abweisend bin, dann wird er sehr unruhig. Und wenn ich flirty zurück bin, habe ich Angst, dass mir irgendjemand denkt, ich würde hier rumstockholen. Und das tue ich nicht. Deswegen wollte ich das vorher alles absprechen, was ich da jetzt machen soll. Ich will mich natürlich auch nicht in Gefahr bringen. Aber so oder so, beides wird nicht irgendwie in Gefahr. Also die Dame lebt ja auch noch, ne? Das wurde mir so mitgeteilt. Ja, das habe ich jetzt auch erfahren. Mir ist nämlich ein Stein vom Herzen gefallen. Gleichzeitig aber auch nicht. Denn egal, was hier passiert, und es ist furchtbar, was hier passiert, aber ich bin nie dafür, dass jemand stirbt. Die gehören vor Gericht und nicht tot. Die Frage, die ich mir natürlich jetzt eingehend stelle, ist, wer ist dann die tote Person dort um auf der Brücke? Was war ich mit? Was du mir gerade noch erklären? Aber ich bin es wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich, nicht Ophelia Addison. Oder zumindest vielleicht schon, aber die, die Bahn schreibt, ist vielleicht nicht die gleiche. Es ist gerade schwierig. Also die Nummer ist die gleiche. Mehr weiß ich nicht. Aber die Schreibweise ähnelt halt auch, ne? Ich hatte eine blöde Idee, aber das ist auch nur eine blöde Idee. Das Problem ist, wenn ich betroffen bin, habe ich nur blöde Ideen. Wenn andere betroffen sind, habe ich immer die Brain-Ideen. Hauen Sie doch einfach raus, Miss Banz. Also er will ja jetzt, das ist auch noch eine Sache, er will jetzt irgendwas von mir, weil er hat ja gesagt, ich zeige jetzt den guten Willen. Hier ist jetzt der Standort der Garage. Und jetzt erwartet er tatsächlich was von mir. Natürlich plaudere ich keine interne aus. Ich spreche hier alles vorher ab. Und tatsächlich wollte ich ihn nochmal fragen, ob er vielleicht nochmal guten Willen zeigen kann. Denn ich habe ein bisschen Angst vor deiner Frau, die mir die ganze Zeit so Sachen schreibt wie, beim dritten Mal habe ich nicht mehr so viel Glück. Und sie bringt die Frauen um die Ecke, die ihren Mann anmachen und sowas. Und ich, wie wäre es, wenn du dafür sorgst, natürlich anders geschrieben, dass sie sich, oder dass du sie auslieferst, lebend. Das ist aber auch schwierig, weil dann, wenn er das wirklich machen würde, bringt er die ja in Gefahr. Sie können sich heranarbeiten und also sagen, dass er noch im weiteren, genau richtig, dass er erst mal sagt, dass sie schreiben, noch ein guter Wille wäre nicht schlecht. Und vielleicht haben sie ja die Möglichkeit, da etwas vorzuschlagen. Aber kann auch sein, dass er das Gespräch übernimmt und einfach irgendwas droppt irgendwo. Oder vielleicht auch gar nichts droppt. Oder eine Falle draus macht. Aber ich will halt jetzt erst mal was von mir. Aber es scheint, als hätte er es vergessen, was natürlich super war. Aber für den Fall, der fände, dass er es nicht hat, brauche ich irgendeine gute Lüge oder irgendwie sowas. Und ich möchte trotzdem noch eine Sache ansprechen. Ich traue mich das einfach nicht. Wirklich. Aber eine minimale Chance. Ich habe ja gehört, dass sich da jetzt einer stellen wollte. Und der ist erschossen worden. Wohl nicht vom PD. So, das sind die Infos, die ich jetzt habe. Wenn Sie was anderes wissen, dann, sorry. Er hat einen Drive-By auf den Herren tatsächlich. Ja, so habe ich das auch gehört. Aber laut der SMS hat er ja gesagt, dass nicht nur das PD gerade seine Feinde sind. So. Wenn ich jetzt ein bisschen rumspiele, klingt das so, als wäre es auch irgendwie die eigene Reihen. Natürlich kann er mir das auch alles sagen, damit ich ihm vertraue. Ganz doof bin ich ja nicht. Okay, dann. Wenn eine minimale Chance besteht, dass das vielleicht auch jemand ist, der sich stellen will. Eine ganz, ganz kleine. Stellen nicht, aber dass er seinen Leuten nicht vertraut wäre, nicht abwegig. Ich würde dann einmal kurz übernehmen, wenn das für sie okay ist. Ja. Und kurz auf meine beiden spannenden Telefonate eingehen. Und zwar habe ich zwei Vorträge der griechischen Mythologie gestern bekommen. Das erste Gespräch hat um 23.24 Uhr stattgefunden und ging ungefähr zwei Minuten. Das war zu dem Zeitpunkt, wo der Anatoly vor Ort verstorben ist. Der Tenor des Gesprächs war wie folgt. Es ist nicht alles, logischerweise. Ich habe nur die Phrasen aufgeschrieben, die ich halt aufschreiben konnte, weil ich hatte in der P5 auch in der Hand. Das ist halt schwierig, ne? Hm, ja. Verrat und betrug. Wir haben dann erst mal geschrieben. Kurz nochmal. Okay. Verrat und betrug bleibt ohne Konsequenzen. Der Verrat von Jason, der denkt, er habe die Oberhand. Er liegt einer grausamen Vergeltung. Medea entfestet ihre Kräfte, um ihn und seine Verbündeten unermesslichen Schmerzen zuzufügen. Finsterer Abgrund Tartaros. Irgendwas mit Kronos. Verrat an seinem Vater und seinen Kindern. Die Waage der Gerechtigkeit neigt sich unweigerlich zu einer finalen, ausgleichenden Abrechnung. Mythologische Bezüge. Jason, oder auch anders geschrieben, Jason, ist ein Heldengestalt aus der griechischen Saga. Medea ist, bin mir nicht sicher, ob das hier der Bezug drauf ist, Medea steht eigentlich für eine gewisse Frau. Weiß aber nicht, ob da vielleicht irgendwie was mit der Stadt ist oder so. Müssen wir nochmal genauer nachschauen. Ich bin jetzt auch kein Historiker. Uranus ist der Erstgeborene der Gaia. War einer der ersten Götter der griechischen Saga. Die Kinder des Uranus, zwölf Titanen, drei Kyklopen und drei Hekaton-Sheren-Ingwas, wurden in Tartaros verbannt, aufgrund, dass sie halt ein böswilliges Verhalten gegenüber ihrem Vater Uranus gezeigt haben. Tartaros ist die Unterwelt. Kronos ist der Sohn des Uranus und der Vater des Zeus und wollte sich halt, wenn ich das richtig verstanden habe, auflehnen. Das ist das erste Gespräch. Das zweite Gespräch ging zweieinhalb Minuten. Oh, da muss ich nochmal nachschauen. Thema des Gesprächs. Ein geliebter Mensch durch den Verrat und Arculus verloren geht, dann singen die Musen, dass sie gegenseitig nicht ungeschoren verloren geht. Die Sage des Achilles konnte Rache für seinen gefallenen Gefährten Patrocolaus nehmen. Das Rat des Schicksals wird gesteuert von den Göttern, in dem Fall von denen. Für jeden Verlust gibt es eine Antwort und Ausgleich. Götter wie Nemesis und Themis wachen darüber, dass die Gerechtigkeit ihren Lauf nimmt. Die Gerechtigkeit ist nicht blind, sondern sorgt dafür, dass der Verlust vergeltet wird. Mythologische Bezüge. Ananke, in dem Fall die Einzahl, ist die Personifizierung des unpersönlichen Schicksals. Das Wort wurde während des Gesprächs benutzt. Musen wird wahrscheinlich jedem klar sein, was es ist. Generell die Sage des Achilles und Patrocolaus, die beiden waren Gefährten, ist halt sehr interessant auf Bezugnahme von gestern, wo die Dame oben auf der Brücke niedergeschossen wurde vielleicht. Nemesis, Göttin der Rache und Themis, Göttin der Ordnung und Gerechtigkeit. Das waren die Sachen, die gestern in diesen Gesprächen ungefähr vorgekommen sind. De facto hört sich das an als... Es wirkt ein bisschen so, als wäre er erzürnt. In einer gewissen Hinsicht wurde gestern in den Raum geworfen. Der Herr, der mit mir telefoniert hat. Und es wirkte so, als wäre es die Reaktion auf unter anderem die niedergeschossene Dame oben auf der Brücke. Weil das zweite Gespräch, das danach stattgefunden hat, da waren wir schon im Mission World Department. Und die erste Bezugnahme halt auf den Verräter, der, ja, hingerichtet wurde. Letzten Endes, in einer gewissen Hinsicht. Oder gejagt wurde wie ein armes Schwein. Gedanken? Oh, das müsste ich tatsächlich aufgeschrieben sehen. Also das wäre super, wenn man... Ist kein Problem, kann ich eben zuschicken. Ja, das wäre nett. Geht bei mir relativ schnell. Rechnen das alle Anwesenden hier? Ja, wir messen uns auch noch an den Detektor-Account, dass du das auch am... Das sind halt meine Notizen, so ein bisschen, ne? Bitte nicht vergessen in dem Fall. Also es kommen viele neue Namen ins Spiel. Oder eher Metaphern. Die Frage ist, ob hier Andeutungen nicht gemacht wurden, was... ...gewisse Mitglieder angeht. Ob das deren Namen sind. Wie zum Beispiel Nemesis und Themis. Also Nemesis war deren Scheinfirma zum Beispiel. Ja, interessant. So... Geh schon mal in die Richtung leicht, ne? Mach alle C10-Bilder, willst du das auch haben? Ja, warum nicht? Achso. Beide? Einfach beide. Ich glaube, die Antwort ist ja. Ich glaube, es ist ja zu essen. Braucht jemand noch irgendwas? Ich glaube, da jemanden neben mir, glaube ich. Ich nehme was, klar, immer. Perfekt, bringe ich dir mit. Ja. Wir haben doch einfach echt alle an der Waffe, so. Mein Statement halt so. Tendenziell. Er hat selber mir bedacht gerettet nebenbei. Also ich kam auch gar nicht dazu, ihm was zu sagen. Ich habe halt nur meine typische Phrase am Telefon gesagt. Und das war es dann auch. Er hat dann einfach das Rote zitiert und hat aufgelegt. Ja. Obwiss die, glaube ich, dass die meine Nummer haben. Ja, nee, das war gerade von Laute. Ich weiß. Ist nicht klar, wie Ariane im Endeffekt dann jetzt spielen, ne? Weil die ist ja schon so ein bisschen, es ist Ariane halt, ne? Aber ich gehe auch davon aus, dass ich auch nur mittels im Zweck war. Mehr auch nicht. Das ist jetzt nicht, warum man dann nochmal besonderes Interesse an mir haben sollte. Ich bin halt irgendein Officer. Ja, Führungskraft. Wie auch immer. Also das Einzige sind halt Notizen bei euch, aber die sind jetzt auch nicht ausführlich oder so. Das sind einfach nur Namen und Positionen, was ja teilweise sogar öffentlich zugänglich ist. Ja, grundsätzliche Informationen, zumindest bei mir zu bekommen, ist eh sowieso nicht so einfach. Ich glaube auch nicht, dass ihr bisher so komisch, na ja, der Rest bin ich mir echt unsicher. Ja. Passt schon so. Korin, du hast übrigens auch Zugriff auf die Akte. Die ist nicht im normalen Aktensystem, aber unter Resonat freigegeben. Siehst du die? Ja, ich... Was heißt? Schau mal, ob ich es nachdem dann so zu sagen. Sag mal bitte, mach mal Bescheid. Ich glaube, es wird nicht mehr drauf reinfallen. Ich habe leider sehr viele verschiedene Zugriffe im Moment auf verschiedene Dinge. Das ist so gut gemacht, Alter. Ich kann es nicht mehr. Das ist ja ein Meister insoweit, das ist unfassbar. Die Nachricht vorlesen. Brian Miller mit IA. Und Ariane hat geschrieben, ich hasse mich dafür, das zuzugeben, aber ich auch an dich. Dann hat er geschrieben, wie geht es deiner Fälschung? Brauchst du irgendwas? Soll ich die Rechnung vom Endierer nehmen? Was brauchst du oder kann ich was tun? Egal was. Armationen. Ich brauche sicher... Achso. Miss Barnes sind auch drin. Sind auch drin. Alle Anwesenden hier. Ich will das Thema nicht ansteigen. Weil mir das ein... Warum hatte ich das nochmal vorgelesen? Wir wollten das auf irgendwas beziehen, gerade was die gesagt haben, Miss Barnes. Dankengang ist mir nur gerade entfallen. Entschuldigung, ich bin jetzt der Anforder, ich auch wieder auf die SMS von dem. Alles gut. Meine Güte, der macht das schon ziemlich gut. Ne, was ich... Ja, ich wollte noch was sagen. Lass mich überlegen, kurz. Wollen wir kurz in meinen Kissen gucken? Wir haben alle die Mails. Ist das übrigens... Ist Testois wirklich Matthew Wilson? Also ist das komplett bestätigt? Oder könnte das auch wieder irgendwie, keine Ahnung, auch so ein Fake-Name sein? Ja, also die Götternamen sind sowieso Fake-Namen, aber Matthew Wilson ist kein hundertprozentig bestätigter Name. Könnte auch wieder ein Alias sein. Aber wir wissen, dass eben Matthew Wilson der Fake-Gottier ist. Und wenn der Fake-Gottier... Wir wissen, dass Testois Fake-Gottier ist. Ja, wir wissen auch, dass Matthew Wilson Fake-Gottier ist. Ja, genau. Das stimmt. Ja, genau. Also wir wissen, dass er das ist, ja. Mann, ey. Ich muss mir anfangen, alles jeden Fizzle mal aufzuschreiben. Ich habe gehört, dass die andere Geisel da so etwas Ähnliches gemacht worden ist. Ja, Miss Leblanc war das in dem Fall. Miss Leblanc wurde so sehr um den Finger gewickelt, meiner Meinung nach, dass sie dadurch auch... ...zu sehr die Nähe des Geiselnehmers gesucht hat. In Stockholm. Ja, aber ich... Das hören sie wahrscheinlich nicht gerne, aber... ...auch bei mir wird das gerade verdammt gut gemacht. Ja. Das, äh... ...wär das noch vor einigen Monaten wäre, die Sachen mit Evan Anderson nicht passiert, dann, ähm... ...hätte ich mich wahrscheinlich auch einnullen lassen. Ganz ehrlich. Deswegen, ich möchte gleich definitiv mein Gespräch mit Herrn Maaßen haben, damit mir sowas nicht passiert. Alles, was ich ihm... Er hat mir einen ganzen Leidfaden für Manipulation damals geschickt. Ich habe das komplett mit ihm aufgearbeitet. Ich will ihm Sachen vorlesen und ich möchte, dass er mir sagt, hör zu, das ist die und die Manipulationstechnik. Das ist mir wichtig gerade. Ich brauche das. Ich, äh... Das ist doch absolut okay. Ja. Grundsätzlich wichtig, was sie sich aber immer im Kopf halten sollen. Kein Treffen alleine. Definitiv. Vorsichtig, was sie sagen. Wenn sie sich unsicher sind, fragen sie einen von uns Anwesenden hier. Okay. Jederzeit, egal in welcher Uhrzeit. Dann geben sie mir jetzt aber was vor. Also soll ich jetzt da all in gehen? Soll ich da jetzt, äh... Vorsichtig zurückflirten oder was? Ich muss das wissen. Ich will nicht, dass irgendjemand... Ich habe ja eine Freigabe erteilt für mein Telefon. Und ich will nicht, dass irgendjemand sagt, dass ich hier... Ne, ich will das vorher einfach klar machen. Ja, am besten antworten sie einfach gar nicht mehr alleine, sondern immer mit einer hochrangigen Person daneben, dass man gemeinsam darüber entscheiden kann, was jetzt sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Das ist schwierig, weil ich schon mal dabei beobachte. Oder hundertprozentig. Das wird ja, das wird ja riechen. Ich habe jetzt gerade geantwortet und ich antworte eigentlich, wenn ich zu Hause bin. Alternativ würde ich sagen, sie brieft uns einfach jedes Mal. Was hältst du davon kümmer? Also wir hatten... Ja, ich meine, das sowieso. Ich meine, sie schickt uns ja auch immer die SMS noch per E-Mail. Ja, ich habe sie ja gerade auch komplett vorgelesen. Also wie gesagt, Freigabe, sowas alles. Ich hatte da ja was unterschrieben. Ja, genau. Datenschutzaufhebung haben wir auch schon dafür. Wenn wir ehrlich sind, es ist halt gerade ein Stäbchen, nach dem wir greifen können, ne? Ja, ich will es nicht aufgeben komplett, das ist auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, wenn sie da zu viel, dann wird es erstens zu offensichtlich und zweitens, es würde ihn halt einfach nicht abkaufen. Ich mache da schon geschickt. Nein, ach, nichts gegen sie, Miss Barnes, aber ich glaube, dass er halt einfach nicht dumm ist. Und ich glaube, dass wir auch vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich da irgendwer vielleicht eine andere Meinung habe, nicht der 100% richtige Weg. Also es gibt keinen perfekten Weg, aber ja. Das Problem ist, dass es... Solche Dinge sind immer eine sehr komplizierte Thematik. Ich finde den Weg, den Miss Barnes vorschlägt, nicht schlecht. Ich sehe aber auch hier die Kritik von Miss Nook und Mr. Creamer. Aber vielleicht nochmal zum Verständnis. Ich gehe jetzt nicht hin und schreibe, ich bin jetzt gerade hier in meinem Kissen am Wein, weil du jetzt nicht hier bei mir bist. Das mache ich nicht. Ich mixe das immer mit ein bisschen Ehrlichkeit. Hör zu, wir sichern uns hier gerade beide ab. Jetzt seien wir doch mal ehrlich. Und dann mit so ein bisschen Zuwendung. Ja, nicht Zuwendung, aber zum Beispiel habe ich jetzt gerade geschrieben... Oh mein Gott. Ich habe jetzt gerade geschrieben... Er hat geschrieben, ich denke an dich. Da habe ich geschrieben, ich hasse mich dafür, das zuzugeben, aber ja, ich auch an dich. Er hat geschrieben, wie geht es deiner Verletzung? Brauchst du irgendwas? Soll ich die Rechnung vom MD übernehmen? Was brauchst du oder kann ich was tun? Egal was. Da habe ich geschrieben, ich brauche Sicherheit, aber nicht von dir. Ich will das Thema jetzt aber nicht anschneiden, weil mir das eine heidene Angst macht. Also ich fange jetzt schon an, so ein bisschen auf dieses mit seiner Freundin da. Ach, das muss ich langsam machen. Und da hat er geschrieben, soll ich auf Abstand gehen und dich in Ruhe lassen? Würde es dir dann besser gehen? Und dann schreibe ich jetzt einfach, dich meine ich nicht. Alles gut. Ich will mich auch nicht unnötig in Gefahr bringen, aber wir müssen schon irgendwas wegen Sonntag irgendwie absprechen. Ja, also Sonntag ist ja sowieso nochmal ein extra Thema. Ein anderes Thema, ja. Genau, also jetzt ist ja erstmal die Vorgehensweise, wie sie weiter mit ihm kommunizieren. Wie sehr, sagen wir mal, um es so auszudrücken. Aber Sonntag ist ja nochmal eine separate Geschichte. Würde ich gleich dann im Anschluss machen. Also ich wäre vielleicht fein damit, wenn sie täglich, solange das halt zeitlich halt klappt, bei Ihnen und Herrn Larsen, täglich mit Herrn Larsen Gespräche führen und Herr Larsen uns danach ein Feedback gibt, wie er das sieht, wie sehr sie sozusagen, also weil, solange sie das nur spielen, dass sie da gewisse, ne, ihm sozusagen mitgegenflirten, ist das ja auch voll okay. Aber solange das halt echt wird und sie da wirklich emotional gebunden irgendwann sind an dem Herrn, geht das halt nicht mehr. Dann müssen wir sie da sofort rausholen. Definitiv. Ich glaube, ich bin rational genug, dass mir das nicht passiert, aber... Deswegen der Vorschlag, so viel wie es geht, täglich mit Herrn Larsen reden, dass er sich das anhört, dass er sich darüber eine Meinung gibt und uns dann das Feedback gibt, ob es für ihn noch in einem Rahmen ist, das... Gut, hast du das fein gelassen? Hast du die Brille untergefallen? Bis Bans. Ja. Ja, ja. Sonst gehen wir mal schnell auf die Seite, sie stehen fast bei der Brille von dem Red Assistant Chief. Wacht doch was. Alter Mann, brauchst du ja nicht ein Bücken. Okay. Nötige Ex. Irgendwann, irgendwer stirbt dir gleich. Wurscht dir gar gar nichts. Ja. Bis Bans. Passen Sie auf, wir machen das so. Sie versprechen mir jetzt hier etwas. Und ich sage Ihnen, wie es ist, wenn mir jemand ein Versprechen bricht bei mir, war es das. Hier guck mir, der drohend anfangen ist schon mal nicht so gut. Ich denke, ich weiß, aber... Also, Miss Bans, Sie sagen, ab dem Zeitpunkt, wo Sie das Gefühl haben, dass Sie eine absolute emotionale Korrumpierung haben und das Gefühl haben, dass Sie zu tief drin sind, kommen Sie sofort in mein Büro und sagen mir das. Ich werde Sie damit sofort abziehen. Ohne wenn und aber, ohne Diskussion. Versprechen Sie mir das. Das versprechen Sie weiter, irgendwas. Dann geben Sie mir Finger drauf. Bei die Hand. Und auch wenn Sie das nicht mehr wollen, dann unterstützen wir das genauso, um es hier nochmal zu unterbauen. Ich will trotzdem auch ein bisschen... Ich muss offen sein. Ich halte mich für rational genug, dass es mir nicht passiert. Ich habe mit der Nase so viel ausgearbeitet über Manipulationen und so weiter und so fort. Privat ist es gerade ein bisschen schwierig, wissen Sie. Ich habe in ungefähr anderthalb Jahren so eine Art von Zuneigung nicht bekommen. Ich würde es auch fast sagen, in drei Jahren. Deswegen will ich dieses Gespräch mit Herrn Larsen einfach, um mich zu schützen. Ich glaube aber, dass mir das... Nein, ich bin mir sicher, das passiert mir nicht. Trotzdem sage ich das ganz offen. Aber Frau Kater hat mir da heute sowieso genug erzählt, dass ich weiß, okay, mit wem man es da jetzt zu tun hat. Und er ist wirklich verdammt gut. Also ich vertraue Sie, dass Sie das selbst einschätzen können und eventuell selbst die Reichsweise ziehen können. Wenn Ihnen das hilft, dass wir da diese Sicherheitsmaßnahmen mit Herrn Larsen noch mit einbauen, falls der irgendwas sieht, dass wir da noch die Reichsweise ziehen können, ich glaube, dann wären wir zumindest in dem Punkt abgesichert, wenn das für Sie okay ist. Ja, und wie gesagt, mal die Datenschutzaufwichtung, ne? Die kann ich mir auch gerne für meinen ganzen Wünscher und es ist mir alles egal. Ja, alles gut. Also bei dieser Datenschutzaufwichtung, dass Sie das auch wissen, geht es gar nicht darum, dass wir sie kontrollieren etc., sondern es geht nur darum, dass wenn das irgendwann vor Gericht geht, dass wir nicht nur ihre Screenshots haben, sondern dass wir vorher einmal beim Telefonanbieter, die den kompletten SMS-Verlauf als Beweis wirklich haben und das nicht angekreidet werden kann. Ähm, Herr Kuriyama. Mhm. Fee zieht heute bei mir aus, die war jetzt eine Zeit lang bei mir, das heißt, ich würde dann wieder alleine wohnen. Wird das Angebot noch stehen? Ich würde es tatsächlich gerne annehmen, weil... Das Angebot steht noch, ja. Okay, super. Okay, dann würde ich sagen, ist der Punkt derweil okay oder... Also dazu noch Fragen sonst? Das ist okay. Und dann... Äh, nein, Entschuldigung, eine Sache noch. Wenn ich mit Informanten geredet habe, ich war, wie gesagt, immer ein Teil ehrlich. Also wenn sie da wirklich was sehen im Telefon, so, hey, ich bin jetzt mal ehrlich, eigentlich für dich so und so, dann ist das nicht das, was ich wirklich meine. Das ist mir sehr wichtig. Ja, Miss Barnes, wir wollen Ihnen nichts unterstellen in keiner Weise. Ich weiß, Sie arbeiten mit uns zusammen. Ja, alles gut, keine Sorge. Wenn das für dich noch viel mal auch okay wäre, ich würde sagen, wir machen es ähnlich wie bei LeBlanc, nur mit uns beiden, dass sie uns jedes Mal direkt einfach so eine SMS schreiben, wenn sie von ihm kontaktiert werden, damit wir einfach Bescheid wissen, wenn das für sie okay wäre. Ich finde, ist das auch für dich okay, wenn du da die zweite Person wärst? Okay, wunderbar. Ähm, sollte irgendwer von uns halt nicht da sein, dann können wir natürlich auch, ähm, Herrn Korayame, ne, Herr Dupont, Herr Miller, also, klein oder groß, wenn ich das mal sagen darf, also, wir können, also von Detective Seite kann ich den, auf alle Fälle, Herr Krimer, ich, Herr Chase und Herr Miller, natürlich auch Herr Dupont oder jeden anderen, ähm, dann können Sie da kontaktieren, wenn irgendwas ganz dringend ist. Okay, also, äh, Herr Krimer und, und Sie auf jeden Fall, ne? Ja, also wir auf jeden Fall und Herr Miller und Herr Chase sind genauso gut involviert in dem Fall, genauso wie Herr Dupont. Aber da schicke ich wahrscheinlich alles, äh, an den Detective-Account, das geht doch dann eh für alle, oder? Ist das nicht einfacher, als jetzt jeden einzelnen Bescheid zu sagen? Ne, also es geht nur darum, wenn Sie eine SMS akut bekommen, dass Sie uns einfach kurz Bescheid geben und eventuell, wenn da wirklich irgendwas Brisantes drin sind, einfach ganz kurz in einem Satz oder so sagen, warum und worum es da geht, dass wir sie eventuell dann anrufen und dass wir es einfach sofort haben und nicht, ne, dass wir darauf reagieren können. Ja, genau, die Bilder und so gehen weiter wie gewohnt an Detective-Account, nur dass wir so eine kurze SMS bekommen, ja, ich schreib mir oder weiß es, ich hab mit ihm Kontakt, wenn das für Sie geht. Okay, weil das ist tatsächlich fast am laufenden Band. Ja, dann schreiben Sie, wenn Ihnen irgendwas ganz brisant auffällt, ungefähr. Okay, okay, wenn, wenn was wichtiges ist, wenn, wenn da was ist, wenn ich denke, oh, scheiße, der ist jetzt irgendwo, der hat grad geschrieben, hey, ich bin grad am Blablabla, oder? Genau. Ich stehe zu deiner Seite. Ein gutes Beispiel, der Leblanc hat diese Anatoly zum Beispiel mal geschrieben, er möchte sich in der nächsten Zeit oder in der nächsten Stunde neu einkleiden und hat vor, ins Erfordernis zu gehen, dann wäre es halt super, wenn Sie uns das sofort sagen und nicht erst am Abend dann die E-Mail kommt. Also nur so als Beispiel. Ja, das wurde ich vermeiden, tatsächlich jetzt alleine rauszugehen. Ich hab den Schluss verkauft beim Affordernis, aber das ist egal, du bist die nächste Sache. Okay, dann geht's noch um das Treffen an Sonntag jetzt. Gab's da schon irgendeinen Treffpunkt? Nee, oder? Es wurde nur von einem allgemeinen Treffen gesprochen, wenn ich... Ja, aber er weiß definitiv, ich bin nicht erinnert, das weiß der einfach. Und er sagt, er kommt nicht alleine, aber ich denke, die liebe Frau Fake hat damit auch dabei sein. Ah. Es sei denn, sie sind nicht wirklich vorher aus. Was ich mir nicht vorstellen kann. Ja, aber wegen dem Treffen wollen wir euch beide dabei haben, Großmüller und Coriame, einfach um das mal abzuklären. Also wir sind uns da selber gerade unsicher, ob wir das machen sollen oder nicht. Auch Frau Bahns ist sich unserer, also wie mir das jetzt gesagt wurde, auch unsicher, ob das halt nicht zu gefährlich ist. Ja. Und ob man das eingehen sollte oder nicht. Naja, wenn die gesamte Gruppierung da auftaucht oder auch nur ein Teil davon, ich meine, ihr kennt die Ausrüstung von denen, wir sind auf jeden Fall im Nachteil, kommen wir auf jeden Fall im Nachteil. Also SMS-Kontakt können wir halt kontrollieren oder auch Anrufe, aber das direkte Treffen, ich bin mir halt echt unsicher, ehrlich gesagt. Naja, geht es davon aus? Ich sag mal so, wenn ihr als Ops uns sagt, wir können das Treffen absichern, dass Frau Bahns nichts passiert und Frau Bahns sagt, sie traut sich das zu, dann würden wir sagen, okay, machen wir. Wenn aber eins der beiden Dinge halt nicht eintrifft, dann sagen wir, wir machen das nicht, weil wir, auch wenn es vielleicht ein Ermittlungserfolg wird, würden wir halt sonst das Leben von Frau Bahns komplett in Gefährdung bringen. Ich fühle mich sehr viel. Ich fühle mich. Es wird schon genug in Gefährdung gemacht, als sie mit in die Bank genommen wurde. Ich weiß, sie hatte recht, aber. So eine hundertprozentige Garantie gibt es nicht. Wir können das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen absichern, aber es gibt keine Garantie, dass ihnen dann nichts passiert. Weil wir nicht, wir haben halt eine Unbekannte, ne? Wir wissen nicht, kommt er jetzt wirklich alleine, hat er seine Kollegen dabei. Wenn das der Fall ist, wie viele gibt es von denen noch, wissen wir aktuell auch nicht. Wir wissen halt nur um deren Ausrüstung, die halt vom Kaliber und auch sonst unserer überlegen ist. Wenn wir jetzt nicht gerade, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Officer mit schwerster Wurf nur dabei haben. Also meiner Meinung nach wäre das zu riskant. Vielleicht sieht der Assistant schieft das anders. Die Unbekannte Variable machen mir zu große Sorgen. Plus die eingeschränkte Einsatzfähigkeit unserer besten Leute. Momentan laufen wir nicht alle auf 100 Prozent, bin ich halt ehrlich. Ich mache da auch keine Lüge draus. Das passiert leider auch viel nebenbei immer noch. Ja. Die letzten Abende zehren, wirklich, das merke ich bei Gutheal, das merke ich bei Sergeant Barnes. Merke ich auch teilweise zwischendurch bei mir. Ich glaube, ich würde es bei den Detectives unterschreiben genauso. Ja, gehe ich halt auch stark von aus. Ihr seid genauso teilweise am Arsch. Das Problem ist, Absicherung haben wir nie hundertprozentig bei solchen Themen. Also wirklich nie. Das wäre eine Lüge, wenn wir das behaupten. Aber meist sind wir so bei 90 Prozent. In dem Fall hier sind wir bei 40 Prozent Sicherheit. Bin ich halt ehrlich. Ja, das Problem, wir reden nicht von irgendeiner Gang oder so. Wir reden halt von einer fucking Terrorgruppe. Wir reden von einer Gruppe, die Gautier mit einem Helikopter entführt hat. Kürzlich aufgetaucht ist, mitgenommen, weg. Und die waren abgesichert. Anscheinend, angeblich. Die Weiß und Till nach Hause oder ins PD verfolgt haben mit einem Helikopter und auf das PD geschossen haben. Obwohl immer noch nicht bekannt ist, ob der irgendeine Bewaffnung hatte oder nicht. Also er hat ja geschrieben, und trotzdem stelle ich mir die Frage, ob es nun wirklich Sonntag sein wird. Wenn Sie mir ehrlich, ob das jemand zustande kommt? Also auch, der ist sich komplett der ganzen Sache bewusst. Der weiß auch, ich komme nicht allein. Ich sage mal so. Der kommt nicht allein. Ich habe gestern gesehen, wie ein Mensch durchsiebt wurde mit Schnellfeuerwaffen. Der sich stellen wollte. Der kooperieren wollte. Einfach so. Aus dem Nichts. Einfach erbarmungslos. Die Gefahr, dass er dort hingerichtet wird von seinen Leuten, besteht halt auch. Und wenn sie mit ihm in der Nähe stehen und die damit solchen Waffen auf sie schießen oder auf den Herrn schießen, besteht halt auch sehr gut die Gefahr, dass die getroffen werden. Die Gefahr besteht auch einfach, dass er seine Waffen zieht und Miss Bahns, sorry für die Aussage jetzt, einfach Kopfschuss gibt. Ja, aber ich meine, nehmen wir jetzt mal an, tatsächlich, was er sagt, ist richtig. Und da ist wirklich eine bestimmte... Also er will wirklich was mit ihr machen und ist wirklich vielleicht ihr gegenüber sogar gut gestimmt. Dann sehe ich aber allein da die Gefahr groß, dass er exekutiert wird. Ja, ähnlich wie an Tornoli. Weil bis jetzt jede Person, die in kleinster Weise eine Gefahr war, selbst dieser Typ, der nur nach dem Unfall ins Emly sollte, der dann im FD transportiert wurde, die wurden auf dem Highway abgefangen, mit Waffengewalt rausgezogen und auf dem Highway noch exekutiert. Und wenn sie sich mit dem treffen... Nun, es gibt auch keinen Ort, so wirklich, wo wir die Oberhand haben. Ich überlege die ganze Zeit, was für einen Ort man einfach nehmen könnte. Wie zählt? Ja, also im PD, glaube ich, selbst da bin ich mir nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt. Ja, okay. Also ich weiß, dass die Meinung der SDA hier jetzt keinen Wert hat. Ich will es trotzdem mal erwähnt werden. Ich habe ja mit der SDA nochmal drüber gesprochen, auch über das Treffen. Sie unterschreibt das. Also ja, es könnte einen Ermittlungserfolg geben, aber nur wenn wir Miss Barnes Leben schützen können. Sonst können sie das quasi auch nicht verantworten. Also für mich persönlich hat die Meinung der SDA schon hohen Wert hier. Die sind Teil einer Ermittlungsgruppe, einer Taskforce gerade. Ja, das stimmt, aber die letztendliche Entscheidung liegt ja bei Miss Barnes und uns schlussendlich. Richtig, aber Impulse sind ja Impulse. Also wir nehmen hier einen Impulse mit rein, aber wenn die es ja auch ähnlich sehen, ist das schon mal gut. Genau, ich hatte da heute mit, weil die heute nicht, also ich wusste, dass sie nicht anwesend sein können, sonst hätte ich die auch noch nicht zugezogen. Das Problem ist, ein öffentlicher Ort kannst du auch nicht nehmen oder ein Restaurant unserer Zivilisten eingefahren. Und wie ihr, ich sag mal, den schlimmsten Farbenkant freies Schussfeld. Also ich glaube, wir sind uns alle einig. Grundsätzlich ist unsere MP auch so ein Ding, wo es schwierig ist, auf extrem großer Range zu schießen. Miller, korrigiere mich, du bist eher der Waffenexperte. Wenn du mal einen sauberen Schuss setzen willst, 300 bis maximal 500 Meter, dann aber auch, dann soll es aber auch windstill sein. Alles andere drüber wird schon schwieriger. Das heißt, es gibt einen Ort. Irgendwo. Ich habe einen Ort. Das ist einer meiner ehemaligen Informantenspots, wo ich früher noch CIs hatte. East East Tankstelle. Hat nicht viele Eingänge. Nicht viel Platz für den Helikopter, der plötzlich landen kann. Romantik. Wenn das richtig zugemacht wird, dann gibt es einen Burger-Shot. Oder siehst du East Airway, lande ich dir auf jeden Fall mit dem Maverick und dem Buzzard. Ja, aber der muss ein bisschen vorsichtiger sein und braucht länger, wo man halt eingreifen kann. Wir können ja gerade zumachen. Oder die lassen einfach die Tankstelle explodieren. Ja. Nein, 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 nicht an der Tankstelle direkt, meine ich halt. Ich war ein bisschen mit Entfernung. Können wir da gleich mal hinfahren? Wir können da einfach mal hinfahren, halt auch gemeinsam. Aber ich meine, selbst wenn wir einen guten Ort haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir das trotzdem so durchführen können. Die haben, die können einfach alle unballern. Die Unbekannten und, also ich sage, wir haben keine Ahnung, wie groß diese Gruppierung im Gesamten ist. Wie viele Mitglieder, die die noch haben. Wir wissen um deren Ausrüstung, wir wissen um deren Bewaffnung. Wir sind im Nachteil, das weiß ich. Das Problem ist, wir haben nur vier MP5s aktuell. Die sind maximal eine fünfte mit Tanaka. Und Tanaka ist halt nur eine Nacht. Ich will das RP, aber ich will auch nicht, dass Ariane stirbt. Aber ich will dieses RP allein für die Story so. Oh, das ist so doof gerade. Das ist halt das zusätzliche Problem. Wir müssen keine Angst haben, dass sie stirbt. Und ich bin ehrlich, ich werde hier keine Sondergenügung für ihn jemanden geben, weil das ist nicht im Sinne von weiß wahrscheinlich. Das ist die, was auch nicht im Sinne davon, ihr Leben zu schützen. Kann irgendetwas passieren, dass man das machen muss? Ihr Leben geht vor, jeglichem Erfolg bei der Strafverfolgung. So verlockend das vielleicht auch sein kann. Und da würde ich auch ganz klares Veto einlegen, wenn sie dann einen Einsatz vorhatten. Weil die Chance, dass sie dabei draufgehen, ist vermutlich höher als der Wert dessen, was sie an Informationen bekommen können. Also auch von jetzt leitender Detektor-Seite des Falls würde ich das genau so unterschreiben. Ich könnte den Einsatz auch, ich bin jetzt opt-technisch nicht ganz so, aber von ermittlungstechnischer Seite auch selbst mit den Gefahren nicht unterschreiben. Naja, man könnte ihn auch schreiben. Du kannst dich auf Stellen von treffen. Das könnte man machen. Also den zwischenweg... Schön entspannt Lamesapidien in den Zellen. Ich organisiere ein bisschen... Komm jetzt, dann würde ich das mit den Zellen auch vorstellen. Aber ja. Aber dann ist halt... Also er hat ja schon geschrieben, ob sie ihn nicht verarschen. Ich weiß nicht, ob das eine Reaktion auslösen ist. Wenn wir ihn nicht stellen, haben wir halt ein Problem. Weil dann müssen wir ihn bei dem Einsatz wirklich hinter Gitter bringen. Weil sonst, glaube ich, ist Miss Warns noch mehr in Gefahr. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Äh, ich verabschiede mich für heute. Ja, ich bin morgen wieder da. Passt auf euch auch mal kein Blödsinn. Oh ja, ist so, Mini. Kommst du hier weg, oder? Ich hätte mich jetzt überführen lassen. Also einer von euch fährt mich. Nö, nö, dann verhäuchte ich. Okay, alles klar. Dann bis morgen, ne? Tschüss. Adios. Also ich glaube, der Haupteinsatz, würde ich von Detektor-Seite aus sagen, kann ich eigentlich so nicht unterschreiben. Also wenn sie da wirklich selbst hingehen sollten. Okay. Ich weiß, dass wir uns helfen wollen, aber die Gefahr ist mir zu groß. Und ich weiß nicht, wie es mit Herrn Koryama und Herr Müller. Wir müssen auch sagen, was erhoffen wir uns aus diesem Gespräch. Also selbst wenn sie sich jetzt treffen mit ihm. Man selber sieht das immer noch so ein bisschen verzerrt. Man denkt sich halt, ja, da wird schon schief. Also wird schon gut gehen. Wenn man dann das von außen betrachtet und es halt um jemand anderen geht, hat man nochmal einen anderen Blickwinkel drauf. Wenn man das um mich gingen würde, würde ich das auch anders sehen vielleicht. Krima, ich glaube, das Gespräch weniger. Ich würde ja gerne Risen tatsächlich hinter Gitter bringen. Also festnehmen. Also, ja. Ja. Hier, der wette Assistant Chief, meinen Sie noch irgendwas vom Theater? Ich glaube, das wird deutlich mehr stattfinden. Nee, das können wir auch nicht. Aber das Theater wäre auch eine Möglichkeit, dass ich nicht das, sondern das größere Theater auf der Tribüne. Da könnte tatsächlich zwei Operator auf dem Dach sitzen und auf ihn zielen. Und die Anfahrtmöglichkeit von irgendwelchen Fahrzeugen ist deutlich komplizierter und schwieriger. Die Frage, ob er nicht vielleicht über eine Luftaufklärung oder ähnliches hat. Wenn man in der von der Luft jetzt das machen würde, natürlich. Wäre auch eine Option. Also wenn er irgendwie Luftaufklärung hat, dann sind wir halt auch am Arsch da oben drauf. Und wenn er zum Beispiel in die höheren Reihen des Theaters geht, ist das auch wieder ein Punkt, wo du nicht mit der MP5 vernünftig wirken kannst. Da finde ich einfach reich. Können wir einen zivilen Zugrück theoretisch machen? Aber natürlich. Ah, danke. Kein Problem. Ein beöffentlichter Ort wäre der Vorteil, man könnte zivile Zugriffe machen. Bedeutet aber auch, dass wir weniger Bewaffnung haben. Ja, und ich stelle dir mal vor, der hat, keine Ahnung, der hat einen Trenchcoat an, trägt da drunter seine AK mit sich rum. Und dann fängt der andere zum Beispiel in Legion Square wild rumzuballern. Und dann haben wir x Tote. Vielleicht läuft. Das ist ja wohl bei dem Einsatz des Staatsanwaltschaft auch jemand gestorben, scheinbar. Äh, ja. Ja, definitiv. Ja, die Sache ist, ich müsste es halt eher absagen. Und natürlich auch ich habe ja das Leben geschützt. Boah, das ist ja gerade diese eineinige Chance einfach. Ich fände es so spannend, einfach, was da passiert wäre. Aber ich will nicht, dass die vier. Die Sicherheit zu gewährleisten ist, das kompliziert ist in dieser ganzen Thematik. Orte gibt es genug, aber da wirklich für eine höhere Sicherheit zu sorgen, ist so schwierig, weil wir einfach in der Unterlegenheit der Waffe sind. Das ist eines der größten Probleme momentan. Auch die Unbekannten. Wir wissen nicht, wie viele Leute, die in Cybers, sagen wir mal neben dem öffentlichen Ort, wir wissen nicht, wie viele Leute, die in Cybers an der Menge haben. Ja, die können quasi das Gleiche machen, was wir auch machen eigentlich, weil die haben Zugang zu gleichen, wenn nicht sogar teilweise besseren Mitteln. Die können uns fast immer kontern. Naja, wir haben einen Joker tatsächlich, den man benutzen könnte. Ich weiß bloß nicht, ob sich das auf eine bestimmte Situation bezieht oder ob wir das auch zur Ergreifung nutzen können. Also ich will euch... Wir haben den Zuspruch der vollumfänglichen US Army. Ja, aber ich will euch auch warnen, die haben eventuell auch immer noch Zugriff auf unseren Funk, ne? Hör auf, so einen guten Job zu machen, Frau Nook! Hör auf! Mann! Aber dafür müssten die ja mitbekommen, dass wir den Funkkreis woanders hin wechseln. Wir müssen Funk nicht kommunizieren und der Funk regulär funktioniert. Ich weiß, dass wir doch umarbeiten. Die US Army Scharfschützengewehre? Das war mein Gedanke, nämlich, Grima. Ich weiß, dass ich mal ein Angebot bekommen habe, daran ausgebildet zu werden, aber das ist jetzt uninteressant hier. Hat die Army schon offizielle Befehle für den Einsatz dazu? Ähm, wir haben generell... Nein, das ist für die andere Thematik. Ist halt die Frage, ob das halt... Also mir wurde das so gesagt, dass es erstmal für die andere Geschichte ist. Nicht für die Ergreifung. Also, weil das Problem hatten wir ja schon bei dem Gespräch, wenn sie sich noch erinnern, wegen den Einsatzbefehlen der Army, ob die uns da überhaupt, selbst wenn sie wollten, unterstützen dürften, weil die brauchen ja Genehmigung quasi. Ich hoffe, Entführer Scharf findet einen Hebel. Das kann ich jetzt frühestens morgen in Erfahrung bringen. Also morgen haben wir die Army hier im Hause, da kann ich mit den zuständigen Kollegen nochmal sprechen. Ob sich das halt... Na, auf welche Situation sich das bezieht. Also es hieß, wir hatten die vollumfängliche Unterstützung der US Army, aber nicht in Bezug auf welche Situation. Ich hatte auch nochmal die Frage, inwieweit wir das strukturieren wollen würden und wo wir das dann... Also, es kann ja immer mal dann blöd sein, dass trotzdem ein Zivilist ins Kreuzfeuer kommt oder ähnliches. Also, ich würde sicherheitstechnisch in eure Hand legen, aber mir ist der Ermittlungsvolk fast zu gering dafür, ehrlich gesagt. Wir reden ja auch immer noch hier von deinem Leben und dein Leben ist immer wichtiger als alles andere. Korrekt. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren in dem Thema. Was wäre, wenn wir einen Treffpunkt vorschlagen, wo wir halt... also wo Warns nicht hingeht? Ja, die hatten wir gerade schon, während du weg warst. Das Problem ist... Ich glaube, dann bin ich erst recht dran. Dann wird es Zeit, massiven Personenschutz zu organisieren. Bin ich halt ehrlich. Also, dann haben wir halt das Problem, dann müssten wir quasi versprechen können, dass Wilson da hinkommt und wir den auch festnehmen. Sonst hat Warns meiner Meinung nach ein riesiges Problem. Nicht nur, dass da ist auch Artemis, die wir da hundertprozentig noch Bescheid sagen. Glaube ich nicht. Also, je nachdem. Also, ich glaube nicht, dass wenn er wirklich sich wirklich treffen möchte und das nicht sozusagen von denen ein Ding ist, um sie als Geilte zu nehmen oder so. Oh mein Gott, Herr Krimer, Moment mal, jetzt sind Sie derjenige? Na, aber das meint... Ja, aber selbst wenn er da alleine hinkommt und sie dann nicht auftaucht, das... Also, es war ja schon der Satz, ähm... Was... Ja, ich glaube... Prorigieren Sie, wenn ich mich falsch liege. Ähm... Ja, ich weiß nicht, ob du mich verarschst oder so, mäßig. Wenn ich ehrlich bin, ist nicht die Garantie gegeben, dass der überlebend, äh, dort wegkommt. Aber wenn er sich wehrt, haben wir Status Grün. Die Chance besteht halt wirklich, dass er sich stellen würde. Ich glaube es nicht, nachdem, was ich von Frau Carter gehört habe. Aber die Chance besteht natürlich. Ich glaube nicht, dass er ohne Kampf aufgibt. Selbst wenn er leider alleine ist. Aber es... Ich denke eher, es ist alles ein riesengroßes Wind. Der Krimer in Stockholm, die sind aber hier nicht so rum. Ja, die Theorie hatten Sie vorhin ja auch noch missbahnt, dass das einfach... Ja, das hatte ich auch, ja. Genau, deswegen... Ähm, wolltest du ihn jetzt nicht klauen. Ähm, nee, nee, alles gut. Die ganze Sache halt von ihm auch einfach nur ein riesiges Spiel ist und er quasi missbahnt verarscht. Und dieses Treffen... Das denke ich sowieso. Ja, das... Die Gefahr haben wir auch immer noch. Gut, dann haben wir am Ende ein Treffen, wo niemand hingegangen ist. Aber, ja. Das versteht keinen Spaß. So oder so ist ja schwierig, ne? Ja, dann haben wir halt das Vertrauen. Also, wenn das ein Spiel von ihm ist und niemand hingeht, dann wird er vermutlich sowieso... Ja, dann ist Ende. Eben. Es ist doch jetzt so oder so. Entweder machen wir es in die eine Richtung oder die andere. Es ist beides grad gefährlich. Es gibt aber einen Unterschied, ob wir sie hinschicken. Was wir ja nicht machen werden, haben wir ja jetzt schon gesagt. Oder ob wir sie nicht hinschicken und dann die Gefahr besteht, dass er sie irgendwann später sich holen will. Das ist ja nochmal so eine unterschiedliche Gefahrenslage, sag ich mal. Eine, die wir mehr kontrollieren können als die andere. Ich finde, die Lage, mich da hinzuschicken, es gibt mehr Kontrolle als jemanden, der dann sehr sauer wird, weil er verarscht wurde, vorher noch vorgewarnt hat. Ich weiß nicht. Solange sie sich aber an Regeln halten, können wir sie sicher abholen mit genug Kraft und zu unserem PD bringen, dass sie nie irgendwie alleine irgendwo unterwegs sind oder sowas. Das ist mehr möglich, als wir sie zu schützen, wenn sie sich mit dem Hintreffen, wo er sich vorbereiten kann drauf, die Uhrzeit genau weiß etc. Ich verstehe, was Sie meinen, aber ich will das tatsächlich eher anders. Ich habe die in der Bank erlebt. Ich habe eine ganze Weile mit denen zusammen verbracht. Eine Geisel ist irgendwie aufgestanden und hat vielleicht eine Aufgabe, nicht zufriedenstellend, ich glaube, das waren die Worte, nicht zufriedenstellend erledigt. Zack, Schuss, tot. Und dann wurde sich darüber lustig gemacht. So sind die drauf. Wenn ich den jetzt anlüge und das kommt raus, der wird einen Weg finden, mich irgendwie zu holen. Das sind Psychopathen, das sind keine normalen Menschen. Ja, aber dann will ich es kontrollieren und dieses Treffen ist keine Kontrolle. Dennoch besteht natürlich die Chance, dass der wirklich auch steigen will. Man weiß es einfach nicht. Ja, aber diese unbekannte... Wenn er sie treffen will, muss er sich stellen, ansonsten gibt es das Treffen nicht. Also ich meine, wenn Sie nicht möchten, dass wir das so machen, dass Sie ihn anlügen, weil Sie dann zu sehr Angst haben, okay. Aber Sie dort hinschicken, machen wir auch nicht. Da haben wir gerade eine halbe Stunde darüber geredet, dass wir, so gut wir es auch probieren könnten, Sie nicht so schützen können, dass Ihnen wirklich nichts passiert. Hm, ich finde das immer noch andere eher schwieriger. Dass wir dieses Gespräch hier gerade führen, also zwar nicht jetzt direkt, aber dass dieses Gespräch geführt wird. Deswegen seien Sie halt dann ehrlich zu Ihnen und sagen Sie ihm, entweder machen wir es in einem sicheren Rahmen, im PD, wo Sie sich treffen, der sich stellt, oder wir lassen es. Okay. Also Sie können ja oft einfach sagen, Sie sind sich unsicher, Sie fühlen sich nicht sicher, das wäre nicht gelogen. Ja, nee, nee, das meine ich ja auch. Also diese, ähm, wie sagt man, wahre Lügen, das mache ich immer ziemlich gerne. Und dann lügen Sie ihn nicht an, dann kann er eigentlich, und er meint, der ist sich ja selbst unsicher und ob die Detective-Kollegen vorbeikommen, dann seien Sie halt einfach ehrlich zu ihm, sagen Sie, trauen ihm nicht. Das ist ja auch erstmal okay. Dann ist das, glaube ich, der Weg des wenigsten Widerstandes, um es vielleicht so auszudrücken. Oder der wenigsten Gefahr. Ja, Herr Weiß, der ist hundertprozentig zugelassen, auf jeden Fall. Ich würde ihn wahrscheinlich gleich mal anrufen und mir vorhin ein paar Gedanken machen und dann... Oh, ich muss mich dafür wirklich ganz hart konzentrieren. Ich muss wahrscheinlich mir ein Beisein machen, oder? Anrufen ist oft schwierig, weil das halt nicht nachverfolgbar ist für uns. Also oft sind schriftliche Beweise halt besser. Ja, aber er wird heute, er ruft nach einer Beine immer an. Mich an der Stelle tatsächlich mal ausklinken. Ach, das. Morgen wird ein beschissen langer Tag. In diesem Sinne. Ich freue mich. Vielen Dank fürs Zubeifahren. Gute Nacht. Moment. Sekunde. Ich habe gerade keine ruhige... Ich glaube, ich habe mir neulich alles zu dem Thema gesagt, was meine Meinung ist. Ne, sie haben auf jeden Fall... Sie machen genau das Richtige. Ich bin die Unvernünftige hier. Ach, alles gut, was waren's? Also, wir haben alle unsere Meinungen und wir versuchen das Beste, was zu holen daraus. Ich muss ja aufpassen, wenn sie schreien. Deine Meinung, das Treffen quasi, dass wir das nur vortäuschen. Das ist einfacher umzusetzen oder genauso schwierig für euch? Ich bin da überlegen. Also grundsätzlich... Das Problem ist... Ich würde da gerne vielleicht noch auf die Armee warten und wie er vielleicht darauf reagiert, auch über die SMS, ehrlich gesagt, um das ganz final zu entscheiden. Ich bin mir da unsicher. Aber das nächste hätten wir dann vermutlich ja erst die Entscheidung dann vermutlich erst direkt am Sonntag dafür oder Samstag spätabends. Deswegen, wenn ihr sagt, das ist zu kurz für eure Planung, dann können wir es eh nicht machen. Ach, das ist nicht das Problem. Ich kriege dann schnell hin, das weißt du. Ja, trotzdem will ich nachfragen. Also für mich, aus meiner Warte gesehen, ist es persönlich einfacher, sie zu schützen zum Beispiel mit meinen Leuten, wenn sie sich hingehen würde. Und wir versuchen, ihn zu verarschen. Und das Problem ist, wenn das schief geht, haben wir gar nichts gewonnen, bis auf eine Erhöhung der Bedrohungslage. Wenn wir überhaupt davon noch sprechen können, dass die Bedrohungslage erhöht werden kann, wenn wir ehrlich sind. Das bedeutet, es wird intensiver sein, sie zu schützen, dass er nicht an sie rankommt. Ich meine, es war kompliziert sowieso schon gerade regulär ihr Leben auch. Aber es würde noch ein bisschen mehr die Sachen verkomplizieren. Hatte der andere Typ denn der anderen Dame was getan? Hatten die sich getroffen? Das Problem ist, wir wissen es nicht genau, also ich weiß es zumindest nicht genau. Und ich vertraue auch den Aussagen der Dame nicht. Dass da nicht doch irgendwas war und was sie uns nicht gesagt hat. Und wie sie sich gestern verhalten hat, hat sie für mich die Glaubwürdigkeit dahingehend verloren. Es gab aber auch nie in der Art, wie wir es jetzt mit Ihnen besprechen, ein Treffen zwischen den beiden. Deswegen schwer zu sagen. Aber mir wurde auch gesagt, dass ihre Art und Weise sich schlagartig in irgendeiner Situation geändert hat plötzlich. Als die Charakteristik auf einmal anders war. Und das lässt mich sehr an ihr zweifeln. Ja, also das ist sowieso nur mal ein ganz separates Thema. Das ist total schwierig zu vergleichen, wenn einfach nicht möglich. Der hier. Also, ich weiß nicht, Miss Barnes, ich würde Ihnen halt vorschlagen, die Option mit diesen quasi, ich nenne es jetzt mal, er geht hin, sie aber nicht mal noch offen zu lassen. Da noch auf die SMS zu warten und auch die Army, ob die uns in Ventil unterstützen kann und das etwas spontaner zu entscheiden. Wenn das für alle Beteiligten ja okay ist. Okay, aber ich bin erst Sonntag tatsächlich wieder im Dienst. Ja genau, deswegen meine ich ja, dass wir das dann halt auch erst Sonntag entscheiden. Okay. Das ist auch noch etwas Bedenkzeit halt letztendlich, das war alle Parteien hier. Also, die können da genau bei dem Plan ja immer noch offen sein zu ihm, dass sie sich unsicher sind wegen dem Treffen. Ja, das schwere ich gleich auch. Also, ist es denn okay, wenn ich mich, weil ich muss mich so konzentrieren, wenn ich ihn schreibe. Ist es okay, wenn ich mich denn gleich irgendwo hinsicke und die SMS schreibe? Alles gut, können Sie machen. Weil ich kann das nicht, wenn ich jetzt einen blöden Fehler mache, ich kann das nicht zwischentüren an. Ich kann sowas einfach nicht. Ich muss wirklich nachdenken. Wollen Sie ja auch nicht, missbahnen. Also, das habe ich eigentlich nur zu mir selbst gesagt. Entschuldigung, wenn Sie das hier zu böse sagen. Alles gut. Das war eigentlich für mich sehr. Auch okay ist, dass wir das dann spontan eher am Sonntag entscheiden mit vielleicht auch mehr Infos. Und dann da eventuell den Einsatz angehen oder auch nicht. Wichtig ist hierbei, auch wenn sich das vielleicht sehr dramatisch anhört, sollte mir etwas passieren oder Mr. Miller am morgigen Tag, wendet euch bitte an Goutier. Ich vertraue Goutier, hohrprozentige Zeit. Kannst du morgen ausgehen, dass das passiert? Was auch immer morgen ist? Es ging einfach generell prepared zu sein. Anders formuliert. Ich denke voraus. Und ich denke auch an Alternativen, wenn wir nicht fungieren können. Ich bin nämlich nur am Anfang des Jahres, ich lag fünf Tage im Koma. Ich bin fast verreckt. Also, man muss schon vorausdenken. Dann glaube ich, sind wir für jetzt gerade durch, außer irgendwer will noch was anmerken, wenn wir loswerden. Versucht ein bisschen euch zu sammeln. Es werden spannende Wochen auf uns zukommen. Das ist das, was ich euch gerade sagen kann. Hey, jetzt kriege ich immer mehr Geld dafür. Noch nicht, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Hast du bestanden? Ja, kannst du mal nachschauen, dass das Team schon Detective ist? Kann ich machen. Ich muss mir erst mal von kurz gehen. Hätte man es mir vor 12 Uhr gesagt? Ja, ist mir auch gerade gefallen. Ja, du bist Detective 1. Ja, ich verdiene immer mehr. Gucken wir mal kurz, ob deine Rechte auch geändert wurden. Gibt es auch deine Rechte? Ja, gibt. Ein paar, also nur Türen und Schränke, glaube ich. Kriegt ihr mittlerweile zwei Spindeln, Davis? Ja, das ist mittlerweile besprochen. Ich gucke noch mal nach, ob das so stimmt. Ja, mach das. Das hat Koskina, also wir haben schon zwei. Die Boah hat zwei. Das Spiel von Miss Barnes ist auch noch in Davis. Sollte man vielleicht mal ändern. Dann bekommen wir bald andere Spinde. Also einmal unten ein, aber nur ein dann. Und oben im Detective Bureau werden vielleicht nochmal so 10 Spinde hinterher gebaut, nachgebaut. Und dann wird sie ihn einfach komplett um. Nein. Ja, ich sehe halt schon. Fahrgeber kostet Kähler, bevor ich die Faust des Kannerkost treffe. Ich rufe den jetzt gleich nochmal an. Okay, dann würden wir uns gleich wieder verabschieden, erstmal. Ja. Okay. Dann danke ich ihm beiden sehr für das Gespräch und dann schauen wir weiter am Sonntag. Ja, danke Frau Nuck. Und wie gesagt, ich würde jemandem das gleiche raten, wäre ich nicht in der Situation. Das ist doch ein bisschen doof. Ach, alles Gute, muss man sagen, das ist eine Ausnahmesituation und also keiner würde ihm was vorwerfen. Dafür lege ich meine Hand jetzt ins Feuer als Hauptdarmittel in der Detective, okay? Wenn jemand einen meiner Officer hier in der Mee sowas vorwirft, dann endet das nicht so gut. Ich weiß, ich nehme sowieso meinen Wimmel ab. Naja. Okay, dann noch einen schönen Abend und passt auf, Joff, wenn was ist. Warte, ne. Sehr. Wollen sie in das Schiefbüro sich hinsetzen, wegen SMS schreiben. Ja. Ja, wenn das geht, ist mir super. Ja. Ist ja mein Büro. Also von daher. Ja, ja. Dann setzen sie sich auf die Couch oder so ähnlich. Okay. Kugelsicheres Glas hier ja, ne? Nö. Was? Soll ich sie jetzt anlügen und sagen, es ist kugelsicher? Ach du schiefbüro, wenn es eine Drive-Buy auf uns gibt, dann sind wir... Ja. Es gibt auch noch einen anderen Raum. Manchmal ist es gut zu lügen, um jemanden zu beruhigen. Manchmal ist es okay. Das ist leider nicht so meine Art Missbahns. Okay, aber sie lügen wahrscheinlich, um jemanden zu überraschen. Dann lügen sie doch auch, oder? Ich überrasche ja keine Leute. Meine Güte. Okay. Soll ich sie hier alleine lassen, oder? Die können mich ruhig beobachten dabei. Okay. Dann mach ich mein Schiefzeug hier. Ja, okay. Schau mal. Ich habe SMS von seiner, naja, Freundin bekommen. Und sie wusste auch, dass wir seit der Garage waren. Ihr habt also... Ne, warte mal. Ne, ne, was ist das? Ariane, oh mein Gott, das ist... Sie droht mir. Sie sagt, ich soll die Finger von dir lassen. Quasi, dass ich das nicht überleben würde. Wir machen jetzt diese Schose von Ariane. Natürlich kann es auch sein, dass du das ernst meinst. Ich will nicht, dass irgendjemand sich um sein Leben sorgen muss. Ich will nicht, aber auch nicht um mein Leben sorgen müssen. Also schau mal, ich habe eine SMS von deiner, naja, Freundin bekommen. Sie droht mir. Er sagt, ich soll die Finger von dir lassen quasi. Äh, soll ich mir quasi... Dass ich das nicht überleben würde. Deine Worte... Klingel. Klingel. Passt so. Als würdest du dich auch von denen abkapseln wollen. Aber vielleicht schreib... Aber vielleicht schreibst du mir das auch, damit ich dir vertraue. Äh, natürlich kann es auch sein, dass du das ernst meinst. Ich will nicht, dass irgendjemand sich um sein Leben sorgen muss. Ich will mich aber auch nicht um mein Leben sorgen müssen. Und ebenfalls will, will ich nicht, dass du jemanden aus dem Weg träumst. Also was für Sicherheiten hätte ich dich zu treffen? Sie würde mir eine Kugel... Ich schiebe jetzt alles so auf sie, eine Kugel durch den Kopf jagen. So, ich hoffe, ich habe mir jetzt... Also ich habe noch andere Sachen, aber jetzt ist zu viel dann. Scheiße, ich will mir was zu trinken holen. Oh, 10. Entschuldigung. Kuriyame Senpai. Ich stehe an einer Brücke in Tokio und ich warte auf dich. Meine Briefe hast du alle nicht beantwortet. Mein Haar weht im Wind. Aber du kommst einfach nicht. Wenn sie irgendwas brauchen oder so, sagen sie Bescheid, ne? Ja, danke. Dieses Teil, wie war ich großartig? Oh mein Gott. Oh mein Gott, stich auf. Hat er ihn denn schon geschrieben? Äh, ne, tatsächlich noch nicht. Aber ich kann ihn... Tatsächlich noch nicht, aber ich kann ihn vorlesen, was ich geschrieben habe. Können sie gerne tun. Er hat noch geschrieben, er ist ja geduldig. Da habe ich geschrieben, bist du gerade unterwegs? Ich will ehrlich sein, so gut es geht. Hat er geschrieben, inwiefern? Habe ich geschrieben, schau mal. Ich habe eine SMS von deiner... Achso, Moment, ich habe vorher noch geschrieben. Ich brauche Sicherheit, aber nicht von dir. Ich will das Thema nicht anstellen. Das hatte ich, glaube ich, gerade schon vorgelesen. Er hat geschrieben, ich bin sehr geduldig. Genau, inwiefern? Da habe ich geschrieben, schau mal. Ich habe eine SMS von deiner, naja, Freundin bekommen. Sie droht mir. Er sagt, ich soll die Finger von dir lassen, quasi. Und dass ich das nicht überleben würde. Deine Worte klingen fast so, als würdest du dich auch von denen abkapseln wollen. Aber vielleicht schreibst du mir das ja auch, damit ich dir vertraue. Natürlich kann es auch sein, dass du es ernst meinst. Ich will nicht, dass irgendjemand sich um sein Leben sorgen muss. Ich will mich aber auch nicht um mein Leben sorgen müssen. Und ebenfalls will ich nicht, dass du jemanden aus dem Weg räumst. Also so hat er es ja gesagt. Also was für Sicherheiten hätte ich dich zu treffen? Sie würde mir doch eine Kugel durch den Kopf jagen. Ich schiebe tatsächlich jetzt alles eher auf sie. Okay. Ja, schauen wir mal, was er darauf antwortet, ne? Ja. Herr Kuriyama, ist das wirklich okay, wenn ich dann bei Ihnen nächtige? Ich bin ziemlich sauber und ziemlich ruhig. Ich höre meistens Musik zum Einschlafen, aber mit Kopfhörern. Das ist vollkommen okay. Sie können die obere Etage tatsächlich haben und das Bett. Da ich sowieso die ganze Zeit auf der Couch schon schlafe. Warum schlafen Sie auf der Couch? Also Sie müssen nicht antworten natürlich. Keine Ahnung. Irgendwie schlafe ich einfach da. Hab ich mir nicht so... Hab ich mich so Gedanken zugemacht, warum das so ist. Okay. Ja, Frau Karte hat heute ihren Zweitschlüssel fehlgegeben. Deswegen hatte ich dann gedacht, dann nehme ich das Angebot an. Okay. Wurde ich Mr. Miller dort? Ne, das waren Zweitschlüsse tatsächlich auch nochmal zu einer Extra-Wohnung, glaube ich. Ah, ich verstehe. Ja, Zweitschlüssel ist ein bisschen schwierig bei mir, muss ich Ihnen aber sagen, ne? Ja, das ist... Okay. Bisschen doof, wie wir das regeln, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ähm... Falls Kate auftauchen sollte, ähm... Wird sie nicht. Okay. Ich denke nicht, dass sie auftauchen wird. Warum? Ne, ich hab nur... Wollte nur fragen, ob ich ihr vielleicht sogar eine SMS schreibe, sondern ich, dass sie irgendwas Falsches denkt oder so. Ne, das müssen sie nicht, alles gut. Okay. Was trinken sie und essen sie so, weil... Dann würde ich schauen, dass da was im Kischlück ist für sie. Ähm... Mir eigentlich egal. Ich trinke alles außer Sprunk im Moment. Ja, Sprunk ist ja jetzt auch irgendwie nicht so das ganze Getränk. Ja, ich hab mich da... Ich hab mich da so ein bisschen satt getrunken. Ja, ich verstehe. Ne, ich hab meist halt eher so Marte und so im Kühlschrank. Ich weiß überhaupt nicht, ob was im Kühlschrank ist im Moment, um ehrlich zu sein. Ich mein, aber ich könnte was von zu Hause mitnehmen. Ich wollte ihr vielleicht mal in den Schlaf anzufallen. Das würde natürlich auch gehen. Und, äh, wer... Oh. Ich hab nur das nächste Moment, aber nicht von ihm, sondern von, äh, Herr Cheese. Danke nochmal für die Mail. Ich hoffe, äh, dir geht es gut. Ich denke schon mal. Ich sag dir... Nein, mir geht es gar nicht gut. Aber ich versuche, den Kopf gerade so klar wie möglich zu halten. Babyboy. Dieses Babyboy. Oh, das ist gerade mit Kurier. Da hab ich mich voll erschrocken, Alter. Oh, hier haben wir... Hören Sie mich? Oh Gott. Ja. Danke, Herr Nachfrage. Äh, so. Hat sich nur für die Mail bedankt und, ja. Alright. Okay, das weiß nicht, Herr Chase. Oh, jetzt hat er zurückgeschrieben. Oh Gott, scheiße. Er ist schon ziemlich gut, leider. Ähm, er hat geschrieben, ich kann dir... Ich kann dich leider verstehen und kann halt auch schwer dir Dinge versprechen, die ich nicht halten könnte. Ich stelle mich nur im Vergleich zum anderen nicht dumm an. Siehe, Anatoli... Äh, doch, Anatoli. Ich kann dir sagen, wenn wir uns treffen, bleibt es auch unter uns. Wie sagte ich, Vertrauen baut sich nicht einfach auf. Ich habe dir schon die Halle geschenkt. Okay. Also fordert er hier letzten Endes etwas von Ihnen tatsächlich weiterhin. Ja, das hatte ich ja auch gerade angesprochen. Ich habe nichts... Mir fällt nichts ein. Haben Sie Ihnen eine persönliche Information, die niemandem schadet und letzten Endes so trivial ist, die Sie aber so darstellen können, dass sie sehr wichtig für Sie ist? Also letztendlich nichts, was Sie belasten würde, wenn er es versucht, gegen Sie zu verwenden, sondern ganz im Gegenteil. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Ja, ich überlege gerade... Ich muss tatsächlich sagen, ich bin eigentlich recht kreativ, was das angeht, aber im Moment ist es dann etwas zu viel. Lassen Sie sich Zeit, Sie müssen ja nicht sofort antworten. Ja, ja, ja. Sie haben halt komplett Ihre Ruhe, Sie können das Funkgerät hier ausschalten. Wenn jemand hier reinkommt, der wird rausgeschickt. Hört sich das für Sie an, als würde er sich wirklich stellen wollen? Eher nicht so, bin ich ehrlich zu Ihnen. Es hört sich an, als würde er versuchen, Sie um den Finger zu wickeln, dass Sie vielleicht irgendwas machen, was in die Karten spielt. Oder er sie vielleicht versucht, umzudrehen. Wenn ich Ihnen jetzt frage, wie wir das gegenseitige Vertrauen dann aufbauen können, dann sagt er bestimmt, ich soll alleine zum Treffen gehen. Das kann ich also nicht machen. Mhm. Das kann ich auch nicht machen. Ah, dann lassen Sie mal ein bisschen warten. So ein bisschen, im Prinzip können Sie auch ein bisschen spielen mit ihm. Meine Güte, ich habe das Gefühl, ich sitze gerade mit meiner besten Freundin zusammen und ich schreibe einen Typen, von dem ich was will. Die Situation ist schon ein bisschen ähnlich, abgesehen von diesem Mörderkrank und so. Okay. Und Gefahr und so. Ja gut, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass man sich mit guten Freunden hinsetzt und versucht, jemanden zu werben. Theoretisch, ja, das habe ich damals in Kataki gemacht, aber sowas mache ich heute nicht mehr. Ich entscheide tatsächlich immer alleine bei sowas. Deswegen bin ich mit Erich Skinner zusammen oder war oder ich weiß es nicht. Wird von allen Seiten immer gewarnt, aber ist ja egal. Naja, grundsätzlich entscheiden sie ja, ob sie mit der Person glücklich sind, ob sie die Person mögen, ist ja egal, ob andere Leute, dass es gut oder schlecht heißen, ihre eigenen Entscheidungen, oder? Definitiv, genau das, ich habe das ja auch so, so bin ich auch gefahren. Aber mittlerweile sehe ich, dass sie doch recht hatten. Naja. Wenn ich ehrlich zu ihnen sein darf, hört sich das so ein bisschen an, als wären sie wirklich sehr unglücklich mit dieser Situation mit Mr. Skinner. Herr Kuriyama, wenn sie wüssten, was er alles gemacht hat, dann bin ich jedes Mal wieder zu ihnen zurück. Jetzt hat er aber was gemacht, was ich nicht verzeihen kann. Hört sich ja nicht so gut an. Nein. Aber er ist gerade verschwunden, ich kann ja hier nichts machen. Sie haben ihn aber nicht verschwinden lassen, wegen dem, was er getan hat, oder? Nein, Herr Kuriyama, das habe ich nicht. Ich meine, verschwinde bitte immer als erstes die Bezugspartnerin oder Partner halt, ne? Ja, nee. Ich habe ihn auch noch, ah ja, okay, ich habe mir eine SMS geschrieben, wo bist du eigentlich, aber das bringt ja auch nichts. Nein, aber ich bin, ich würde niemandem was zuleide tun. Okay. Ich habe eine doofe Sache in Los Santos gemacht und das war's. Tatsächlich war ich sonst immer ehrlich und gesetzvoll. Was war das für eine doofe Sache? Wie lange dauert es, bis etwas verjährt? Nach SCPO, wenn es sich nicht geändert hat, zwei Monate. Wann war das denn? Das ist tatsächlich, war auch so anderthalb Jahre, glaube ich her. Ja, dann ist das eh egal, weil tatsächlich Operation Black ja einmal unser System zerstört hat. Alles davor ist uninteressant. Okay, dann traue ich mich das aber trotzdem nicht zu sagen, weil da ist danach nämlich noch eine blöde Sache rausgekommen. Müssen Sie nicht. Okay, okay, dann nicht. Nachher bringt mich das Ihnen eine Bredolie. Nein, es geht nur um Sachbeschädigung, bis es nicht schlimm ist. Achso, ja gut. Haben Sie ein Auto zerschlagen oder was haben Sie gemacht? Ja gut, das war jetzt gut geraten. Sachbeschädigung ist meist irgendwie entweder der Briefkasten oder das Auto. Ja, wahr. Komm, ist das genau? Nein, nein, nein. Das ist halt gerade das Blöde. Es hat sich dann rausgestellt, also er hat meinen besten Freund ganz schlimm das Herz gebrochen mit ihm gespielt. Das war eine Nacht- und E-Mail-Aktion und ich hatte danach auch stetiges Gewissen, vor allem, dass ich gehört habe, dass derjenige dann bei einer Behörde arbeitet und in einer hohen Position ist. Das wusste ich nämlich nicht. Aber nicht bei uns, oder? Nee, nicht hier, nicht im PD. Ist ja schon mal gut. Ja. Naja, manchmal, wenn man seine Emotionalität nicht in Kontrolle hat, macht man wohl solche Tumomentscheidungen. Ist aber vollkommen fein, gehört halt dazu im Leben, denke ich mal. Ja. Ich meine, ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, aber... Ja, Sie haben das auch wirklich nicht, oder? Wie meinen Sie? Ich meine, Sie können Emotionen, glaube ich, sehr gut zurückhalten. Zumindest wirken Sie sehr unemotional. Also ohne, dass jetzt böse zu meinen ist. Ist ja gut, ich wünschte, ich hätte das. Hm, glauben Sie mir, wünschen Sie sich das nicht. Ich wurde so erzogen. Auf sehr harte Weise, Art und Weise. Wurde mir eingetrichtert, seitdem ich denken kann, dass ich meine Emotionen verstecken soll. Und nicht zeigen soll. Dann sind Sie wohl das komplette Gegenteil von mir. Denn ich bin sehr empathisch und emotional. Und das ist tatsächlich aber auch nicht so toll. Man nimmt Sachen mit nach Hause und macht sich selber dadurch fertig. Deswegen... Ja, das habe ich schon... Ja? Nee, erzählen Sie weiter, entschuldigen Sie. Nein, das ist wahr. Ja, manchmal ist das halt so... Ähm, manchmal ist das halt... Ich glaube, dass es die gesunde Mischung macht. Aber ich sage mal, lieber zu viel Empathie als gar keine Empathie, oder? Da bin ich mir nicht sicher. Ich habe ein ganz... ...Helferkomplex. Ist ja nichts verkehrtes. Ich meine, im Prinzip helfe ich ja auch. Aber ich bin jetzt nicht empathisch. Aber es wurde mir gelehrt von meinem Mentor. Damals beim MWPD. Ja. Ein kurian. Allein die Nachricht gerade. Einen Moment. Mein Telefon. Mach ich mach. Äh, ja. Ja. Ach, nein. 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 Was möchtest du, möchtest du irgendwas wissen? Was kann ich für dich tun, was mich nicht in Gefahr bringt? Das ist sehr, sehr schwierig, weil Ariane will nicht lügen, wegen dem, was sie auch geschrieben hat. Aber sie kann auch in gewissen Sachen die Wahrheit nicht sagen. Das heißt aber, sie hält viel zurück einfach. Sie sagt Wahrheiten und hält, was ist in den Mutschel schon wieder los? Ja, verstehst du, dass ich auch vorsichtig bin? Verstehe ich. Ich suche da nach einer Lösung. Habe leider noch keinen gefunden. Der Ort, an dem ich dich treffen möchte, muss halt für uns beide sicher sein. Jetzt spielt er richtig drauf an. Tja, leider ist das so, wir leben nur mal in zwei verschiedenen Welten. Und deine Freundin ist ein Problem. Ich will aber nicht, dass du hier was tust. Ich glaube, der Spieler genießt das auch gerade extrem. Das ist das typische Kinofilm-Ding. Einfach so, wir leben in zwei verschiedene Welten. Das ist durchaus Fanfiction hier gerade. Oh, ich glaube, der bekommt noch mal so einen Gedichtanruf da gerade. Ja, ich glaube, der kriegt wieder so einen Call. Ich will das so sehr aus der Sicht des Spielers sehen. Der sitzt halt hundertprozentig mit dieser Artemis und die sprechen sich ab, was die antworten. So wie Ariane hier mit Coriame sitzt. Ich meine, ich hätte das auch nie woher anders sein. Aber so wie Ariane mit Coriame hier sitzt und die sich auch gegenseitig absprechen. Nur, dass Ariane nicht wirklich... Also sie hat halt dieses Helfer-Ding, okay? Die denkt trotzdem immer, sie hat es mehrfach erwähnt, was ist aber, wenn er die Wahrheit sagt. So. Und Ariane meinte sogar unter anderen Umständen, wäre das jetzt die ganze Sache nicht und das wäre jemand, den sie kennengelernt hätte und der würde ihr so schreiben, würde sie dem halt total verfallen. Natürlich. Also Ariane kippt nicht, aber trotzdem ist da so ein bisschen... An welchem Ort fühlst du dich sicher? Ja. Willst du das wirklich wissen? Ich denke, der Ort wird dir nicht gefallen. Natürlich das Pidi, ne? Oh mein Gott, wenn er sich darauf einlassen würde, wäre es ja jetzt krass. Ich will, dass das funktioniert. Also ja. Ey, ohne Scheiß, ich komme mir grad vor wie in meinen Teenager-Zeiten, wo man genau... Ja okay, nicht solche Gespräche, aber wo man dann immer auf die SMS wartet und gespannt ist, was da als nächstes steht. Das Pidi. Hier kann mir seine Freundin keine Kugel in den Kopf jagen. Aber hier fühlst du dich nicht sicher. Das verstehe ich. Würdest du dich aber von denen abkapseln wollen, wäre das eine zusätzliche Chance. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Wünschen würde ich mir das. Hier kann dir auch niemand etwas tun. Oh Gott, das ist jetzt... Jetzt bin ich gespannt. Das Pidi. Hier kann mir deine Freundin... Warte mal. Und ja, das klingt plump. Komm ins Pidi. Ist doch... Ort. Das weiß ich selbst. Aber mir fällt... Fällt zumindest... Fällt gerade kein sicherer. Ort. Ein. Erschließen wird dich hier niemand. Ich will noch mal die Antwort vorlesen. Achso. Ist schon eigentlich fast niedlich. Ganz schlimm. Ich kann dich leider verstehen und ich kann auch schwer dir Dinge versprechen, die ich nicht halten kann. Ich stelle mich nur im Vergleich zu den anderen nicht dumm an. Siehe Anatoly. Wieso hat Ray uns das... Ariane wird schon so ein bisschen... So ein bisschen... Aber Ray hat uns heute gesagt, dass das so ein blutrünstiger ist. Oh Gott. Ich kann dir sagen, wenn wir uns treffen, bleibt das auch unter uns. Wie sagte ich? Vertrauen baut sich nicht einfach auf. Ich habe... Die Ariane rennt richtig in die Scheiße rein. Ich habe dir schon die Halle geschenkt. Du bist am Zug. Ariane. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann... Ja, verstehst du, dass ich auch... Also hier bin ich mit Ariane gerade ehrlich. Und ich mag, wohin das gerade geht. Weil dann kann ich immer sagen, das ist halt... Das ist halt sie. Und das ist die gleiche Masche, die sie auch bei... Informanten ansehen. Was hat er geschrieben? Tja, leider ist das so. Wir leben normal in verschiedenen Welten. An welchem Ort fühlst du dich sicher? Ich will, dass es funktioniert. Also ja. Ähm... Weißt du, ich habe die Möglichkeit alleine wo aufzutauchen, ohne dass es wer mitbekommt. Von mir. Wie würde man sagen? Eine verfahrene Situation. Was? Moment. Verfahren? Wie lange geht denn das, was... Wie lange muss Korean da zuhören? Weißt du, ich habe die Möglichkeit alleine aufzutauchen, ohne dass es wer mitbekommt. Von mir. Wie würde man sagen an der Verfahren... Ich fahre nicht mit dir im Auto mit Ariane. Junge. Also Ariane steigt nicht bei dir im Auto ein. Ja, nee, Lady, klar. Erstmal, du darfst mir das nicht sagen, ne? Lady schreibt gerade, er meint, dass das schwierig ist. Ja, definitiv. Aber ich glaube, es könnte halt sein, dass das wirklich irgendein Hinweis ist, ne? Jetzt brauche ich Kuriane. Ja, ich mag das auch voll, dass das gerade auf Langzeit ist. Ich mag das richtig krass. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh nein, was ist wieder los? Ähm, oh mein Gott. In blauen Augen tief und klar. Verborgene Welten, wunderbar. Ein Ozean so tief und weit. Ich habe braune Augen. Nein, in dem... Die sind so stets verweilt. Die Sterne leuchten... Die Sterne leuchten in der Nacht. In diesen Augen, die so sacht, ein Glanz der Herzen tief berührt. Ein Glanz der Herzen tief berührt und jede Sorge schnell verführt. In blauen Augen leuchtet das, leuchtet Glück. Ein Lächeln, das die Seele schmückt. Sie spiegeln Liebe, Zärtlichkeit und bringen uns die Ewigkeit. Mich mutet, ja. Wir strahlen so hell und schön. Im blauen Augen kann man sehen. Die Schönheit, die im Inneren wohnt. Die uns verzaubert und belohnt. Ich hasse alles. Es geht Late Night Shopping beim Brüdinger. Wie kann man selber da drücken? Nein, nein. Das hat Ariane nicht gedacht. Hm. Ja, der in Chat-Schicker macht so viel richtiger als Skinner. Das sehe ich für Ariane eigentlich als Problem. Weil ich wollte genau das ausspielen. Und wir haben es heute mal so ein bisschen erwähnt, weil es ja sehr privat von ihr ist. Aber ich kann das nicht ganz erwähnen, weil sonst wissen alle, dass das eine Schwäche ist. Ariane kriegt halt diese Aufmerksamkeit, die sie sich von Skinner immer gewünscht hat, jetzt von ihm. Das heißt, eine Kleinigkeit muss ich machen einfach. Aber ich muss halt auch wirklich aufpassen. Ich habe braune Augen. Weißt du, das macht mich ganz fertig. Die Distanz, dass wir uns nicht einfach treffen können. Ich würde dir alles geben und so viel mehr. Ich will gar nicht alles. Ich bin jetzt auch mal mit ihr ehrlich. Das, was ich gerade von dir bekomme, habe ich seit... habe ich noch nie gehabt. Und auch in meiner letzten Beziehung nicht. Es schmeichelt mir. Wäre da nicht die Frau, die mich um die Ecke bringen will. Ganz ehrlich, ich würde dich am liebsten jetzt auch... so vielmaßen missbauen, dass es ein Momentchen gedauert hat. Warte ich ihn auch noch nicht behaupten, mal kurz. Alright, ich würde einmal kurz auf die Toilette verschwinden. Okay. Darf ich die Tür abschließen oder offen lassen? Abschließen. Okay. Wir haben sehen. Um zu schauen, ob du mir etwas tust. Und ob du alleine bist. Aber ich wüsste nicht wie. Ich will gar nicht alles. Das, was ich gerade von dir bekommen habe, habe ich noch nie gehabt. Auch in meiner letzten Beziehung nicht. Es schmeichelt mir. Wäre da nicht die Frau, die mich um die Ecke bringen will. Ganz ehrlich, ich würde dich am liebsten... Oh mein Gott, ist das furchtbar. Das ist so erniedrigend. Ich würde dich am liebsten jetzt auch sehen. Um zu schauen, ob du mir etwas tust. Oder ob du alleine bist. Aber ich wüsste nicht wie. Ich hänge an meinem Leben. Ich hätte gerne irgendwas. Irgendwas von dir. Was persönliches. Ich weiß nicht. Warte mal. Ich will gerade was probieren. Weiß nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Ist auch egal. Ist auch egal. Ah, das kann sie nicht machen. Das ist zu krass. Warte mal. Ich weiß auch nicht, ob die die Fingerabdrücke von denen schon haben. Nein. Das ist auch zu viel, glaube ich. Wenn wir mal überlegen. Und wo ist unser Ausweis? Ja, das ist unser Ausweis. Wir sind noch mit der alten Adresse eingetragen. Wieso mit der alten Adresse eingetragen? Oh, wie geil! Das heißt, dass Kasa wüsste nur, dass wir da bei der Adresse wohnen. Über deine Stimme würde man es rausfinden, aber nicht über Kasa. Ist das aber ein langer Anruf, den sie da hatten? Äh, ja, das war Mr. DuPont. Wenn er und ich telefonieren, ist das immer so ein bisschen ausschweifend. Ja, ausschweifend sind hier tatsächlich gerade auch die SMS. Oh je. Gibt's denn Neues? Ja, ich lese mal alles vorher Kurier, damit sie es mal gehört haben. Mhm. Ähm... Oh Gott. Genau, ich hatte ihn gefragt, ob er unterwegs ist. Ich habe gesagt, ich will ehrlich sein. Moment, das habe ich ihm alles vorgelesen. Genau, ich habe ihm noch geschrieben, was für Sicherheiten hätte ich denn überhaupt dich zu treffen? Sie würde mir ja eine Kugel durch den Kopf jagen. Dann hat er geschrieben, ich kann dich leider verstehen und kann halt auch nur schwer... Moment, das hatte ich ihm ja vorgelesen. Moment, Moment. Ich habe ihm die Handel geschenkt, du bist am Zug, Ariane. Dann habe ich geschrieben, was möchtest du? Möchtest du ihm was wissen? Was kann ich denn für dich tun, was mich nicht in Gefahr bringt? Du verstehst doch, dass ich sehr vorsichtig bin, oder? Er hat geschrieben, ja, verstehst du, dass ich auch vorsichtig bin? Dann habe ich geschrieben, das verstehe ich. Ich suche nach einer Lösung, habe nur leider keine gefunden. Dann hat er geschrieben, ja leider ist das nun mal so. Wir leben nun mal in zwei verschiedenen Welten. Dann habe ich geschrieben, der Ort, an den ich dich treffen möchte, muss halt für uns beide sicher sein. Und deine Freundin ist ein Problem. Ich will aber nicht, dass du ihr was tust. Dann hat er geschrieben, an welchem Ort fühlst du dich denn sicher? Ich finde, willst du das wirklich wissen? Denn ich denke, dass dir der Ort nicht gefallen wird. Dann hat er geschrieben, in Großbuchstaben, ich will, dass es funktioniert. Also ja. Dann meinte ich, das ist PD. Hier kann mir deine Freundin keine Kugel durch den Kopf jagen. Aber hier fühlst du dich nicht sicher. Das verstehe ich natürlich. Würdest du dich aber abkapseln wollen von denen, dann wäre dies eine zusätzliche Chance. Ich bin ehrlich. Hier würde ich mir... Hier... Ich habe keine Ahnung, was ich da geschrieben habe. Hier würde ich mir... Hier wünsche ich mich... Hier würde dir... Oh Gott! Hier würde dir auch niemand etwas tun. Und ja, das klingt plump. Komm ins PD. Bester Ort. Das weiß ich selbst. Aber mir fällt gerade kein sicherer Ort ein. Erschießen wird dich definitiv niemand. Also hier. Wenn er geschrieben... Weißt du, ich habe Möglichkeiten alleine wo aufzutauchen. Ohne, dass es wer mitbekommt. Von mir. Wie würde man sagen, eine verfahrene Situation. Ähm... Dann kommt eine etwas längere SMS. Äh... Da kommt ein Gedicht. Das muss ich jetzt aber nicht unbedingt vorlesen, oder? Hm... Doch. Machen Sie mal. Okay, es fängt an mit in blauen Augen. Ich habe braune Augen. Da war ich jetzt ein bisschen beleidigt. Aber okay. In blauen Augen tief und klar. Verborgen Welten. Wunderbar. Ein Ozean so tief und weit. In denen die Sehnsucht stets verweilt. Die Sterne leuchten in der Nacht. In diesen Augen, die so sacht. Ein Glanz der Herzen tief berührt. Und jede Sorge schnell verflirrt. In blauen Augen leuchtet Glück. Ein Lächeln, das die Seele schmückt. Sie spiegeln Liebe, Zärtlichkeit. Und bringen uns die Ewigkeit. So strahlen sie so hell und schön. Im blauen Augen kann man sehen. Die Schönheit, die im Inneren wohnt. Die uns verzaubert, uns belohnt. Weißt du, das macht mich ein wenig fertig. Die Distanz, dass wir uns nicht einfach so treffen können. Ich würde dir alles geben und so viel mehr. Ähm, dann habe ich geschrieben... Ich will gar nicht alles. Das, was ich gerade von dir bekomme, habe ich auch noch nie gehabt. Auch in meiner letzten Beziehung nicht. Es schmeichelt mir. Wäre dann nicht die Frau, die mich um die Ecke bringen will. Ganz ehrlich, ich würde dich am liebsten auch jetzt sehen. Um zu schauen, ob du mir etwas tust oder ob du allein bist. Aber ich wüsste nicht wie. Ich hänge an meinem Leben. Und dann hat er geschrieben... Ich hänge... Und ich hänge an deinem. Und ich... Okay. Interessant. Ja. Dann habe ich geantwortet... Weißt du eigentlich, wo ich wohne? Dann hat er geschrieben... Punkt. Und dann weiß ich nicht. Und das war es erst mal. Ich habe jetzt... Da bin ich mir nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Ja. Mh... Das Interessante ist... Hatten sie nicht erwähnt, dass diese Paykater blaue Augen hat? Was für ein Hund! Ähm... Hast du ein Hund? Sie hat... Nein, alles gut. Sie hat... Ähm... Richtige Eisaugen gehabt. Ob die blau sind, weiß ich nicht. Aber es war sehr, sehr auffällig. Es könnte aber sein, dass sie blau waren. Ich weiß nicht, welche Augenfarbe... Äh... Ray hat. Mh... Finde ich ja raus so im Moment. Ja. Sie hätten theoretisch ein bisschen Drama erschaffen können und sagen können, was du einfach das Gedicht für deine Freunde und jetzt kopiert an mich geschickt. Woher Kuriyama ist? Würde ich sogar jetzt gleich machen? Wäre eine Option. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Blaue Augen... Sag mal... Woher kommt das? Ich habe braune Augen... Deine Freundin... ...hat... ...blaue Augen... Hm... Okay, ich bin gespannt. und was halten sie von der ansprache die wir gehalten haben beziehungsweise die die ich versucht habe zu halten dass die leute wissen dass sie verstehen dass sie nicht es nicht so gut geht oder was auch immer ich da versucht habe dass die leute auch nach hause gehen können dass keiner den das übernehmen würde und dass die leute bearbeitet sind genau guter weg oder eher nicht so guter weg ein guter weg um ehrlich zu sein habe ich so was sie immer vermisst sie sind auch einer der wenigen der zum beispiel auch zu mir gesagt hat bringen sie sich ruhig mit ein sie sind ein officer sie können das auch machen ich höre sowas eigentlich eher seltener eigentlich gar nicht das müssen schade zu hören weil grundsätzlich versuchen wir hier unsere office halt immer zu motivieren und dass die mehr machen dürfen als nur im kreis zu fahren das versuchen wir die leute noch ein bisschen auszutreiben ich meine ich hoffe dass die worte bei denen hat auch so angekommen ist weil ich mache mir ein bisschen sorgen um unsere officer dass die verletzt werden durch erschöpfung und dem pflichtgefühl haben was ich verstehe aber es bringt nichts sich an eine grenze zu bringen wo fehler passieren da rede ich aus erfahrung wo es kann nicht so gut denn man merkt auf jeden fall dass in die officer am herzen liegen und sie sind fühlen sie sich wohl auf dem posten auf den posten hier ja ich höre immer eigentlich so ein job möchte ich würde ich niemals machen das wäre mir zu viel ich fühle mich tatsächlich wohl auf dem posten hier nur manchmal habe ich das gefühl kompetenzen zu überschreiten weil ich bin ja eigentlich assistant chief und nicht chief nur oft kommt mir es mir so vor als hätten leute sorge das ruder an sich zu reisen um entscheidungen voranzutreiben aber vielleicht wirkt es auch nur so auf mich weiß nicht aber ich lebe nach der prämisse ich mache meinen job bin da wo ich bin ich war detektiv habe da meinen job gemacht office 1 habe da meinen job gemacht als sergeant habe ich meinen job gemacht keine ahnung pick meine aufgaben und setzt die hat um aber sind sie nicht auch gerade jemand der sich kaputt arbeitet kann gut möglich sein habe ich mir jetzt auch nie so gedanken drum gemacht klar ich habe meine grenzen aber meiner auffassung nach müssen wir gerade in der führung versuchen wie die leute eine stabile säule zu sein frau salidema ich versucht offen mit den leuten zu reden dass auch wir unsere grenzen langsam erreichen aber grundsätzlich werde ich das was das erste mal ich das erwähnt habe und auch das letzte mal weil wir müssen halt die stabile halt sein weil wenn wir fallen hält das sap die im schlimmsten fall würde ich sagen das stimmt das problem ist nur wenn einer von ihnen weg bricht weil er sich komplett überarbeitet dann fällt er halt die ganze zeit aus das ist korrekt sie meinten sie schlafen auf der couch das klingt für mich irgendwie dass sie einfach nach hause kommen voller erschöpfung ist nicht mal mehr ins bett schaffen es geht eigentlich meistens wenn ich dann noch so ein paar sachen am aufarbeiten um ehrlich zu sein aufarbeiten von der arbeit ja haben sie ja schon gibt aber nur nicht so viele gründe mittlerweile mehr privat unterwegs zu sein für mich tatsächlich bin ich irgendwie auch gar nicht mehr privat unterwegs ja gut für sie ist aber auch sehr schwierig privat unterwegs zu sein ne auch vorher schon ok naja ja pd ist manchmal ein schwarzes loch und frisst eine auf ein bisschen oder man flüchtet sich einfach ein weil man mit den gedanken nicht alleine sein will er hat noch mal geschrieben ok er hat geschrieben kater hat graue augen es geht um die message in diesem gedicht egal welche augenfarbe der inhalt ist trotzdem ernst gemeint gut zu wissen dass er weiß welche augenfarbe kater hat und was würden sie jetzt darauf antworten muss ich nachdenken muss schauen was ich vorher geschrieben habe sie können ja auf die message eingehen was er damit ihnen sagen möchte ich bin tatsächlich nicht die beste im interpretieren von gedichten dann fordern sie ihn doch auf die message zu formulieren ich will tatsächlich nicht eine sache ist mir wichtig ich möchte nicht dumm und naiv rüber kommen deswegen pass ich so auf was ich schreibe ich möchte schon mich öffnen aber ich muss wirklich wenn ich jetzt nochmal nach aber warum sehen sie das unbedingt dumm und naiv an es könnte so rüber kommen ich anders tatsächlich im prinzip zeigen sie auf dass wenn sie sich mit einer message nicht so sicher sind gerade bei einem kompliziert aber ein gedicht was gedicht ist generell sehr kompliziert und haben sehr viel interpretations freiraum je nachdem was für eine art mensch man ist gibt man das offen zu dass man vielleicht angst hat ich weiß nicht falsch zu verstehen nicht immer direkt vom schlimmsten ausgehen und immer sagen naiv und dumm weil im prinzip sind die meisten sachen wo man zeigt dass er sich mit etwas nicht auskennt dass er größer rüber kommt dass man reflektiert ist vielleicht ist es auch weil herr weiß mich erst letztens wieder naiv und dumm genannt hat ja das wissen sie sich nicht so zu herzlich denke ich ich meine mr wahn ich glaube mr weiß ist auch wenn er es sich so zeigt wie sagt man das auf englisch ihm liegt was an ihm sagt man das so drückt man das so aus verstehen sie was ich meine er hat sich auf einmal sorgen gemacht als wir sie gesucht haben auf seine art und weise er hat mich reingeschickt aber ich glaube das macht er weil er mir vertraut ja weil sie ich kann ihnen sagen warum er sie reingeschickt hat hinter all dem was mr weiß macht habe ich mittlerweile gelernt hat ja mal seine gründe für und ich denke mal dadurch dass sie eine so empathische person sind denke ich dass er sie reingeschickt hat um vielleicht dort eine verbindung aufbauen zu können vielleicht die leute zu etwas zu überzeugen naja auf sich tue ich gerade sowas in der art vielleicht hat er auch gedacht dass sie über eine solche situation kommen wir haben nicht mehr viele streifen draußen oder ich schaue mal kurz wir haben eins zwei drei streifen wir haben einen massiven innendienst ne wir haben ne menge streifen aber ich weiß auf wen man sich immer verlassen kann ne das ist noch zu heikel wenn ich das jetzt schreibe mal war wie lange bist du im dienst heute ok ich sehe also bescheid wir bräuchten später eine überführungsfahrt in zwei richtungen ok mit mp5 bitte ja ja nö wir sagen dir wir sagen ich sag dir bescheid ok also mein fahrer des vertrauens ist bis drei vier uhr im dienst ok ähm ich wollte ihn gerade fragen ob er gerade alleine ist ähm ein paar sekunden später hat er geschrieben bist du alleine und äh tatsächlich passe ich sehr mit den lügen auf ich würde ihnen jetzt die wahrheit sagen seien sie offen transparent wenn sie das möchten und machen sie so wie sie es sehen ich gebe ihnen nur tipps was sie letztendlich schreiben und tun ist ihre entscheidung ich zwinge sie zu nichts sie haben mehr das gefühl bei menschen zu wissen was sie vielleicht hören wollen oder wo es hingehen soll als ich glaube sie ja nur ich hab ähm wissen sie auch allgemein in meiner vergangenheit kein glückliches händchen mit männern deswegen bin ich grad über vorsichtig erfahrt mit wem ich mit wem ich grad zusammen bin ich würde jetzt äh ne gelogene wahrheit irgendwie ich würde schreiben ich bin unter Kollegen weil es ist wahr und es ist eigentlich gelungen denn ich sitze nur hier mit ihnen zusammen wenn sie das tun möchten ich bin unter ich bin unter Sollte die Fischung und den Fischung und den Fischung und den Fischung auch in der Fischung. Na gut, ich hab mal ein bisschen gegastleitet. Ich hab mal geschrieben, ich werde beschützt. Kannst du dir ja denken, wieso? Müsste ja auch in deinem Interesse sein, oder? Da bin ich ja mal gespannt, was er darauf antwortet. Ich bin zu nervös. Ich will auch wissen, was er antwortet. Es ist aber nebenbei traurig zu hören, dass sie so schlecht Frauen gemacht haben. Ich hab das mal so anmerkend. Es ist ein Wunder, dass du nicht in einen totalen Männer hast versunken mit mittlerweile. Ich hab aber viele Männer in meinem Bekanntenkreis, die ganz toll sind. Okay. Liebe Menschen. Ich hab keine guten Erfahrungen mit Männern gemacht. Handelt es mir das Genesi so schlecht? Nein, es geht nicht um, es geht nicht wirklich um Larry, sondern um meine Zeit in Kentucky. Ah, okay. Da hab ich ne, da hab ich halt ne Vergangenheit. Larry ist nochmal ne ganz andere Sache. Ich, ähm, wir waren jetzt ne ganze Weile getrennt und haben dann, bin ich halt wieder weich geworden. Und dann ist er danach, er hat mir an dem Abend noch gesagt, als wir, naja, quasi wieder zusammen waren, hat er mir gesagt, dass er jetzt ein Monat weg ist. Dann hat er sich verspätet und war irgendwann wieder da. Ich hatte einen Brief im Briefkasten und eine SMS. Und jetzt ist er die ganze Zeit wieder verschwunden. Und dann hab ich von Honey Marshall was gesagt bekommen, was, ähm, mich sehr hat umdenken lassen. Okay. Klingt jetzt auch irgendwie nicht so, wenn ich ehrlich sein darf nach einer gesunden Beziehung. Ähm, wir haben tatsächlich von uns selber gesagt, dass wir doch ein Team, ziemlich Toxic Couple sind. Wissen Sie, Herr Kuriyame, Sie waren auch verlobt, oder? Äh, ja. Das war ich auch. Er hat mich erst nach zwei Jahren gefragt. Und er hat mich nicht von sich aus gefragt. Honey Marshall hat ihn überredet. Und er hat ihm den Ring aus dem Pfandhaus besorgt. Und er hat den auch nie bei ihr abbezahlt. Er hat mir das nie gesagt. Er hat, äh, sich immer selbst dafür gefeiert, dass, wenn ich ihm, weil es hatte als den großen Diamant war, wenn ich ihm das gezeigt hab. Er musste dazu überredet werden, mich zu fragen. Das ist aber jetzt irgendwie auch nicht der richtige Weg. Denk ich mal. Nicht, dass ich ihn wirklich... Ich hab so viel für die Beziehung getan, wirklich. Ich hab ein ganzes Theaterstück, ein mobiles Theaterstück mit dem Varietät zusammen, hatte ich geschrieben. Ist ja auch egal. Ich hab noch eine Nachricht gekriegt. Ähm, genau. Das Interessen. Ja, kann ich verstehen, aber Sorgen machen musst du dir keine. Ich passe dahingehend auf dich auf, auch wenn du das nicht mitbekommst. Ich bin da. Herzchen. Oh Gott. Ich bin aber wieder ein bisschen paranoid, ne? Naja, ich würd mal ne Schreife hier in die Gegend, boah, dann ist sie mal rumfährt. Vielleicht seh ich mich wahrscheinlich vergessen, dass sie dir aussieht. Also, du hast doch nen Titus gehabt, oh. Kümmern sich mal drum, dass in der Nähe von Lamesa Pedi meine Schreife, bis die Umgebung sich genauer anschaut, kommt. Oh, hier komm, hier haben wir einen Hund. Das denkt alles Ariane übrigens nicht, ne? Immer das Gleiche. Ich denke, wer immer so ist, das denkt Ariane übrigens nicht. Geben sie Beobacht. Die Streife ist unterwegs. Ja. Marsch, Marsch. Kannst du... Reicht eigentlich so. Wenn du immer in der Nähe bist, kannst du aber wechseln. Guck dich einfach mal um, ob hier irgendjemand Spaß daran hat, Lamesa zu beobachten. Tendenziell so aus Blickrichtung des Chief-Büros. So vom Fenster her. Jetzt lieb dich nicht. Okay. Jetzt kommt der Ende raus. Er war es ernst gemeint. Ich habe geschrieben, wie meinst du das? Begib dich nicht für mich in Gefahr oder so. Nochmal bitte. Kannst du das nochmal wiederholen? Sorry. Ich habe geschrieben, wie meinst du das? Begib dich nicht für mich in Gefahr oder so. Okay. Herr Kurian, verstehen Sie, wie ich das gerade mache? Können Sie das nachvollziehen? Die Art und Weise? Können Sie es mir gerne erklären. Ich versuche tatsächlich, so transparent wie möglich zu sein. Und natürlich sage ich nicht alles. Er kriegt auch keinen interner, er kriegt keinen derzeitigen Aufenthaltsort von mir. Ich passe da hingegen natürlich auf. Also im Prinzip das Sagen, ohne wirklich was Richtiges zu sagen. Genau. Aber nur triviale Dinge. Ich möchte halt, dass es authentisch rüberkommt. Und trotzdem... Und es tut mir wirklich geil. Sie können mich auch da komplett abziehen. Das ist mir völlig egal. Aber diese kleine, minimale Möglichkeit, dass das wirklich auch jemand ist, der irgendwie jetzt überlaufen will oder da weg will, die besteht halt nun mal. Was wir aber hier bedenken müssen... Der Gedanke kommt mir nämlich gerade. Nicht, dass das Ziel ist, dass das sich ergibt. Um ins State Prison zu kommen oder so. Warum? Dort sind zwei von denen inhaftiert. Oh. Er hat noch nichts geschrieben, von wegen ergeben. Er hat geschrieben, naja, so wie ich es sage, es besteht keine Gefahr. Dafür sorge ich. Und nein, ich bringe mich auch nicht in Gefahr. Auch wenn ich das tun werde. Ah, auch wenn ich das tun werde. Soll ich das mit dem Piddy nochmal vorschlagen am Sonntag? Wäre eine Option, ja. Welches Piddy? Welches halten Sie da für geeigneter? Im Sinne zum Ergeben oder im Sinne, was zu machen? Zum Ergeben. Aber nicht so, dass er reinkommt und sofort auf den Boden muss. Der Piero. Der Piero. Der Piero. Aber das ist doch komplett einsichtig, oder? Ja, aber letzten Endes. Du hast ja zwei Wege. Entweder zum Pier oder. Richtig. Ja, das stimmt. Ah. Buchtmöglichkeiten sind eingeschränkter. Wenn Sie den Parkplatz zuparken, dann kann da auch kein Helikopter landen. Wenn da einfach ganz viele Autos stehen. Richtig. Richtig. Ich habe einen Ort. vorstagen. Der Sonntag. Ich verspreche, dir wird nichts passieren. Das habe ich deutlich von mir gegeben gerade. Es gibt diesen einen Ort in Los Santos. Der Piero und den bunten Lichtern. Und der bedeutet mir sehr viel. Das ist ebenfalls ein Piddy. Das ist eins. Das ist eins. Ich klein. Du solltest dich dort sicher fühlen. Und ich auch. Okay. Ich habe geschrieben, ich... Er hat geschrieben, mach das. Ich habe geschrieben, ich werde versprechen, dir wird nichts passieren. Das habe ich deutlich von mir gegeben gerade. Also eigentlich wieder eine Wahrheit jetzt. Äh, es gibt diesen einen Ort in Los Santos. Den Piel mit den bunten Lichtern. Und der bedeutet mir sehr viel. Ist tatsächlich auch eine Wahrheit. Äh, dort ist ebenfalls ein Piddy. Es ist einsichtig klein. Du solltest dich da auch sicher fühlen. Und ich auch. Okay. Schauen wir mal, was er antwortet. Wieso hat die Streife nebenbei noch nichts gefunden? Okay. Können Sie sich ruhig wieder hinsetzen, wenn Sie möchten. Ja. Können Sie denn die Sachen aus Kentucky gut verarbeiten, wenn ich so fragen darf? Nicht wirklich. Ich... Ähm, habe meine Therapie damals beim Herrn Larsen angefangen im MD. Mhm. Und, ähm... Ja, irgendwann war er dann nicht mehr da. Und ich habe es nicht geschafft, mich jemand anders anzuvertrauen, weil das... Ist nun mal... Schwieriges Trigger-Thema für mich. Ich verstehe. Ich habe einen großen Respekt davor, dass Sie sich an jemanden wenden können, über Sachen zu reden. Herr Larsen ist einer der wenigen Freunde, würde ich auch sagen, dem ich wirklich sehr vertraue. Das ist ein ganz kleiner Kreis bei mir. Nach Evan Anderson, ähm... Vertraue ich generell fremden Personen, ähm... Nur schwer. Das dauert aber nicht. Nachvollziehbar. Er hat geschrieben, ja, und ich bin in einer Sackgasse. Ich kann nicht weg und werde festgenommen. Es fällt mir sehr schwer. Er wird festgenommen? Stellen wir... Ja, wenn er jetzt ins, äh... Ins PD kommt, der Piero. Ach so, ja. Hm... Ist natürlich die Konsequenz daraus, ne? Die Sache ist halt die, wenn wir das jetzt wirklich so ganz ehrlich machen und, ähm... So, als würden wir Ihnen jetzt glauben. Was natürlich auch sein kann, ne? Eine minimale Chance besteht. Was wird man da jetzt antworten? Ich will natürlich erst mal ein Verständnis. Also ich würde sagen, das verstehe ich definitiv. Aber wäre es nicht sowieso sicher für dich, wenn du dich stellen würdest? Ich will dich aber dazu nicht drängen. Das würde ich jetzt schreiben. Ich glaube, das mache ich einfach. Machen sie einfach mal. Wenn es ihr Bauchgefühl sagt, dass sie es machen sollen, machen sie es. Ich verstehe fest, dass tatsächlich mein Gedanke, mein Gedanke aus diesem Tag ist ja, dass du dich vielleicht sogar stellen möchtest. Und wenn nicht, vergiss das einfach. Ich verstehe es. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da aktiv auch Leuten geschadet hast. Auf mich hast du ja auch nicht geschossen. Oh, die Schose. Nur wenn du dich stellen würdest, hättest du Schutz. Auch ich könnte dich schützen. Wir können zusammen. Dann schützen. Aber ich verstehe das Misstrauen. Du misstraust gerade beiden Seiten. Das ist eine Scheiß-Situation. Du vertraust mir. Ich fühle mich ganz sicher. Ich vertraue ihm, Piddy. Aber ich dringe dich zu nichts. Wer weiß, was ich in deiner Situation tun würde. Ich verstehe das tatsächlich. Mein Gedanke dahinter ist sogar, dass du dich vielleicht sogar stellen möchtest. Wenn nicht, vergiss es einfach. Ich verstehe das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da aktiv auch Leuten geschadet hast. Auf mich hast du ja auch nicht geschossen. Nur wenn du dich stellen würdest, hättest du ja Schutz. Das Ja habe ich nicht geschrieben. Hättest du Schutz. Auch ich könnte dich dann schützen. Aber ich verstehe dein Misstrauen. Du misstraust gerade beiden Seiten. Das ist eine Scheiß-Situation. Du vertraust mir. Ich fühle mich dort sicher. Ich vertraue dem Piddy. Aber ich dränge dich zu nichts. Wer weiß, was ich in deiner Situation tun würde. Er hat vorher noch geschrieben, weißt du, ich vertraue dir. Aber in erster Linie bist du Piddy-Officerin. Und dem Piddy vertraue ich nicht. Sehr gut geschrieben. Mal schauen. Guten Appetit. Bitte? Guten Appetit. Oh, danke schön. Ja, ich habe den Leitfaden von Herrn Narsen bekommen. Der ist super interessant. Ich kann ihn dir weiterleiten, wenn Sie wollen. Hm, alles gut. Von dem halte ich mich. Ich habe da so ein bisschen meine eigenen Techniken für. Ja, ich glaube, ich bin auch schon ein bisschen... ...ne kleine Dreckstau geboren einfach. Warum das denn? Ich habe mir selbst Gaslighten beigebracht. Das wurde bei mir mal gemacht. Also kann ich das auch verwenden. Aber ich verwende das nie im negativen Sinne. Oder um irgendwas zu kriegen. Sondern nur so wie jetzt. Oder um Informationen zu bekommen. Aber nie wirklich, um aktiv jemandem zu schaden. Ich verstehe. Ich verstehe. Wissen Sie, was Larry mir mal zum Geburtstag geschenkt hat? Hm, was dann? Eine Führung durch die Wurstpumpe. Wir haben uns auch mit die Toiletten angeguckt. Ich habe später erfahren, dass meine Freunde für mich und ihm ein richtig tolles, teures Dinner organisiert hatten. Aber da ist er nicht mit mir hingegangen. Und zum Halbjährigen habe ich ein Feuerzeug bekommen. Okay, ich habe da nicht wirklich jetzt nette Worte für, um ehrlich zu sein. Ich habe mich gefreut, weil Larry meine erste richtige Beziehung war. Ich dachte, das wäre normal. Man weiß nicht. Ich dachte, der Fokus liegt darauf, dass man Zeit miteinander verbringt. Aber mittlerweile weiß ich, dass es nicht so ist. Kleine Gesten müssen ja nicht teuer sein. Es ist richtig, also man kann sich da schon, also wahrscheinlich ist es auf seine Art und Weise, hat er es gut gemeint. Aber es gibt deutlich interessantere Führungen, die man buchen könnte als die Wurstpumpe zum Beispiel. Ja, wir hatten uns auch gestritten. Ich habe gesagt, wieso denn die Wurstpumpe? Und er meinte, ja, du bist doch so ein Fan davon. Da habe ich gesagt, nein, ich gehe hier nur manchmal essen. Das ist halt, er hat mir nie wirklich zugehört. Das passiert mir relativ oft, Leute, nehmen mich nicht ernst. Sie haben mich letztens ernst genommen und sowas tut immer sehr gut. Warum sollte man sie auch nicht ernst nehmen? Herr Kurian und mich nehmen kaum einer ernst. Das ist aber halt Bullshit. So, letzten Endes. Man sollte jede Person ernst nehmen, meiner Meinung nach. Ja, ich wünsche dir mehr Leute wie ein Wiesen. Nee, das lieber nicht. Ist schon gut, dass es mich nur einmal gibt. Ja, das ist natürlich schade zu hören, so. Manchmal ist kein Beziehungsexperte, aber so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, drei Jahre ist eine lange Zeit. Ich würde sagen, sind zweieinhalb Jahre zu viel vielleicht, wenn ich mir so anmaßen sein darf. Ja, er war aber nicht immer so. Er war schon sehr süß damals, aber verflog dann irgendwann. Ich glaube auch, also ich bin mir sicher, ist kein schlechter Mensch, nur wir sind von Grund auf verschieden, was die Kommunikation angeht. Wie war das denn bei, also wir müssen mir nicht antworten, aber wie war das bei Ihnen okay? Hat das alles gut geklappt? Ja, tatsächlich, Kate, ähm, hatte es geschafft, eine andere Seite an mir zu entwickeln, die ich so vorher nicht kannte. Also, ein bisschen, wie sagt man, das Leben zu zeigen, die Kleinigkeiten zu genießen oder versuchen zu genießen. Ich meine, sie weiß natürlich ein bisschen mehr so über mich, logischerweise. Eine Menge, wenn man es genau nimmt. Ähm, und weiß halt auch, was in meiner Vergangenheit passiert ist und mir angetan wurde. Und hat dann natürlich so ein bisschen das Händchen dafür entwickelt. Ich meine, so etwas Simples wie an ihrem Geburtstag letztes Jahr zu tanzen, sowas habe ich nie getan. Noch nie wirklich. Es tut mir wirklich leid, dass sie nicht mehr da ist. Es, wie gesagt, es hat seine Gründe. Ähm, ihr ging schon nach Operation Black nicht mehr so gut. Und ich respektiere das. Nur der Weg dorthin war nicht so fein von ihr, im Prinzip. Eine Nachricht wäre ganz nett gewesen, zum Beispiel, dass sie weg ist. Aber wahrscheinlich wird das auch seine Gründe gehabt haben. Ähm, ja. Und ist das nun vorbei. Mein Telefon, einen Moment. Marsch, Marsch. Weißt du, es ist einfach so viel. Aber ich bin ehrlich, schreibst du das gerade in deine Begleitung? Ich will dich nicht in Frage stellen. Aber irgendwie schwer. Ja, nein, das schreibe ich schon alleine. Es sitzt niemand direkt neben mir und schaut mir über die Schulter. Jetzt, falls er nämlich Ariane sieht. Ähm, ich sitze alleine auf einer Couch. Es ist jemand mit mir im Raum. Aber ich schreibe dir. Ich bin kein Roboter, der einfach alles nachkommt. Ich würde auch, denke ich... Mr. Davies hat mir mitgeteilt, dass hier in der Gegend niemand aufgefunden wurde. Okay. Genau. Ich denke, ich großen Ärger bekommen. Vielleicht würden sie... Was man Kate zugutelassen muss, ist zum Beispiel, dass sie es geschafft hat, dass ich im Krankenhaus liegen bleibe. Kriege ich jeder hin. Was war da eigentlich los? Darf ich das fragen? Meinen Sie Anfang des Jahres? Ja, das haben Sie gerade draußen erwähnt. Ähm, es gab eine 1060. Da sind wir schnell aus dem Sheriff's Office alle rausgerannt. Da war ich mit Mr. Miller, Mr. Tremblay unterwegs. Ich glaube, noch jemanden. Die 1060 ist geendet, ähm, westlich vom Sandy Shaws. Die Person ist ausgestiegen, ist weggerannt, hat das Feuer eröffnet und ich wurde im Motivil getroffen. Ich hatte einen Schuss im Brustbereich Richtung Lunge, hatte einen Schuss im Hüftbereich bekommen. Mir wurde mein rechter Ellbogen zerschossen. Oh Gott. Und hatte... Und ich wurde noch vorhin erst getroffen, wo ich irgendwie gerade nicht mehr weiß, wo es war. Um ehrlich zu sein. Also habe vier Schüsse abbekommen und lag im Koma über Neujahr. Also, am 19. Dezember wurde ich niedergeschossen. Bin dann am dritten Januar aufgewacht und lag dann da im neunten Jahr und dachte mir, ja... Und... Liebe geht zurück raus. Ich liebe Kowalski. Tschau! Hat sich leider sehr gezogen. Ich lag sehr lange im MD. Drei Wochen. Um es genau zu nehmen. Und ich musste nochmal operiert werden an meinen Ellbogen, weil mein rechter Unterarm sowie Hand war taub. Oh. Und teilweise konnte ich mich bewegen, muss im Rollstuhl sitzen und es muss auch künstlicher Nerv rein operiert werden. Ich muss an grauen Nudeln denken wegen Frau Kater und der Dame beim MD. Ja, egal. Spannend. Auf jeden Fall muss man da auch nochmal operiert werden. Und mittlerweile geht's... Also mittlerweile bin ich auch... Also es war karriereentscheidend. Wäre die Operation fehlgeschlagen, wäre es vorbei gewesen mit meiner PD-Karriere. Aber wie Sie sehen, ist alles gut gegangen. Hier auch. Boah, ich liebe Kowalski. Die Gefühlssfunktionalität meiner rechten Hand ist nicht komplett wiederhergestellt. Das heißt, manchmal... Es fühlt sich ein bisschen merkwürdig an. Aber im größten Teil habe ich mich eigentlich dran gewöhnt. So bei 95% oder so. Problem ist nur, wenn der Ellbogen wieder zerschossen wird, muss ich halt wieder operiert werden. Wieder was rein operiert werden in dem Fall. Oh Gott. Und wissen Sie, ich hasse Krankenhäuser. Massiv. Und bin sehr ungerne Krankenhäuser. Und Kate hat sie dazu gebracht, dass sie aufbleiben und sich nicht sofort in irgendwas wieder stürzen? Ja. Es war ein Versprechen, was ich leider geben musste. Leider? Ja. Wie gesagt, ich... Und wenn Sie wüssten, warum ich Krankenhäuser hasse, das ist... Glauben Sie mir. Danach können Sie es vielleicht ein bisschen verstehen. Sie können sich aussprechen, aber ich glaube nicht, dass sie mir so sehr vertrauen kann. Wir kennen uns ja nicht so gut. Ja, grundsätzlich erzählen sie mir ja auch Sachen über sich, ne? Eigentlich ist das ja ein Geben um Nehmen. Ja, aber ich bin ein Oversharer. Ich habe SMS... Bekommen, okay. Ich bin ein bisschen perfekt jetzt. Wir haben noch geschrieben, weißt du, es ist einfach so viel. Aber ich bin ehrlich, schreibst du das gerade oder deine Begleitung? Ich will dich nicht in Frage stellen, aber irgendwie schwer. Vertrauen und so. Da habe ich geschrieben, nein, das schreibe ich schon alleine. Es sitzt niemand direkt neben mir und schaut mir auch keiner über die Schulter. Ich sitze alleine auf einer Couch. Es ist jemand mit mir im Raum, aber ich schreibe dir. Ich bin kein Roboter, der einfach alles nachtippt. Sehen Sie, Herr Kuriyama? Stimmscheiße, sei die Wahrheit. Ja. Ich würde auch denken, ich würde großen Ärger bekommen. Vielleicht würde man mich sogar kündigen. Er hat geschrieben, Ariane... Du machst mich fertig. Okay. Das ist jetzt... Das ist das erste Mal, dass ich wirklich mit jemandem zu tun habe, wo ich die ganzen Schritte nicht vorausahnen kann, weil ich eigentlich Menschen ziemlich gut lesen kann. Es ist schwierig, jemanden zu lesen, wo man nicht weiß, wie irrational die Person ist. Frau Carter hat mir heute ein paar Sachen über ihn erzählt, was da gelaufen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schreibe jetzt hier jemanden, der eigentlich total lieb rüberkommt und... Es ist natürlich kaum vorzustellen, dass das wirklich so ein blutrünstiger Typ ist. Das ist... Ich finde das so gruselig einfach. Es ist halt sehr interessant dahinter zu sehen, was die Geschichte der Person ist und warum die Person so geworden ist, wie sie geworden ist. Das möchte ich unbedingt fragen. Die haben mir das beantwortet, wie das überhaupt zustande kommt mit diesem goldenen Olympus und so. Ich kann das jetzt aber nicht einfach so im Gespräch jetzt reinbringen. Das geht nicht. Mhm. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ich bin super neugierig. Ich würde auch gerne wissen, was für eine Art Mensch das ist. Woher der kommt. Obwohl, er ist bei... Das weiß ich noch. Er ist... Sekunde. Das hat er mir gesagt. Das sind nämlich Sachen, die ich grundsätzlich immer frage. Er ist in New York aufgewachsen bei Pflegeeltern. Okay. Er hat die Frage, wie die Pflegeeltern waren, ob sie gegenüber ihnen grausam waren, lieb, empathisch. Was ist vorher? Vielleicht passiert das bei seiner richtigen Familie. Das sind Sachen, das könnte ich alles machen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte. Er ist halt immer, kommt halt drauf an, wie sich die ganze Phase und Sache jetzt entwickelt, ne? Kann bald enden. Es kann aber auch noch sehr lange weitergehen. Das wissen wir ja nicht. Das ist ja ein großes Problem. Ich bräuchte hierfür wirklich mehr Zeit. Da wir den Sonntag ja jetzt ausgemacht hatten. Und je nachdem, was da passiert. Abwarten. Bis Sonntag. Seien wir. Was entschieden wird, wie die Herangehensweise ist. Vielleicht machen auch beide Seiten den Rückzieher. Man wird es herausfinden, würde ich sagen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Ich könnte halt auch sagen, hey, wenn das mit Sonntag nicht klappt, wir können auch einen anderen Tag in der Woche finden. Aber wer weiß, was bis dahin alles passiert. Und ich bin tatsächlich ab dem 11. erstmal für wenige Tage in Kentucky eigentlich. Das heißt, da müsste ich mich sogar zum Flughafen bringen lassen. Das ist ja nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Ich meine, sie haben ja gesehen, wie wir sie heute abgeholt haben. Das kriegen wir auch unauffälliger hin, ohne Scheifenfahrzeuge. Ja, das ist vielleicht das nächste Mal besser. Ja, es ist halt die Sache. Ich bin heute nicht mit meinem Privatfahrzeug hier. Was hätte man das mit Millers und meinem Privatfahrzeug halt machen können? Und mit meinem kommen wir relativ gut weg. Ich bin trotzdem ein bisschen... Ich habe Ihnen ja gesagt, ich bin unter Kollegen. Und er meinte Begleitung. Aber das könnte natürlich auch auf die Kollegen dann bezogen sein. Mhm. Ich habe voll die Asiapusik und das Kurium. Ich habe das voll den Zufall. Hm? Was ich daran unfassbar finde. Kein Mensch ist von Grund auf böse geworden. Jeder Mensch hat eine gute Seite. Scheiße, ich vergesse, was in der Art. Das würde ich sagen. Ah, ich kann was anderes sagen. Er hat nochmal geschrieben. Ja. Ich beschreibe es mal so. Ich glaube, ich werde mich jetzt auch mal hinsetzen, damit das nicht so aussieht, als würde ich es ihm vorlesen. Äh, Entschuldigung. Wir können das doch so machen, dass sie jetzt lauter reden und ich mich einfach hier hinstelle, ans Fenster. So ungefähr. Ich beschreibe es mal so, in einem Wirrwarr aus Gedanken, schwer zu sehen, verwirrt wie Blätter im Wind, wie ständig verwehen, Gefühle versteckt wie ein Geheimnis im Herz, verwirrt, als ob sie wären im Dunkeln versteckt. Die Worte sind Rätsel, die Blicke verschneiert, Emotionen verborgen wie ein Schatz, der verirrt. Doch in diesem Chaos tief in der Nacht kann die Wahrheit entstehen, wenn das Herz erwacht. Zögernd und leise, doch klar und beständig erkennen wir Gefühle, die einst waren, verschwendet. Die Schwierigkeiten des Herzens, sie mögen uns quälen, doch am Ende werden die wahren Emotionen zählen. Die Liebe, die Trauer, die Freude, der Schmerz, sie sind tief in uns verwurzelt, ein funkelnder Stern. In der Dunkelheit, der Zweifel und des Rätsels Gewicht finden wir die Antworten im Licht der Liebe, so schlicht. Was haben die eigentlich die ganze Zeit mit ihren Gedichten? Also, wirklich. Was wollen sie darauf antworten? Ich weiß nicht, ich wünsche nur mir wird das jemand schreiben, der einfach keine Morde begangen hat. Das wäre auch mal ganz schön im Leben. Ich weiß nicht, was ich darauf schreiben soll. Warten Sie mal, ich prüfe mal kurz vorhin, ob die Tür zu ist. Ich schließe das Department erst mal. Ich schreibe es nur so, wenn wir auf Gedanken stehen. Ich schließe das, wie vorhin nicht, ich versuche das, wie vorhin nicht. Ich schließe das, wie vorhin nicht. Ich kann sowas tatsächlich gar nicht selber. Ich würde gerne anschauen, aber ich kann das nicht. Da steht sogar einfach ein Gedicht zurückschreiben. Herr Kowalski, gute Nacht. Ich sage trotzdem, Herr Kowalski. Ja, gute Nacht und Dankeschön. Ja, es ist super spannend. Allein diese SMS sind super spannend. Mit Koryame ist es gerade super spannend. Kommt die japanische Musik? Ich weiß es nicht, das ist einfach gespielt. Was ist das? Seventh Crown Chakra Kundalini Breath. Oder so heißt das. Oh Gott, ich brauche mal eine Pause. Ich kann auch auf den Hof gehen und sie kann alleine rauchen. Oder so, wenn sie wollen. Aber hier kann auch keiner rein? Nicht. Das ist, es wäre dämlich, sagen wir mal so. Aber eigentlich kann man hier persönlich rein, ja. Ist das wirklich sicher, wenn ich jetzt eine rauchen gehe? Ich würde ihnen einmal hinterherlaufen. Also ja, bitte machen Sie das. Ich wollte sie jetzt nicht alleine rauslassen. Gut. Ich weiß, ich war ein bisschen verunsichert jetzt. Achso, nein, nein. Ich kann auch in der Nähe von der Tür bleiben. Hier oben. Ja. Ja. einseitig population black damals bei uns und stationiert ich stand ganz vorne okay aber da war er war nicht verletzt oder dann immerhin weiß wir haben uns über irgendwas unterhalten mussten sie dann waren sie doch im dienst während die ganzen ich sag mal anderen dinge passiert sind wie kamen sie damit klar ich hatte zu der zeit mein privatleben noch vorne angestellt ich verstehe ich war ja damals in sol tatsächlich geschäftlich bin zurückgekommen und wurde erst mal vollendeten tatsachen gestellt erste was nach 15 minuten im dienst passiert dass ich wurde unbekannt angerufen wie ziehe ich das immer ein bisschen an in der hinsicht ja ist das funktionieren dingen letzten endes ich meine ich war ein eigenes gunship ich musste die ganze zeit in meiner p5 halt aus dem helikopter schießen damals und ich glaube das was mir am meisten abverlangt wurde war dass ich vier menschen töten musste und für mich mein kultureller hintergrund ist das schon sehr schwierig gewesen um ehrlich zu sein hat mir logischerweise auch was verändert haben sie sich jemals hilfe gesucht ich regel die sachen auf meine art und weise wissen sie sie sind ein kluger mensch sie wissen auch das ist eigentlich schwachsinn ist aber auch ein kluger mensch hat seine erziehung gehabt und vertrauen da kann ich sehr nachempfinden bei ihnen ich vertraue fast niemanden aber die beziehung tschuldigung die erziehung bestimmt nicht das ganze leben ich habe auch eine scheiß kindheit gehabt und trotzdem lebe ich mein leben hier anders ja welchen einen auszug meiner erziehung geben kommen auf das kragen was die man noch mal zurück aber meiner rechten schulter eine riesige narbe mein vater hat mich in der kampfkunst der saumerei unterwiesen und dazu gehörte auch mit der katana kämpfen zu lernen während des trainings hat mein vater das katana meine rechte schulter behauen ob es versehen nicht wahr oder extra weiß ich bis heute nicht weiter zu mir sohn du bist schwach und konnte das so nicht oder variierst du nicht er wollte das nicht weiter kämpfen konnte ich logischerweise nicht ich meine armen waren bluten die sau und deshalb geschmerzt wissen sie was dann passiert ist sind zum arzt gefahren ein art der arzt handelt hat oder operiert hat eine menge geld dafür bekomme ich nicht zu beträumen ja das ist der grund warum ich nicht so der fan von krankenhäusern bin ich hoffe das war jetzt nicht so schlimm weil der geschichte konnte es nicht unbedingt jeder klappt deswegen erzähle ich die auch sehr selten alles ok bei ihnen müssen sie alles gut ist nicht das grausamste was er mir angetan hat ja beide ein autos anführt weiterhin das unternehmen in new york in eine enttäuschung dass ich das selber nicht antreten meine uk dann habe ich vor zweieinhalb jahren kennengelernt erst die wurde mir von mir fern gehalten weil die erziehung meine mutter wäre eine ablenkung gewesen wissen sie was mein vater mir gesagt hat meine mutter hätte sich auszahlen lassen damit sie nicht mehr ich eine belastung für sie bin und dass sie deswegen abgehauen ist keine liebe für mich empfunden hat dann haben wir beide wohl beschissene eltern aber trotzdem haben die nicht unser leben zu verstehen ja es ist nicht so einfach wie sie denken natürlich ist das nicht einfach wenn es einfach wäre wäre es ja schon geschehen nun wie dem auch sei ich hoffe sie denken jetzt nicht anders über mich kann ich da zurückgeben wenn sie wissen mit wem sie reden sagt man das nicht so dann aber jeder mensch hat seine geschichte jeder mensch hat seinen grund warum er so ist wie er ist deswegen sollte man auch immer die geschichte der menschen dieser stadt verstehen egal wer in der zelle ist man sollte mal schauen was die geschichte der person ist warum die person da ist das ist wie damals mit der terroranschlag von operation black ich weiß nicht ob sie wüssten dass ich einer derjenigen war der mit einem der terroristen sich treffen musste die ganze zeit um informationen zu bekommen also waren sie in naja nicht einer ähnlichen situation wie ich jetzt aber so ein bisschen eigentlich schon in so eine richtung ohne diese verehrungsthematik und sie haben das gemacht ich meinte wie war das denn da mit ihrem schutz ich hatte keinen schutz nicht wirklich aber für mich war es wichtig dass die officer geschützt sind und dass diese terrorismus wir sind bereit sind wissen wir wissen sie was das bitte dahinter ist dieser mann mit dem ich mich treffen musste vermeintlich seinen bruder getötet weiß er natürlich nicht ich glaube sonst würde ich nicht hier stehen aber mister was genau gesagt warum sie das alles getan haben die haben doch nichts miteinander zu tun oder denke ich das vorgehen ist unterschiedlich und anders ich habe übrigens eine sms bekommen aber ich werde sie jetzt nicht hier draußen lesen ähm bitte entschuldigung ich habe eine sms gerade noch bekommen aber ich kann sie nicht hier draußen lesen dann ja dann können wir wieder reingehen verlinkt und dann sie sich nicht warum ich die ein zwei sachen ihnen erzählt habe es geht nur darum dass sie wissen das gefühl bekommen dass ich ihnen halt vertraue ich meine das hätte ich nicht das angebot gegeben mit dem wohnort ja gut ich bin ehrlich zu ihnen ich vertraue jetzt nicht hundertprozentig ja so ist das was wo vertrauen sie mir denn ich kenne sie ja nicht so gut ich kann jetzt nicht sagen von jetzt auf gleich miss war es cool ich vertraue jetzt hundertprozentig erzählen alles was ich weiß ich habe jetzt noch nicht gesagt dass sie aber nicht gesagt dass jetzt was weiter erzählen würden aber ist ja normal dass man jemanden hundertprozentig vertraut oder denken sie an ihre sms oh gott er war es gar nicht er hat mir denn geschrieben ja gut gut das war familie everything i drop is a banger ich habe einen ohrwurm ich muss irgendwas auf das gedicht schreien noch ich würde mir am liebchen etwas zu geben einfach auch als vertrauens wachs also wo Alvoretik ich will schreiben wie du kann ich eigentlich nicht so ich bin dann überlegen was ich ihnen jetzt geben kann damit er mir mehr vertraut Das ist, äh, eine Frage, die sie sich natürlich nur selbst beantworten können. Das ist halt schwierig. Irgendeine Information. Die Information wird ja auch nicht per SMS geben. Die würde ich auf einen Zettel schreiben, irgendwo abdehnen und denen sagen, wo es ist. Damit es persönlicher ist, aber ich... Vor dem Spiel so ein bisschen umzudrehen, ne? Jetzt ein bisschen mit dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es so mit dem Feuer spielen will. Hm. Stimmt. Oh, jetzt haben sie mir beide sogar das Gleiche gesagt. Ich habe gesagt, ich würde dir am liebsten etwas zurückgeben. Einfach auch als Vertrauensbeweis. Ich wüsste nur nicht was. So schön schreiben wie du kann ich leider nicht. Merke Schimm, ich glaube, das kann ich dir nicht abnehmen. Die Sache ist, ich habe, ähm, okay, das ist vielleicht nicht gut, aber ich habe es noch nicht geschafft, beim Kasa mich umzumelden. Wenn die da irgendwelche Daten von mir haben, wäre das nicht die Adresse, ähm, wenn, ja, wäre das nicht mein aktueller Wohnort. Ist ja eigentlich gerade sehr vorteilhaft, oder? Sehr vorteilhaft, ja. Ich würde ihnen gerne irgendwas geben von wegen mit, äh, das PD, bla bla bla. Ja, aber es sollte irgendwas sein, was wir, das, die Frage ist, was ist es? Weil das sind ja die Sachen, die sie wissen wollen. Sie wollen ja mehr auch über den Herrn Weiß unbedingt erfahren. Ja gut, da können sie aber keine Informationen geben, logisch, Herr Weiß. Nee, nein, 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 absolut nicht. Eine Information, Herr Weiß, und ich kenne uns bereits seit drei Jahren, macht auch keinen Sinn. Dann müsste, dann würde er denken, ich hätte ihn belohnen. Es ist aber auch schon recht spät, um jetzt noch kreativ zu werden. Das ist richtig. Wir haben schon zwei Uhr, glaube ich, oder? Ja. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie außer Dienst wollen? Ich richte mich da tatsächlich nach Ihnen. Oh mein Gott, ich richte mich eigentlich die ganze Zeit nach Ihnen. Ah, super, gut, dann würden wir bis sechs Uhr morgens noch hier sitzen. Gut, dann, äh, würde ich vielleicht mal mein, äh, ein paar Sachen von zu Hause packen. Ja, dann würde ich einmal Mr. Davis Bescheid sagen, dass er seine MP5 holte und uns abholte. Gut, dann, äh, zieh ich mich mal um. Ja. Gut, dann, äh, zieh ich mich mal um. Äh, jetzt, 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 jetzt kommt der, ja, also ich glaube, ich mache jetzt einen richtigen Ariane. Das wird, äh, Ariane ist immer da, Skina sagt ja auch immer, dass sie, ne, blablabla, das wäre ein kindisches Verhalten. Ariane wird, glaube ich, ein bisschen kindisches Verhalten gleich. Mit Hintergedanken. Mit Hintergedanken gleich. 419 meldet sich ab. Oh mein Gott, habe ich mir jetzt erschrocken. 419 meldet sich ab. Eh, manchmal bin ich doof. Ja. 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 Weißt du, wenn das was Persönliches ist, wäre das Beste, was du mir schenken kannst. Hast du noch ein bisschen? Ich müsste es erst holen. Ne, da wüsstet ihr ja, dass er nicht zu Hause ist, wenn er unsere Adresse hat. Ich würde ihn an einen Ort bringen und dir dann sagen, wo es ist. Anders geht es ja nicht. Und gut, ähm, es wird jetzt sehr ziemlich gitschig, ich müsste zu einem 24-7 gleich kurz gebracht werden. Das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Gut. Okay, okay. Ich würde mich dann auch einmal kurz umziehen. Ja. Ich würde mich dann auch mal kurz umziehen. vor dem Fall Schluss. Ich hoffe Currently auch irgendwas Niedliches. Findet dieser gemeinsame Ort vielleicht dann? Äh, wird der gemeinsame Ort vielleicht dann? Denkt der wirklich, warte mal, denkt der jetzt vielleicht die Garagen? Die Garagen wäre eigentlich gar nicht schlecht. Oder denkt der, das könnte unser gemeinsamer Orte? Ich weiß es nicht. Ihr dürft nichts sagen. Ich will mir was zu trinken holen. Mann, kann Ariane nicht mal kurz mit dem so, kann der nicht in real life da mit Ariane cringen, ohne zu verarschen? Das wäre echt super, das würde ich sehr befürworten. Und dann schiebt er einen dramatischen Tod und Ariane hat es nicht geschafft, ihn zu retten. Und dann fällt sie in Coriamis Arme. Das ist ganz furchtbar. Stockholm, überall. Es ist furchtbar, ne? Ich würde noch vorher kurz auf Tonette gehen. Natürlich, machen Sie das. Ich muss einmal die Tür aufmachen. Ja. Bitte sehr. Oh mein Gott. Es ist voll das nice IP. Auch wenn voll nichts passiert, actionmäßig ist. Da bin ich auch sehr, sehr froh. Das ist so cool alles. Die SMS sind so nice geschrieben. Es ist ganz, ganz furchtbar, dass ich mir so ein bisschen wünsche, dass er doch nicht scheiße ist. Oh, ich habe auch Stockholm-Syndrom. So, ich gehe mal ganz kurz mit Cooler, aber bin sofort da. Nichts passiert, ich bin mehrfache Tode heute gestorben. Ja, Coriamis ist ein süßes Riechen dann gleich. Ja, das habe ich Ihnen nur gesagt. Okay, alles klar. Ich habe mir auch gar nichts drauf eingewildert. So, Moment. Let's Mike. com Vielen Dank. 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 Ja, ich werde gleich nach Hause gebracht, aber ich habe keinen Moment. Okay. Es ist so, ich war vom Mittwoch auf Donnerstag-Gleitstelle in der Nacht und das FT rief uns an, dass eine verletzte Person nördlich des Alien-Dorfs war. Und die wollten uns als Hilfe noch dazu holen. Da lag Lamisala mit gebrochenen Kniescheiben. Ach, du scheiße. Ach, du scheiße. Ich habe gesagt, hey, hast du vielleicht mal Zeit zum Reden bald vielleicht und danach vergiss das. Weil ich war im Dienst, wir sind im MD gewesen und wir haben wieder von Alice Taxi vorne, ich habe es aus dem Punkt gesagt, ich bin auf den Knopf gekommen. Und wir haben wieder ein Taxi vorne von Alice Taxi vor dem MD und ich war dabei, dass da auch schon mal gesagt wurde, Herr Salah, das ist die allerletzte Warnung jetzt und das ist nur für absolut Notfälle und das parkte da wieder. Im MD haben wir ihn dann angetroffen und ich habe gesagt, hey, ich habe auch gesehen, er sitzt im Rollstuhl, hey, das muss da wirklich weg. Ich habe vorher auch das Taxi angerufen, weil ich arbeite auch da. Ich habe gesagt, das Taxi muss weg. Ja. Und er meinte dann zu mir, nee, das ist ein absoluter Notfall gewesen, meine ich, warum? Ja, ich bin zur Nachkontrolle. Und dann wurde ich halt ein bisschen lauter und habe gesagt, das kann einfach nicht sein, jetzt bringt mal das Taxi weg. Und er wurde da geschoben von Eddie Tyler, der ist mir auch bekannt, den kenne ich auch. Und beide haben mir danach SMS geschrieben, Herr Salah halt, ja, nee, vergiss es. Ich kann aber versuchen, trotzdem natürlich mit ihm zu reden und da was rauszukriegen. Und genau, Eddie Tyler noch, der sich, das kann ich tatsächlich gar nicht entziffern, keine Ahnung. Ja, was mir hat Sorgen gemacht, ist, nee, wir haben nämlich auch kurz Nahbereichsverhandlungen gemacht und da kam uns Charlotte, Charlotte Wallace, ähm, auf dem Weg, über den Weg. Und, äh, also er hat sie an den Standort geschickt. Ähm, und diese Charlotte Wallace wurde auch vor kurzem entführt und wir haben sie dann in einem Parkhaus gefunden. Und das Interessante ist, gestern wurde sie auch vor, also da gab es Schüsse, vor Alice Taxi und wo sie auch noch Geschädigte war wieder. Also irgendwas, also Charlotte Wallace und Lamy Salah, irgendwie passiert ihnen ständig was. Ja, ich kann Ihnen... Ich mach da echt Sorgen. Genau, ich kann Ihnen sagen, Paul Owen, wer das bei Frau Wallace war. Sekunde, ganz kurz. Ich muss nur mal eben an den Rechner. Eine Sekunde, eine Sekunde, ich hab sofort. Ja, alles gut. Und zwar war das bei Frau, äh, bei Frau Wallace tatsächlich Evan Anderson und Lamy Salah hat auch Ärger mit Evan Anderson. Evan Anderson, ey. Genau. Nicht der schon wieder. Ja, okay. Ja, wegen dem sind meine Freunde ausgereist. Äh, ich weiß nicht, ob du die McKees kennst, Liam und, äh, Shirley. Oh mein Gott, Frau Lovett, sie kannten die? Ja, ja, das sind meine Freunde. Ich hab die dazu, die haben mir alles erzählt, ähm, als sie noch bei, ähm, Thriftjob gearbeitet hat, Shirley, haben die mir alles erzählt, äh, unter sechs Augen, äh, ich bin deswegen zu Detective Prima, äh, nicht Prima, Detective Miller damals, das war Miller, zu ihm gegangen, ich hab Shirley gebeten, bitte rede mit Miller. Und dann hat sie sich einverstanden, und da hat sie ihm auch alles erzählt. Ich weiß, ich hab jetzt seitdem nichts mehr gehört, ich hab keine Ahnung, was damit passiert ist, weil Miller dann plötzlich weg war und ich weiß gar nicht, wer sich dann weiter drum gekümmert hat. Ich hab mir alles notiert damals, der, das, dieser eine winzelt, dass ihm die Fingerkuppen abgestürzt worden sind von dieser verrückten, Mac Ray und was auch immer. Ja. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was Sache ist, also Anderson, Anderson, ja. Frau Logan, ähm, welchen Rang haben Sie noch mal? Sie waren, glaub ich, drei, oder nee, sogar noch höher, ne? Nee, ich war, ich war zwei und wurde jetzt dank, ähm, per Carton-Gutti degradierter Kutin und dann bin ich jetzt wieder auf unser Eins. Okay, ähm, Frau Logan, ich würde da mit den Detektives reden, ähm, wenn Sie da Interesse haben und wenn Sie da auch so drin sind, tatsächlich, das wüsste ich gar nicht, ähm, hätten Sie manchmal vielleicht, äh, Zeit, vielleicht ein paar Streifen abends zu machen und da so ein bisschen zu ermitteln in der Richtung. Ja, sehr gerne. Da hat sich jemanden an meiner Seite gebraucht, das wäre nämlich... Ach, ermitteln Sie da drin, ja, okay, ermitteln Sie da, ist das jetzt, äh, ist das Ihr Fall, oder weil ich weiß, dass Sie auch, äh, also... Nee, nee, ich bin, ich bin Officer 1, aber Officer dürfen ja auch... Ja, ja, natürlich. Genau, ich kann, hab die beiden auch kennengelernt und, ähm, ich kenn auch Evan Anderson, äh, eigentlich ziemlich gut, ich, äh, wurde ein Jahr von ihm verarscht, sagen wir mal so. Ja, 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 die Art und Weise, wie er spricht, ja, ja, das hab ich, ich hab ihn nur kurz, um die ihm kurz gesprochen, das, das merkt man ziemlich schnell. Okay, ja, vielleicht, vielleicht können wir, vielleicht können wir da nochmal zu den Detektives gehen und einfach mal, ne, dann, dann können wir zusammen eine Streifen machen, irgendwann, das wäre ganz gut. Dann will ich nochmal auf Sie zukommen. Ich kann nur, ich werde jetzt nach Hause gemacht, ich, ähm, kann nur für einen Moment nichts. Ja, alles klar. Okay. Dann passen Sie auf sich auf, dann sprechen wir auch noch, wegen Lame Sala und so weiter. Das machen wir. Ja, wir sprechen. Dann passen Sie auf sich auf, kommen Sie gut nach Hause, schönen Abend, ciao. Ja, danke Ihnen auch, tschüss. Ciao. Die Frau Seven und weh, du kaufst Knoblauch. Hast du Angst, dass Blut ges... Ja, Vampir... Ja. Ja. Wir meinen, dann können wir los, Mr. Graf hat nur darüber spadroniert, ob er Davies Knoblauch dabei hat. Davies Knoblauch? Ja, dass Davies Knoblauch dabei hat, weil ich gesagt habe, meine Vampir-Gene sind nicht aktiv. Was sind denn Ihre Vampir-Gene? Ach, das ist so ein Mimo aus der DTU. Da wurde immer gesagt, ich bin der Sohn von Napier. Ach du Scheiße. Hoffentlich nicht. Also, bin ich nicht. Warte gerade, Frau. Gut, wir können es. Super. Ich hoffe, ich habe mich ausgestempelt. Ah, nur fast stempelt, ich sehe gleich raus. Geigen Sie bitte links an. Das ist uns die sichere. Okay, jetzt habe ich meinen Rucksack vergessen. Naja, ich nehme einfach das, was ich fragen kann gleich. Das ist die rechte Seite des Bands. Das ist die rechte... Ja, Entschuldigung. War ein langer Tag. Also, er ist so ein 24-7, dann zu ihrer Wohnung. Ein 24-7 und dann muss ich was ablegen. Ich habe mir jetzt nämlich eine Idee bekommen. Alles gut. Lagen Sie einfach dem Fahrer, wo es hin soll. Einfach ein 24-7, der vielleicht auch nicht so 100% einsichtig ist, wo ich kurz eine Leine reinhübe. Das ist deine natürlich mit dem Auto jetzt wieder super auffällig, aber was soll man machen? Ja, wir können immer noch auf den Anmarkt wechseln. Fahrt mal zurück und auf den Anmarkt. Nein? Ja? Doch, darf ich machen. Achso. Ich habe gerade auch gedacht, ich bin jetzt los. Wo drehst du denn? Ja, der Bellini, hallo. Okay, ja, wo ist schon wieder bei dem Office? So, jetzt, was ist los? Ich habe nicht mal zwei Stüsse. Das ist mir doch egal, wo du drehst. Ich bin auch seit ich lasse. Ticket macht dann ich, das ist aber selbstverständlich. Nein, ich bin Kate eh nicht. Ich bin ein bisschen wie Kate. Also, wenn du Davis wegschaffen willst, wir sind nicht deine Zeugen, keine Angst. Also, nicht für deinen Verschwinden, sondern Zeuge, dass sich was... Ja, ist okay. Das ist so schlimm. Nee, ich bin Asiaten, ich bin gar nicht Oceleri. Nimm den Karakara, der ist weniger auffällig als der Anmarkt. Tatsächlich. Ich möchte so. Duftes King. Ja, mein Gott, ich habe gehofft, dass du mich verrätst. Ja, ich sehe es. Sorry, ich sehe es. Als Fabian nach Hause kommt, sieht sie auf dem Nachttisch neben ihrem Bett einen Brief. Der war vorher nicht da. Ja, sie macht ihn auf und lässt ihn. Baby Girl, das ist mein letzter Nachricht an dich. Wenn du diesen Brief rast, bin ich wahrscheinlich schon tot. Ja. Und schießt sich den Kopf und Ria, der weiß nicht, was sie tun soll. Und da, sie macht ihn auf. Ich habe gehofft, dass du... Die Kredits rollen. Ich habe gehofft, dass du den Luna-Market vorgestellt hast. Ich habe gehofft, dass du den Kanal direkt vor den Raum und hätten dann Schutz für Wasser übersehen. Wann ist das egal, welcher 24-7er schwebt ihm da ein Besonderes vor? Einem, wo man vielleicht eine Kleinigkeit vorne an der Kasse bringen kann. Fahr die nächste rechts, bitte. Einen anderen Weg fahren. Nee. Ihr wisst warum. Auf der Wendekreis von den Dingen ist ein bisschen... Ja, ich merke es. ...spannend. Die beiden sollen dann erstmal sitzen bleiben, habe ich richtig verstanden. Ich fühle mich so beobachtet, die ganze Zeit. Ich... ...dauerhaft. Ich meine, wenn man uns verfolgen würde, hätte ich das jetzt gemerkt. Ich weiß, dass ich das jetzt gemerkt habe. Nee, ist das halt nachvollziehbar, ne? Gerade bei diesen... ...Nachrichten. Ja. Versuch, so nah wie möglich zu halten und sei reaktionsbereit, äh, Davis. Ja. Aber so wie ein normaler Zivilist einfach parkt. Dann müssen wir uns bei einem roten Bordstein stellen. Kurz überlegen, was ich da drauf schreibe. Marianne schreibt... Deine braunen Augen. Deine braunen, deine blauen Augen machen mich so sentimental. Meine blauen Augen. Och nee, jetzt komm bitte. Hier sind keine. Lädt mich am Arsch. Ich brauche Goldkätzchen. Die fallen nämlich richtig schön auf. Uh. Nee, auch nicht. Scheiße, die kann ich alle nicht hinsetzen. Gut, stellen Sie bitte keine Fragen, aber hier hatten Sie es nicht. Ich habe wirklich eine Idee, egal wie doof das jetzt gerade auch aussieht. Sie machen das, was Sie für richtig halten, alles gut. Sie haben Dein Gehtmann vollstes Vertrauen. Ich denke, das haben Sie schon gemerkt. Das ist eine Stopp-Schildkraft, ne? Mach weiter, alles gut. Erhält er die Stopplinie? Nein. Gleich fahrt jemand anderes, wenn das nicht geht. Also soll ich jetzt auch wie ein normaler Zivilist Auto fahren? Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Bleiben in der Nächte. Okay, gut. Und David, bist du bereit für morgen? Ja, ja, schauen wir mal. Willi und ich haben uns schon darauf geeinigt, dass wir da auf den Tisch schauen werden. Und direkt sagen, äh, fünf Camps mit jeweiliger Aufstellung. Und nicht so ein großes Terrar draus machen. Das ist eigentlich sehr simpel, umsetzbar. Der Rest ist halt Reaktions, äh, Sachen halt, ne? Ja. Damit Skinner wiederkommen sollte und der... Oh mein Gott, ich hätte echt ein bisschen Bammel, dass die... Ne, die... Aber ja, dass die schon sehr glaubhaft, glaube ich, erzählt alles. Treffen wir gleich einmal gleich auf Kollegen. Ich habe es im Funk schon gehört. Wolle ich hier auch hier warten, oder? Ne, fucker, verdammt mal. Nein. Ja, ja, ich weiß. Gut. Halt einfach quer. Dann soll ich jetzt quer? Ja, ich will es eigentlich nicht so schnell kommen. Ja, eigentlich schon. Halt einfach quer vor der Tür. Okay. Genau. Ich eine. Ich hoffe, aber die kriegen das wirklich nicht mit. Das wäre jetzt voll blöd. Ich will das ja... Oh mein Gott, ist das teuer. Alter. What the fuck ist das teuer? Oh, sehr schön. Geld ist gut. Ich werde es... Ne, ne, ich verpacke das mit, mit einer Wahrheit. Oder? Soll ich doch lügen? Ich weiß nicht. Wie kann man es am besten absichern? Oh mein Gott, ich will das nur mal kurz... Soll ich einfach so ein bisschen herumfahren oder? Ja, ich wüsste schon, wo ich das abdecke. Aber tatsächlich überlege ich, ob ich das doch irgendwie in einem random Ordner. Das Zeichen des guten Willens hätte ich sonst genau bei der Garage noch mal hingelegt davor. Dann hätte ich einfach nur Garage schreiben müssen. Ich schreibe da mal kurz das drauf. Noch weitere zwei Wochen mit. Nein. So, sie fahr jetzt einfach mal ein bisschen. Ja, tu das. Ja. Wie ist die Fahrt in diesem Ungetüm? Ich weiß, was ich nicht kaufen werde. Wenn es an mir geht, würden wir das Ding auch abgeben, eintauschen oder so. Ja, aber da würde ich mich auf Grafs Autogeschmack eh nicht verlassen. Da will ich auch einen Raiden haben, privat. Also von gar her. Ja, aber ich bin gar nicht von diesem Auto. Ich auch nicht. Wäre immer noch für einen Jugula. Das muss aussehen, als hätte Ariane ihn schon länger. Das hätte was, ja. Ja. Magd oder an Magd, der Jugula? Aber die könnte auch sagen, hey, ich wollte dir eigentlich was von mir nach Hause. Ah, das ist eine gute Frage eigentlich, ne? Das könnte nicht beides gut aussehen. Im Moment kann ich alleine nicht nach Hause, weil sie schiebt ja alles auf die Dingens, ne? Wir hätten auf jeden Fall reellere Chancen. 13. Natürlich. Jetzt macht sie ihren Spitznamen auf. Vielleicht sollten wir auch gleich abnehmen und nicht in diese Richtung fahren. Ja, ich mach mal ja. Wie mach ich denn denn? Ja. Ich lass mal kurz an den Rand. Auf einen Neuanfang. Für uns beide. Ah. Ja. Ja. Okuriyama? Ja. Irgendjemand hat mir irgendwann mal einen Blog gegeben. Irgendjemand vom PD aus Versehen. Kann ich ihnen anvertrauen? Da stehen Aussagen tatsächlich drin und ähm, weitere Informationen? Ähm. Ja, natürlich. Oder soll ich einfach warten und das äh, boah, ich weiß gar nicht, wen ich das geben soll tatsächlich? Hm. Den gehört er denn? Ich zeig ihn dir am besten mal, ja? Mhm. Hier, schauen sie mal. Ja. Schau mal. Ich kenn mich nicht so gut mit den, also ich kenn noch nicht alle PD-Nummern. Gelehrt. Mecki. Finley. Ähm. U2 ist 10.30. Süßzeit der rotes Parkhaus. Leider. Belehrung. 86 und 76. Wer ist denn die 86 und 76? Nicht überhaupt noch bei uns. Von April. Schon ewig, ja. Ja. Also 86 wäre aktuell ein bisschen Montoya. Ähm. Ja. Und 76, ja, das ist ein neuer Recruit, 76, das muss jemand anders noch gewesen sein. Und Montoya kann es glaube auch nicht sein, weil 23. April war der glaube noch nicht bei uns, oder? Ne, auf gar keinen Fall. Ja gut, dann haben wir hier nicht wirklich jemanden, dem wir das geben können mit 20. Und das Datum ist auch schon sehr lange her. Ja. Wenn sie möchten, kann ich das trotzdem verwahren. Okay. Können wir vielleicht ein bisschen woanders lang fahren, Graf? Nicht geradeaus. Ja. Am besten recht. Wink mal den Leuten in der Sauf noch ein bisschen zu. Papier mit den bunten Lichtern. Wink gekratzen. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Wink. 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 Ich habe eine Bedeutung und ich hoffe, ich kann dir irgendwann erzählen, was das damit bedeutet. Bedeutung. 2.1 wieder mit Überführungsfahrten unterwegs. Ah, da kann ich dir nichts persönliches geben. Ich kann es nicht in meine alte Wohnung. Das ist kitschig. Aber ich mag sowas. Ich möchte dir einfach etwas schenken. Papier mit den bunten Lichtern, Winkelkatzen, alles Dinge, die ich sehr mag. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe eine Bedeutung und ich hoffe, ich kann dir irgendwann erzählen, was es damit auf sich hat. Bitte pass auf dich auf. R-Checkwort muss sicher gehen, dass bei Ihnen alles in Ordnung ist. 3.25 Ende. Haben Sie das draufgeschrieben, was Sie draufschreiben wollten? Ich habe was draufgeschrieben und habe auch was auf einen Zettel geschrieben, so wie ich mir kann. Moment, da ist mir kurz... Ich müsste tatsächlich mal meine Zettel ein bisschen aussortieren. Okay, da ist er ja. Wollen Sie den Zettel lesen? Soll ich den vorlesen? Wie Sie mögen, können Sie gerne machen, klar. Können Sie auch rüberreichen, kurz wenn Sie wollen. Ich reichen den rüber. Okay. Mia, bitteschön. Auf der Katze steht auch ein Neuanfang für uns beide. Herzchen Ari, das ist mein Spitzname. Ah, ich verstehe. Ich glaube, damit gebe ich jetzt ein bisschen was genug. Ich bin tatsächlich generell auch kitschig. Das heißt, wenn er sich über mich informiert hat, dann müsste er jetzt dann... Also diese beiden Sachen, das stimmt tatsächlich, was da draufsteht. Und dass ich kitschig bin, das stimmt tatsächlich auch. Das sind alles keine Lügen. Ich dachte, wenn man mich gesehen hat gerade, dann schreibe ich lieber, ich kann gerade nicht in meine alte Wohnung. Was wahr ist, denn da habe ich den Zweitschlüssel nicht mehr zu. Hm. Also die Wohnung mit Mr. Pinner, denke ich mal. Wohnen Sie zusammen? Wir haben zusammen gewohnt. Ich wohne jetzt alleine. Okay. Okay. Einmal hier wieder zurück, ihr Zettel. Danke. Okay, haben wir ein Ziel? Ja, es... wir müssten aber... Haben Sie mit dem Zettel zurückgekommen? Ja. Ja. Moment, Moment. Damit ihr wollt nicht durch eine Fahrt wieder nach vorne flogen sein zu Mr. Davis oder... Ich habe einen Schreibfehler, das ist ja super peinlich. Ähm, ja, Herr Kuriam, ich weiß nicht, ob das nicht eine gute Idee ist. Ich würde den bei der Garage tatsächlich abwägen. Können wir machen. Und das sollte schon etwas schnell passieren, natürlich. Das sollte schnell passieren. Und äh... Ich müsste... Also wir müssten definitiv ein Auge drauf haben, ob jemand auf der Garage ist, ob jemand auf der Seite ist oder auf der Hohen Straße. Bei der Mainzberg Arena südlich ist eine Garage mit zwei Toren. Die müssten weiterhin keine Tettkette dran sein. Wir haben es nicht versiegelt. Einmal dorthin fahren. Einmal hier... Forensik. Genau, genau da, wo du Forensik durchgeführt hast. Yes. Fokus. Mach ich aber zuerst einen U-Turn damit wir auf der richtigen Seite sind. Raus. Hm. Will ich sehen, wie du ein U-Turn mit dem Auto machst. Ja, gut. Link. Aber allgemein kurz vorbeifahren. Ja genau, einmal drehen. So oder so. Einmal vorbeifahren, um abzutecken, ob da irgendjemand ist. Und... ganz so nah wie möglich mit der Fahrradtür von Mr. Barnes halt, dass die da mal direkt daraus gehen kann. Soll ich absichend aussteigen oder drinnen bleiben gleich? Drinnen bleiben, würde ich sagen. Ich habe jetzt nichts wahrgenommen. Aber es ist auch schwierig zu erkennen im Dunkeln. Mhm. Und eigentlich hat sie Forensik sich eigentlich heute um die, äh... Tatorts-Untersuchung gekümmert. Da, wo Mr. Anatoly, oder wie auch immer der heißt, ähm... Verstaub'n ist? Ich habe keine Infos hier, ich habe heute Forensik nichts gemacht. Okay. Bist du morgen im Dienst? Ich gar nicht. Ja, aber ich müsste mal die normale Forensik... Ja, aber ich müsste mal die normale Forensik... Kraft, ne? Ist das Auto jetzt schon zum dritten Mal abgeschlossen, wenn die Frau Barnes wieder einsteigt? So, ich warte kurz ein bisschen, bis ich, äh... den Ort schaue. Ja, die 414 hört, dass U21 kommt. Aktiv, allerdings nicht verfügbar für sie, komm. Äh, ich müsste kurz zu meinem Haus, oder? Jep. Erleiten Sie ja mal ein bisschen, genau, genauer beschreiben. Ähm, das ist an der Fahrschule, dieses Treppengebäude. Ähm, weiß ich, Richtung, übers Putschi-Kanäle, dort drüben, das Gebäude? Ähm, ja, das, äh, ist am Hafen. Also bei der Fahrschule halten, das reicht schon. Es gibt noch einen anderen Weg, aber... Okay, bei der Fahrschule, okay. Ja. Dann einfach zur Fahrschule. Genau, ich konnte da nicht rein, wir müssen so tun, als wäre so zu. Ich hätte es am liebsten auch innen drin gemacht. Also hier... Ich könnte da nicht rein, aber ganz gerne den Koff. Ja. Ich könnte das einfach runter. Und dann kommen sie zu. Ich könnte das nicht mal so. Ich könnte es nicht mal so. Es gibt noch welche Reichen. Und dann würde ich mich so. Ich kann es dir das nicht понять. Ich kann es dir das nicht mehr so. Sag dirn ich nicht. Ich könnte das nicht mehr so. Ich würde mich so. Sollte ich Ihnen einen Ort jetzt schicken? Ähm, ja klar. Der ist weit genug entfernt, letzten Endes. Aber hier steigen die Kollegen mit aus, muss man es, ne? Ja, natürlich. Solltest du es parken? Trinken? Ne, ne, ich fahre hier vorne zu dem kleinen Wagen und dem schwarzen Fahrzeug, das ist einfach da auf der Spur halten. Hier. Ein bisschen weiter. Genau hier, dann können wir jetzt direkt lang laufen. Dann kommen Sie ja am besten kurz mit rein, das sieht es uns irgendwie wirklich komisch aus, wenn da jetzt jemand steht. Okay. Denk mal, es geht doch an die beiden Kollegen, ne? Ja. Sie sagt, ihr sollt mit reinkommen, es ist weniger Auffälle. vielleicht. Also, es ist offen. Ja, rot ist auf jeden Fall gegeben. Hey, ich mag rot. Rot ist eine gute Farbe. So, wir brauchen Arianes Dingens hier, ne? Das Kater auch, äh, der Friedrich Dingens gegeben hat hier, ähm, leider, sondern hier, weißt du was, wir essen und trinken nochmal was. Äh, den Zweitschlüssel ist voll nice, finde ich voll gut von Kater. Äh, so, hier ist ihr Pyjama. Ah, dass sie die Platteo-Stiefel, dann wird sie sich noch ein Outfit nämlich mitnehmen. Ähh, hm, schwarze Hotpants mit schwarzen Overknee, ich brauche schwarze Hotpants mit schwarzen Overknee. Okay. Dann, ja, die Deep Black müsste das sein. Ja, und die weiße Jacke. So. Es wäre natürlich nice, wenn sie sich jetzt noch ein Kleid fürs Date mitnimmt. Aber das geht leider nicht, ne? Ich hatte nämlich erst so licht, dass wir jetzt vielleicht machen die so ein richtiges Date, so, weißt du, das soll super klar, Papier und Frau Bahns, ja, goldes Kleid direkt anziehen, Junge. Wochenende über 24 Stunden im Dienst. Also nicht dauerhaft, aber insgesamt in Summe, deswegen, ich muss langsam auch aufpassen. Oh Gott, okay, ich guck ganz kurz nur, ob mein Balkon abgeschossen ist. Und ob hier irgendwas liegt? Okay, da liegt nichts. Ja, glaub ich dir. Alright. Dann. Wird einmal vorgehen. Ich bitte darum. Go. Okay. Okay, sie haben wieder abgeschlossen, Frau Bahns. Ich hatte wieder abgeschlossen, ja. Okay. 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 ich dachte schon die dächer sind ja ich hab die geprüft gab gerade schon dann würde ich sagen auf 10 pegasus appartements weil dann müssen sie noch was erledigen muss man mein telefon klingelt keine unverkannter anruf mach ich immer beschissene uhrzeit einfach mich anzurufen was von der augenfarbe hast du sehr helles blau gräulich okay arbeite ich nur wissen wegen ein gedicht nicht von deinem mann euch beiden alles okay ja nö nö ich wollte noch mal nachfragen nö 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 wir überführen gerade zu mir nach hause ja noch nicht so ganz bisschen fast da also so eine minute war nur die frage wegen den augen vom weiz sonst nichts tatsächlich dann angenehm amt ja jetzt zumindest sei da gab es gute nacht so hat er einmal sehr sehr krass so gemacht die persönliche nachricht ich hoffe so wie ein brief höre ich irgendwann die geschichte zum vier mit dem lichtern ich danke dir achi schlaf schön und träumen was schönes kann zwei pegasus der partner ist auch gleich einfach links rein also muss ich ja mal die externe drinnen stockholmer als die beifahrer die fahrer seite von bis 20 abzettel stelle ich dir nachher aus warum strafzettel da steht nicht einfach verboten aber jeder fährt immer andersrum rein und sitzt dann da und denkt mir so warum all right da schauen wir doch mal kurz in den briefkasten noch die tür ist schon aufgemessen bei uns das ist der partner zwölf okay dann äh äh dankeschön dankeschön bespringen leck mich fett alles okay meine güte wie sieht das denn hier aus kommen wir mal im bescheidenen zu hause ja bescheiden ist es überhaupt gar nicht äh ist das nicht zu groß für sie alleine äh ist ja was ist das hier ist das Marmor ähm ja ist Marmor tatsächlich können sich ruhig umschauen alles wow wie oh Gott hier passen ja sogar mehr Töpfe drauf als bei mir also auch hier eigentlich aber äh größere ja sie finden auch hier links den Getränke Kühlschrank tatsächlich ähm ganz rechts ist der reguläre Kühlschrank da können sie sich frei bedienen ein extra Getränke Kühlschrank ach du scheiße was ist Sake äh Sake ist ein traditionelles japanisches alkoholisches Getränk ach so entschuldige gibt's alles gut das bringt man so regulär in Bars und da gibt's noch eine andere Version davon was eher für zeremonielle Tätigkeiten genutzt wird oh okay wie gesagt der Kühlschrank ist leider nicht so voll am Eis und Küfer und ja ach da packe ich meine Hotdogs nochmal dazu meine Güte Herr ja man nimmt es mir nicht übel aber das ist wirklich ein Männer Single da ist ja gar nichts drin in den Kühlschrank essen sie nur Eis mit Eiswürfen nee das Eis ist einfach das Eis habe ich irgendwann mal gekauft Eiswürfen ist für Alkohol ah okay ja der Kühlschrank war nochmal voller vor kurzem also ich habe keine Zeit einzukaufen wir brauchen wirklich jemanden der für sie einkauft ich schaff das ja auch immer kann ich mich kurz oben umziehen äh natürlich einfach hoch und äh äh die Tür geradeaus dort das äh das Badezimmer boah oh ich geh ein bisschen Ariane kann mich ja wieder springen oh Gott das ist gar nicht das Badezimmer oh scheiße oh mein Gott die ist ein Aquarium er leckt mich fett was ist das denn oh mein Gott das ist so groß wie meine Wohnung das Badezimmer ich hoffe man hört das noch unten so oh scheiße jetzt hat die ja noch die Schuhe an äh shit hier wo was rein tun ähm her Kuriyama ähm her Kuriyama kann ich in irgendwie in einem Schrank meine Sachen irgendwo hin ähm ja das wird jetzt sehr kompliziert der Schrank der Schrank rechts ist tatsächlich sehr voll mit ihren Klamotten? ne ne mit den Klamotten von Miss äh Sykes ja also von Kate das ist ein bisschen schwierig ähm ich guck mal hier ansonsten können sie die unteren Fächer nutzen bei meinem Schrank okay 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 nur bitte ich ähm packe das einfach mal da irgendwo hier so rein so jetzt meckern sie nicht wieder weil ich keine äh Schworen hab alles gut ich achso ich erinnere mich ja ähm ich würde dann gleich noch Musche, Bettwäsche und so weiter aufs Bett packen und so okay ich würde mich nur kurz umziehen wollen okay oh ja ich gehe auch schon da war eine Glasscheibe oh mein Gott Aphrodonis Ariane warte man kann ja hier alles sehen ich hoffe trauriger Smiley jetzt nennen sie auch Ari hat den Hint verstanden was ist los ach ist das schade kann das nicht einfach ein normaler Charakter werden das war auch ganz aber ich mag auch Herr Koryam das ist ja ich habe so MacGarrett Vibes hier und es geht ja schon wieder nicht da und schon wieder passiert sowas und es ist schon wieder Halloween was ist los war voll die nice Situation vor Koryam ist aber auch so interessant einfach weil er nicht sofort so weißt du der ist super interessant der kann auch einfach nur nett sein so das ist er wahrscheinlich auch ne muss ich nicht mal mehr die Karten legen für jetzt will mich die Karten richtig hart oh mein Gott jetzt will mich die Karten so hart interessieren aber Ariane kann ja Max jetzt gerade nicht treffen dann hat der einfach alleine Ariane sei nicht so neugierig ich frage nicht ob die Wohnung gekauft ist ich schon glaube es sei Köln ist so leid ist so leid mit der Angst vor BW wenn dann das rauskommt wieso denn Angst der hat ja auch damals mit Ariane und MacGarrett und sowas oh Gott das ist ja jetzt aber da auch noch alles ok bei Ihnen? ich wusste gar nicht dass man so hoch wohnen kann ja ist ne schöne Aussicht muss ich sagen stehen Sie hier oft? äh tatsächlich ja erinnert mich immer etwas an New York und Tokio welche Etage ist das? äh die 12 haben Sie keine Angst vor Erdbeben oder so? ne ich sag mal wenn es passiert passiert es halt ne ich meine ich bin Erdbeben gewöhnt aus meiner Kindheit oh Gott ich hätte total Angst weil aber ich hab gehört in Japan sind die Häuser doch so voll sicher gebaut aber hier hier sind die Wände so dünn und das kommt mir vor als wäre es einfach ein riesen Papierhaus dann am Ende also bis jetzt muss ich sagen habe ich noch kein Erdbeben hier mitbekommen aber das ist ein guter Einwand aber ich bin auch ehrlich das Risiko gehe ich ein für die Aussicht das ist wirklich ne schöne Aussicht um kurz das andere abzuschließen er hat geschrieben danke für die persönlichen Nachricht ich hoffe so wie auf dem Brief ich hoffe so wie auf dem Brief ist da höre ich irgendwann die Geschichte zum Pier mit den bunten Lichtern ich danke dir Ari schlaf schön und träumen was Schönes ich werde es auf jeden Fall tun dann ein paar Herzen hat geschrieben frag mich einfach wenn wir uns sehen was halt schwierig ist vielleicht findest du ja auch eine Lösung mir wäre das Delpero für die am liebsten aber auch dass dir eben nichts passiert denk dir noch darüber nach ich kann dich da wirklich rausholen schlaf schön und träumen auch was Schönes pass auf dich auf hat er geschrieben wir sehen uns Sonntag ab da hab ich geschrieben ich hoffe und träume Smiley also ich versuche jetzt mehr in die Richtung zu gehen hat er geschrieben ich auch Ari ich auch übrigens äh Matthew schlaf schön hat er seinen Vorname geschrieben hab ich das gerade richtig gehört hat er ja sehr interessant hat er vorher nicht getan er wollte mir den auch nicht geben er hat gesagt dass ich jetzt in der Reihe bin jetzt hab ich gerade was gemacht jetzt kriege ich den Namen hm das äh dein Typ ist Matthew Wilson ne ja vermeintliche Fake-Gottier okay okay das ist interessant er wird persönlich ja gerade es funktioniert anscheinend wenn ich irgendwas kriege kriege ich auch irgendwas ich mhm nur auf Dauer wenn die Kosten sehr hoch ja ich hab eine kleine Idee die wäre die wäre wir lassen das Sonntag nicht stattfinden und ich werde ihnen dann schreiben dass das PD gerade auf mich aufpasst wegen deiner Freundin ich kann da leider nicht hinkommen es geht nicht dann wäre ich erstmal in Sicherheit die Sache wird sich zwar noch ein bisschen ziehen aber ich würde auch nicht lügen und sie hätten weiterhin den SMS-Kontakt um tendenziell Informationen zu bekommen oder ihn ohne Finger zu weckeln die Sache ist nur an dem Tag äh müsstet ihr mich irgendwie weiß ich verstecken oder halt ich würde das dann auch sagen ich würde sagen die schaffen mich jetzt weg irgendwie sowas irgendwas damit ich was sagen kann was er auch sieht mhm es passiert etwas ich schreibe ihnen die Wahrheit ich weiß natürlich äh dass ich es anträge dass es passiert aber dann ich weiß ich halte das eigentlich für eine gute Idee mhm wir lassen uns da was einfangen vielleicht fällt ihnen da auch was ein tendenziell was wir da machen können wir haben ja einige Möglichkeiten in Orten wo man sie verstecken können aber auch einige tatsächlich nicht so dass die jetzt da auf Teufel komm raus mich rausbekommen wollen aber schon mhm also nicht zu viel nicht zu wenig und das müsste man mit Fingerspitzengefühl machen sie meinen so nach Sicherheitsverwahrung einfach dass ich sagen kann die beschützen mich von deiner Freundin die haben Angst dass das jetzt akut wird ich könnte ne ich könnte auch lügen und sagen sie schreibt mir die ganze Zeit jetzt mehr aber das könnte er bei ihr nachschauen mhm ich denke die hängen die ganze Zeit miteinander rum ähm oder auch nicht man weiß es nicht aber nekuriyama ich habe eine wichtige Frage ja wie mache ich mit meiner Handy-Tastatur ein Herz wie geht das ähm 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 ich gehe manchmal mit meinem Handy einfach in den Browser und kopiere das da so rein ja vielleicht mache ich das mal ganz kurz dann ist das die letzte Nachricht heute weil das mache ich nämlich die ganze Zeit wenn ich mir das von mir durchgehe ist das sehr ähm wirkt es ja ähm nicht so wie ich eigentlich unemotional ich verstehe weil sie hier stehen bleiben wir können uns auch hinsetzen oder so ja sofort was sind das was für Fische hier ich meine sind die echt oder sind das jetzt so so Fake-Fische mhm das sind eher Fake-Fische tatsächlich weil da müsste man sich um die kümmern sehr realistisch dargestellt kann man eigentlich sagen sind sie etwa ein Fisch-Fan mhm reden wir nicht drüber ok also grundsätzlich wollen sie jetzt das so machen um nochmal zusammenzufassen kein Treffen am Sonntag und wir müssen uns was überlegen wie es so wirkt als würden wir sie in Schutz Haft nehmen und nicht hochschutzhaft das Wort dafür sondern in einen schützenden Bereich packen sodass er ihnen das glaubt weil sie sie beobachtet ja also einfach so dass ich schreiben kann hör zu das wird leider nichts ich kann nicht alleine hingehen ich habe Angst gegen deiner Freundin und das PD passt gerade auch auf mich auf damit mir nichts passiert und weil ich halt diese Drohungen von ihr habe mhm und dann wird er wahrscheinlich sagen ich komme alleine und sage ich nee tatsächlich kann ich hier nicht weg die wollen mich jetzt auch gerade wegschaffen ich weiß nur nicht wo und am besten wenn wir uns vielleicht wenn wir wahrscheinlich wenn wir vielleicht vermuten dass wir beobachtet werden mhm dann könnt ihr das nämlich sehen und wüsst ihr okay meine Güte die sagt ihr die Wahrheit das Problem an der ganzen Sache ist wenn diese minimale Chance besteht dass er wirklich die Wahrheit sagt dann will ich ihn auch in keine Situation bringen in der er genauso wie sein Kollege erschossen wird mhm heißt da müsste ich mir noch eine Kleinigkeit überlegen ich will nicht irgendwann ich will nicht irgendwann vor dem Spiegel stehen und wissen dass ich wirklich jemanden in den Tod geführt habe es kann halt sein ich denke es ist nicht so aber es kann sein ja ich verstehe nicht so einfach aber möglich ich sag mal grundsätzlich kann man das halt so machen dass wir mit ihr Privatfahrzeug zu La Mesa fahren auf dem Gästepartplatz und sie können halt sagen dass sie vorher telefonisch das erzählt hatten was mit Kontakt ist und so weiter und dass wir sie dort entgegengenommen haben und dort dann einen anderen Department fahren oder einen Schutzort oder wie auch immer dass sie sagen dass es eine Vorsichtsmaßnahme von uns ist das stimmt ist halt die Frage welches Department wir sie packen oder wollen sie woanders hin ich glaube das würde ich ganz den Profis überlassen ja wenn man danach geht wäre es ein Department wir sie packen theoretisch eher ein unscheinbares Department das Beach PD wäre eigentlich ganz spannend in der Hinsicht das kenne ich überhaupt gar nicht habe ich es immer noch nicht gesehen die meisten Leute kennen es nicht das ist der Vorteil der Nachteil ist dass die Anfahrt für Kollegen sollte da etwas passieren länger dauert ist das denn wirklich da gibt es natürlich eine Fahrstraße hin also es ist nicht einfach so dass es da auf Sand steht oder ich kenne es halt wirklich gar ich muss ehrlich sagen ich bin nicht auf genug dahin gefahren aber es müsste theoretisch ein Fahrtweg dorthin geben ja müsste ich vorher abchecken vielleicht schaffe ich das morgen sehr vollen Terminkalender ja also ich habe morgen halt mit meinem Handy halt so ich arbeite in Kentucky an so einem Charity Projekt und ich habe einen ganz wichtigen Videocall den kann ich nicht ausfallen alles gut fühlen sie sich wie zu Hause hier es gibt genug Orte wo man sich hier verstecken kann in der Wohnung die Etage gehört ihnen das einzige was ich machen werde ist halt nur Klamotten halt holen und so Talente laufen gut Herr Kuriam ich muss so gehen mich selber manchmal gucken Sie bitte nicht genau hin also wenn ich hatte ich nicht vor ich respektiere Ihre Privatsphäre wir können auch den Computer benutzen nebenbei dort drüben mit zwei Bildschirmen ist es ja immer ein bisschen angenehmer denke ich ja dann hätte ich eine bessere Qualität das wäre natürlich super Passwort ist ich liebe japan 1 2 3 ja wenn Sie wissen was mein Passwort auf Winschauen so ist aber es ist nicht genau das aber es ist ähnlich ja gut ist auf jeden Fall der Baby sehr schön davon bitte hacken Sie mich kein Problem werde ich nicht tun ansonsten gucke ich halt dass ich morgen noch irgendwie kurz einkaufe dass ich ich wollte gerade sagen würde ich jetzt frei rumlaufen können würde ich auch erstmal einkaufen gehen Entschuldigung ich möchte den Kühlschrank füllen das ist ganz schlimm aber ich kann ja gerade weil sowas mache ich tatsächlich gerne Kühlschränke füllen Kühlschränke füllen und Schränke umsortieren so wenn jemand keine Sortierung im Schrank hat dann würde ich auch fragen so hey soll ich das mal machen je nach Teil damit man direkt alles findet ach so wenn sie das gerade mit Schrank sagen bevor ich den Gedanke vergesse ich werde unten in den Wohnzimmerschrank das ist so ungefähr also da beim Fernseher in der Schrank einen Ersatzschlüssel von mir reinpacken das ist von einem Dominator GTX welcher gegenüber auf dem Parkplatz steht hat das Kennzeichen Real G das können Sie benutzen im Notfall wenn was sein sollte also nur zumindest damit Sie abgesichert sind Dominator GTX ist das Ihr Auto? ja es ist mein Auto matt schwarz mit deinem dunklen roten Pearl Effekt ich werde das Auto über den Kauf bei Synchro Dominator GTX sie sind so teuer ich bin die ganze Zeit am Sparen gerade und bei mir willst du Dominator ASP werden ist doch irgendwie leistbar ich sag immer nicht wie viel ich für dieses Auto bezahlt habe theoretisch müssten sie etwas an die 60.000 bezahlt haben 23.000 dieses Auto besitze ich aber auch schon fast zwei Jahre was damals günstiger ja es war günstiger das war tatsächlich ein Notkauf wo ich eine Informantin schützen musste und ärgerlicherweise suspendiert war zu dem Zeitpunkt in einer kleinen Dummeheit obwohl ich da nichts gemacht habe tatsächlich aber passiert halt ich denke das ist öfters ähm ja sagen wir mal so ich stand dabei wo jemand was aus einer Akte vorgelesen hat wo wir nicht draufklicken dürfen Staatsanwaltsakten und da ich dabei stand und nichts gesagt habe wo ich halt auch suspendiert ist vollkommen okay ich meine ich hätte auch was sagen können naja ich wurde noch nicht suspendiert aber was ja nicht ist kann ja noch werden und so ich bin ja ein bisschen verpeilt ich glaube ich würde nicht mal bemerken wenn ich einen Fehler mache ist das so haben sie mich heute im Funk gehört ja okay natürlich der Funk kann man ein bisschen noch dran arbeiten klar aber ich sag mal gibt es Schlimmeres und der Funk ist teilweise trotzdem besser als von manch anderem muss ich leider sagen aber Funk ist ja eh mal ein kritisches Thema ich bin auf die Funktaste gekommen als ich mich beschwert habe dass Alice Taxi schon wieder vom MD parkt achso nö das habe ich nicht bekommen ich habe nicht mitbekommen dass ich das alles funke ah es ist natürlich unangenehm es ist sehr unangenehm ja aber ich glaube das ist niemandem aufgefallen also zumindest nicht von uns das ist ja dann richtig gut dass ich das gerade erwähnt habe nochmal naja das war jetzt strategisch nicht so vorteilhaft aber ich glaube da müsste die Führungsbesprechung stattgefunden haben und da haben wir alle unseren Funk ausgehabt oder teilweise sehr leise oh ok aber keine Angst ich war jetzt für mich gut ich hoffe Frau Kater und Frau Ivanov behalten es auch und alle die es gehört naja ist auch egal stimmt Miss Ivanov ist wieder zurück ne ja ich hatte mich schon gewundert wer da noch so streng klingt parallel zu mir ich hatte auch relativ oft ähm gesunden Respekt hab ich immer noch oh Gott hab ich natürlich immer noch aber es ist nicht mehr so viel Angst dabei muss man ja auch nicht haben tatsächlich solange man den Respekt halt hat ja ich ähm Frau Kater hatte äh Frau Ivanov hatte bei mir gewohnt und Frau Kater hat ihr heute den Entschuldigung Ray hat ihr heute den Zweitschlüssel gegeben und äh deswegen hatte ich ihr halt gefragt ich wollte mich jetzt nicht aufdringen oder so alles gut ich hatte es ihnen angeboten und fast ja soweit wie gesagt ich hab Platz genug dafür und wenn es halt äh jemand in so extremer Gefahr ist wie sie wie die es halt logischerweise auch ran sie meinten ja das ist ein bisschen schwierig wegen äh einer wegen meiner Führungsperson also nicht dass sie da jetzt irgendwie Ärger kriegen deswegen mhm warum sollte ich warum haben sie das erwähnt mhm wir hatten mhm Führungsmitglied mhm hab ich haben sie ja als sie mir das erste Mal das angeboten haben naja das erste und einzige Mal ach so ja das war wegen ähm letzten Endes Führung über uns Führungspersonenbund der Informationen gesammelt von dieser Gruppierung tatsächlich aber so wie ich erfahren habe sind es halt eher Informationen welche Positionen wir begleiten was unsere Aufgaben sind und so weiter weniger persönliche Informationen okay sind die Fenster hier eigentlich verspiegelt kann's mir vorstellen bin mir aber nicht sicher aber das Rollo kann man ja auch zumachen okay ja nicht dass jemand da irgendwo jetzt mit dem Fernseher reinguckt kann ein bisschen schwierig sein glaube ich ich habe von Herrn Williams gehört dass man die bei diesen Immunation bekommt aber irgendwie tatsächlich bekommen die auch bei Seabreeze soweit ich weiß aber sie könnten theoretisch mal Mr. Finch eine SMS schreiben und der hat ein Fernglas übrig aufgrund einer Situation von heute okay aber ich würde es auch privat nutzen ja ja das hat er privat gekauft das können sie auch privat benutzen dann okay Herr Grün halten Sie mich bitte nicht für creepy oder so aber von meinem Balkon aus kann ich so gut in die Fahrschule gucken und mancher bin ich einfach neugierig und dann habe ich gehört dass Ferngläser im Umlauf sind und habe überlegt das wäre doch eigentlich okay es ist creepy ich kann es nicht schön reden es ist wirklich creepy ich möchte Leute beobachten ja jeder hat seine Hobbys denke ich misspons ja spannendes Hobby ich wollte damals am Chuma spielen da war eine Wohnung frei und die wäre halt so gewesen dass man die ganzen Pärchen auf der Brücke auf der Brücke sehen könnte und auch hören könnte mit dem Balkon und da war ich auch hinterher aber ich dachte dann setze ich mich abends einfach raus und kann den Leuten zuhören aber die sehen mich nicht okay ich bin wirklich creepy sie wollten Pärchen beobachten während des Dates von dieser Wohnung dann aus oder wie soll ich das verstehen ich hätte die Wohnung dafür genommen nur um Pärchen zu beobachten ich overshare manchmal ich sollte wirklich damit aufhören wie gesagt jeder hat seine Hobbys von dem was sie mir erzählt haben ist das glaube ich nachvollziehbar oder nicht ich weiß nicht so recht alles gut was in diesen vier Wänden ist bleibt in diesem vier Wänden ich backe sehr gerne das ist nichts was irgendwie gruselig ist das ist richtig gut Situation gerettet ja ich habe noch nie gebacken aber nun sie haben noch nie gebacken in ihrem Leben also so ich denke mal sie reden so von so Keksen Kuchen und so Zeug also Moment die Küche die Küche da unten diese grandios große Küche haben sie nie dazu benutzt irgendwas zu backen ich habe generell nicht so wirklich die bis jetzt benutzt sie haben auch nicht gekocht in der Küche ja doch meine Espresso oh mein Gott okay gut also wenn sie wollen kann ich ihnen mal irgendwas leckeres kochen und damit den Kühlschrank füllen allerdings kostet das interessant aus ungefähr drei Nieren aber ich kann es einmal machen aber diese Nieren die kommen da nicht ins Essen rein oder je nachdem mögen sie Nieren es war nur ein Spaß ja nicht so schmeckt nicht so muss ich sagen mögen sie ähm Gott ich habe mein Kochbuch zu Hause ich weiß natürlich nicht mehr was drinsteht aber da ist auf jeden Fall sind da Rezepte für Essen drin das kann ich ihnen sagen auch für Gebäck okay ich misste mich hier einfach ein ich möchte mich trotzdem auch wenn das ihr Job ist irgendwie erkennt nichts zeigen müssen sie nicht das ist selbstverständlich aber ich mache das gerne ich fühle mich besser damit wenn sie das machen möchte aber wie gesagt müssen sie halt nicht ich lebe meistens eher aus der Bento Box also von daher was ist eine Bento Box das ist so ähnlich wie ja so eine Brotdose nur in 1000 Mal Cola und das hat so mehrere Fächer kann man eigentlich sagen da kann man Reis reinpacken und mal für sie normal übersetzt Omelette und so andere Sachen also man kann halt da sehr viel Diversität an Essen reinpacken okay das hört sich wirklich viel aufwendiger an als die normale Brotdose ja ist auf jeden Fall auch teilweise leckerer wenn man so viel Diversität da drin hat sollten sie mal probieren gibt es auch ein 24-7 tatsächlich ich glaube ich habe sowas sogar mal gesehen da kann sowas sein dass ich mir das mal geholt habe aber wahrscheinlich in der eine ich weiß es nicht das müssen sie schon genießen also bei uns ist das tatsächlich so dass wir es versuchen zu vermeiden im Laufen zu essen weil es ist wichtig das Essen wert zu schätzen und zu genießen ich weiß das auch alles aber ich kann es nicht spielen so oh Entführer boah dass der jetzt echt den Namen Entführer-Chan hat Leute boah du machst mich fettig mit den RP es ist so furchtbar ich darf ja auch nichts sagen mit Ariane so aber eine Sache wünsche ich mir so alles okay bei Ihnen ich bei ja ich dürfte ich nein ich gehe mal ganz kurz auf die Toilette okay machen sie das ich feiere das alles so da ist gar nicht die Toilette es ist so cool es ist so cool alles ich habe jetzt mittlerweile gerade ist irgendwie so weinheitliche Musik an aber wir haben tatsächlich auch so richtig passende Musik heute gehabt zur Situation wo ich einfach nur dachte obwohl die nur SMS geschrieben haben wie geil passt das gerade es ist wirklich wie so ein ja wie so ein Film einfach sehr cool danke für die ganzen RP-Möglichkeiten es ist so nice ja ein bisschen wünsche ich mir das ist ganz schlimm es ist einfach da wünsche ich ein Happy End aber wir wissen doch alle nur verarscht es ist furchtbar ein paar Sachen hätte ich heute so voll gerne ausgespielt aber ich konnte leider nicht das ist so blöd ich habe gerade so viele Möglichkeiten Ariane auszuspielen eine will ich unbedingt machen aber es geht leider nicht Riesenlob ja ich muss tatsächlich sagen bei dem SMS so ich glaube ich würde ich wäre schon den Stockholm-Syndrom extrem verfallen die ganze Chat hat Stockholm-Syndrom es ist furchtbar es ist so gut gemacht oh mein Gott jede SMS ist einfach so spannend es ist einfach nur fucking SMS man guckt immer wie wird jetzt geantwortet was kann Ariane machen wie soll es sich geben das ist schon sehr nice verdammt ist wirklich spaßig ja es darf doch nicht vorbei sein ich finde ja ihr solltet wirklich ein Jahr lang noch bis Ende des Jahres das Event spielen das wäre schon ganz nice ja also zählst du da Pan also es ist ja komm ey so sorry ich mache jetzt aber weiter ich wollte mich echt aber nochmal bedanken das ist so cool auch ja das ist so cool die Badewanne ist so riesig ich glaube ich habe noch nie so eine große Badewanne gesehen okay ist doch nur normale Badewanne eigentlich das ist keine normale Badewanne die Badewanne die ich in meiner alten Wohnung hatte die war gefühlt eine kleine Tube ja das ist natürlich nicht so nice ja deswegen das ist ja das ist ja fast sogar wie ein eigener Pool also sie können die auch gerne nutzen wenn sie wollen also wie gesagt fühlen sie sich wie zu Hause ja okay das ist immer ein bisschen komisch wenn man bei jemandem fremden also in der Wohnung ist das erste Mal alles gut wie gesagt können die Tür auch abschließen logischerweise oder sie auch abschließen logischerweise ähm dort unten im Schrank müsste auch irgendwo so Badezeug sein mit Kischblutduft oder so hat ich mal aus Japan mitgebracht wow haben sie aus Japan mitgebracht das klingt als wäre das ein Geschehen für Kate gewesen nee das ist tatsächlich mir mitgegeben worden oh naja aber dann sollte man das ja nicht verlaufen naja grundsätzlich ist es ja dafür gedacht im Prinzip ich meine ich kriege sowas immer mitgegeben ja doch komm folg dem Boy es gibt mir immer meine Kassanheit mit wenn ich sie besuche was Kassan was heißt das meine Mutter oh ja ähm ähm ja aber ich will sie jetzt auch gar nicht aufhalten oder so alles gut ähm ich bin kann auch schlafen also kann auch runtergehen wenn sie schlafen gehen wollen oder das Piano nee eigentlich äh nicht aber wie gesagt ich will sie ja auch nicht aufhalten ich äh wenn sie sagen gehen sie jetzt schlafen jetzt ist Feierabend hier machen sie die Döppen zu dann mach ich das die was zu der PIN ja das haben wir in Kentucky immer so gesagt Licht aus Döppen zu Feierabend ah ich will sie schlafen gehen heute ok noch nie gehört tatsächlich ich hab Kassan auch noch nie gehört oder wie hieß das nochmal äh ich habe mir irgendwas geschrieben Moment 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 äh warten sie oh ich hab sie tatsächlich äh noch von damals eingespeichert deswegen finde ich sie so schlecht äh so wie maßen okay wir haben sie mich Entschuldigung 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 Ah ok ist aber ein langes Wort dafür ok wir haben auch lange Worte dafür egal man kann auch Gomen sagen oder Gomen das sei und was davon ist jetzt richtig situationsbedingt aber ich sag meistens so wie maßen irgendwie mir so eingetrichtert fangen sie ja nicht gerne anzüge ja wieso weiß ich ich hab sie jetzt zweimal ohne uniform gesehen und beide Male waren sie tatsächlich ziemlich schick angezogen ja es ist ich mich halt tatsächlich dran wohl und wie hat man Autos dann immer zu mir gesagt man stirbt dann wenigstens mit Stil oh wow das finde ich gut wisst ihr immer wenn ich Kollegen gesehen habe wie sie in der Umkleidekabine dann auch wieder rauskamen sahen die alle irgendwie ja gut wenn die Leute sich halt so wohl fühlen letzten Endes ähm ich weiß nicht also meistens laufe ich da eher so ich sag mal lässigere Straßenleitung Straßenkleidung rum wenn ich versuche nicht ganz so aufzufallen aber meistens trage ich eher Anzüge tatsächlich funktioniert der Kamin hier? ja wirklich? ja also ist das wirklich ein richtig echter Kamin? also nicht so diese diese Fake Dinge? das ist das ich muss zugeben ich habe den noch nie benutzt oh ja so viel private time in dieser Wohnung habe ich gar nicht aber warum haben sie dann so eine krasse ich meine ich weiß ich frage sie gerade so viel aber ist die gekauft oder gemietet? äh die ist leider gemietet aber mein Plan ist es die halt auf lange Sicht zu kaufen das muss unfassbar teuer sein auch die Miete muss ich bezahle nur 85 Dollar mittlerweile ist das günstiger tatsächlich ich habe ähm 613 Dollar bezahlt für zwei Personen ja das ist so teuer das ist ja mehr als ich verdiene aber mittlerweile sind es 289 Dollar das ist aber trotzdem auch schon ich meine okay 289 für die Wohnung geht aber ist natürlich für einen Schlüssel ne ich glaube wenn ich jetzt einen zweiten Schlüssel hätte wären es 370 Dollar dann ist sie schon ein Halsabschneider definitiv und die ziehen einen über den Tisch also von daher ich meine ich hätte ja eigentlich das Loft damals kaufen können also in Baden und Garnes ich finde aber das Loft tatsächlich nicht so schön hat Ihnen das gefallen? mhm es hat mich an mein Loft in New York erinnert was äh ich als Eigentum habe ich war letztens beim Herr Larsen in der Wohnung da haben wir uns oben auf den Schrank gesetzt mit äh Chandorte Wallace zusammen die auch befreundet sind mhm und dann haben wir von da auch auf die Stadt geguckt da war ich auch total perplex aber das hier ist sogar noch viel viel höher ja ja ich muss sagen die Aussicht hier ist äh definitiv cooler als äh im Loft ich meine man kann ja auch auf der anderen Seite gut auf die beiden Boutils schauen auch sehr nice ich glaub da ist es irgendwie ganz toll zu wohnen aber da muss man sehr sehr viel Geld haben ja definitiv ähm aber die Nachbarn sind auch teilweise dort sehr ja schräg als ich hier angekommen bin und mit meinen Freunden so damals unterwegs war ähm also schon sehr lange her also heute zwei Jahre um uns ganz genau zu nehmen ähm waren wir auch dort unterwegs und haben uns dort eine Immobilie etwas genauer angeschaut und plötzlich kam da eine russische Frau raus mit einem Baseballschläger und einer Bulldogge was? hat uns vertrieben ja wir dachten dass ähm Immobilie frei ist war dann doch nicht der Fall oh wow okay das ist ganz schön ja deswegen mach ich auch nur großen Bogen und beim Hotel ich bin voll easy ey roten Ariane nein zwei ernste Charakter stell mir richtig richtig schwierig auch vor aber ich glaube in meinem Hotel würde ich auch nicht wohnen wollen also finde ich jetzt nicht so attraktiv dann eher die Straße hoch vorbei im Fort Corp Center da gibt es ein paar Immobilien die sehr interessant aussehen wenn da mal was frei werden sollte würde ich schon überlegen auch dahin zu ziehen je nachdem wie die Wohnung ist äh das Haus ja die Vorstellung einfach so einen eigenen Pool und wirklich das so ein eigenes Grundstück zu haben die finde ich halt ganz toll aber dann ist auch tatsächlich ganz nett die Frage ist halt ähm ich hab immer ein bisschen Sorge mit mit deines die es gibt ja dann auch diese ähm ja diese Auslosungen und sowas alles das heißt wenn es Eigentum jetzt geben würde ob man es bekommt steht auch noch auf einem ganz anderen Blatt ja die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ gering bei so einer riesigen Stadt logischerweise ist da eine Sache irgendwie aufgefallen heute ähm hat dieser Tester überhaupt gar nicht angerufen eigentlich hat er jetzt die Tage auch immer angerufen heute war es nur SMS das ist komisch weil beim Anruf kann man ihm nichts nachweisen bei SMS dann aber schon vielleicht wer sucht er es ja irgendwie aber ist das komisch weiß ich nicht ist das nicht unklug von ihm eigentlich theoretisch ist es unklug je nachdem was er schreibt bis jetzt sind das ja so Nachrichten ich glaub die kann man noch nicht so ganz gegen ihn verwenden je nachdem das war schon sehr viele Nachrichten ja das auf jeden Fall es ist schon ähm ich mein der Name bringt jetzt auch nicht wirklich viel aber mhm es ist wie gesagt diese diese blöde minimale Möglichkeit die ich einfach sehe dass er ich weiß selber wie blöd das ist ich will nur nicht dass irgendjemandem was passiert wenn er eventuell doch ehrlich gewesen wäre Spawns ich verstehe das tatsächlich sehr gut ich habe zusammen mit Mr. Williams eine Dame aus dem Mayhem MC gerettet was ja nichts wo man das so auf hohen Treppen halt stellt ja wir haben eine Old Lady kennengelernt ich habe eine Old Lady kennengelernt die hatte versucht mich um den Finger zu wickeln damit ich entführt werden kann damals zu der Zeit von Vox Veritatis das hat soweit aber nicht funktioniert und das ist eher andersherum passiert und mit Überzeugungsarbeit so wie mit Mr. Williams zusammen haben wir es geschafft dass sie ihre Stricke also sich dort entfernt von ihrem gewalttätigen Mann entfernt die Scheidung eingereicht hat und versucht hat hier ein neues Leben aufzubauen Problem ist natürlich neues Leben aufbauen ist hier immer etwas schwierig und plötzlich hat es sich sehr gedreht und plötzlich hatten die Memes wieder großes Interesse an hier und da war es schwierig sie in Sicherheit zu bringen weshalb sie dann auf Dauer das Land verlassen musste ärgerlicherweise aber sie ist weggekommen von dieser Organisation hat überlebt und führt jetzt wenn sie noch in New York lebt in New York ein gutes Leben denke ich da braucht schon was her tatsächlich das war auch der Grund dass Drive-Buy es auf beim Ogans damals Oh mein Gott hat denen halt nicht so geschmeckt dass wir den Old Lady geklaut haben ich hab auch damals durch diese Leute im State Prison auf Mr. Williams und mich einen Anschlag und seitdem betrete ich diesen Laden auch sehr ungerne und bin auch sehr froh dass der nicht mehr in den Händen des SAPDs ist weil danach hatte ich auch meinen Dienst dort eingestellt und gesagt da gehe ich nicht mehr rein wenn dort nicht meine Sicherheit garantiert werden kann ja von daher verstehe ich dass sie versuchen die Person da auf irgendeine Art und Weise zu retten man darf halt bloß nicht da sich darin verliehen das ist sehr wichtig das mach ich auch nicht ich weiß nur dass es die Möglichkeit halt gibt ich will es halt nicht komplett außer Acht lassen ich meine ich glaube ich würde nicht mal so denken wenn sich da jetzt eine andere Person gestellt hätte und wenn er dann irgendwie schreibt er hat irgendwie dann auch da Angst klar alles super manipulativ wenn man in die eine Richtung denkt aber es gibt immer ein was ist wenn und ich war in der Bank und ich hab gesehen wie ich hab von zwei Leuten eine Frau lag auf dem Boden in der Blutlache die andere Frau war ja Luna Fujiwara und das war meine Psychologin im FD und auch nachdem sie aus dem Gefängnis kam hatte ich Kontakt mit ihr sie hat mir erzählt warum sie es gemacht hat ich hab sie im Gefängnis besucht tatsächlich wir waren oberflächlich befreundet welche Version hat sie ihnen erzählt weshalb sie es getan hat sie wollte es tun bevor es andere tun damit es von ihr kommt damit er ja ich verstehe einen zumindest halbwegs ehrevoll das es ändert das hat sie mir auch erzählt tatsächlich ihm wurde erst Seppoko verweigert weshalb sie es durchführen musste ein was verweigert das Seppoko ähm das ist eine traditionelle Art des Ablebens aus der Samurai Zeit ich würde es jetzt vermeiden ins Detail zu gehen aber ich sag mal man benutzt ein Wakizashi und endet sein Leben selbst das ist eine Art ehrvolles Ende für uns in der alten Zeit gewesen okay aber alte Zeit was hat das in der Neuzeit zu suchen aber das ist ja egal also das hatte bei ihnen wohl seine Gründe aber ist das nicht wahr was sie mir erzählt hat war das gelogen ne das ist die wahre Geschichte tatsächlich die gelogene Geschichte ist die die sie vor Gericht äh geäußert hat dass sie deswegen Habgier getan hat ich hatte damals auch keinen Grund ihr zu misstrauen weil das schien mir schon sehr ehrlich ich wollte eigentlich ich hab ihr gesagt äh weil ich wusste dass kaum einer was mit ihr zu tun haben möchte hab ich gesagt ich ich bin aber nicht so wie die anderen ich finde jeder hat noch eine Chance verdient und das was du mir erzählt hast das glaub ich dir auch und es kam nie dazu dass wir uns privat getroffen haben ich hätte es gemacht ich hätte jetzt auch äh das beim PD ganz offen gesagt gar kein Problem ich hab sie wieder gesehen in der Bank naja grundsätzlich hat sie halt ihre Strafe abgesessen ne und wie kann man am besten einen ja ehemalige Person aus der State Person helfen indem man die Person versucht so nahe wie möglich zu behandeln aber wer weiß hat sie trotzdem die ganze Zeit Mörderin genannt die Ansichten der Menschen ist leider immer etwas jeder hat seine eigenen Ansichten bei sowas leider ich weiß das ja ich mag ja und weiß das ist tatsächlich auch einer der sehr sehr wenigen Menschen in das dass sie nicht wirklich blind vertrauen dem würde ich mein Leben anvertrauen hab ich sonst wäre ich nicht mit in die Bank gegangen aber ich fand es trotzdem irgendwie irgendwie schade sie hat dafür gebüßt und ich bereue das ein bisschen ich hätte sie gerne früher angerufen naja auf jeden Fall worauf ich hinaus wollte ähm weiß ich tatsächlich nicht mehr irgendwas mit der Bank und ja keine Ahnung ist das kurz mit Frau Fujimaru in meinen Kopf gekommen hmmm wissen sie wo sie begraben wird? willst sie begraben? nein ich hab ähm Herr Narsen angeboten dass ich mich dass ich mich daran beteiligen würde und da gerne mit helfen würde mit Fujiwara wurde ja etwas in die Welt japanischer Tradition eingeführt und bei uns gibt es da eine Art Ritual wo man Abschied nehmen kann zumindestens so wie ich es gelernt habe dieses Getränk da unten was ihr gesehen habt im Kühlschrank die Sarkeflasche ja ähm bei uns ist das so wir stellen ein Schälchen Sarke auf den Grabstein und verabschieden uns somit bei der Person okay ich glaube hier im Westen würde es sagen wie so eine Art Last Drink also man stoßt halt an und ja erzählt etwas wenn man erzählt nichts trinkt das Schälchen Sarke aus und man versucht damit Abschied zu nehmen und für viele Menschen oder für viele aus meiner Familie war es immer ein guter Weg damit es klar zu kommen dass jemand weg ist vielleicht hilft ihnen das ja gehen sie zu der Beerdigung ich habe mit Miss Fujiwara ja nicht wirklich was zu tun gehabt okay aber wo kriege ich Sarke her ähm einfach beim Genki vorbeischauen ach so kann ich da eine Flasche kaufen ja dann kriegt man dort das hört sich ganz gut an ich glaube ich mach das dankeschön so so gerne was ach so okay das heißt bitte oder gerne kann man da gesagt entschuldigen sie das fällt mir so schwer dass du tun als wüsste ich nicht was ähm das ist Dekoration damit es äh atmosphärisch mehr wirkt meine geht es wenn sie mal da mit der Hand so drangehen merken sie dass das eigentlich nur Fake ist aha okay denken sie ich bin Alkoholiker Miss Wanz äh Alkoholiker Moment mal wenn sie wenn wenn ich ihr sage sie äh haben hier den Wein stehen trinken sie Alkoholiker dann heißt das nicht dass sie Alkoholiker sind ich wollte noch fragen wie sie reagieren dann bin ich nämlich die größte Alkoholikerin in Los Santos ist das so ja aber ich hab länger jetzt nicht mehr getrunken wie kommt es dass sie länger nicht getrunken haben naja ich bin mein PD ich komm nach hause und mach nicht mehr wirklich viel ach so verstehe da müssen sie ein bisschen also ich bin der Falsche dir das jetzt ja eigentlich sagt aber Work-over-Life-Balance ist eigentlich sehr wichtig ja sie sind wirklich der Falscheste Mensch der mir sowas sagen kann nun was soll ich dazu sagen vielleicht haben sie recht ja wobei ich schon manchmal Privatleben habe oft aber es kommt vor ja gehen sie denn auch mal gehen sie denn auch mal weg ich wollte ja aus dem Fenster gucken aber da kann ich ja gar nicht dann gucke ich da hin gehen sie denn ähm gehen sie denn manchmal weg einfach irgendwie weiß ich nicht Leute treffen was essen achso ne ich gehe jeden Morgen joggen aber so per se auch wieder alleine dann ja joggen meditieren und so ein Zeug hat ihn ähm das letzte Mal ich bin demnächst auf der erneuten Hochzeit von Ehepaar Williams tatsächlich ja es ist so ein romantische Geste anscheinend so dass sie nochmal sich das Ja-Wort geben wollen ach man ich bin ja mal neidisch wissen sie bei mir ist es ein großer Traum zu heiraten aber ich habe es immerhin schon mal bis zu einer Verlöbung geschafft mhm warum ist das ihr größter Traum zu heiraten das war es halt immer schon seit ich ein kleines Mädchen war ok es ist halt eine schöne Sache so romantisch und dann hat man ein schönes Kleid und kann den Tag so schön gestalten und heiratet seine große Liebe und jetzt muss er wieder warten ich verstehe denke ich wenn sie da aus dem Fenster schauen wollen können wir auch dorthin gehen ich schaue gerne dramatisch aus Fenster in der Kuriale achso ich verstehe außerdem ist das einfach so eine schöne Aussicht wer weiß wann ich die das nächste Mal sehe naja morgen ja ich meine wenn hoffentlich hier die ganze Sache vorbei ist und gut gegangen ist achso ja gut sie können natürlich auch einfach mal vorbeischauen hallo sagen oder so nachher Kuriam ich glaube ich ziehe einfach hier ein dann machen wir eine WG und ich fülle einfach immer den Kühlschrank und äh sie machen so ihre Joggingsachen und äh ich dekoriere hier alles mit mit ein bisschen Rot und dann äh da war natürlich nur ein Spaß ja ok 50% war jetzt schon ernst gemeint 30% 20 20 20% war ernst gemeint nein keine Sorge Herr Kuriam alles gut das war wirklich alles ein Scherz also kein oh Gott eh nein ich ok ich hab gesagt ich beobachte Leute mit mit äh nein ok denk nein ich bin wirklich nicht ich ich misse mich hier nicht ein ich bin super dankbar dass ich hier sein kann aber keine Sorge ich werde ich also das war wirklich nicht ernst gemeint also ich bin nicht verrückt oder so und ich bin auch oh mein Gott ich bin doch kein Mietnomade denken sie bitte nicht dass ich jetzt ein Mietnomade bin oder irgendwie sowas das wäre mir super peinlich sie haben eine wunderschöne Wohnung ich finde die auch ganz toll aber das heißt nicht dass ich jetzt einfach hier hinkomme und hier bleib ich geh wenn ich gehen muss und äh oh Gott ich rede zu viel ich mach wieder Oversharing sorry muss ich mir Sorgen machen dass sie auf der Treppe hocken und mich beim Schlafen beobachten oder so nein nein das mach ich wirklich nicht äh auch ohne Fernglassen mach ich das ich oh Gott ich werde sie nicht beobachten wirklich versprochen oh ich hätte nicht so viel sagen sollen es geht wirklich nur darum Leute in der Fahrschule zu beobachten ach das ne ich komm aus der Sache nicht mehr raus es ist ich bin keine Voyeurin okay ich bin das bin ich wirklich nicht oh also wenn man hier wohnt muss man auch Miete bezahlen eben weil aber da muss ich ja auch arbeiten gehen das äh hat so Miete bezahlen an sich dass man dafür arbeiten gehen muss ja war das jetzt ein nein nein wir kennen uns gar nicht so gut aber wenn sie irgendwann mal jemanden brauchen der den Kühlschrank füllt und backen kann und ähm versucht keine Hauspatys zu machen und achso sie haben das beste dieser dieses Objekts noch gar nicht gesehen stimmt kommen sie mal mit danach werden sie mich hassen sie sollten sich Schuhe anziehen ok jetzt bin ich gespannt in diese Flipflops habe ich schon mal in Tatverdicht hingestellt lustigerweise waren wir undercover war sehr schräg so ein kleines Mieben bei Mr. Evelyn zu mir gefahren ok achso genau hier vorne in den Schrank würde ich dann die Schüssel reinpacken für den Dominator ignorieren sie den Baseballschläger da drin ja ja alles gut ich äh haben sie alles Cheapies? das sind die von äh Miss Sykes ok gut einer davon gehört mir bleiben sie ein bisschen vorsichtig der Gang runter äh in den hinteren Bereich ist etwas enger manchmal auf dem Hinterhof ja wir kommen in unseren bescheidenen Hinterhof von den Pegasus Apartments mit unseren angenehmen Pool und unserer Minibar dort hinten sowie weiteren netten Sachen machen genau dort hinten ist dann noch die Minibar mit Grill Barbecue und so ein Zeug da ja und sie machen hier nichts privat doch wir hatten mal eine Party hier und äh da musste Miss Nook äh in die Notaufnahme gebracht werden weil sie zu viel gesoffen hat genau haben wir irgendwas gefeiert ich weiß aber nicht mehr was ich wohne ja ich wohne in den Slums das wird mir jetzt erst so bewusst ich äh enthalte mich dazu oh mein Gott ich wusste gar nicht dass man hier so krass luxuriös wohnen kann es ist ja ich meine Meteor Street kenne ich das sah schon toll aus aber ja aber Meteor Street finde ich die Wohnung zu groß man fühlt sich so als würde man in einer Sporthalle wohnen da fehlt der Charme für dich zumindest ansonsten theoretisch hat mir damals überlegt dass wir hier die Hochzeit von Ehepaar Williams stattfinden lassen weil es bietet sich natürlich auch hier sehr an mit den Brunnen dort vorne so mit den Bäumen das habe ich gar nicht gesehen mit dem Brunnen hier kann man sicherlich auch was mit Kehl spüren wollen wir zum Beispiel sich hinstellen lassen von Paradise oder so in so Kübeln haben wir damals auch äh überlegt Wollten sie hier Kaytai halten? mhm wir hatten doch noch keinen speziellen Ort vor das war komplett in ihrer Hand damals das ist aber wirklich voll das ist so ein schöner Ort ne 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 also ich weiß nicht wie auch keine und er ist sichert man kommt hier nicht drauf tatsächlich zumindest man kommt schon hier wenn man will drauf aber nicht mehr weg aber wie soll man denn von außen hier drauf kommen? es ist ja kein Haus glaube ich über eine Mauer dort hinten tatsächlich in Richtung Osten aber wenn man Spider-Man ist vielleicht oder? ne das gibt so einen kleinen Abschnitt wo man hochklettern kann ja das ist uns aber bescheidener Hinterhof gut hochklettern können das wäre mein Plan B und dann sagen oh ich bin aus Versehen hier drüber und äh können sie mich mal bitte durch die Wohnung lassen? ich möchte nach draußen ja gut aber man kann gut die Stadt von hier aus auch beobachten ich brauch ein Fernglas Wollen sie denn noch etwas hier unten bleiben oder sollen wir wieder hoch? da hinten war mal das Afrodonis ich meine jetzt ist es nicht mehr da aber Prolabs ist hier oh mein Gott ich könnte Herr Kuriyame stellen sich vor Prolabs wollen die wollen für 300 Dollar im Monat wollen die so eine Karte verkaufen und dann sieht man halt immer so die neuesten Styles sind die neuesten Mode und das ist ja mein Thema Fashion is my Passion Entschuldigung ja auf jeden Fall habe ich habe ich dann man sieht ganz fest Prolabs von hier oben weil dann habe ich immer nicht dann könnte ich ja mit dem Fernglas in meinem Laden gucken und wüsste dann schon was ist denn neuesten ja ähm ich glaube da ist gerade nur irgendjemand umgekippt oder so ok ja ähm ich glaube sie würden sich mit meiner besten Freundin sehr gut verstehen die hat auch so eine Obsession zum shoppen wer ist ihre Beine die war sechs Monate weg und dann hat sie gesagt lach nicht jo ich äh geh jetzt shoppen ähm ist Luca Luciano ok kenne ich nicht war früher mal Staatsanwältin und Rechnerin oh wollen sie was wissen ja ich habe den allerersten up to date Gutschein bekommen den habe ich da ist sogar 200 Dollar drauf aber den habe ich jetzt als kleines Heiligtum zu Hause genau wie die goldene Afrodoniskarte und ich habe mir überlegt die Prolabs Karte zu holen aber 300 Dollar im Monat ist schon äh ja meinen sie diese Karte bitte wir jetzt zurückgeben wäre das jetzt die Prolabs Karte gewesen Herr Kuriyame ja dann werden sie weggerannt dann werde ich weggerannt ja diese Karte habe ich am zweiten Tag Aufenthalt hier bekommen tatsächlich das ist schön für sie ich musste sie mir erkämpfen nein ich habe sie tatsächlich auch einfach so bekommen aber die geben die nicht mehr so einfach aus ja dann kann man sich ja glücklich schätzen würde ich sagen ähm ja ich glaube ich habe mir hier gegenüber eine Wohnung angeguckt in einem der Häuser sehr lustig ja sehen sie hätte ich hätte man von hier oben auf ihre Wohnung schauen können mit einem Fernglas oder normal ohne Fernglas oder normal mit ja natürlich nur verrückte gucken mit einem Fernglas meinen sie etwa so oder wie sie sind so ein Angeber sie hatten also sie also ja toll sie hatten also die ganze Zeit ein Fernglas ja habe ich das nicht erwähnt nein haben sie nicht wie gesagt Mr. Finch hat eins übrig weil er aus Schuldgefühlen mir eins kaufen wollte ich mir aber selbst eins tot gekauft hat habe vielleicht werde ich ihn mal ansprechen ich meine das wäre beruflich wichtig ja bitte sehr denke ich ihnen schicken wir das Fernglas ja bitte beobachten sie mich nicht noch schlafen oh mein Gott ich brauche das Ferng oh wie cool ist das denn oh mein Gott sieht gerade jemand um okay dann setzen sie doch das Fernglas wieder ab wenn sich da jemand umzieht ja ich nein ich habe dann ich schwöre ich habe weggeguckt der hatte nämlich so ein weißes Hemd an mit Senfflecken drauf ach so ein Ekliger ja so einer Leute die sie sich nicht pflegen kann ja was wollen sie denn da verraten gar nichts okay dann koche ich für sie obachten sie einfach mich nicht beim schlafen das reicht mir schon wenn ich sie beim schlafen mit einem Fernglas beobachten würde dann würde ich ja in ihren Nasenlöcher gucken sowas mache ich nicht ich habe ich meine Voyeurin nein bin ich nicht aber ich habe Abstand ich hoffe doch ja ähm ich glaube ich würde dann jetzt schlafen gehen ja dann kämen wir zurück in die Wohnung was für ein Pool richtig schön blau ja da kann man auch gut seine Runden schwimmen morgens meine geht was denn das muss sein Leben sein wenn man es benutzt bestimmt ähm ähm hat mich nach Explosion draußen angehört ja wie gesagt das war ja ja einfach vielleicht hier jemand irgendwo reingefangenen Auto oder so alles gut okay gut dann äh würde ich mal nach oben gehen alright ist das wirklich okay ich kann auch hier unten auf der Couch rein ne ne jetzt habe ich da alles schon fertig gemacht bis bei uns das ist die Gastfreundlichkeit das ist die Couch hier unten sehr bequem ja ja ich bin es gewohnt auch auf dem Boden zu schlafen also alles gut um Gottes willen okay dann äh schlafen sie gut und vielen Dank und äh bis Sonntag dann ja bis Sonntag ich wollte ja so wie das sei oh ja mal so nie rein ja ich habe das Fernklass selber geschickt wir haben das Fernklass Junge Es geht los. Denn ich kann euch mal an ihrer Lust hier frönen. Messio, wo bist du? Wir sind überall cool. Stellt euch mal vor. Hättet ihr Sitz da mit deiner Freundin, Lügenbaron? Hundertprozentig seid ihr zusammen die ganze Zeit. Ich versuche mir da nichts drauf einzubilden. Hundertprozentig seid ihr. Irgendwo zusammen. Meine Güte, ich sehe gerade Furia, aber von einer ganz anderen Seite. Irgendwas ist im Moment ganz komisch. Ich kann es alles überhaupt gar nicht einordnen. Wichtig ist nur, ich darf nicht auf den Typen reinfallen. Das Gefühl, ich bin schon halb mit dem zusammen. Aber ich weiß, dass er mich belügt. Was ist denn, wenn er mich nicht belügt? Warum ist der Kurier... Oh mein Gott, mein Herr Kurier, war das ernst? Hat sich das mit der WG gesagt? Nee, bitte jetzt auch nicht darauf irgendwas ein. Ich fühle mich komisch. Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Was ist das? Ich glaube, das sind Müttern. Oh, ich kann ja richtig in die Stadt gucken. Schlungberg-Sachs. Moment mal. Was ist das Little Italy? Oh mein Gott. Moment mal. Ich kann von hier aus einfach direkt auf das Little Italy gucken. Das ist natürlich alles in einer anderen Dimension wahrscheinlich. Okay. Wenn Larry wieder da wäre, wäre alles wieder gut gewesen. Wir wären uns wieder näher gekommen. Dann hat Hanni mir das gesagt. Das hat alles komplett verändert. Wie oft, wie lange soll ich mich denn noch verarschen lassen? Wie lange soll ich noch so dumm hinterher rennen? Es ist nicht so, dass man auf irgendeinen blöden Knopf drücken kann. Aber wir haben uns jetzt eine Weile nicht gesehen. Er ist schon wieder weg. Wäre trotzdem jemanden, den ich immer beschützen wollen würde. Wäre trotzdem jemanden, den ich aus meinem Leben nicht missen würde. Aber nicht in einer Beziehung. Ich kann das Observatorium von hier aus sehen. Okay, Ariane, du. Hier ist das Bett von Herrn Kuryame. Gut. Hier ist das Bett von Herrn Kuryame. Der ist tatsächlich unfassbar süß gerade. Meine Güte, ist der süß. Herr Kuryame ist süß. Das ist komisch. Oh Gott, ich schäme mich, dass ich das gedacht habe. Er lässt mich einfach zu Hause bei sich. Ja, okay, ist ja auch sein Job. Ariane, das ist sein Job. Denk da jetzt mal nicht irgendwie um tausend Ecken. Oh, meine Güte, sieht das so krass aus. Warum hat er mir das gerade da oben gezeigt? Ich meine, ich wohne doch hier. Ich werde doch hier nicht wo, oder doch? Wieder vielleicht ein WG-Partner? Okay, er braucht vielleicht jemanden, der wirklich seinen Kühlschrank führt. Nein. Nein, Ariane, nein. Ich freue mich, mich gar nicht hinzugucken. Oh Mann, diese Valerini so... Darf ich doch auf reinfallen? Aber die minimale Chance besteht ja, dass das irgendwie ernst gemeint ist. Und dann habe ich... Ich will den nicht verarschen. Aber der sollte wirklich festgenommen werden, weil dann kann dem doch nichts passieren. Dann ist heute ja das wirklich machen. Wenn das ein Psychopath ist, der Blutlust hat. Ich kann mir das irgendwie gar nicht mehr so vorstellen, aber... Dann ist das hier doch richtig, richtig krank. Aber wieso sollte man sich auch so viel Mühe geben wegen mir? Ich nutze den doch gar nichts. Als Druckmittel. Als Abdenkung. Ich wünsche dir wirklich dieser Artemis sein Gefängnis. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich kann das ein bisschen zu gut spielen, vielleicht weil... Ich tue einfach so, als wäre das halt irgendjemand. Deswegen kann ich das so gut machen. Ich mag Herzen sowieso nicht. Jetzt habe ich mein Herz geschenkt. Kacke, wieso hat sich mein Leben jetzt auf einmal wieder so gedreht? Was ist denn immer los bei mir? Oh Gott, als Herkoreanesbett, ich kann doch nicht daran schlafen. Oh Gott, das riecht doch irgendwie so ein bisschen nach ihm. Oh Gott. Oh, Hilfe, Hilfe. Warum war der so süß zu mir? Nein, das ist nur sein Job. Alles in Ordnung, bitte darauf nichts ein. Oh, das ist so eine Riesenbadewanne. Ich gehe jetzt schlafen. Ich ziehe meine Schuhe aus. Genau, das mache ich jetzt. Ich ziehe meine Schuhe erst mal aus. Oh Gott, ich gehe in seinen Schrank. Da sind seine Klamotten drin. Und er hat so tolle Klamotten. Okay, das ist... Nein. Das ist... Nein. Ich habe meine Schuhe gar nicht an. Doch, ich habe meine Schuhe noch an. Okay. Runter. Welches Regal war das? Dieses Regal. Sehr schön. So. Du brauchst das jetzt gar nicht. Ich brauchst doch keinen beim Schlafen. Ich könnte aber noch mal... Oh Gott, ist das cool. Man könnte das immer machen, wenn man hier wohnen würde. Ich bin so neidisch. Was ist das denn für ein Hinterhof? Oh, ist das das Varieté? Kann das Varieté sein? Oder ich kann es auch nicht das Varieté sein? Das ist ein Eklipstower. Man könnte sich hier hinstellen. Wenn das war eine neue Dimension. Man könnte sich hier hinstellen und... Und ich könnte sagen, Max, stell dich mal. Geh mal zu diesem Ort. Da ist was ganz Geheimes. Dann würde Max da hingehen und ich würde mit einer verstellten Stimme anrufen und sagen, Max. Ich sehe genau, was du anhast. Du hast diesen roten Podium. Ja, nein, dreh dich jetzt nicht um. Dreh dich jetzt nicht um. Du schaust gerade nach Norden. Ist es so? Aber fremder Mann, ich weiß gar nicht, wo Norden ist. Das ist egal. Oh mein Gott, das könnte ich alles machen. Ich schlafe bei einem fremden Mann. Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Ja, ich kann jetzt auch nicht... Nein, du gehst auch nicht zum Kühlschrank. Du machst jetzt gar nichts. Der steht da einfach unten. Oh Gott. Hilfe. Ich habe bis vor ein paar Tagen noch so eine Angst vor dem gehabt. Und oh mein Gott, der Perlone ist im Chat. Oh mein Gott, der Perlone ist im Chat. Ich war da ein bisschen zu sehr drin. Entschuldigung. Hilfe. Mein Chat ist gerade so hart am Durchdrehen bei dem RPE-Moment. Ich habe dann jetzt so gesagt, ich hätte das so gerne mit Ariane angenommen. Aber ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Heute hat das so gut gepasst mit Kater und dem Schlüssel. Und das Fee bei ihr ausgezogen ist. So, ah, Ariane, Hilfe, ich kann nicht alleine zu Hause. Da konnte man es endlich machen. Oh, Hilfe. Wie unangenehm. Ja, Ariane ist halt Ariane, ne? Ich muss sie trotzdem Ariane spielen, ne? Oh, sehr cool. Boah, die Pegasus-Apartment sind aber wirklich, wirklich nice, ne? Oh, sie hat ihr Fernklass. Sie kann endlich, sie kann endlich Leute beobachten. Ob ich das jetzt wohl erzählen soll? Das macht Ariane dann doch wieder so ein bisschen dümmlich. Ach, ich erzähle das. Und dann jetzt, nein, nein, nein. So meine ich das überhaupt gar nicht. Oh, das war so cool. Und dann muss man immer Angst haben, was Kuriame denkt, was Kuriame macht und so. Und ja. Und sie ist halt auch die ganze Zeit, sie denkt die ganze Zeit scheiße. Ich hatte doch gegen, ne, gegen Ende hatte sie wieder ein gutes Verhältnis zu Kate. Die hatten aber mal in der Zwischenzeit, ich hatte ein sehr schlechtes Verhältnis. Und jetzt, Ariane ist halt so Ariane, die Herr Tenuta zum Beispiel hat ihr angeboten, dass sie da, weil der hat ihr damals geholfen, der ist so super empathisch auch, dass er ein offenes Ohr für sie hat und dass er mit ihr reden könnte. Und er ist halt nicht der Psychologe, Larsen. Aber weil Ariane damals wirklich kurz vor uns im Zusammenbruch geholfen hat, hat Ariane sich heute erkundigt, ob er denn noch mit seiner Frau zusammen ist. Aber eben aus einem ganz anderen Grund. Und deswegen ist das gerade auch mit Kate so für sie, weil sie will nicht, dass irgendjemand denkt, sie würde sich an irgendwelche vergebene Männer ranmachen und sowas alles. Genauso ist es jetzt mit Kuriame. Sie hat halt trotzdem die ganze Zeit wegen Kate gefragt. Einfach, ich will nicht, dass sie was Falsches denkt, wenn die reinkommt und sowas alles. Das ist halt voll Ariane. Die ist halt nicht böse. Mit manchen Sachen schon, zum Beispiel von Smith das Auto kaputt schlagen, aber ansonsten ist sie nicht böse. Ist das mit der Stimme anstrengend für dich? Nein, ich habe, das ist meine Nui-Nui-Stimme. Nein, das ist meine, wie hat der Dennis immer gesagt, meine Fleischtheken-Stimme. Ich mache das länger, als es das Ariane-RP gibt tatsächlich. Rose ist anstrengend. Wenn ich gerne widersprechen würde, wäre ich irgendwann Kimiko. Aber ich muss auch sagen, hier die Dingens, wie hieß die Nummer? Patricia, die war überhaupt gar nicht anstrengend. Die war auch, ich weiß nicht, die habe ich auch voll gerne gemacht. Die Stimme von Cementa war tatsächlich anstrengend, muss ich sagen. Da wusste ich ja, da konnte ich gar nicht so viele Höhen machen. Smith das Auto war es also. Ja, Ariane hat da Wende gehört. Das war aber auch eine Aktion. Ich habe das nicht, also Ariane hat eigentlich nichts gemacht, das waren die anderen, weil ich es nicht hingekriegt habe, eine Scheibe einzuschlagen. Ich habe alles gegeben, es hat einfach nicht funktioniert. Und es war alles sehr dumm und wir waren maskiert, aber es war sehr aufregend auch. Und ja, dann hat sie danach gehört, also sie wusste, das ist von Smith, aber danach hat sie gehört, er ist jetzt Richter. Und Ariane so, oh scheiße. Hattest du noch keinen Moment, wo die Stimme versagt hat? Also die Stimme ist tatsächlich bei Ariane so, ich bin manchmal zu weit in meiner Stimme. Zum Beispiel, Julia redet die ja immer so. Aber heute hat sie halt auch so ein bisschen so geredet. Und wenn ich da so nicht aufpasse, dann rutsche ich halt in meine eigene Stimme rein. Weil Ariane kann ja auch sehr ernst und eher sanfter reden. Und die hat ja auch noch diese Flirty-Stimme und die ist halt auch nochmal ganz anders. Aber alles immer in diesem Ariane-Ton. Oder auch wenn sie singt, es ist immer im Ariane-Ton. Und das ist immer ein bisschen schwierig, aber ansonsten ist das super easy. Ich habe mich sehr daran gewöhnt. Siehst du mich bitte in den Schlaf? Hatte gerade Feuerwehreinsatz. Oh, oh. Dann, ja, dann weiß ich nicht, wenn du noch Hintergrundbeschannung brauchst. Heute war nicht so viel Lautes los. Du kannst das Video ein bisschen laufen lassen. Oder, was ich immer empfehlen kann, Regengeräusche auf YouTube mit Blackscreen. So schlafen wir hier immer ein. Was ist dein Server? Wie lange habe ich denn jetzt gestreamt? Also vor allem, ich bin noch voll wach. Ich will weiter streamen eigentlich, ne? Da muss ich dauerhaft aufs Klo. Mein Wecker geht gleich. Mia, warum bist du denn noch da? Ach du Scheiße. Und du bist ja sogar die Schlimmste hier gewesen heute beim Sim. Kurian mit Matthew. Kurian mit Matthew. Es war so gut. Oh mein Gott. Scheiße. Fast elf Stunden. Hä? Hä? Echt jetzt? Wir haben vier Uhr sieben. Streamt der Erik noch? Streamt der Erik noch? Ich wollte den Rats.